Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann könnte es weitere Lockerungen der Kontaktbegrenzungen geben. Dann könnte mehr möglich sein beim Individualsport. Dann könnte sogar die Außengastronomie, die Außenbereiche der Gastro öffnen mit Schnelltest, mit Termin. Also ein könnte setze ich da vor. Denn das große Aber ist natürlich, wenn es, wenn die Zahlen steigen und aktuell sieht es ja ein bisschen danach aus, dann gibt es die Notbremse. Über 100 werden alle Lockerungen zurückgenommen. Die Kontaktbegrenzungen gelten dann wieder von vor den letzten Bund-Länder-Beschlüssen und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der zum Beispiel sieht das ja auch sehr schnell kommen. Er warnt davor. Er sagt, wir sehen, dass die Zahlen jetzt wieder steigen und diese Lockerungen, die wir jetzt haben, die werden uns so nicht lange erhalten bleiben. Ein großes Thema. Das ganze Wochenende hindurch die Maskenaffäre bei der Union sorgt unter anderem dafür, dass die Umfragewerte in den Keller gehen und das ein paar Tage, bevor wir am Wochenende die wichtigen Landtagswahlen haben. Was ist mit den beiden Herren, die da auf ihrem Bundestagsplatz nicht verzichten wollen? Wie geht es da weiter? Der Druck wächst auf jeden Fall massiv auf Löbel und auch auf Nüßlein. Beide haben ja gesagt, sie verlassen die Unionsfraktion. Aber das allein reicht vielen in der Union nicht. Denn sie wollen an ihrem Bundestagsmandat erst einmal festhalten und zwar bis zum Ende der Legislaturperiode bei Nüßlein bzw. bis Ende August bei Löbel. Und da gibt es jetzt massiv Widerstand von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, von Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Es gibt von Markus Söder die Kritik. Natürlich, weil eben die Landtagswahlen auch anstehen und das bei den Wählerinnen und Wählern nicht gut aussieht, wenn man sich da, und das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, auch die Taschen dann doch noch voll macht, sprich weiterhin die Diäten einkassiert und auch die Pensionsansprüche steigen ja, wenn man ein Jahr im Bundestag auch absolviert hat. Natürlich kommt auch massive Kritik aus der Opposition. Isabel Finzel fasst mal einige Stimmen zusammen. Mitten in der Pandemie sollen sich der CSU-Abgeordnete Nüßlein und der CDU-Politiker Löbel an Maskengeschäften bereichert haben. Doch ihr Bundestagsmandat niederlegen, das wollen sie nicht sofort. Die CDU verärgert. Der Parteivorsitzende Laschet fordert, die beiden müssten das Parlament schleunigst verlassen. Und so sieht das auch Unionsfraktionschef Brinkhaus. Ich fordere das, dass die beide ihr Bundestagsmandat aufgeben. Wir haben eine Handhabe, wer Mitglied in der Fraktion ist. Wir haben keine Handhabe, wer Mitglied im Deutschen Bundestag ist. Das ist jetzt für beide Kollegen eine moralische Frage, wie sie damit umgehen. Ein Rücktritt geht SPD-Generalsekretär Klingbeil nicht weit genug. Er fordert, die beiden müssen das Geld zurückzahlen. Löbel hatte eingeräumt, sich an Geschäften mit Corona-Masken beteiligt zu haben. Seine Firma kassierte demnach 250.000 Euro, weil sie Maskenkaufverträge zwischen Firmen vermittelt hatte. Auch der CSU-Abgeordnete Nüßlein soll von Provisionen für Maskenvermittlungen in Höhe von 660.000 Euro profitiert haben. Auch CSU-Chef Söder ist sauer, schreibt auf Twitter. Es ist nicht zu tolerieren, wenn Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Das ist mit den Grundwerten der Union unvereinbar. Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik. Nüßlein und Löbel traten aus der Bundestagsfraktion aus. Aber erst zum Ende der Legislaturperiode will Nüßlein sein Mandat niederlegen und Löbel erst Ende August. Nicht ohne Grund, meint Die Linke. Erst in sechs Monaten das Bundestagsmandat niederzulegen, hat offensichtlich mit Pensionsansprüchen zu tun. Immer noch ein Vorteilsoptimierer, schreibt der Vorsitzende der Linksfraktion Bartsch auf Twitter. Zudem könnte Löbel offenbar von April bis August noch über 50.000 Euro an Diäten kassieren. Die Maskenaffäre trifft die CDU ausgerechnet kurz bevor Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag wählen. Dabei sieht es laut Umfragen derzeit ohnehin nicht so gut für die Union aus. Im Sonntagstrend rutschten CDU und CSU auf 32 Prozent. Das ist weniger als bei der Bundestagswahl 2017. Also der Druck auf die beiden ist ohnehin schon massiv. Aber wir können davon ausgehen, dass dieser Druck auch noch zunehmen wird, bis die Menschen dann in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg am Wochenende zu den Wahluhren schreiten. Lena, Dankeschön. Wir wollen noch mal das Thema Öffnungen und Lockerungen ein bisschen vertiefen mit Professor Timo Ulrichs. Er ist Epidemiologe von der Akon Hochschule in Berlin. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ohm. Herr Ulrichs, was für Folgen fürchten oder erwarten Sie für den weiteren Verlauf der Pandemie durch diese Öffnungen jetzt? Naja, wir müssen jetzt ja erst noch mal abwarten. Das heißt also, ab heute ist Tag eins mit den Öffnungen, also wo mehrere Dinge gleichzeitig passieren. Und die ersten Effekte epidemiologisch gesehen werden wir sehen in 10 bis 14 Tagen. Also das wäre so der 18. bis 22. März. Und danach wollen sich ja schon gleich wieder Bund und Länder treffen. Das heißt, die würden dann diese epidemiologischen Effekte erst in der Anfangsphase richtig sehen. Es kann aber sein, dass auch schon in den zurückliegenden Tagen schon etwas passiert ist, was wir jetzt ja in den folgenden Märztagen erst noch sehen werden, was schon davor irgendwie epidemiologisch bedeutsam geworden ist. Aber mit all der Erfahrung, die Sie haben, worauf würden Sie denn setzen, was passiert? Tja, wir sehen jetzt eine leichte Zunahme, so über die sieben Tage gemittelt. Jedenfalls keine weitere Abnahme. Wenn man sich das in den 16 Bundesländern etwas genauer ansieht, dann geht dieser Trend nach und nach auch bei einigen Ländern in eine stärkere Zunahme. Das heißt, das sieht man an den Prozenten, die dann da oben draufgeschlagen werden. Und das ist etwas, was als Trend sich immer weiter verfestigt. Das heißt, es ist zu fürchten, dass eben mit den weiteren Lockerungen das noch weiter nach oben geht. Denn Lockerungen, egal wie sicher die einzelnen Bereiche auch sich selbst darstellen, auch mit den Hygienekonzepten, Das bedeutet immer auch mehr Kontakte und damit ein gesteigertes Risiko für weitere Fälle. Und ob die Antigen-Schnelltests oder auch die Selbstteste dann da noch eine weitere Sicherheit geben, das muss erst noch abgewartet werden, weil wir ja dazu auch noch gar keine Erfahrungen haben und die auch noch nicht flächendeckend einsetzen können. Herr Uwes, lassen Sie uns vielleicht gemeinsam auf die aktuellen Zahlen schauen und das dann gleich noch mal aufnehmen. Wie immer nach einem Wochenende sind die natürlich nicht ganz vollständig, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre aktuellen Daten sofort an das RKI weiterlauten. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 Positiv-Tests registriert. Das sind 297 mehr als vergangene Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 68 und die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden 7.326.000 Impfdosen verabreicht. Wenn wir diese Zahlen jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen, sehen wir, und das ist ja auch auffällig in den vergangenen Tagen schon gewesen, dass die Zahl der Todesopfer aber abnimmt. Was lesen Sie daraus? Ja, das ist ein genereller Trend. Der hängt auch damit zusammen, dass eben schon doch sehr viele über 80-Jährige und andere Angehörige von Risikogruppen geimpft worden sind. Das ist sehr gut und das wird auch weiter so gehen. Wenn wir jetzt noch weiter stringent impfen, wenn jetzt auch der AstraZeneca-Impfstoff ebenfalls für die Älteren und Risikogruppen eingesetzt werden kann, das ist schön. Allerdings haben wir, da müssen wir uns nichts vormachen, immer noch eine Lücke, bis wir tatsächlich alle auf der sicheren Seite haben, also mit mindestens einer Impfung, besser auch noch der zweiten Impfung. Diese Lücke, die findet jetzt statt. Das heißt, Lockerungen in diesen Wochen sind eben immer auch ein Risiko für die noch nicht geimpften Angehörigen von diesen Risikogruppen. Aber wenn alles gut geht, dann könnte dieser Trend, der sich ja auch ablesen lässt, an der Belegung der Intensivstationen noch weiter anhalten. Was wir aber auch sehen ist ja, obwohl wir die britische Mutante mehr und mehr in den Proben finden, gehen die Zahlen zumindest im Moment noch nicht so extrem nach oben, wie das ja befürchtet wurde, aufgrund der Erkenntnisse, die man über die Ansteckungsfähigkeit dieser Mutante hat. Was muss man denn daraus schließen? Sind wir vielleicht schon am Beginn einer möglichen Herdenimmunität, weil vielleicht auch viel mehr Menschen Covid-19 durchlaufen haben, ohne irgendwelche Symptome gehabt zu haben? Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also weder durch die Impfungen mit den Millionen, die wir da jetzt haben. Und auch da kann man ja immerhin erfreulicherweise sehen, dass die Kurve immer steiler nach oben zeigt, pro Woche, wie viele Menschen da pro Zeiteinheit geimpft werden. Aber das reicht noch lange nicht für eine Herdenimmunität. Auch die paar Millionen, sage ich mal, die jetzt auch schon eine Infektion durchgemacht haben, bei denen ist ja gar nicht sicher, ob sie nicht noch mal noch eine zweite Infektion bekommen könnten, weil eben die Infektion möglicherweise nur leicht war. Jedenfalls das Immunsystem noch keine schützende Immunität aufbauen konnte. Das reicht alles noch nicht für eine Herdenimmunität. Das werden wir erst sehen, wenn wir tatsächlich breit impfen und alle Altersgruppen dann damit auch erfassen. Aber immerhin, wenn wir das altersgruppenspezifisch uns ansehen, dann sehen wir, dass der Anteil bei den Neuinfizierten von den Älteren langsam nach unten geht, während diese leichte Zunahme, die wir gerade sehen, hauptsächlich getragen wird, so von den Mittelalten bis Jungen. Herr Professor Euris, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen eine großartige Woche. Ihnen auch. Alles Gute. Dankeschön. Selbstmordgedanken, Rassismusvorwürfe, keine Unterstützung. Im Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey haben Meghan und Harry von Sussex einige verbale Bomben gezündet. Die Wahrheit aus ihrer Sicht, die Hintergründe, warum sie sich aus dem königlichen Leben verabschiedet haben. Fanny Houston berichtet. Es war die Traumhochzeit, die für Prinz Harry und Meghan Markle gar keine war. Das hier war nur für die Welt, wie Meghan jetzt erklärt. Sie und Harry wurden schon drei Tage vorher ganz privat verheiratet. Zwei Stunden lang dauert das Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, in denen Meghan erzählt, wie sie von Beginn an im Königshaus gelitten hat. Jeder in meinem Umfeld versprach, mich zu beschützen und ich habe es geglaubt. Aber ich realisierte, dass ich eben nicht beschützt wurde und dass Lügen über mich verbreitet wurden. Niemand habe sie auf die Zeit im Königshaus vorbereitet. Monatelang durfte sie nicht raus. Sie habe sich einsam wie nie gefühlt. Und mit dem Baby kam das Unfassbare für Meghan. In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security. Und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Rassismus im Königshaus. Wer diese Gespräche mit Harry und Meghan geführt haben soll, will sie nicht sagen. Dennoch, auch die Boulevardpresse setzt beide unter Druck. Sie fühlen sich verfolgt, eingeengt. Meghan wird depressiv und erzählt unter Tränen, ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe bekommen haben sie keiner. Es könne der königlichen Institution schaden. Prinz Harry, der darin eine Wiederholung der Geschichte mit seiner Mutter sieht, findet dann klare Worte über diese Zeit. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Meghan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Doch Harry und Meghan tun es, auch wenn sie alles verlieren. Das Verhältnis zur Queen sei dennoch gut. Mit seinem Bruder habe er sich auseinandergelebt. Und zu seinem Vater sagt er, ich fühle mich fallen gelassen. Denn er weiß doch, wie sich Schmerz anfühlt und hat etwas Ähnliches durchgemacht. Und Archie ist sein Enkel. Ich werde ihn immer lieben. Aber es gibt sehr viel Schmerz. Ein Interview, das die Welt wohl so schnell nicht vergessen wird, glauben Experten. Dieses Interview wird die Wahrnehmung der Königsfamilie grundlegend verändern. Und auch darüber, wie diese Institution Menschen behandelt. Auch enthüllt wurde mehr über Baby Nummer 2. Zumindest über das Geschlecht. Ein Mädchen wird es. Beide seien glücklich, so wie sie leben. Und bereuen nicht den Weg, den sie gegangen sind. Harte, schwere Anschuldigungen, die da in diesem Interview gemacht wurden. Wir wollen das Ganze einordnen mit Stefanie Bolzen, unserer Großbritannien-Korrespondentin aus London zugeschaltet. Guten Morgen, Stefanie. Hat man schon erste Reaktionen aus dem Königshaus? Und wird es die überhaupt darauf geben? Nein, also Reaktionen aus dem Königshaus wird es wahrscheinlich nicht geben. Was es aber jetzt langsam gibt, sind die ersten Kommentare der britischen Zeitungen. Und die sind teilweise sehr negativ über Meghan und Harry. Es war ja schon im Vorfeld sehr viel durchgestochen worden. Angeblich auch mit Segen des Palasts an Zeitungen wie die Times. Wo sozusagen der Palast schon präventiv zum Gegenschlag ausgeholt hatte. Es gab vergangene Woche einen Bericht darüber, dass es Mobbing-Vorwürfe gab oder gibt aus der Zeit, als Meghan noch im Königshaus war. Und dass diese jetzt auch untersucht würden. Und generell ist hier die Stimmung so, dass sich zumindest die königstreue Presse, aber auch sonst sowohl die Boulevard als auch die seriösen Medien eigentlich hinter dem Königshaus versammeln. Und einer der Kommentare, die ich eben gelesen habe, hieß, sie dachten, sie könnten sich hinter dem Sofa verstecken. Aber sie mussten eigentlich heute Morgen kugelsichere Westen anziehen, weil die Schläge aus Kalifornien sehr tief saßen. Einer dieser Schläge unter anderem betrifft eben tatsächlich auch Prinz Charles, den Thronfolger. Die Aussagen Harrys über das Verhältnis zu seinem Vater kam für manch einen vielleicht dann doch auch so ein bisschen überraschend, weil man schon das Gefühl hatte in den vergangenen Jahren eigentlich, dass sich Vater und Sohn recht nahe sind. Ja, absolut. Das war eine der ganz interessanten Aspekte in dem Interview. Harry sagt eben, dass sein Vater, als dieser Streit dann losging, dass sie das Königshaus verlassen wollen, nicht mal mehr seine Anrufe angenommen hat. Also das Verhältnis zwischen den beiden, das wie gesagt in den Jahren vorher wohl gut oder immer besser geworden war. Es war natürlich immer ein schwieriges Verhältnis seit dem Tod der Mutter und der Heirat von Prinz Charles mit Camilla. Aber die beiden hatten ein gutes Verhältnis. Man erinnert sich auch an Fotos aus der Zeit von William und Harry mit Charles zusammen, die sehr locker und Söhne mit ihrem Vater. Das sah immer sehr schön aus. Aber offensichtlich hat die Krise um Meghan das Verhältnis der beiden sehr stark belastet. Und Charles kommt da nicht besonders gut weg. Und ich denke, er ist derjenige, der am meisten Schaden nimmt von diesem Interview. Und insgesamt das Königshaus, wird das in irgendeiner Form Schaden nehmen? Oder ist es eine Institution, die in sich so stark ist und so wie du gesagt hast, offenbar die öffentliche Meinung in Großbritannien auch eher hinter dem Königshaus sich versammelt? Ich glaube, da wird man ein bisschen differenzieren müssen. Also auf jeden Fall unbenommen ist die Queen respektiert. Das wird sie auch in dem Interview von Meghan und von Harry. Sie ist die beliebteste Persönlichkeit. Sie wird jetzt 94 Jahre alt oder 95 Jahre alt schon. Das glaube ich, an dem Status der Queen wird sich nichts ändern. Was interessant sein wird, ist die Institution an sich, the firm oder auch the machine. Also dieser kalte Apparat, der das Königshaus ist, der eben Meghan, als sie depressiv war und um Hilfe gebeten hat, keine Hilfe gegeben hat. Und die beide, Harry und Meghan, haben sich vom Königshaus schutzlos ausgeliefert, geführt, ausgeliefert, Gerüchten und so weiter und so fort. Ich denke, da kommt eine differenzierte Meinung jetzt bei dem Interview heraus. Die Queen, wie gesagt, ist unantastbar. Aber andere Figuren, Prinz Charles, auch Prinz William, kommt auch nicht so richtig gut weg. Die werden schon einen gewissen Schatten von diesem Opera-Interview mit sich tragen. Einordnungen direkt aus London. Steffi, danke schön dafür. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einen türkischen Strand gespült wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert und rief zu Frieden und Verständigung auf. Zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd beginnt heute in Minneapolis in den USA der Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin. Schon vorher gab es erneut Antirassismus-Proteste. Und daran beteiligten sich Tausende. Die Polizei rechnet wieder mit Ausschreitungen. Floyds Tod war mit dem Handy gefilmt worden und hatte weltweite Proteste gegen Polizeigewalt gegen Schwarze ausgelöst. Der angeklagte Ex-Polizist hatte dem wegen Falschgeldvorwürfen festgenommenen 46-Jährigen neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt. Und das, obwohl Floyd mehr als 20 Mal klagte, dass er keine Luft bekommt. Bisschen Fußball haben wir für Sie im DFB-Pokal sind am Abend die Halbfinalpartien ausgelost worden. Dortmund spielt zu Hause gegen Holstein Kiel und der Sieger aus dem Nachholspiel Jan Regensburg gegen Werder Bremen muss dann gegen RB Leipzig ran. Angesetzt sind die Halbfinalpartien für den 1. und den 2. Mai. Und bei uns ist jetzt erstmal die Börse angesetzt. Patrick DeWayne begleitet uns durch den Vormittag direkt vom Frankfurter Parkett zugeschaltet. Morgen Patrick, was erwartet ihr? Guten Morgen Tatjana. Ob wir hier ein Unentschieden sehen werden, das ist die gute Frage. Das gab es ja am Wochenende bzw. in den Sonntagsspielen relativ oft. Aber die Unentschiedenpartner bzw. die Spielpartner, das sind so auf der einen Seite die Anleihemärkte, auf der anderen Seite die Aktienmärkte, die im Grunde darüber streiten, wer sozusagen das letzte Wort hat. Wenn wir uns den x-Tags angucken, so verliert er schon wieder ein bisschen gegenüber dem Freitagabend. Minus 0,3 Prozent aber über der 14.000-Punkte-Marke. Also das wird auch wieder heute das Zünglein an der Waage, diese 14.000 Punkte. Ja, ich möchte es nochmal ganz kurz erklären. Die Anleihemärkte, sie sind tatsächlich hier im Fall. Das bedeutet, die Zinsen steigen. Könnte der ein oder andere denken, der Sparbuch gesetzt hat mit seinem Geld, das wäre jetzt irgendwie toll, aber so weit ist es dann doch wieder nicht. Aber die Aktienmärkte sind verunsichert. Auch wenn wir nach Asien blicken, alle drei wichtigen Indizes, die wir uns angucken, mit deutlich roten Vorzeichen als Reaktion auf die steigenden Anleihe-Renditen. Nur in Amerika, da hat man sich zumindest am Freitag noch eines Besseren besonnen, der Dow Jones im Plus geschlossen. Die Arbeitsmarktdaten und die geschaffenen Stellen im Bereich, die sind besser ausgefallen als erwartet, aber nicht so gut, dass man eigentlich, zumindest war das die Leser, am Freitag davon ausgehen kann, dass die Fed die Zinsen jetzt ad hoc anheben wird müssen. Mal gucken, was die Woche uns bringt, aber am heutigen Tag sind wir sowieso mit dem Fokus eher bei euch Frauen. Ja, so soll es sein, eigentlich jeden Tag, aber gut, Patrick, danke. Wie sie es gehört. Und mit Frauenpower geht es bei uns auch weiter, diesmal vom Wetter. Maira, ich grüße dich, einen schönen guten Morgen. Das sieht großartig aus bei dir. Guten Morgen. Oh ja, in der Sonne ist es auch wirklich angenehm, ansonsten doch noch sehr frisch. Hier noch leichte Minusgrade und auch sonst geht man die Temperaturen nur spärlich aufwärts. Aber immerhin wollen wir uns nicht beschweren, bekommen wir wenigstens etwas Sonne ab. Gucken wir gleich mal auf den Vormittag. Überall ist das nämlich auch nicht so. Vom Niederrhein bis zum Erzgebirge beziehungsweise bis zu Oberlausitz ist es dicht bewölkt. Hier ist dann auch etwas Regen oder Schneeregen unterwegs in höheren Lagen. Schnee ansonsten, abseits davon sehr viel Sonnenschein, nur Richtung Alpen halten sich noch dichte Wolken. Im Laufe des Tages lassen die Niederschläge mehr und mehr nach, beziehungsweise richtigerweise ist es, sie verlagern sich. Und zwar mit einem auffrischenden Wind in den Nordwesten. Dann wird es da ein bisschen ungemütlich. Ansonsten halt eben bleiben die dichten Wolken mehr oder weniger in der Mitte dann ihnen erhalten. Absatz davon aber auch der Sonnenschein. Das zeigt die Sonnenstundenkarte. Das heißt also eigentlich ein ganz passabler Tag. Meist kommen so sechs, sieben, acht Sonnenstunden zusammen. In Berlin-Brandenburg sind es sogar neun. Ansonsten im Nordwesten und in der Mitte ist es halt etwas weniger. Und die Temperaturen, ja, sie schwächeln. Kann man nicht anders sagen. Minus vier Grad sind es im Erzgebirge. Vier Grad plus beispielsweise in Dresden. Und ansonsten liegen die Höchstwerte meist so bei sechs, sieben Grad. Neun werden es in Freiburg. Und auch in den nächsten Tagen, wenn es ein bisschen milder wird, wird es nicht unbedingt frühlingshafter. Ganz im Gegenteil. Der Donnerstag zwar mild bis zu 15 Grad, aber dafür sehr wechselhaft beziehungsweise auch noch windig und verregnet dazu. Also alles in allem kein schönes Frühlingswetter, welches uns bevorsteht. Maira, trotzdem Dankeschön. Wir sind gleich wieder für Sie da nach einer kurzen Pause und berichten dann über das Interview, das Oprah Winfrey geführt hat mit Harry und Meghan von Sussex. Da sind ein paar verbale Bomben geplatzt. Was da genau gesagt wurde und welche Reaktion es darauf gibt, gleich hier bei uns. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben, dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Test, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen, zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat angekündigt, dass sie sich zu dem Interview nicht äußern will. Ein Interview, das in jedem Fall für Wellen und Aufregung sorgt, Nancy Lanzendorfer in Washington. Ich meine, Rassismusvorwurf gegen das Königshaus, das ist schon ein scharfes Schwert. Ja, ein schockierendes Interview. Und Meghan hatte eben davon berichtet, von Gesprächen im Palast, dass man sich eben Sorge vor der Geburt ihres ersten Kindes gemacht haben soll, über eben dessen Hautfarbe. In diesem Interview ist Meghan zuerst befragt worden, später kam Harry dazu und der wurde von Oprah Winfrey auch nochmal danach gefragt und er hat bestätigt, dass er im Palast Gespräche dazu geführt hat. Und das ist aber die einzige Frage, glaube ich, die nicht beantwortet wurde von Oprah Winfrey. Mit wem hat er diese Gespräche geführt? Dazu wollte Harry nichts sagen. Im Internet wird darüber heftig spekuliert und auch darüber, ob der Palast tatsächlich dazu schweigt oder ob, beziehungsweise wie er auf dieses Interview dann reagieren wird. Nancy, schauen wir nochmal auf dieses Interview insgesamt. Was soll das Ganze? Also warum haben die beiden sich überhaupt geäußert? Was wollen Sie damit? Ich glaube, um Ihren Stand der Dinge zu erzählen, vielleicht eine Art Befreiungsschlag. Oprah Winfrey hat auch im Interview erwähnt. Meghan, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich dich nach einem Interview gebeten habe, warum jetzt? Und Meghan meinte eben, weil sie es jetzt könne, weil sie ihre eigenen Entscheidungen treffen könne und weil es wirklich befreiend sei und sie sei eben bereit zu reden. Und Oprah Winfrey hatte sie auch darauf angesprochen. Das sind ja schon einige schockierende Dinge, die du hier sagst. Du hast es angesprochen. Sie hatte auch von Selbstmordgedanken erzählt. Und da sagt dann eben Meghan, es geht ihr nicht darum, Schockierendes zu erzählen oder eben zu schockieren. Es geht ihr um die Wahrheit. Nancy, Dankeschön. Nach Washington. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Die Corona-Pandemie hat, wie so vieles auch, den Alltag der meisten Familien auf den Kopf gestellt. Zur ganz alltäglichen Hausarbeit kamen mindestens noch Homeoffice und Homeschooling dazu. Doch wie wird eigentlich diese Mehrbelastung innerhalb der Familie aufgeteilt? Max Hermes. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nerven, wenn der nach sechs, sieben oder acht Stunden arbeiten, von der Arbeit heimkuchen, noch viel im Haushalt macht. Zwar haben Männer in der Pandemie bei Hausarbeit und Kinderbetreuung aufgeholt. Während sie sich 2018 nur 3,3 Stunden pro Tag zuständig fühlten, waren es im vergangenen Jahr schon 5,6. Aber Frauen leisteten schon vor der Pandemie mehr und legten dann noch eine Schippe drauf. Sie stellen sich jetzt 7,9 Stunden pro Tag in den Dienst der Familie. Das sind 2,3 Stunden mehr als die Männer. Auch die Bundeskanzlerin mahnt. Wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen. So sind es doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meistern. Doch es geht auch anders. Wo sich die Partner schon vorher den Haushalt geteilt oder unterstützt haben, klappt das jetzt doch besser. Mir ist Last abgenommen. Ist das so? Er macht mehr Küche und ich mache mehr Wäsche. Diese Aufteilung gibt es bei Familie Dietzen. Das fordert Parteichef Laschet. Montagfrüh ganz herzlich willkommen hier bei uns. Selbstmordgedanken, Rassismusvorwürfe, keine Unterstützung. Im Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey haben Meghan und Harry von Sussex einige verbale Bomben gezündet. Die Wahrheit ist es aus ihrer Sicht die Hintergründe, warum sie sich aus dem königlichen Leben verabschiedet haben. Fanny Houston berichtet. Es war die Traumhochzeit, die für Prinz Harry und Meghan Markle gar keine war. Das hier war nur für die Welt, wie Meghan jetzt erklärt. Sie und Harry wurden schon drei Tage vorher ganz privat verheiratet. Zwei Stunden lang dauert das Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, in denen Meghan erzählt, wie sie von Beginn an im Königshaus gelitten hat. Jeder in meinem Umfeld versprach, mich zu beschützen und ich habe es geglaubt, aber ich realisierte, dass ich eben nicht beschützt wurde und dass Lügen über mich verbreitet wurden. Niemand habe sie auf die Zeit im Königshaus vorbereitet, monatelang durfte sie nicht raus, sie habe sich einsam wie nie gefühlt. Und mit dem Baby kam das Unfassbare für Meghan. In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Rassismus im Königshaus, wer diese Gespräche mit Harry und Meghan geführt haben soll, will sie nicht sagen. dennoch, auch die Boulevardpresse setzt beide unter Druck. Sie fühlen sich verfolgt, eingeengt. Meghan wird depressiv und erzählt unter Tränen, ich habe keine Lösung gesehen, ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe bekommen haben sie keiner. Es könne der königlichen Institution schaden. Prinz Harry, der darin eine Wiederholung der Geschichte mit seiner Mutter sieht, findet dann klare Worte über diese Zeit. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Meghan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Doch Harry und Meghan tun es, auch wenn sie alles verlieren. Das Verhältnis zur Queen sei dennoch gut. Mit seinem Bruder habe er sich auseinander gelebt und zu seinem Vater sagt er, ich fühle mich fallen gelassen, denn er weiß doch, wie sie Schmerz anfühlt und hat etwas Ähnliches durchgemacht. Und Archie ist sein Enkel. Ich werde ihn immer lieben, aber es gibt sehr viel Schmerz. Ein Interview, das die Welt wohl so schnell nicht vergessen wird, glauben Experten. Dieses Interview wird die Wahrnehmung der Königsfamilie grundlegend verändern und auch darüber, wie diese Institution Menschen behandelt. Auch enthüllt wurde mehr über Baby Nummer zwei, zumindest über das Geschlecht. Ein Mädchen wird es. Beide seien glücklich, so wie sie leben und bereuen nicht den Weg, den sie gegangen sind. Besprechen wir das Ganze mit Stefanie Bolzen, unserer Großbritannien-Korrespondentin direkt aus London, jetzt zugeschaltet. Stefanie, wer wird mehr Schaden von diesem Interview davontragen? Die beiden, die es gegeben haben oder die Institution, die sie angegriffen haben? Das muss man sicher noch ein kleines bisschen abwarten und erst mal ein paar Tage ins Land gehen lassen. Das muss ja auch alles erst mal sacken. Dieses zweistündige Interview, das war ja wirklich prall gefüllt mit Vorwürfen, mit Details, mit Dingen, die eben nicht bekannt waren, jetzt ganz neu an die Öffentlichkeit gekommen sind. Aus amerikanischer Sicht vielleicht ist es ein für Meghan und Harry, die amerikanische Presse liest, da ist ja sehr viel Sympathie mit Meghan, die eben in dieser kalten Institution alleingelassen wurde. Das Thema Rassismus ist natürlich eines in Amerika, das ganz wichtig ist und wo bestimmt auch sehr viele Amerikaner mit ihr sympathisieren. Hier in Großbritannien wird das anders sein. Also es kommen jetzt die ersten Kommentare von den Zeitungen, die teilweise sehr harsch sind, zum Beispiel in die Kommentatorin im Daily Telegraph, der man wirklich fast schon die Wut anmerkt und die sagt, die königliche Familie hätte sich kugelsichere Westen anziehen müssen, wenn sie dieses Interview gesehen hat. Ich meine, die Queen auf jeden Fall weiter wird respektiert, auch von Harry und Meghan, ganz klar, wird respektiert. Die Frage ist natürlich ein bisschen, was ist das für eine Institution, der vorgeworfen wird, dass sie eine junge Frau, die schwanger ist, ganz alleine lässt, obwohl sie um Hilfe gebeten hat. Das sind schon Vorwürfe, die bleiben werden und die auch mit Sicherheit Schaden anrichten. Aber Steffi, das ist deren Sicht der Dinge. Gibt es irgendeine Möglichkeit zu überprüfen, den Wahrheitsgehalt, all dessen, was da von den beiden gesagt wurde, insbesondere eben auch von Meghan, keine Hilfe bekommen. Am Anfang sei sie auch schon alleingelassen worden. Das widerspricht so ein bisschen dem, was man bislang aus dem Königshaus immer gehört hat, wenn junge Frauen da einheiraten, wie die vorbereitet werden auf ihre Rolle. Das soll es bei Meghan alles nicht gegeben haben? Also es wird mit Sicherheit keine offizielle Stellungnahme geben, in der dann die Punkte oder die Vorwürfe einzeln abgehandelt und widerlegt werden. Das wird es nicht geben. Man muss jetzt in den nächsten Tagen ganz genau hinschauen, was gewisse Zeitungen hier, von denen man weiß, dass sie gute Verbindungen ins Königshaus haben, was die erzählen werden, was die berichten werden. Zum Beispiel eben, dass Meghan angeblich überhaupt keine Unterricht bekommen hat, wie man sich im Königshaus zu verhalten hat. Dass sie zum Beispiel nicht mehr wusste, wie man einen Hofknicks macht, als sie zum ersten Mal die Queen getroffen hat. Das konnte ich mir selber kaum vorstellen. Also das sind Dinge, die mit Sicherheit nicht mit einem öffentlichen vom Buckingham Palace ausgegebenen Statement kommentiert werden. Aber es wird sicherlich jetzt häppchenweise, werden Antworten vom Palast kommen. Was am Ende die Wahrheit ist, das weiß man wahrscheinlich nicht. Das werden wahrscheinlich auch für alle Zeit immer nur die Beteiligten wissen. Stefanie, danke schön für die Einordnung. So ein bisschen was geht wieder hier bei uns in Deutschland, wenn auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich in der Ausprägung. Die ersten Lockerungen gelten ab heute. Der Kosmetiktermin, die Frühlingsblümchen für den Garten, der Buchhandel, das sind nur einige Beispiele. Parallel dazu wird jetzt auch verstärkt auf Schnelltests gesetzt. Einer pro Woche ist für jeden Bürger kostenlos. Auf ein Bier mit der Freundin, Burger essen mit Kollegen. Israelis stoßen an auf die Gastroöffnungen. Hinein dürfen allerdings nur Gäste mit grünem Impfpass. Auf den nächsten Restaurantbesuch muss man in Deutschland wohl noch länger warten. Doch zumindest Buch- und Blumenläden sowie Gartencenter öffnen heute wieder. In Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz dürfen sogar alle Läden wieder aufmachen, weil die 7-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. Ausgenommen sind Hotspots. Auch in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und Bayern sind die Geschäfte wieder offen. In allen anderen Ländern kann mit Termin geschoppt werden. Außerdem dürfen sich wieder 5 Menschen aus 2 Haushalten treffen. Und für jeden gibt es einen Schnelltest pro Woche gratis. Allerdings sind noch nicht genug Tests für alle da. Richtig in Schwung kommen soll die Impfkampagne in den kommenden Wochen. Finanzminister Scholz, gleichzeitig SPD-Kanzlerkandidat und im Wahlkampfmodus behauptet, er persönlich habe sich dafür eingesetzt, einen möglichen Impfstau zu verhindern. Im März, schon am Ende des Monats, im April, im Mai, im Juni, es wird bis zu 10 Millionen Impfungen pro Woche geben. Und dass das jetzt gut vorbereitet wird, dafür habe ich gesorgt. Hoffnung auf Osterurlaub an Nord- und Ostsee macht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther. Wenn sich die Situation nicht verschlechtert, könnten dort die Hotels rechtzeitig zu den Ferien wieder öffnen. Da gibt es eine ganze Menge einzuordnen. Das wollen wir tun mit Lena Mosel, zugeschaltet vom Kanzleramt. Und Miriam Pede steht in Kiel für Fragen bereit. Lena, fangen wir vielleicht mal mit den Lockerungen an. Das ist ein bisschen wie mit dem Finger, den man bekommt, aber man hätte schon ganz gern die ganze Hand. Ja, aber da sollten wir jetzt vorsichtig sein. Denn die Lockerungen, die können erweitert werden, die können aber eben auch zurückgenommen werden. Und da gibt es ja schon viele mahnende Stimmen. Beispielsweise SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der sagt, die Zahlen, die steigen wieder ein Stück weit an. Wir werden diese Lockerungen nicht lange halten können. Er warnt davor, dass man sich jetzt auch zu viel Freiheiten rausnimmt. Das heißt also, wir müssen weiterhin natürlich uns an die AHA-Regeln halten. Aber auf der positiven Seite, wenn wir das schaffen, wenn die Inzidenzen unter der 50er-Marke bleiben, beziehungsweise unter der 100er, das ist ja in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich ausgestaltet, dann könnte eben sogar noch ein bisschen mehr möglich sein. Sprich, wenn die Inzidenzen niedrig bleiben, könnten sich zehn Menschen treffen, nicht mehr nur fünf Menschen. Beim Sport gäbe es mehr Möglichkeiten. Sogar der Außenbereich der Gastronomie könnte in einem weiteren Schritt geöffnet werden. Nur mit Terminvergabe, nur mit negativem Schnelltest. Aber immerhin, das sind Perspektiven, die erreicht werden können, aber eben auch nicht zwangsweise erreicht werden müssen. Es gibt diese Notbremse ab einer Inzidenz von 100. Wenn die überschritten wird, dann wird eben alles auch wieder zurückgenommen. Lena, danke schön für den Moment. Weiter geht es, wie angekündigt, zu Miriam Pede nach Kiel. Miriam, gesetzt den Fall. Ich wäre heute in Kiel. Und ich möchte mir erst die Fingernägel machen lassen. Dann brauche ich noch eine Pediküre. Dann will ich Blümchen kaufen gehen. Neue Klamotten brauche ich. Und am Schluss würde ich bitte schon gern Kaffee und Kuchen draußen essen. Geht das? Bis auf Kaffee und Kuchen draußen kannst du gerade alles machen bei uns tatsächlich. Ja, ab heute. Also Blumen hättest du schon vor einer Woche kaufen können. Und auch Pediküre, medizinische zumindest, ist schon die ganze Zeit möglich. Aber ja, ab heute machen die Kosmetiksalons auf, die Tattoo-Salons machen auf. Und auch der Einzelhandel öffnet komplett, muss man sagen. Natürlich mit Auflagen. Das heißt, ab einer Fläche von 800 Quadratmetern, Verkaufsfläche gilt 20 Quadratmeter pro Kunde. Darunter gilt 10 Quadratmeter pro Kunde. Und die Läden hier tatsächlich in Kiel haben auch schon früher geöffnet. Normalerweise zum Beispiel hinter mir wird erst um halb zehn aufgemacht, im Moment aber schon um acht. Einfach, um das Ganze ein bisschen zu entzerren. Das gilt alles ab einer Inzidenz unter 50. Die haben wir aktuell in Schleswig-Holstein. Gestern hatten wir einen Inzidenzwert von 45,8. Ab einem Inzidenzwert über 50 bis 100 wird das Ganze wieder ein bisschen zurückgenommen. Dann nehme ich zum Beispiel, heißt es, dass tatsächlich nur noch per Terminvergabe Kunden in die Geschäfte kommen dürfen. Zwischen 50 und 100. Und eins haben wir vergessen, wenn du auch noch in eine Galerie möchtest, in einen Zoo oder in ein Museum, könntest du das ab heute auch hier in Schleswig-Holstein machen. Ich glaube, ich wäre mit ein bisschen Shopping schon ganz glücklich. Miriam, Dankeschön. So, und hier sind die aktuellen Zahlen wie immer nach einem Wochenende nicht so ganz vollständig, weil, Sie wissen es, nicht alle Gesundheitsämter ihre aktuellen Daten sofort melden und auch weniger getestet wird. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 Positiv-Tests registriert, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 68 und die Behörde meldet 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden 7.326.000 Impfdosen verabreicht. In der Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Maskengeschäften hat nach dem CDU-Abgeordneten Löbel nun auch der CSU-Parlamentarier Nüßley seinen Austritt aus der Unionsfraktion erklärt. Beide wollen aber bis zur Wahl im Herbst als Fraktionslose weiter im Bundestag bleiben. CDU-Chef Laschet förderte die beiden auf, ihre Mandate sofort abzugeben. Wer als Volksvertreter versuche, sich in dieser Krise zu bereichern, müsse das Parlament unverzüglich verlassen. CSU-Chef Söder verlangte, die beiden sollten umgehend reinen Tisch machen. SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert außerdem, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Ganz kurze Pause hier nur bei uns und dann blicken wir in die USA, wo der Prozess gegen einen Ex-Polizisten beginnt, dem vorgeworfen wird, mitverantwortlich zu sein am Tod eines Schwarzen. Wie kommt denn mein Zähnchen hierher? Wie hast du das gemacht? Papi, auf Molta-Fahne. Wo hast du denn das gelernt? Zufrieden mit Parship? Ja, total. Alles Typen, die was Festes suchen. Alle elf Minuten verliebt sich an Single mit Parship. Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen? Schnell, einfach und zum besten Preis? Perfekt, wir helfen gern. Wir begleiten Sie durch den kompletten Verkaufsprozess und finden schnell den passenden Käufer. Schon verkauft? Schon verkauft. Einfacher verkaufen mit MacMakler. Mit Outfittery einfach von zu Hause shoppen. Mein Stylist schickt mir meine persönliche Auswahl und ich zahle nur, was ich behalte. Gratis Versand und Home Pickup. Outfittery ohne Servicekosten. Warum wir uns heute an Sie wenden? Wegen Tieren wie Pelle. Als man ihn zu uns brachte, war sein kleiner Körper übersät mit tiefen Schnittwunden. Wir kennen den Täter nicht und werden es nie erfahren. Oder Finja. Die Kleine wurde einfach an einer Raststätte an der Autobahn ausgesetzt. Wir wenden uns heute an Sie. Weil misshandelte Tiere... Nämlich auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also... Willkommen zurück. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft und das scheinen auch die Videos zu beweisen. Aber reicht das für eine Verurteilung? Zunächst beginnt die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis berichtet Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast 9 Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, 2. Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen. Man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Und wir schauen auf die aktuellen Corona-Zahlen. Wie immer nach einem Wochenende nicht so ganz vollständig. Sie wissen es, weil nicht alle Gesundheitsämter die aktuellen Daten sofort weiterleiten und auch weil weniger getestet wird. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 Positiv-Tests registriert. Das sind 297 mehr als am vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Und die Behörde meldet 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden 7.326.000 Impfdosen verabreicht. Und wir schauen zu Daniela Will, zugeschaltet von einem Testzentrum in Berlin. Wird denn dort aktuell jetzt schon schnell getestet? Also in wenigen Minuten soll es losgehen. Um 9 Uhr soll dieses Testzentrum eröffnen und dann bis um 18 Uhr eben auch geöffnet haben. Dann soll man kostenlos hier Schnelltests machen können. Und wir sehen es vielleicht im Hintergrund. Da sind auch die ersten Interessierten schon angekommen. Das sind nicht die ersten, die wir hier heute angetroffen haben. Tatsächlich sind auch ein paar Menschen schon hergekommen und dann eben wieder nach Hause gegangen, weil sie die Information eben nicht hatten, dass man in diesen kleineren Testzentren, wir sehen es ja hier im Hintergrund, das ist dann doch eine eher unscheinbare Einrichtung, eigentlich ein Krankenkassengebäude, dass man hier einen Termin gebraucht hat. Insgesamt 16 Testzentren sind ja in Berlin heute an den Start gegangen. Das sind vier große, die auf die Bezirke aufgeteilt sind und dann nochmal zwölf kleine. Bei den vier großen wird ebenfalls empfohlen, sich vorher einen Termin zu machen. Bei den zwölf kleinen ist es aber verpflichtend und deswegen mussten eben auch zum Beispiel schon einige Menschen, die hier ohne Termin angekommen sind, abgewiesen werden. Aber Daniela, geht das rein rechnerisch für die Hauptstadt auf, wenn wirklich jeder Berliner, der einen Anspruch darauf hat, dieses Angebot einmal in der Woche auch annehmen würde? Im Moment geht das rein rechnerisch noch überhaupt nicht auf. Es ist tatsächlich so, dass das auch im Laufe der Woche beziehungsweise im Laufe der kommenden Wochen weiter ausgebaut werden soll. Die Gesundheitssenatorin Dile Kaleitsche hat ja gesagt, morgen sollen zum Beispiel noch fünf weitere Teststationen dazukommen und dann sollen sogenannte To-Go-Stationen, To-Go-Angebote noch bereitgestellt werden. Also beispielsweise dann auch in Apotheken. Aber das wird definitiv dauern, bis jeder Berliner hierher kommen kann. Und es gab da auch ein bisschen Verwirrung, gerade bei der Terminvergabe. Da muss man dann eben entsprechend sich über ein Portal anmelden oder muss das eben über ein Anmeldeformular, muss einige Daten bereitstellen und muss zum Beispiel auch angeben, was der Testgrund ist. Und im Moment gibt es da die Auswahlmöglichkeit zwischen Schule, Kita, JVA-Mitarbeiter oder Besuch in einer Pflegeinstitution. Das dürfte auch den einen oder anderen verwirrt haben, der wirklich einfach nur für die persönliche Sicherheit jetzt einen Test machen wollte. Wir haben ja heute Morgen beispielsweise einen Taxifahrer getroffen, der gesagt hat, er hat einfach viel Kundenkontakt und wollte sich deswegen über diesen Schnelltest eine entsprechende Sicherheit verschaffen. Trotzdem, die Ansage ist natürlich, dass jeder Berliner sich hier kostenlos einmal die Woche testen lassen kann und eben auch testen lassen soll und das Angebot nach und nach steigen wird. Daniela, danke schön für den Moment. Es ist der 8. März, Weltfrauentag und das heißt leider sehr häufig für die Damenwelt immer noch, hier hast du ein paar Blümchen, mach schön weiter so. Nur gerade jetzt in der Pandemie ist eben auch der Alltag der meisten Familien ziemlich auf den Kopf gestellt. Zur ganz alltäglichen Hausarbeit kommt mindestens noch Homeoffice und eben auch Homeschooling dazu. Große Frage. Also, wie wird diese Mehrbelastung eigentlich innerhalb der Familien aufgeteilt? Max Hermes berichtet. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nerven mehr, wenn der nach 6, 7, 8 Stunden arbeiten, von der Arbeit Heimkochen noch viel im Haushalt macht. Zwar haben Männer in der Pandemie bei Hausarbeit und Kinderbetreuung aufgeholt. Während sie sich 2018 nur 3,3 Stunden pro Tag zuständig fühlten, waren es im vergangenen Jahr schon 5,6. Aber Frauen leisteten schon vor der Pandemie mehr und legten dann noch eine Schippe drauf. Sie stellen sich jetzt 7,9 Stunden pro Tag in den Dienst der Familie, das sind 2,3 Stunden mehr als die Männer. Auch die Bundeskanzlerin mahnt. Wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen. So sind es doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meistern. Doch es geht auch anders. Wo sich die Partner schon vorher den Haushalt geteilt oder unterstützt haben, klappt das jetzt noch besser. Mir ist Last abgenommen, doch doch. Ist doch so. Ja. Und er macht mehr Küche und ich mache mehr Wäsche. Diese Aufteilung gibt es bei Familie Dietzen nicht. Hier muss die Pandemie erst enden, damit die Kinder wieder öfter bei Oma und Freunden sind und Mama Stefanie etwas mehr Zeit für sich hat. Wir kommen zum Fußball. Im DFB-Pokal sind am Abend die Halbfinalpartien ausgelost worden. Dortmund spielt zu Hause gegen Holstein Kiel. Und der Sieger aus dem Nachholspiel Jan Regensburg gegen Werder Bremen, der muss dann gegen RB Leipzig rammen. Angesetzt sind die Halbfinalpartien für den 1. und den 2. Mai. Schauen wir noch auf die Sonntagsspiele der Bundesliga. Da gab es die folgenden Ergebnisse. Bielefeld-Union Berlin 0-0 und Köln-Bremen ebenfalls unentschieden. 1 zu 1. Wir schauen aufs Börsenpaket nach Frankfurt zu Patrick DeWayne von der Aktionär-TV. Neue Handelswoche. Was erwartet ihr? Was sind die großen Themen dieser Woche? Ja, schönen guten Morgen nach Berlin. Die großen Themen sind neben dem Weltfrauentag natürlich Meghan und Harry hier auch an der Börse. Da ist das ein oder andere Gespräch auf dem Flur tatsächlich zu vernehmen. Wen wundert es auch? Das hat ja Wellen geschlagen. Die Wellen, die der DAX hier schlagen wird, die sind auch nicht unbeträchtlich. Nachdem er am Freitag unter der 14.000-Punkte-Marke geschlossen hat, ist die vorbörsliche Indikation über der 14.000-Punkte-Marke gute 10 Minuten, bevor es jetzt hier richtig losgeht. Wir sind allerdings am Freitag auch noch mit der amerikanischen Börse nachbörslich hochgelaufen. Hoch läuft vor allem in Asien gar nichts. Nur die Vorzeichen, die sind rot, die sind deutlich rot. Denn die Anleiherenditen, sie steigen in Amerika und das verunsichert die asiatischen Marktteilnehmer doch zusehends. Wenn es um Aktien geht, zwischen 0,4 und 2,3 Prozent, die Minuszeichen also doch ziemlich deutlich. In Amerika war das Bild am Freitag noch etwas anders. Der Dow Jones konnte kräftig zulegen, denn die Arbeitsmarktdaten, sie waren besser ausgefallen als erwartet. Aber nicht so gut, dass die FED jetzt, also die Notenbank, in einer Ad-Hoc-Situation gezwungen wäre, in den nächsten Wochen oder Monaten da zu reagieren. Aber diese steigende Unsicherheiten von den Anleihenmärkten, die macht sich ja auch bei Bund Future bemerkbar. Also das macht die Anleger zum Beginn dieser Woche auch weiterhin nervös. Patrick, danke schön für den Moment. Sehr gerne. Wir gönnen uns jetzt den Blick auf die Wetteraussichten und ich hoffe, das Wörtchen gönnen. Maira, war das Richtige? Wenn du die Wetteraussichten meinst, dann nicht unbedingt. Aber der heutige Tag, schau mal, ich genieße hier wirklich die Sonne. Tanke so ein bisschen Vitamin D, denn in der Sonne ist es ganz angenehm. Abseits davon, im Schatten ist es noch jetzt richtig kalt. Und mit den Temperaturen geht es im Laufe des Tages auch nicht ordentlich rauf. Schauen wir gleich mal auf den Strömungsfilmen. Liegen nämlich aufgrund der Hochtiefkonstellation im Einflussbereich kalter Luftmassen. Überall nur diese blauen, dunkelblauen Pfeile schon, die also wirklich für kalte Luft stehen. Ja, und da kommen wir halt eben in den nächsten Tagen zwar so langsam raus, aber dafür wird das Wetter dann nicht so schön. Aber am heutigen Tag Sonnenschein durchaus, auch durch das Hoch, welches nämlich über unserem Norden liegt. Und somit bekommen wir in unserer Nordhälfte heute auch einen ganz netten Tag. Insbesondere in Berlin-Brandenburg. Bis zu neun Sonnenstunden kommen hier zusammen, weil der Himmel fast wolkenlos ist. Ansonsten im Westen sind dann doch dichtere Wolken unterwegs, auch so rüber bis zum Erzgebirge Oberlausitz. Hier ist dann auch noch ein bisschen Schneeregen oder Schnee dabei. In höheren Lagen die ein oder andere Flocke. Im Laufe des Tages frischt der Wind auf, dann verlagern sich die Niederschläge auch weiter in den Nordwesten. Ansonsten bleibt es doch ein ganz netter Tag. Aber die Temperaturen, wie gesagt, vier Grad beispielsweise in Dresden, sechs in Berlin. Also so richtig warm wird es nicht. Sieben Grad werden es dann überwiegend im Südwesten. Neun sind es in Freiburg. Das ist dann aber auch schon das Ende der Fahnenstange. Ansonsten im Süden auch ein ganz netter Tag. Nur im äußersten Westen mit dichten Wolken. Ansonsten auch hier viele Sonnenstunden, die uns bevorstehen werden. Aber in den nächsten Tagen wird es dann drüber, wenn es auch wärmer wird. Der Donnerstag wird der mildeste Tag der Woche mit bis zu 15 Grad. Allerdings wird es da nicht nur ungemütlich aufgrund des starken Windes, sondern weil es halt auch sehr wechselhaft und verregnet wird. Alles andere als frühlingshaft. Maira, Dankeschön für diese Runde. Die Lockerungen können losgehen. In etlichen Bundesländern geht eben ab heute ein wenig mehr als bislang. Wo genau was möglich ist, ist natürlich ein Thema hier bei uns. Und ein weiteres, das große Interview, das Harry und Meghan gegeben haben. Ihre Abrechnung mit dem Königshaus. Was da so alles gesagt wurde und welche Reaktionen es darauf gibt. Gleich ein Thema hier mit Thomas Kluck. Entdecken Sie die Bepanthen-Augentropfen. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben, dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Die Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat angekündigt, dass sie sich zu dem Interview nicht äußern. Ein Interview, das in jedem Fall für Wellen und Aufregung sorgt, Nancy Lanzendorfer in Washington. Ich meine, Rassismusvorwurf gegen das Königshaus, das ist schon ein scharfes Schwert. Ja, ein schockierendes Interview und Meghan hatte eben davon berichtet, von Gesprächen im Palast, dass man sich eben Sorge vor der Geburt ihres ersten Kindes gemacht haben soll. Über eben dessen Hautfarbe in diesem Interview ist Meghan zuerst befragt worden. Später kam Harry dazu und der wurde von Oprah Winfrey auch nochmal danach gefragt und er hat bestätigt, dass er im Palast Gespräche dazu geführt hat. Und das ist aber die einzige Frage, glaube ich, die nicht beantwortet wurde von Oprah Winfrey. Mit wem hat er diese Gespräche geführt? Dazu wollte Harry nichts sagen. Im Internet wird darüber heftig spekuliert und auch darüber, ob der Palast tatsächlich dazu schweigt oder ob bzw. wie er auf dieses Interview dann reagieren wird. Nancy, schauen wir nochmal auf dieses Interview insgesamt. Was soll das Ganze? Also warum haben die beiden sich überhaupt geäußert? Was wollen Sie damit? Ich glaube, um Ihren Stand der Dinge zu erzählen, vielleicht eine Art Befreiungsschlag. Oprah Winfrey hat auch im Interview erwähnt, Meghan, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich dich nach einem Interview gebeten habe, warum jetzt? Und Meghan meinte eben, weil sie es jetzt könne, weil sie ihre eigenen Entscheidungen treffen könne und weil es wirklich befreiend sei und sie sei eben bereit zu reden. Und Oprah Winfrey hatte sie auch darauf angesprochen. Es sind ja schon einige schockierende Dinge, die du hier sagst. Du hast es angesprochen. Sie hatte auch von Selbstmordgedanken erzählt. Und da sagt dann eben Meghan, es geht ihr nicht darum, Schockierendes zu erzählen oder eben zu schockieren. Es geht ihr um die Wahrheit. Nancy, Dankeschön. Nach Washington. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Die Corona-Pandemie hat, wie so vieles auch, den Alltag der meisten Familien auf den Kopf gestellt. Zur ganz alltäglichen Hausarbeit kamen mindestens noch Homeoffice und Homeschooling dazu. Doch wie wird eigentlich diese Mehrbelastung innerhalb der Familie aufgeteilt? Max Hermes. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nähe. Ein bisschen mehr Freiheit. Ab heute treten mehrere Öffnungen und Lockerungen in Kraft. Ministerpräsident Günther rechnet gar mit offenen Hotels zu Ostern in Schleswig-Holstein. Der Druck wächst in der Maskenaffäre. Sollen die Unionspolitiker Nüßlein und Löbel jetzt auch ihr Bundestagsmandat niederlegen, fordert Parteichef Laschet. Heftige Vorwürfe gegen das britische Königshaus. Herzogin Meghan sieht sich als Opfer von Rufmord und beklagt Rassismus. Internationaler Frauentag. Die Corona-Krise hat das Ungleichverhältnis zwischen Mann und Frau noch einmal verstärkt. Kanzlerin Merkel warnt vor dem Rückfall in alte Rollenmuster. Mordprozess. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt in Minneapolis das Verfahren gegen den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft. Willkommen und guten Morgen bei Welt. Deutschland wagt ab heute ein wenig Öffnung in der Pandemie. Gartenmärkte, Buchhandlungen, Blumenläden dürfen bundesweit wieder öffnen. Einige Bundesländer geben dem Handel zusätzliche Freiheiten und die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Gleichzeitig soll es mit den Corona-Schnelltests losgehen. Jedem wird pro Woche ein Schnelltest kostenlos versprochen in Deutschland. Mit mehr Schnelltests soll ab heute auch mehr möglich sein, so die Idee. Einmal die Woche zahlt der Bund jedem Bürger einen Schnelltest durch geschultes Personal. Doch wenn es so einfach wäre. Es werden jetzt zwar unter Hochdruck Testzentren aufgebaut, wie hier in Berlin, aber bestellen mussten die Länder in Einzelregie. Wer schon Antigen-Schnelltests erhalten hat, wie der Bürgermeister von Bad Kruzingen, kann sich glücklich schätzen. Wir haben jetzt aus der Länderreserve Baden-Württemberg 7000 Schnelltests erhalten und haben mit 1000 Tests pro Woche gerechnet. Die haben wir jetzt momentan auch schon erhalten. Die sind auch finanziert worden vom Land. Noch schneller waren die Discounter. Die Nachfrage hat das Angebot bei Weitem überstiegen. Die Schnelltests bei Aldi waren am Samstag vielerorts schon nach wenigen Minuten ausverkauft. Scharfe Kritik kommt querbeet von den Ländern an dem Krisenmanagement von Jens Spahn. Man habe vertraut, dass der Bund die Bestellungen der Schnelltests übernehme. Ja, ich kritisiere auch, dass erst Ansagen gemacht werden und dann die Pläne entstehen, um diese Ansagen umzusetzen. Das weckt oft Erwartungen, die dann enttäuscht werden. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt in den Ländern Schritt für Schritt das umsetzen. Das bedeutet, alle Tests, die verfügbar sind, sollten dann auch genutzt werden. Und zwar dort, wo es am wichtigsten ist. Zunächst einmal Kitas, Schulen. Trotz allem macht sich Deutschland schon mal locker. In allen Bundesländern dürfen wieder Gartencenter, Buch- und Blumenläden öffnen. Dort, wo die Inzidenz unter 50 liegt, wie in Schleswig-Holstein, dürfen sogar wieder alle Geschäfte aufmachen. Ausgenommen sind Hotspots. Auch in Teilen Bayerns und Mecklenburg-Vorpommerns öffnen wieder die Läden für alle. In allen anderen Ländern darf mit Termin geshoppt werden. Außerdem dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder sind ausgenommen. Gute Signale für den Osterurlaub sendet derweil Schleswig-Holstein. Ein Ministerpräsident Daniel Günther gibt sich optimistisch, dass in seinem Bundesland die Hotels und Restaurants über die Feiertage ebenfalls wieder öffnen könnten. Bei den Selbsttests könnte es bald Nachschub geben. Bei Aldi könnten sie schon kommende Woche wieder verfügbar sein. NDR und Rossmann wollen sie ab Dienstag anbieten. Und sprechen möchte ich darüber mit unseren Reporterinnen vor Ort. Miriam Pede in Kiel, Daniela Will an einem Testzentrum in Berlin, Lena Mosel vor dem Kanzleramt. Schauen wir mal zu Miriam Pede nach Kiel. Das heißt, shoppen nach Lust und Laune, so wie vor der Pandemie, ab heute wieder möglich? Na, nicht wie vor der Pandemie, aber alle Einzelhandlungen haben wieder geöffnet heute. Mit anderen Worten, überall, egal was, also ob Elektroartikel oder Mode oder auch Schuhe, überall kann man heute in Kiel und auch im Rest von Schleswig-Holstein wieder einkaufen. Abgesehen von Flensburg. Flensburg hat einen höheren Inzidenzwert und deswegen ist da noch alles zu. Aber ein gleiches ein paar Lockerungen gibt, aber nicht bezüglich des Einzelhandels. Hier ist es so, und das ist natürlich auch anders als vor der Pandemie, es gibt natürlich weiterhin Beschränkungen bezüglich der Verkaufsfläche. Das heißt, ein Kunde pro 10 Quadratmeter, wenn der Laden kleiner ist als 800 Quadratmeter. Wenn das Geschäft größer ist, also über 800 Quadratmeter, dann gilt ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Das ist im Moment der Fall bei einer Inzidenz unter 50. Die haben wir aktuell in Schleswig-Holstein, 45,8 zum Beispiel gestern. Und sobald es über 50 steigen würde, wir würden dann andere Maßnahmen greifen. Das heißt, dann gibt es Terminbuchungen und nur dann kann man dann in einen Laden gehen. Aber es sind nicht nur im Einzelhandel die Öffnungen, sondern zum Beispiel auch die Zoos haben wieder geöffnet, die Gärten haben wieder geöffnet, die Museen und so weiter. Und die Blumenhändler und sowas wie auch der Buchhandel, die hatten ja schon vergangene Woche, also auch eine Woche früher als überall sonst geöffnet. Und wenn sich Mirjam alle ordentlich benehmen und aufeinander achtgeben, dann kann sich der Ministerpräsident Günther sogar schon wieder Ferien an der Nord- und Ostsee vorstellen, vielleicht sogar schon Ostern. Ja, es gibt da verschiedene Ansätze. Also es geht natürlich immer bei einer Inzidenz unter 50. Aber zum Beispiel der Außenbereich in der Gastronomie hat Herr Günther auch gesagt, Daniel Günther und der Ministerpräsident, hat da erwähnt, dass bei einer Inzidenz unter 100, möchte er am 22.03., also in 14 Tagen, auch die Außengastronomie wieder öffnen. Dann natürlich, wenn es alles funktioniert. Wenn wir da über 100 sind, wird das alles nicht möglich sein. Und auch für den Osterurlaub, er sagt, man kann ja auch ins Ausland fliegen, also warum sollte man nicht nach Schleswig-Holstein kommen? Das alles gilt natürlich für verschiedene Inzidenzwerte und das wird auch erstmal besprochen werden. Also vor Ende März wird da nichts geöffnet werden. Mirjam, Dankeschön nach Kiel. Wir schauen mal zu einem Testzentrum in Berlin. Daniela Wildi ist dort und da heißt es ja, ab heute kann man sich also mindestens einmal in der Woche kostenlos testen. Ich will Test, also komme ich hin und sage, wo ist er? Thomas, das würde ich dir nicht raten. Das haben heute Morgen schon einige genau so gemacht und die sind hier abgewiesen worden. Da muss man nochmal zur Erklärung dazu sagen. In Berlin gibt es 16 Testzentren, die eben jetzt an den Start gegangen sind. Das sind vier große. Ja, da könntest du Glück haben, denn da kann man tatsächlich ohne Termin hinkommen. Kann natürlich dann aber sein, dass man eine lange Warteschlange vorfindet. In diesen kleineren zwölf Testzentren, die es außerdem gibt, braucht man definitiv einen Termin. Auch hier hinter mir konnten wir das heute Morgen schon beobachten. Ein ziemlich unscheinbares Testzentrum, würde ich sagen. Und da sind eben heute Morgen auch schon viele Menschen angekommen, die eben keinen Termin hatten und die sich sehr darüber geärgert haben, dass sie dann abgewiesen wurden. Die gesagt haben, naja, wir sind zum Beispiel schon älter. Wir haben gar kein Internet zu Hause, um uns über dieses Online-Portal einen Termin zu buchen. Wir haben heute Morgen auch eine Familie getroffen, die gesagt hat, wir wollten eigentlich zu dritt testen. Es gibt aber keine Familientermine. Ein Termin pro halbe Stunde, da würden wir hier ja ewig stehen. Also auch da ist der Unmut bislang groß. Aber es gab eben auch schon eine kleine Schlange, kurz bevor es losgegangen ist, um neuen Menschen eben, die einen Termin hatten, die jetzt reingegangen sind und die sich heute ihren kostenlosen Schnelltest hier machen lassen können. Danke, Daniela. Vor dieses Testzentrum, wir werden weiter zu sprechen haben im Verlauf des Vormittags. Lena Mosel vor dem Kanzleramt, wenn wir über Lockerungen sprechen, die ja heute bundesweit unterschiedlichst um- und durchgesetzt werden, da ist natürlich auch so der Bedarf, die Lust nach mehr. Aber man weiß ja nicht, wie es kommt, oder Lena? Ja, es kann in zwei Richtungen gehen. Wenn die Inzidenzen niedrig bleiben, also unter den Werten von 50 bzw. 100 je nach Region, dann können diese Lockerungen sogar ausgeweitet werden. Sprich, dann könnten wir in zwei Wochen noch mehr Menschen treffen, nämlich uns mit insgesamt zehn Menschen treffen. Dann könnte mehr möglich sein in Sachen Sport draußen. Dann könnte sogar in einem weiteren Schritt der Außenbereich der Gastronomie geöffnet werden mit einem negativen Corona-Test und mit einem Termin. Könnte deswegen, weil aktuell die Zahlen ja in der Tendenz ein klein wenig nach oben gehen, die Inzidenzen, SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der sagt schon, wir werden diese Lockerungen, so wie wir sie jetzt haben, wohl nicht lange haben. Denn es gibt ja diese Notbremse, die eingezogen wird. Wenn also die Inzidenzen 100 überschreiten, dann werden die Lockerungen, die wir heute quasi erreichen, wieder zurückgenommen. Auch die Kontaktbegrenzungen werden wieder verschärft. Das alles könnte passieren, wenn die Zahlen in die falsche Richtung gehen. Lena, nun haben wir in Deutschland folgendes Bild, dass die Menschen zunehmend so an den Management-Qualitäten der Bundesregierung zweifeln. Das drückt so ein bisschen die Umfragewerte nach unten. Und jetzt hat die Union auch noch einen veritablen Maskenskandal quasi um Mund und Nase. Ja, genau, mit zwei Bundestagsabgeordneten, Nüßlein auf der einen Seite. Und dann kam jetzt noch Löbel hinzu. Und das eben eine Woche oder wenige Tage, nicht mal eine Woche vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Da ist jetzt der Druck auch auf die beiden Abgeordneten extrem groß. Die Unionsfraktion verlassen sie, das haben sie gesagt, aber sie halten vorerst fest an ihrem Bundestagsmandat. Da kommt jetzt Kritik aus den eigenen Reihen von CDU-Chef Armin Laschet, von CSU-Chef Söder, von CDU-Generalsekretär Ziemiak. Sie alle fordern die beiden auf, auch das Mandat niederzulegen. Sie sollen sich ja bereichert haben, indem sie Maskendeals verschafft haben. Da bleiben sie aber aktuell noch fest an ihrem Mandat. Und natürlich liegt die Vermutung nahe, dass es an Geld liegt, an den Diäten, an Pensionsansprüchen. Und daran gibt es natürlich auch Kritik vom Koalitionspartner und aus der Opposition. Einige Stimmen hat Isabel Finzel zusammengefasst. Mitten in der Pandemie sollen sich der CSU-Abgeordnete Nüßlein und der CDU-Politiker Löbel an Maskengeschäften bereichert haben. Doch ihr Bundestagsmandat niederlegen, das wollen sie nicht sofort. Die CDU verärgert. Der Parteivorsitzende Laschet fordert, die beiden müssten das Parlament schleunigst verlassen. Und so sieht das auch Unionsfraktionschef Brinkhaus. Ich fordere das, dass die beide ihr Bundestagsmandat aufgeben. Wir haben eine Handhabe, wer Mitglied in der Fraktion ist. Wir haben keine Handhabe, wer Mitglied im Deutschen Bundestag ist. Das ist jetzt für beide Kollegen eine moralische Frage, wie sie damit umgehen. Ein Rücktritt geht SPD-Generalsekretär Klingbeil nicht weit genug. Er fordert, die beiden müssen das Geld zurückzahlen. Löbel hatte eingeräumt, sich an Geschäften mit Corona-Masken beteiligt zu haben. Seine Firma kassierte demnach 250.000 Euro, weil sie Maskenkaufverträge zwischen Firmen vermittelt hatte. Auch der CSU-Abgeordnete Nüßlein soll von Provisionen für Maskenvermittlungen in Höhe von 660.000 Euro profitiert haben. Auch CSU-Chef Söder ist sauer, schreibt auf Twitter. Es ist nicht zu tolerieren, wenn Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Das ist mit den Grundwerten der Union unvereinbar. Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik. Nüßlein und Löbel traten aus der Bundestagsfraktion aus. Das aber erst zum Ende der Legislaturperiode will Nüßlein sein Mandat niederlegen und Löbel erst Ende August. Nicht ohne Grund, meint Die Linke. Erst in sechs Monaten das Bundestagsmandat niederzulegen, hat offensichtlich mit Pensionsansprüchen zu tun. Immer noch ein Vorteilsoptimierer, schreibt der Vorsitzende der Linksfraktion, Bartsch, auf Twitter. Zudem könnte Löbel offenbar von April bis August noch über 50.000 Euro an Diäten kassieren. Die Maskenaffäre trifft die CDU ausgerechnet kurz bevor Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag wählen. Dabei sieht es laut Umfragen derzeit ohnehin nicht so gut für die Union aus. Im Sonntagstrend rutschten CDU und CSU auf 32 Prozent. Das ist weniger als bei der Bundestagswahl 2017. Also der Druck auf die beiden ist hoch und wird wahrscheinlich in den kommenden Tagen auch noch mal erhöht werden bis zur Landtagswahl. Vor allen Dingen auch aus Baden-Württemberg auf Löbel, denn der kommt aus Baden-Württemberg. Lena, danke schön. Das Interview von Harry und Meghan mit US-Star-Moderatorin Oprah Winfrey sorgt für einiges an Aufregung. Beide setzen ihre Trennung vom britischen Königshaus groß in Szene, wollen die, die Wahrheit über das, was wirklich zum Bruch mit der Königsfamilie geführt hat, ans Licht bringen. Doch ans Licht kommen auch ganz andere Vorwürfe. Fanny Justen. Es war die Traumhochzeit, die für Prinz Harry und Meghan Markle gar keine war. Das hier war nur für die Welt, wie Meghan jetzt erklärt. Sie und Harry wurden schon drei Tage vorher ganz privat verheiratet. Zwei Stunden lang dauert das Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, in dem Meghan erzählt, wie sie von Beginn an im Königshaus gelitten hat. Jeder in meinem Umfeld versprach mich zu beschützen und ich habe es geglaubt. Aber ich realisierte, dass ich eben nicht beschützt wurde und dass Lügen über mich verbreitet wurden. Niemand habe sie auf die Zeit im Königshaus vorbereitet. Monatelang durfte sie nicht raus. Sie habe sich einsam wie nie gefühlt. Und mit dem Baby kam das Unfassbare für Meghan. In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security. Und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Rassismus im Königshaus. Wer diese Gespräche mit Harry und Meghan geführt haben soll, will sie nicht sagen. Dennoch, auch die Boulevardpresse setzt beide unter Druck. Sie fühlen sich verfolgt, eingeengt. Meghan wird depressiv und erzählt unter Tränen, Ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe bekommen haben sie keine. Es könne der königlichen Institution schaden. Prinz Harry, der darin eine Wiederholung der Geschichte mit seiner Mutter sieht, findet dann klare Worte über diese Zeit. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Meghan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Doch Harry und Meghan tun es, auch wenn sie alles verlieren. Das Verhältnis zur Queen sei dennoch gut. Mit seinem Bruder habe er sich auseinandergelebt. Und zu seinem Vater sagt er, ich fühle mich fallen gelassen. Denn er weiß doch, wie sich Schmerz anfühlt und hat etwas Ähnliches durchgemacht. Und Archie ist sein Enkel. Ich werde ihn immer lieben. Aber es gibt sehr viel Schmerz. Ein Interview, das die Welt wohl so schnell nicht vergessen wird, glauben Experten. Dieses Interview wird die Wahrnehmung der Königsfamilie grundlegend verändern. Und auch darüber, wie diese Institution Menschen behandelt. Auch enthüllt wurde mehr über Baby Nummer zwei. Zumindest über das Geschlecht. Ein Mädchen wird es. Beide seien glücklich, so wie sie leben. Und bereuen nicht den Weg, den sie gegangen sind. Also wenn man es so hört, Stefanie Bolzen, in London, da möchte man ja nicht mit dem Leben der beiden tauschen. Selbst wenn noch jemand ein paar Pfund drauflegt. Was sagen denn die Briten dazu? Ich glaube, das ist wirklich genau der Punkt. Die Briten werden sagen, sie haben ein sehr gutes, sehr behütetes Leben, das sie jetzt führen, das sie vorher geführt haben. Sie sind auch mit offenen Armen in der königlichen Familie empfangen worden. Das hat übrigens Meghan auch in ihrem Interview gar nicht geleugnet. Also sie hat gesagt, Kate, William, alle waren anfangs sehr freundlich zu ihr. Sie ist dann eben nur alleingelassen worden, als sie dann während der Schwangerschaft und nach der Hochzeit eben merkte, wie sehr sie eingesperrt war. Dass sie depressiv wurde, dass sie keine Hilfe bekam. Aber man merkt jetzt heute Morgen hier in London schon so ein kleines bisschen, dass sich die Stimmung dreht. Und in dem Interview waren natürlich eine ganze Menge Hämmer drin. Also von eben Suizidgedanken, Rassismus, das zerbrochene Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater. Das müssen die Briten jetzt auch erst mal verdauen. Aber so langsam gehen die ersten Kommentare im Daily Telegraph oder in der Times, die kommen. Und da ist ganz klar, die Kritik wächst. Und es macht sich auch so eine gewisse, ich will nicht sagen, noch nicht Wut, aber doch ein Ärger breit. Und wir stehen ja hier vor dem Buckingham Palace. Und klar, das ist jetzt nur anekdotisch. Aber hier fuhren gerade ein Paradfahrer vorbei, ein älteres Ehepaar. Und die riefen mir zu, nehmt ihnen die Titel weg. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt auch einige Leute, die so sauer sind und sagen, die sollen auch ihre Titel jetzt ganz abgenommen bekommen. Aber was macht den Buckingham Palace damit? Also die königliche Familie, wird die reagieren oder sitzt man das einfach aus, weil man über den Dingen steht? Man wird das aussitzen. Also man steht über den Dingen, das hat es eigentlich nicht gegeben in der Vergangenheit, dass jetzt die Königsfamilie ein Statement rausgeben würde, dass sie sogar abhandelt, Punkt für Punkt, die Vorwürfe des Rassismus. Ich meine, der Vorwurf des Rassismus ist natürlich sehr, sehr gefährlich für das Königshaus. Und auch der Vorwurf, dass man Meghan allein gelassen habe, ihre Depressionen, gerade auch deshalb, weil ja Harry und Kate und William schon seit Jahren sehr aktiv sind. Die haben eine Stiftung, oder Harry jetzt nicht mehr, aber die hatten zusammen eine Stiftung für Menschen, die an seelischer oder an Depressionen leiden und haben da sehr offen drüber gesprochen. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass man da jetzt sich gegenstellt. Aber generell muss man einfach mal abwarten, wie sich das hier entwickelt. Also ich denke, man wird mehr in der Presse sehen, es werden andere Geschichten kommen. Es gibt ja jetzt auch eine interne Untersuchung von Vorwürfen gegen Meghan, dass sie eben Mitarbeiterinnen gemobbt habe, als sie noch hier in London war. Der Palast wird schon seine Wege finden, um seinen Ärger und auch seine Gegendarstellung an die Öffentlichkeit zu bringen. Stefanie Bolzen, Dankeschön nach London. Die Pandemie hat, wie so vieles, natürlich auch den Alltag der meisten Familien auf den Kopf gestellt. Zur ganz alltäglichen Hausarbeit, da kam dann mindestens noch Homeoffice, Homeschooling. Aber wie wird eigentlich diese Mehrbelastung innerhalb der Familien aufgeteilt? Max Hermes. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nerven mehr, wenn der nach sechs, sieben, acht Stunden arbeiten, von der Arbeit heimkuchen, noch viel im Haushalt macht. Zwar haben Männer in der Pandemie bei Hausarbeit und Kinderbetreuung aufgeholt. Während sie sich 2018 nur 3,3 Stunden pro Tag zuständig fühlten, waren es im vergangenen Jahr schon 5,6. Aber Frauen leisteten schon vor der Pandemie mehr und legten dann noch eine Schippe drauf. Sie stellen sich jetzt 7,9 Stunden pro Tag in den Dienst der Familie. Das sind 2,3 Stunden mehr als die Männer. Auch die Bundeskanzlerin mahnt. Wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen. So sind es doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meistern. Doch es geht auch anders. Wo sich die Partner schon vorher den Haushalt geteilt oder unterstützt haben, klappt das jetzt noch besser. Mir ist Last abgenommen. Doch, doch. Ist doch so. Und er macht mehr Küche und ich mache mehr Wäsche. Diese Aufteilung gibt es bei Familie Dietzen nicht. Hier muss die Pandemie erst enden, damit die Kinder wieder öfter bei Oma und Freunden sind und Mama Stefanie etwas mehr Zeit für sich hat. So, Paul Sonntag ist bei mir im Studio. Es geht um Sprache, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es geht um gerechte Sprache und deshalb ist er hier gendergerechte Sprache, Paul. Gendergerechte Sprache. Entschuldige, jetzt fängt das schon an. Wir müssen da genau sein. Es geht um die Frage natürlich, die viel diskutiert wird, ist die deutsche Sprache gerecht? Und da muss man sich eigentlich nochmal einen ganz speziellen Punkt anschauen und zwar den Plural, die Pluralform, die Mehrzahlform, wie auch immer man es nennt, generisches Maskulinum. Ich versuche diese Fachwörter so ein bisschen zu umschiffen, um es relativ einfach zu machen. Deswegen haben wir mal ein Beispiel mitgebracht, was eigentlich so die Grundlage für die Diskussion ist und eben die Frage, ist die deutsche Sprache da gerecht? Wir haben beispielsweise ein Krankenhaus mit 99 Ärztinnen, die dort arbeiten. Darüber wird berichtet, dann sagt man 99 Ärztinnen. Was ist, wenn jetzt ein männlicher Arzt eben eingestellt wird? Dann hätte man 99 Ärztinnen und einen Arzt und insgesamt spreche man dann aber ausschließlich von 100 Ärzten. Das bedeutet immer, wenn darüber berichtet wird, wenn darüber gesprochen wird, dann kommt die maskuline Form, zumindest im Plural, zum Tragen vor dem geistigen Auge. Das sind möglicherweise eben auch nur männliche Ärzte dann. Und hier sagen eben die Kritiker vor allem, das wird dem Ganzen nicht gerecht, das bildet die Gesellschaft nicht mehr ab. Unsere Sprache verzerrt dieses Bild und deswegen muss daran etwas geändert werden. Die andere Seite sagt wiederum, naja, so ist die deutsche Sprache nun mal konzipiert und nur weil man jetzt hier anfängt, das umzubenennen, hilft man dann auch den Frauen nicht weiter, weil andere Sprachen machen das ja beispielsweise auch nicht. Warum denn jetzt im Deutschen? So, jetzt hast du es schön zusammengefasst, mal definiert, was denn richtig oder falsch sein könnte. Die Frage ist nur, welche Alternative haben wir denn, Paul? Vielleicht noch ein Beispiel. Ärzte und Ärztinnen ist das eine. Das andere ist das, worüber wir auch ganz viel sprechen. Die Ministerpräsidentenkonferenz beispielsweise. Fühlt sich da eine Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz oder eine Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern auch angesprochen, obwohl ja nur die männliche Form drin ist. Deswegen die große Frage, wie löst man das jetzt auf? Was gibt es für Alternativen? Wir schauen auch da mal drauf. Auch das wird eben viel diskutiert. Die ursprüngliche Form, die man hatte oder beziehungsweise das, was in den letzten Jahren dann meistens verwendet wurde, ist das sogenannte Gendersternchen. Warum Gendersternchen? Weil man irgendwann natürlich auch drauf gekommen ist, wenn man ein Plural bildet aus männlicher und weiblicher Version, dann vergisst man eben jegliche, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Deswegen dieses Sternchen, das repräsentativ dafür steht. Das Binnen-I ist die zweite Variante. Dort, das war im Prinzip beim Anfang der Diskussion, die ja eigentlich seit den 80er Jahren schon läuft, so die erste Initiative. Da wurde dann aber gesagt, naja, das ist vielleicht etwas zu nah an dem weiblichen Plural. Dann bevorzugt man ja eigentlich schon wieder fast die Frauen. Danach der Unterstrich auch als Lücke quasi für die, die sich eben weder als männlich noch als weiblich bezeichnen. Und das ist im Moment die Trendvariante, wenn man so möchte, der Doppelpunkt. BürgerInnen und dann aber eben mit einem Doppelpunkt. Das passt auch zu der sprachlichen Form. Und deswegen wird das Ganze vielleicht auch so emotional geführt, weil die Rechtschreibreformen haben alle mitgemacht. Gut, das war alles eben nur auf Papier und Zettel. Jetzt geht es auch in die Sprache ein. Das bedeutet, man müsste theoretischerweise eine kleine Pause machen bei BürgerInnen. Und da wäre der Doppelpunkt das Pendant dazu. Aber man merkt, das ist in der Diskussion und ich habe das Gefühl, die Diskussion fängt gerade erst an. Paul, danke. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin. Das ist der Polizist, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest, die Staatsanwaltschaft. Und das scheinen auch Videos zu belegen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast 9 Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, 2. Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen. Und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Wir schauen zur Börse. Patrick, wie sieht es denn aus? Nach wie vor Zinsängste, die sich breit machen und entsprechend die Kurse beeinflussen? Genau, lieber Thomas, genau so ist es aktuell. Der DAX war noch im Plus, im positiven Bereich. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass am Freitag nachbörslich der DAX auch noch mit der sich besser entwickelnden Wall Street hochgelaufen ist. Und der DAX sozusagen nur im Vergleich zu seinem Schlusskurs am Freitag sich positiv entwickelt. Aber insgesamt ist der Rückwärtsgang schon wieder drin. Und der Grund ist die von dir ausgemachte Sorge in Richtung Inflationsängste. Wir sehen das auch von den Anleihenmärkten, auch hierzulande. Da werden sozusagen Anleihen, die niedrige Coupons haben, also Verzinsungen eher mal verkauft, in der Erwartung nämlich, dass die Zinsen werden steigen müssen. Gucken wir mal auf die einzelnen Werte. Da sehen wir ein gemischtes Bild. Wir sehen da unter anderem die Deutsche Post unter den Gewinnern, aber auch die Deutsche Bank. Klar, Bankinstitute würden per se ja von steigenden Zinsen teilweise in ihrem Geschäft bevorteilt werden oder profitieren können. So rum ist es richtig gesagt. Aber auch die Automobilbranche in Form von BMW kann heute profitieren. Aufgrund einer Erhebung des IFO-Instituts in der Auto- und Maschinenbaubranche sind die Unternehmer denn wieder etwas positiver gestimmt. Gucken wir ans DAX-Ende, stellen wir fest, es sind Merk-Aktien unter anderem, die verlieren Goldman Sachs und die Citigroup-Analysten, haben jeweils ihre Kursziele gesenkt für die Aktie und auch die Einstufung mit Verkaufen beibehalten. Dementsprechend verliert die Aktie jetzt 1,9 Prozent. Covestro gehört auch noch dazu. Auch da war es ein negativer Analysten-Kommentar, der belastet. Patrick, Dankeschön. Nach Frankfurt. Sehr gerne. So, wir schauen aufs Setter. Wunderschön sieht es aus. Ein bisschen kühl vielleicht, Maira, oder? Es sieht kühl aus. Jetzt Gott sei Dank nicht mehr ganz so. Also man sieht es jedenfalls nicht mehr, wenn ich ausatme. Die haben die Temperaturen nämlich jetzt leicht über dem Gefrierpunkt. Ansonsten, ja, du hast recht, ich genieße es regelrecht hier in der Sonne, denn da ist es nämlich schon warm. Also man spürt, sie hat Kraft. Aber im Schatten ist es doch wirklich kühl. Viel zu kühl derzeit für diese Jahreszeit. Aber halt eben wollen wir nicht uns beschweren, beziehungsweise doch, man kann sich beschweren. Schauen wir gleich mal auf den Vormittag, wenn man nämlich vom Niederrhein bis zum Erzgebirge sich befindet, also quasi in einem Streifen in der Mitte oder beziehungsweise auch so bis zur Oberlausitz. Hier ist es nämlich nicht nur kalt, sondern auch dazu noch dicht bewölkt. Und da ist auch noch etwas Regen oder Schneeregen unterwegs. Im höheren Berg dann auch etwas Schnee. An den Alpen sind auch noch dichtere Wolken zu finden. Ansonsten Sonne satt. Nachmittags lassen die Niederschläge dann in der Mitte nach, beziehungsweise verlagern sich mit einem frischen Wind dann in den Nordwesten. Ansonsten abseits davon weiterhin sehr viel Sonnenschein, also alles in allem. Dann abseits von den Wolken ein doch recht passabler Tag. Das zeigt die Sonnenstundenkarte. Insbesondere Berlin-Brandenburg sticht raus mit neun Sonnenstunden. Oft sind es aber auch sieben oder acht. Nur halt eben in den angesprochenen Bereichen. Da ist es ein bisschen drüber. Kalt ist es aber überall. Gut, minus vier Grad im Erzgebirge. Also leicht dauerfrostig bleibt es dort. Das ist dann schon wirklich ganz schön heftig. Ansonsten vier Grad am Alpenrand, beziehungsweise in Dresden. Drei an der Ostsee, fünf an der Nordsee, sechs beispielsweise in Berlin. Oft aber auch sieben Grad. In Freiburg immerhin neun Grad. Hier kratzen wir schon an der Zehn-Grad-Marke. In den nächsten Tagen wird es dann auch ein bisschen milder. Donnerstag dann der mildeste Tag der Woche mit bis zu 15 Grad. Allerdings schön, sieht anders aus. Es wird sehr windig. Es wird wechselhaft ungemütlich verregnet. Nicht gerade sehr schön. Also nicht frühlingshaft unbedingt, kann man sagen. Marira, danke trotzdem fürs Wetter. Gern. Ein bisschen mehr Freiheit ab. Heute treten mehrere Öffnungen und Lockerungen in Kraft. Bundesweit Ministerpräsident Günther rechnet mit offenen Hotels zu Ostern in Schleswig-Holstein, wenn sich alle ordentlich benehmen und die Inzidenz nicht weiter steigt. Dazu gleich mehr. Bleiben Sie dran. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Die Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat angekündigt, dass sie sich zu dem Interview nicht äußern will. Ein Interview, das in jedem Fall für Wellen und Aufregung sorgt, Nancy Lanzendorfer in Washington. Ich meine, Rassismusvorwurf gegen das Königshaus, das ist schon ein scharfes Schwert. Ja, ein schockierendes Interview. Und Meghan hatte eben davon berichtet, von Gesprächen im Palast, dass man sich eben Sorge vor der Geburt ihres ersten Kindes gemacht haben soll. Über eben dessen Hautfarbe in diesem Interview ist Meghan zuerst befragt worden. Später kam Harry dazu. Und der wurde von Oprah Winfrey auch nochmal danach gefragt. Und er hat bestätigt, dass er im Palast Gespräche dazu geführt hat. Und das ist aber die einzige Frage, glaube ich, die nicht beantwortet wurde von Oprah Winfrey. Mit wem hat er diese Gespräche geführt? Dazu wollte Harry nichts sagen. Im Internet wird darüber heftig spekuliert und auch darüber, ob der Palast tatsächlich dazu schweigt oder ob, beziehungsweise wie er auf dieses Interview dann reagieren wird. Nancy, schauen wir nochmal auf dieses Interview insgesamt. Was soll das Ganze? Also warum haben die beiden sich überhaupt geäußert? Was wollen Sie damit? Ich glaube, um Ihren Stand der Dinge zu erzählen, vielleicht eine Art Befreiungsschlag. Oprah Winfrey hat auch im Interview erwähnt, Meghan, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich dich nach einem Interview gebeten habe, warum jetzt? Und Meghan meinte eben, weil sie es jetzt könne, weil sie ihre eigenen Entscheidungen treffen könne und weil es wirklich befreiend sei. Und sie sei eben bereit zu reden. Und Oprah Winfrey hatte sie auch darauf angesprochen. Es sind ja schon einige schockierende Dinge, die du hier sagst. Du hast es angesprochen. Sie hatte auch von Selbstmordgedanken erzählt. Und da sagt dann eben Meghan, es geht ihr nicht darum, Schockierendes zu erzählen oder eben zu schockieren. Es geht ihr um die Wahrheit. Nancy, danke schön. Nach Washington. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen... Ein bisschen mehr Freiheit. Ab heute treten mehrere Öffnungen und Lockerungen in Kraft. Ministerpräsident Günther rechnet gar mit offenen Hotels vielleicht schon zu Ostern in Schleswig-Holstein. Der Druck wächst. In der Maskenaffäre sollen die Unionspolitiker Nüsselein und Löbel jetzt auch ihr Bundestagsmandat niederlegen, fordert Parteichef Laschet. Heftige Vorwürfe gegen das britische Königshaus. Herzogin Meghan sieht sich als Opfer von Rufmord und beklagt Rassismus. Willkommen und guten Morgen. Ein bisschen was, sie geht ja wieder in Deutschland, wenn auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In der Ausprägung die ersten Lockerungen gelten ab heute. Der Kosmetiktermin, die Frühlingsblumen für den Garten, der Buchhandel. Das sind jetzt nur einige Beispiele. Parallel dazu wird verstärkt auf Schnelltests gesetzt. Einer pro Woche ist für jeden Bürger kostenlos. Auf ein Bier mit der Freundin, Burgeressen mit Kollegen. Israeli stoßen an auf die Gastroöffnungen. Hinein dürfen allerdings nur Gäste mit grünem Impfpass. Auf den nächsten Restaurantbesuch muss man in Deutschland wohl noch länger warten. Doch zumindest Buch- und Blumenläden sowie Gartencenter öffnen heute wieder. In Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz dürfen sogar alle Läden wieder aufmachen, weil die 7-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. Ausgenommen sind Hotspots. Auch in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und Bayern sind die Geschäfte wieder offen. In allen anderen Ländern kann mit Termin geschoppt werden. Außerdem dürfen sich wieder 5 Menschen aus 2 Haushalten treffen. Und für jeden gibt es einen Schnelltest pro Woche gratis. Allerdings sind noch nicht genug Tests für alle da. Richtig in Schwung kommen soll die Impfkampagne in den kommenden Wochen. Finanzminister Scholz, gleichzeitig SPD-Kanzlerkandidat und im Wahlkampfmodus behauptet, er persönlich habe sich dafür eingesetzt, einen möglichen Impfstau zu verhindern. Im März, schon am Ende des Monats, im April, im Mai, im Juni, es wird bis zu 10 Millionen Impfungen pro Woche geben. Und dass das jetzt gut vorbereitet wird, dafür habe ich gesorgt. Hoffnung auf Osterurlaub an Nord- und Ostsee macht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther. Wenn sich die Situation nicht verschlechtert, könnten dort die Hotels rechtzeitig zu den Ferien wieder öffnen. So, schauen wir doch mal nach Kiel in Schleswig-Holstein, danach nach Berlin zu Lena Mosel. Mehr, was geht denn jetzt in Schleswig-Holstein und was geht nicht? Es geht tatsächlich, wenn man so will, fast alles wieder bei uns in Schleswig-Holstein. Natürlich ab einer Inzidenz von unter 50. Wir müssen unter 50 liegen. Und da zeige ich dir mal ein Bild, das wir seit Monaten so nicht mehr gesehen haben. Schau mal, einfach ganz normal ein Geschäft geöffnet, in dem man gucken kann, was man sich kaufen möchte, in dem man sowohl Kleider als auch Schuhe als auch Socken einfach mal alles so persönlich wieder anfassen kann und nicht online bestellen muss, sondern sich das angucken kann. Und hinter mir, ich muss mal selber gerade noch gucken, ob da noch eine Schlange ist, da war gerade noch eine Schlange von Menschen, weil hier im Geschäft hinter mir zum Beispiel gibt es eine Terminvergabe. Das heißt, es dürfen nur so viele Menschen rein, wie auch 1 zu 1 Betreuung möglich ist. Es gibt da insgesamt in dem Geschäft 20 Tische. Und an diesen 20 Tischen dürfen halt dann insgesamt 20 Menschen beraten werden. Es ist so in Schleswig-Holstein bei einer Inzidenz von unter 50 darf der Einzelhandel wieder geöffnet haben. Bedeutet dann, wenn man eine Verkaufsfläche hat von unter 800 Quadratmetern, 10 Quadratmeter pro Kunde, über 800 Quadratmeter sind es 20 Quadratmeter pro Kunde. Unter 50 die Inzidenz. Über 50 wird es nun mit Terminvergabe möglich sein. Aber im Moment liegen wir hier in Schleswig-Holstein bei 45,8 als Inzidenzwert. Also 1 zu 1 Behandlung finde ich gut, ja. Schauen wir nochmal auf das, was Herr Günther sagt. Der könnte sich auch vorstellen, dass möglicherweise bald Hotels und Pensionen wieder aufmachen. Wie kommt er denn dazu? Ja, da muss ich ganz kurz noch sagen, es ist nämlich nicht nur der Einzelhandel, der hier heute bei uns geöffnet hat, sondern auch Zoos, Museen, Galerien. Alles macht heute wieder auf. Und es ist auch sportmöglich, ohne Kontakt mit 10 Menschen, die sich draußen treffen dürfen. Aber halt ohne Kontakt. Und ja, gerade eine aktuelle Quelle, die Rheinische Post, der Günther heute, Daniel Günther, der Ministerpräsident Schleswig-Holstein, sein Interview gegeben hat und gesagt hat, er rechnet sogar damit, dass Osterurlaub in Schleswig-Holstein möglich ist. Denn warum soll das nicht möglich sein mit einem negativen Test, mit einem Schnelltest? Denn wir haben jetzt andere Möglichkeiten als im Oktober. Es sind mehr Schnelltests vorhanden und deswegen möchte er zu Ostern die Hotels wieder öffnen. Und er sagt, es ist ein Gebot des Respekts der Branche und der Menschen gegenüber, die dort arbeiten, dass wir Lösungen in diesem Bereich finden. Und er ist der Ansicht, auch in Sachen Außengastronomie, da soll es sogar in zwei Wochen schon wieder möglich sein. Bei einer Inzidenz, es geht immer um den Inzidenzwert natürlich. Unter 50 soll es möglich sein, hier in Schleswig-Holstein ab dem 22.03. auch mal draußen einen Kaffee zu trinken. Aber dass die Hotels bzw. die Beherbergungsmodelle, dass die geöffnet haben werden, das ist eher für Ende März angedacht. Klar, er wartet auch da die Ministerpräsidentenkonferenz ab, aber er sagt, für Schleswig-Holstein sieht er das sehr wohl als Möglichkeit. Mirjam Dankeschön nach Kiel. Wir schauen mal vor das Kanzleramt zu Lena Mosel. Schöne neue Welt in der Pandemie. Schleswig-Holstein prescht ziemlich nach vorn. In anderen Bundesländern sieht es jetzt nicht ganz so opulent offen aus wie in Schleswig-Holstein, wenn die Inzidenzwerte stimmen. Aber insgesamt ist das natürlich trotzdem problembehaftet, weil es kann ganz schnell wieder vorbei sein damit. Das ist richtig. Aktuell sind es Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, die landesweit diese Inzidenzwerte von 50 unterschreiten. Aber auch da wird jeweils natürlich noch einmal differenziert. Es gibt eben diese unterschiedlichen Lockerungsstufen bei Inzidenzen von unter 50 und unter 100. Und ganz wichtig ist, dass wir dort eben auch bleiben. Nur dann werden diese Lockerungen beibehalten bzw. dann nach zwei Wochen sogar erweitert. Dann sind beispielsweise mehr Kontaktfreiheiten möglich. Also zehn Menschen könnten sich treffen. In einem weiteren Schritt könnte sogar der Außenbereich der Gastronomie gegen Tests, einen negativen Corona-Test und Terminvergabe, geöffnet werden. Könnte denn, wenn die Zahlen wieder nach oben gehen, dann bedeutet das, dass die Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Es gibt die Notbremse über der Inzidenz von 100. Und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist einer von denen beispielsweise, der sagt, aktuell die Zahlen, die gehen ein Stück weit nach oben, die Lockerungen, so wie wir sie jetzt haben, die werden uns nicht allzu lange erhalten bleiben. Da müssen wir uns jetzt sicherlich ein bisschen gedulden, bis wir dann wirklich auch sehen, wie sich diese Lockerungen jetzt auch auswirken. Lena, Dankeschön vor das Kanzleramt. So, wir schauen auf die aktuellen Infektionszahlen für Deutschland. Nach dem Wochenende wie immer nicht ganz vollständig, weil nicht alle Gesundheitsämter gemeldet haben ans Robert-Koch-Institut. 5.011 positive Tests sind registriert, 297 mehr als vergangenen Montag. 7-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Außerdem werden 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.300.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. So, damit schauen wir zu einem oder vor ein Testzentrum in Berlin. Daniela Will, die steht dort. Und wir haben ja jetzt gelernt, einer pro Woche ist frei. Jetzt komme ich zu dir nach der Show und sage, ich will haben einen Test. Wo ist er? Ja, das kommt ganz darauf an, wo du genau hinkommst. Wenn du jetzt wirklich hier zu mir herkommen würdest, dann würde ich sagen, Thomas, hast du leider Pech gehabt. Kriegst du heute nicht, kriegst du frühestens hier am Samstag. Denn hier in einem dieser kleinen Testzentren 16 gibt es ja insgesamt in Berlin, die eingerichtet wurden. Vier davon große, wo man ohne Terminbuchung hinkommen kann. Aber eben in diesen kleinen, wie hier hinter mir, da hättest du vorab einen Termin buchen müssen. Und zwar auf jetzt-testen.berlin oder test-to-go.berlin. Beide Internetadressen führen dann zur selben Homepage. Da kann man sich den Standort auswählen, kann sich einen Termin buchen. Ja, und hier tatsächlich ist bis einschließlich Freitag schon alles ausgebucht. Ich habe vor einer Minute mal kurz geguckt. Da ist heute Nachmittag dann doch wieder ein Termin erschienen. Der war dann aber auch schnell wieder vergriffen. Das heißt, es läuft auch vermutlich so ab, dass wenn der ein oder andere seinen Termin absagt oder nicht antritt, dass nicht etwa Nachrücker, die dann hier vor Ort sich einfinden, reingeholt werden. Denn man muss ja vorab online zumindest ein paar Daten eben auch hinterlassen. Und das ist offensichtlich so gewünscht, dass man das eben nicht vor Ort macht, um eben keine langen Warteschlangen oder Ähnliches zu kreieren, sondern wirklich vorab online. Sodass dann eher, wenn der ein oder andere Termin abgesagt wird, das Ganze online nochmal freigeschaltet wird. Es lohnt sich also immer mal wieder reinzuschauen. Daniela, die große Frage ist natürlich, liegt denn genug von Schnelltests tatsächlich da, dass man da auch durchtesten kann die Termine oder gibt es da Engpässe? Also ich glaube auch die Tatsache, dass so schnell diese, ja zumindest die ganzen Tage unter der Woche schon ausgebucht sind, die zeigen, dass nicht genug da ist, um wirklich alle Berliner jetzt einmal die Woche kostenlos zu testen. Trotzdem soll der ja nach und nach mehr kommen. Die Gesundheitssenatorin hat gesagt, morgen schon sollen fünf weitere Testzentren dazukommen, fünf weitere Standorte. Nach und nach sollen dann auch die Apotheken dazukommen. Und so will man das Angebot ja eben auch weiter ausweiten. Ja und die Menschen, ich habe es gerade ja schon angesprochen, die nehmen das auch wahr. Viele sind aber jetzt eben auch deutlich verärgert, die hier heute hergekommen sind, die eben nicht wussten, dass man einen Termin brauchten. Und einige haben eben auch gesagt, was ist denn gerade mit älteren Menschen, die jetzt zwar davon gehört haben, aber kein Internet haben, das eben nicht online buchen konnten. Was ist denn zum Beispiel mit den Menschen, die eben nicht mehr so mobil sind? Eine Dame, eine ältere hat mir gerade gesagt, hier werden eben nur zum Beispiel die Schlauen und die Jungen getestet. Also da ist der Unmut dementsprechend auch groß. Auch bei den Testgründen gab es noch ein bisschen Unsicherheit. Denn wenn man sich denn schon online registriert und einen Termin macht, musste man auch einen Grund angeben. Und da war die Liste erst mal relativ kurz. Schule, Kita, JVA-Mitarbeiter oder Besuch in einer Pflegeinstitution konnte man da auswählen. Jetzt ist im Laufe des Tages aber auch einfach nur Bürgertest noch dazugekommen. Das heißt auch die Verwirrung, ob wirklich für jeden dieses Angebot gilt, die hat man jetzt nach und nach ausgeräumt. Die Schlauen und die Jungen, damit bin ich schon mal raus. Dankeschön, Daniela, vor das Testzentrum in Berlin. Du hast nicht etwa genickt jetzt? Das müssen wir noch mal auswerten irgendwann. In der Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Maskengeschäften hat nach dem CDU-Abgeordneten Löbel nun auch der CSU-Parlamentarier Nüßlein seinen Austritt aus der Unionsfraktion erklärt. Beide wollen aber bis zur Wahl im Herbst als Fraktionslose im Bundestag bleiben. CDU-Chef Laschet forderte Löbel und Nüßlein auf, ihre Mandate sofort abzugeben. Wer als Volksvertreter versuche, sich in dieser Krise zu bereichern, müsste das Parlament unverzüglich verlassen. CSU-Chef Söder verlangte, die beiden sollten umgehend reinen Tisch machen. SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert außerdem, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Heftige Vorwürfe gegen das britische Königshaus. Herzogin Meghan sieht sich als Opfer von Rufmord und beklagt Rassismus. Dazu gleich mehr. Bleiben Sie dran. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Und das scheinen dann auch Videos zu belegen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt erst einmal die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast 9 Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben, dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Und das scheinen dann auch Videos zu belegen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt erst einmal die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast 9 Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, 2. Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen. Man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben, dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat angekündigt, dass sie sich zu dem Interview nicht äußern will. Ein Interview, das in jedem Fall für Wellen und Aufregung sorgt, Nancy Lanzendorfer in Washington. Ich meine, Rassismusvorwurf gegen das Königshaus, das ist schon ein scharfes Schwert. Ja, ein schockierendes Interview. Und Meghan hatte eben davon berichtet, von Gesprächen im Palast, dass man sich eben Sorge vor der Geburt ihres Ersten... Später kam Harry dazu und der wurde von Oprah Winfrey auch nochmal danach gefragt. Und er hat bestätigt, dass er im Palast Gespräche dazu geführt hat. Und das ist aber die einzige Frage, glaube ich, die nicht beantwortet wurde von Oprah Winfrey. Mit wem hat er diese Gespräche geführt? Dazu wollte Harry nichts sagen. Im Internet wird darüber heftig spekuliert und auch darüber, ob der Palast tatsächlich dazu schweigt. Oder ob, beziehungsweise wie er auf dieses Interview dann reagieren wird. Nancy, schauen wir nochmal auf dieses Interview insgesamt. Was soll das Ganze? Also warum haben die beiden sich überhaupt geäußert? Was wollen Sie damit? Ich glaube, um ihren Stand der Dinge zu erzählen, vielleicht eine Art Befreiungsschlag. Oprah Winfrey hat auch im Interview erwähnt, Meghan, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich dich nach einem Interview gebeten habe, warum jetzt? Und Meghan meinte eben, weil sie es jetzt könne, weil sie ihre eigenen Entscheidungen treffen könne und weil es wirklich befreiend sei und sie sei eben bereit zu reden. Und Oprah Winfrey hatte sie auch darauf angesprochen. Es sind ja schon einige schockierende Dinge, die du hier sagst. Du hast es angesprochen. Sie hatte auch von Selbstmordgedanken erzählt. Und da sagt dann eben Meghan, es geht ihr nicht darum, Schockierendes zu erzählen oder eben zu schockieren. Es geht ihr um die Wahrheit. Nancy, danke schön. Nach Washington. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Die Corona-Pandemie hat, wie so vieles auch, den Alltag der meisten Familien auf den Kopf gestellt. Zur ganz alltäglichen Ausarbeit kamen mindestens noch Homeoffice und Homeschooling dazu. Doch wie wird eigentlich diese Mehrbelastung innerhalb der Familie aufgeteilt? Max James. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nerven mehr, wenn der nach sechs, sieben, acht Stunden arbeiten, von der Arbeit heimkuchen, noch viel im Haushalt macht. Zwar haben Männer in der Pandemie bei Hausarbeit und Kinderbetreuung aufgeholt. Während sie sich 2018 nur 3,3 Stunden pro Tag zuständig fühlten, waren es im vergangenen Jahr schon 5,6. Aber Frauen leisteten schon vor der Pandemie mehr und legten dann noch eine Schippe drauf. Sie stellen sich jetzt 7,9 Stunden pro Tag in den Dienst der Familie. Das sind 2,3 Stunden mehr als die Männer. Auch die Bundeskanzlerin mahnt. Wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen. So sind es doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meistern. Doch es geht auch anders. Wo sich die Partner schon vorher den Haushalt geteilt oder unterstützt haben, klappt das jetzt noch besser. Mir ist Last abgenommen. Ist doch so. Er macht mehr Küche und ich mache mehr Wäsche. Diese Aufteilung gibt es bei Familie Dietzen nicht. Hier muss die Pandemie erst enden, damit die Kinder wieder öfter bei Oma und Freunden sind und Mama Stefanie etwas mehr Zeit für sich hat. In der Schweiz dürfen sich muslimische Frauen künftig nicht mehr verschleiern. Das ist das voraussichtliche Ergebnis einer Volksabstimmung. Nach Hochrechnungen des Schweizer Fernsehens votierten rund 52 Prozent der Wähler für das umgangssprachliche Burka-Verbot. Ziel der Maßnahme ist es, Gesichtsbedeckungen ohne medizinischen Zweck im öffentlichen Raum zu verbieten. Da es in der ganzen Schweiz nur wenige Dutzend Frauen geben soll, die eine Vollverschleierung tragen, dürfte das Verbot vor allem Touristinnen aus muslimisch geprägten Ländern treffen. Bei starken Explosionen im westafrikanischen Äquatorial Guinea sind hunderte Menschen verletzt worden. Die Detonationen hätten sich auf einem Militärkomplex der Stadt Barta ereignet, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Zahl der möglichen Todesopfer, die ist noch unklar. Nach Angaben lokaler Medien gab es drei aufeinanderfolgende Explosionen. Zahlreiche Gebäude seien zerstört oder beschädigt worden. In den Trümmern suchende Helfer nach Verschütteten. Die Ursache für die Explosionen war zunächst unklar. Im DFB-Pokal sind am Abend die Halbfinalpartien ausgelost worden. Dortmund spielt zu Hause gegen Holstein Kiel. Der Sieger aus dem Nachholspiel Jan Regensburg gegen Werder Bremen muss gegen RB Leipzig antreten. Angesetzt sind die Halbfinalpartien für den 1. und 2. Mai. Wir bleiben beim Fußball. Die Fußball-Bundesliga, der 24. Spieltag mit der Tabelle. Bielefeld und Union Berlin trennen sich torlos 0 zu 0. Köln spielt gegen Bremen ebenfalls unentschieden 1 zu 1 der Endstand. Bereits am Samstag verliert Gladbach gegen Leverkusen mit 0 zu 1. Frankfurt und Stuttgart trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Die Hertha holt drei Punkte gegen Augsburg 2 zu 1. Freiburg-Leipzig 0 zu 3. Hoffenheim gewinnt gegen Wolfsburg 2 zu 1. Bayern-München schlägt im Topspiel Borussia Dortmund mit 4 zu 2. Das Freitagabendspiel zwischen Schalke und Mainz endet torlos 0 zu 0. Der Blick auf die Tabelle nach dem 24. Spieltag. Bayern behauptet Platz 1 vor Leipzig, dahinter Wolfsburg und Frankfurt auf den Champions-League-Plätzen. Dann Leverkusen vor Dortmund, Union Berlin, Freiburg und Stuttgart. Gladbach rutscht auf Platz 10 ab, dahinter Hoffenheim, Bremen und Augsburg. Köln auf Platz 14 vor der Hertha. Bielefeld belegt den Relegationsplatz. Mainz auf Platz 17. Beim Tabellenletzten Schalke gehen so langsam die Lichter aus. Wunderschönen guten Morgen und erst einmal ein Hoch auf alle Frauen. Heute ist ja internationaler Frauentag und in Berlin erstmals auch gesetzlicher Feiertag. Und passend dazu gibt es jetzt auch schon sehr viel Sonnenschein. Die Sonne geht gerade auch und wärmt auch ein bisschen. Den muss er auch, denn es ist wirklich sehr kalt hier. Gerade in Biestorf, minus 2 Grad noch im Schlosspark. Ja, auch mit den Temperaturen im Laufe des Tages geht es wirklich nur spärlich rauf. Dazu, wie gesagt, aber etwas Sonnenschein. Schauen wir gleich mal auf den Vormittag. In der Mitte, also vom Niederrhein bis zum Erzgebirge, beziehungsweise bis in die Oberlaus. Jetzt wird es dicht bewölkt sein. Hier ist dann auch etwas Schneeregen oder Regen unterwegs. In höheren Lagen auch Schnee. Richtung Alpen sind auch dichtere Wolken mit dabei. Abseits davon, wie gesagt, Sonnenschein. Im Laufe des Tages, also Nachmittags. Montag Vormittag, 10 Uhr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlich willkommen. Wir erwarten gleich die Online-Vorstellung der aktuellen Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Anlässlich der bevorstehenden ITB. Die gibt es seit 50 Jahren, wird jährlich durchgeführt und gilt als die detaillierteste Untersuchung zur deutschen Urlaubsreisen-Nachfrage. Noch zur Erklärung, wer sind diese Menschen, die das erstellen. Die FUR ist eine neutrale und wie Sie über sich selber sagen, nicht kommerzielle Interessengemeinschaft der Nutzer von Tourismusforschung. Und in ihrem Auftrag wird dann eben jährlich diese Reiseanalyse erstellt. Und was da die Ergebnisse für dieses Jahr sind, erfahren wir. Sobald es da losgeht, sind wir dann auch da. Schauen aber auf die aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona-Pandemie. Und Sie wissen es natürlich, ab heute geht wieder ein bisschen was hier bei uns in Deutschland, wenn auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich in der Ausprägung. Die ersten Lockerungen, um die kümmern wir uns gleich, weil die Vorstellung der Reiseanalyse beginnt. Wir geben ab. Die ersten Ergebnisse der Reiseanalyse muss ich dazu sagen, die Befragung ist frisch abgeschlossen. Wir sind mittendrin in den Auswertungen. Und traditionell wollen wir rund um die ITB, die morgen ja anfängt, auch diese Ergebnisse vorstellen. Wir erwarten heute rund 600 Teilnehmer an dieser Veranstaltung. Wir können schon in den letzten zwölf Monaten feststellen, dass der Bedarf an Informationen, an guter Marktforschung deutlich gestiegen ist. Wir haben somit im Rahmen der Forschungsgemeinschaft diese Pandemie und die Auswirkungen auf den Tourismus auch entsprechend begleitet. Wir haben uns, bevor wir jetzt die Erhebung im Januar, Februar beauftragt haben, im Rahmen der Forschungsgemeinschaft uns Gedanken gemacht, ob wir überhaupt eine Face-to-Face-Untersuchung in Pandemiezeiten durchführen können. Ist das überhaupt tatsächlich konform mit den Maßnahmen, die die Regierung eingeleitet hat? Wir haben uns dann an unser Marktforschungsinstitut Ipsos gewendet und sie gebeten, das für uns zu recherchieren. Und Ipsos hat tatsächlich einen Hygieneplan erstellt, der uns als sehr sicher erschien und vernünftig erschien. Natürlich wurden die AHA-Regeln, die Sie alle kennen, eingehalten. Es gab eine Maskenpflicht. Die Interviewer mussten symptomfrei sein. Sie haben Einweg-Handschuhe getragen. Wenn der Interviewer was anfassen sollte, wurde das vorher und vor seinen Augen desinfiziert. Auch die Befragten haben bei Bedarf Handschuhe bekommen. Also wir konnten guten Gewissens diesen Auftrag erteilen. Im Nachhinein muss man sagen, dass wir die Erhebung gut durchführen konnten, dass es keine methodischen Einflüsse gibt. Und das ist tatsächlich ja auch eines der Anforderungen, den unsere Kunden, den unsere Bezieher an die Reiseanalyse haben. Wir wollen messen, was ist und nicht messen, was womöglich ein methodischer Einfluss ist. Sicherlich ein großer Vorteil gegenüber Ad-Hoc-Erhebungen, die die Reiseanalyse hat. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch noch mal herzlich bei Ipsos bedanken. Das Marktforschungsinstitut, das uns seit Jahren und Jahrzehnten begleitet in der Erhebung unserer Studie. Die Präsentation wird heute Prof. Dr. Martin Lohmann für Sie durchführen und vornehmen. Er ist seit Jahrzehnten wissenschaftlicher Berater der Forschungsgemeinschaft und noch länger tatsächlich auch mit der Reiseanalyse betraut. Sicherlich einer der erfahrensten Marktforscher rund um Tourismusmarktforschung. Jetzt möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Noch ein organisatorischer Hinweis. Wir haben Zeit vorgesehen, um Ihre Fragen nach der Veranstaltung zu beantworten. Nutzen Sie bitte die Fragen-und-Antwort-Funktion, um dort Ihre Fragen reinzustellen. Wir haben hinterher noch Zeit für Sie, um das Ganze zu beantworten. Und nun möchte ich das Wort an Herrn Martin Lohmann übergeben. Lieber Martin, the stage is yours. Viel Vergnügen. Vielen Dank. Ja, Moin aus Kiel. Vielen Dank für die Möglichkeit, jetzt erste Ergebnisse zu teilen. So verreist Deutschland, so haben wir das übertitelt, die Ergebnisse der 51. Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaubs und Reisen. Sie haben vielleicht mitbekommen, gestern ist die Sendung mit der Maus 50 Jahre alt geworden. Die Reiseanalyse ist noch ein Jahr älter. Klingt komisch, ist aber so. Was wir hier vorstellen, beruht auf einer Untersuchung, die wir seit diesen 51 Jahren in der gleichen Weise angelegt machen. Eine bevölkerungsrepräsentative Untersuchung. Bevölkerungsrepräsentativ bedeutet in dem Fall, wir berichten über die deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland im Alter von 14 Jahren oder älter. Das sind 71 Millionen Personen und deren Reisen. Das beruht auf einer Zufallsstichprobe auf Personenbasis. Das ist eine wichtige Voraussetzung, damit wir die Daten nachher hochrechnen können. Kein Moment, hier ist irgendwas in Unordnung. Das ist das Problem. Man sieht nichts. Nicht das, was es soll. Okay, bitte. Okay, bitte. Das Mikrofon geht ja weiter, während wir versuchen, die Präsentation ans Laufen zu bringen. Und ich kann ja ein bisschen frei reden, ohne Folien. Auch das geht. Wir waren bei den methodischen Grundlagen der Reiseanalyse, die ja eine wichtige Voraussetzung dafür sind, dass man den Ergebnissen, die wir berichten, auch tatsächlich vertrauen kann und dass man sie hochrechnen kann auf die Bevölkerung. Ich erwähnte gerade, wir haben eine Zufallsstichprobe auf Personenbasis. Das ist die Grundlage dafür, dass es eine solche Hochrechnung geben kann. Wir also so zu viele Millionen Urlaubsreisen der Deutschen berichten können. Und diese Untersuchung ist im Jahr 2021, wir haben im Dezember 2020 angefangen, im Januar 2021 sind die wesentlichen Erhebungen gemacht worden. Und wir haben über 6.000 Personen tatsächlich netto in unserer Befragung gehabt. Die Befragung ist ein umfassender Fragenkatalog, der sowohl Verhaltensfragen enthält zu Urlaubsreisen, zu Einstellungen, zu Motiven, zu Präferenzen. Und diesen Fragebogen wenden wir thematisch seit 51 Jahren an. In den Formulierungen gab es ab und zu Anpassungen, das musste natürlich sein. Nicht seit 51 Jahren, sondern erst seit etwas über 10 Jahren ergänzen wir diese persönlichen Befragungen durch regelmäßige Online-Befragungen. Im Mai und im November des jeweiligen Vorjahres, mit denen wir die Kurzurlaubsreisen abdecken. Und dann haben wir im Jahr 2020 ausgelöst durch die Pandemie noch mal zusätzliche Befragungen im Mai, Juli und September gemacht, um jeweils den Stimmungszustand der Bevölkerung zu frecken im Hinblick auf den Coronavirus und den Umgang mit dieser Pandemie. Apropos Corona-Pandemie, das war natürlich eine der wesentlichen Rahmenbedingungen des vergangenen Jahres. Und deswegen wollen wir vorangestellt, bevor wir uns die Ergebnisse angucken, noch mal kurz Revue passieren lassen, was da passiert ist und was da für die touristische Nachfrage denn am Ende eigentlich relevant ist. Seit Jahresanfang 2020 hat sich dieses Coronavirus ausgebreitet weltweit. Sowohl diese Pandemie als auch die gesellschaftlichen Reaktionen darauf, ebenfalls weltweit, waren beispiellos. Die Gegenmaßnahmen gegen die zusätzliche Verbreitung, die weitere Verbreitung des Coronavirus führten zum Erliegen des Urlaubstourismus. Erstmal im Frühjahr 2020 und dann schließlich seit Oktober 2020 nahezu vollkommen. Auf die Tourismusnachfrage wirken in erster Linie diese Maßnahmen. Die Möglichkeiten, Urlaubsreisen zu machen, waren und sind also stark eingeschränkt. Wir haben dabei nachfragend dämpfende Faktoren aus dieser gesellschaftlichen Entwicklung und wir haben nachfragend fördernde Faktoren. Stark dämpfend, weswegen es den Tourismus im vergangenen Jahr so gut wie gar nicht gegeben hat, in vielen Monaten, ist die Zugänglichkeit und die Kapazität des touristischen Angebots. Es war einfach nichts auf dem Markt. Das betraf viele und fast alle Länder der Welt. Für eher wenige Personen, aber dann eben trotzdem stark dämpfend, spielte die tatsächliche Erkrankung und deren Folge eine Rolle. Und schließlich die veränderte persönliche wirtschaftliche Situation, die wiederum auf Grundlage der Maßnahmen der Gesellschaft gegen die Verbreitung des Coronavirus entstanden ist. Also Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und dergleichen mehr. Das hat in der Gesellschaft nur wenige Personen getroffen, nicht viele, Gott sei Dank. Das ist ein eher gesellschaftliches Problem als ein touristisches, wie man damit umgeht, dass die Folgen der Pandemie gerecht verteilt werden. Eher dämpfend, etwas dämpfend für viele ist die veränderte Motivation. Also die Sorge um die Infektion, wo man sagt, ich will jetzt vielleicht doch lieber nicht reisen. Oder umgekehrt, mit den ganzen Corona-Maßnahmen kommt kein richtiges Urlaubsgefühl auf. So eine Art Lähmung durch den Lockdown und schließlich auch sozialer Druck, dass man das Reisen vielleicht in diesen Bedingungen gefälligst lassen sollte. Nachfragende fördernde Faktoren sind dabei ebenfalls eine veränderte Motivation. Eine Art aufgesteuerte Reiselust nach Monaten der Beschränkung. Der Wunsch aus der hessischen Corona-Welt auszubrechen. Und schließlich die Erwartung positiver Effekte, die man bei Urlaubsreisen hat. Also Effekte auf Erholung, auf Gesundheit, auf Resilienz, Stärkung der Widerstandskraft und auf Lebensfreude. Beide nachfrage- und ämpfende und nachfragefördernde Faktoren treten zusammen auf. Und was sich aus diesem Zusammenspiel ergeben hat, das gucken wir uns jetzt erstmal für das vergangene Jahr an. Vielen Dank. So. Papst Franziskus beendet heute. Seine Irakreise fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alain Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Und das scheinen dann auch Videos zu belegen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt erst einmal die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen, Proteste, Plünderungen, Krawalle, der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben, dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Robert verheiratet. Zwei Stunden lang dauert das Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, in denen Megan erzählt, wie sie von Beginn an im Königshaus gelitten hat. Jeder in meinem Umfeld versprach mich zu beschützen und ich habe es geglaubt. Aber ich realisierte, dass ich eben nicht beschützt wurde und dass Lügen über mich verbreitet wurden. Niemand habe sie auf die Zeit im Königshaus vorbereitet. Monatelang durfte sie nicht raus. Sie habe sich einsam wie nie gefühlt. Und mit dem Baby kam das Unfassbare für Megan. In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security. Und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Rassismus im Königshaus. Wer diese Gespräche mit Harry und Megan geführt haben soll, will sie nicht sagen. Dennoch, auch die Boulevardpresse setzt beide unter Druck. Sie fühlen sich verfolgt, eingeengt. Megan wird depressiv und erzählt unter Tränen, Ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe bekommen haben sie keiner. Es könne der königlichen Institution schaden. Prinz Harry, der darin eine Wiederholung der Geschichte mit seiner Mutter sieht, findet dann klare Worte über diese Zeit. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Megan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Doch Harry und Megan tun es, auch wenn sie alles verlieren. Das Verhältnis zur Queen sei dennoch gut. Mit seinem Bruder habe er sich auseinandergelebt. Und zu seinem Vater sagt er, ich fühle mich fallen gelassen. Denn er weiß doch, wie sich Schmerz anfühlt und hat etwas Ähnliches durchgemacht. Und Archie ist sein Enkel. Ich werde ihn immer lieben, aber es gibt sehr viel Schmerz. Ein Interview, das die Welt wohl so schnell nicht vergessen wird, glauben Experten. Dieses Interview wird die Wahrnehmung der Königsfamilie grundlegend verändern. Und auch darüber, wie diese Institution Menschen behandelt. Auch enthüllt wurde mehr über Baby Nummer zwei. Zumindest über das Geschlecht. Ein Mädchen wird es. Beide seien glücklich, so wie sie leben. Und bereuen nicht den Weg, den sie gegangen sind. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise und fliegt zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespült wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert und rief dabei Zufrieden und Verständigung auf. 8. März ist heute Weltfrauentag und das heißt leider sehr häufig für die Damenwelt immer noch, hier hast du ein paar Blümchen, mach schön weiter so. Nur, gerade jetzt in der Pandemie ist eben auch der Alltag der meisten Familien auf den Kopf gestellt. Zur alltäglichen Hausarbeit kommen mindestens noch Homeoffice und Homeschooling dazu. Die große Frage also ist, wie wird diese Mehrbelastung eigentlich innerhalb von Familien aufgeteilt? Max Hermes berichtet. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nerven mehr, wenn der nach 6, 7, 8 Stunden arbeiten, von der Arbeit heim kochen, noch viel im Haushalt macht. Zwar haben Männer in der Pandemie bei Hausarbeit und Kinderbetreuung aufgeholt. Während sie sich 2018 nur 3,3 Stunden pro Tag zuständig fühlten, waren es im vergangenen Jahr schon 5,6. Aber Frauen leisteten schon vor der Pandemie mehr und legten dann noch eine Schippe drauf. Sie stellen sich jetzt 7,9 Stunden pro Tag in den Dienst der Familie, das sind 2,3 Stunden mehr als die Männer. Auch die Bundeskanzlerin mahnt. Wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen. So sind es doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meistern. Doch es geht auch anders. Wo sich die Partner schon vorher den Haushalt geteilt oder unterstützt haben, klappt das jetzt noch besser. Mir ist Last abgenommen, doch doch. Ist doch so. Ja. Und er macht mehr Küche und ich mache mehr Wäsche. Diese Aufteilung gibt es bei Familie Dietzen nicht. Hier muss die Pandemie erst enden, damit die Kinder wieder öfter bei Oma und Freunden sind und Mama Stefanie etwas mehr Zeit für sich hat. Dieser Weltfrauentag ist ein guter Tag, um nochmal über das Thema auch zu sprechen, wie eigentlich in der deutschen Sprache die Frau mittlerweile dargestellt wird und stattfindet. Paul? Also der eine oder andere fühlt sich erinnert an die Rechtschreibreform. Das war auch ein zähes Ringen. Jahrelang ging es da hin und her Diskussionen. Tatjana, das, was wir jetzt besprechen, das ist viel mehr als das. Weil es nicht nur um die Frage geht, wie schreibe ich etwas, sondern natürlich auch um die Frage, wie formuliere ich es. Also auch in der gesprochenen Sprache spielt das eine große Rolle. Die Frage, die hinter dem allen steht, inwiefern sind Frauen benachteiligt bzw. finden in der deutschen Sprache überhaupt nicht gleichberechtigt statt. Ein Beispiel dafür, dass immer so als exemplarisch dargestellt wird, warum die deutsche Sprache vielleicht diskriminierend ist. Wir nehmen mal ein Krankenhaus her, das 99 Ärztinnen beschäftigt. Die machen dort Arbeit, darüber wird berichtet beispielsweise und dann spricht man eben auch von Ärztinnen. Jetzt wird ein Arzt, ein männlicher Arzt eingestellt und das bedeutet, dass ab jetzt nicht mehr 99 Ärztinnen und ein Arzt dort arbeiten, sondern eben 100 Ärzte. Das ist nun mal das sogenannte generische Maskulinum, so ist der Fachbegriff dazu. Ich versuche so wenig Fachbegriffe wie möglich zu verwenden, damit das nicht zu kompliziert wird. Aber jetzt ist eben das Hauptargument derer, die für eine Veränderung sind, dass hier eben die Hälfte der Bevölkerung eigentlich in diesen Mehrzahlformen überhaupt nicht berücksichtigt wird. So auch in diesem Fall. Auf der anderen Seite, das Gegenargument ist immer, naja, andere Sprachen haben das auch nicht und die Rolle der Frau ist dort nicht unbedingt besser. Wenn wir vielleicht in die USA schauen beispielsweise, in der englischen Sprache gibt es das so in dem Sinne nicht. Also das ist eine Debatte, die unheimlich emotional auch geführt wird. Das Krankenhaus möchte ich sehen, in dem 99 Arzt sind und nur ein Arzt arbeiten. Okay, aber... Das ist ein Beispiel. Das ist ein Beispiel. Okay, und was sage ich jetzt stattdessen? Was sind denn die Alternativen? Vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Wir reden immer über die Ministerpräsidentenkonferenz. Ich weiß nicht, was Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise dazu sagt oder auch eine Malu Dreier aus Rheinland-Pfalz. Fühlen die sich da angesprochen oder müsste man da auch eben eine Veränderung bringen? Aber Paul, ganz kurz, aber da geht es doch ums Amt. Da geht es ums Amt natürlich, aber es ist ja auch eine Ministerpräsidentin. Also insofern, da merken wir schon, da fängt die Diskussion an. Ja, wir sind hier schon am Diskutieren. Wir zeigen mal die Beispiele, wie es gelöst werden könnte. Im Zentrum der Diskussion ist immer das Gender-Sternchen. Warum Gender-Sternchen? Das ist die weiterführende Diskussion im Prinzip. Nicht nur Mann und Frau müssen erwähnt werden, sondern eben auch die, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen beispielsweise. Deswegen hat man hier den Vorschlag, ein Sternchen zu machen, um auch diese Person mit einzubeziehen. Das Ursprünglichste wäre eigentlich das sogenannte Binnen-I. Also einfach die weibliche Version mit einem großen I. Da gab es wieder Kritik, dass man gesagt hat, das ist wieder zu nah an der rein weiblichen Form. Das bedeutet, da könnte man dann schon wieder eher eine Diskriminierung der Männer sehen. Der Unterstrich hat sich eigentlich kaum durchgesetzt, weil es soll auch eine Lücke sein für die, die sich eben keinem Geschlecht zugeordnet fühlen, könnte aber auch schon wieder diskriminierend wirken. Der Doppelpunkt, das ist vielleicht die Trendvariante im Moment. Warum? Weil, und ich habe es angedeutet, das Ganze auch sprachlich natürlich angenommen werden sollte, zumindest bei denen, die das fordern. Und das wäre eine Art Zäsur. Man spricht dann eben nicht von Bürgerinnen, sondern von BürgerInnen. Und dieser Doppelpunkt, der symbolisiert das. Aber das sind nur einige Ausschnitte von den Beispielen, die es gibt. Und die Diskussion wird uns wahrscheinlich noch lange begleiten. In der Tat, zwischen uns beiden, aber auch hier bei uns im Haus. Es wird viel darüber gesprochen. Paul, danke für die Übersicht. Wir schauen in die USA. Heute beginnt nämlich in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Und da scheinen auch die Videos zu beweisen. Doch reicht das für eine Verurteilung? Zunächst mal beginnt die Auswahl der Geschworenen. Und aus Minneapolis berichtet Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen, Proteste, Plünderungen, Krawalle, der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Eric Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen. Und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Eric Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Zum Fußball im DFB-Pokal sind am Abend die Halbfinalpartien ausgelost worden. Dortmund spielt zu Hause gegen Holstein Kiel. Der Sieger aus dem Nachholspiel Jan Regensburg gegen Werder Bremen, der muss morgen gegen RB Leipzig rammen. Angesetzt sind diese Halbfinalpartien für den 1. und den 2. Mai. Blicken wir noch auf die Fußball-Bundesliga. Der 24. Spieltag ist abgeschlossen. Bielefeld und Union Berlin trennen sich torlos 0 zu 0. Köln spielt gegen Bremen ebenfalls unentschieden 1 zu 1 der Endstand. Bereits am Samstag verliert Gladbach gegen Leverkusen mit 0 zu 1. Frankfurt und Stuttgart trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Die Hertha holt drei Punkte gegen Augsburg 2 zu 1. Freiburg-Leipzig 0 zu 3. Hoffenheim gewinnt gegen Wolfsburg 2 zu 1. Bayern-München schlägt im Topspiel Borussia Dortmund mit 4 zu 2. Das Freitagabendspiel zwischen Schalke und Mainz endet torlos 0 zu 0. Der Blick auf die Tabelle nach dem 24. Spieltag. Bayern behauptet Platz 1 vor Leipzig, dahinter Wolfsburg und Frankfurt auf den Champions-League-Plätzen. Dann Leverkusen vor Dortmund, Union Berlin, Freiburg und Stuttgart. Gladbach rutscht auf Platz 10 ab, dahinter Hoffenheim, Bremen und Augsburg. Köln auf Platz 14 vor der Hertha. Bielefeld belegt den Relegationsplatz. Mainz auf Platz 17. Beim Tabellenletzten Schalke gehen so langsam die Lichter aus. Ganz kurze Pause hier nur bei uns und dann schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona-Pandemie in Deutschland. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Die Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat angekündigt, dass sie sich zu dem Interview nicht äußern will. Ein Interview, das in jedem Fall für Wellen und Aufregung sorgt, Nancy Lanzendorfer in Washington. Ich meine, Rassismusvorwurf gegen das Königshaus, das ist schon ein scharfes Schwert. Ja, ein schockierendes Interview. Und Meghan hatte eben davon berichtet, von Gesprächen im Palast, dass man sich eben Sorge vor der Geburt ihres ersten Kindes gemacht haben soll. Über eben dessen Hautfarbe in diesem Interview ist Meghan zuerst befragt worden. Später kam Harry dazu und der wurde von Oprah Winfrey auch noch... Ein bisschen mehr Freiheit. Ab heute treten Öffnungen und Lockerungen in Kraft. Ministerpräsident Günther rechnet mit offenen Hotels zu Ostern bei sich in Schleswig-Holstein. Der Druck wächst. In der Maskenaffäre sollen die Unionspolitiker Nüßlein und Löbel jetzt auch ihre Bundestagsmandate niederlegen, fordert Parteichef Laschet. Es sind heftige Vorwürfe, die gegen das britische Königshaus erhoben werden. Herzogin Meghan sieht sich als Opfer von Rufmord und beklagt Rassismus. Ganz herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. Auch wenn es von Bundesland zu Bundesland Unterschiede gibt, ab heute gelten erste Lockerungen für den Handel und auch körpernahe Dienstleistungen. Immer angepasst an das jeweilige Pandemiegeschehen. Parallel dazu wird nun verstärkt auf Schnelltests gesetzt. Einer pro Woche ist für jeden Bürger kostenlos. Auf ein Bier mit der Freundin, Burger essen mit Kollegen. Israelis stoßen an auf die Gastroöffnungen. Hinein dürfen allerdings nur Gäste mit grünem Impfpass. Auf den nächsten Restaurantbesuch muss man in Deutschland wohl noch länger warten. Doch zumindest Buch- und Blumenläden sowie Gartencenter öffnen heute wieder. In Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz dürfen sogar alle Läden wieder aufmachen, weil die 7-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. Ausgenommen sind Hotspots. Auch in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und Bayern sind die Geschäfte wieder offen. In allen anderen Ländern kann mit Termin geschoppt werden. Außerdem dürfen sich wieder 5 Menschen aus 2 Haushalten treffen. Und für jeden gibt es einen Schnelltest pro Woche gratis. Allerdings sind noch nicht genug Tests für alle da. Richtig in Schwung kommen soll die Impfkampagne in den kommenden Wochen. Finanzminister Scholz, gleichzeitig SPD-Kanzlerkandidat und im Wahlkampfmodus behauptet, er persönlich habe sich dafür eingesetzt, einen möglichen Impfstau zu verhindern. Im März, schon am Ende des Monats, im April, im Mai, im Juni, es wird bis zu 10 Millionen Impfungen pro Woche geben. Und dass das jetzt gut vorbereitet wird, dafür habe ich gesorgt. Hoffnung auf Osterurlaub an Nord- und Ostsee macht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther. Wenn sich die Situation nicht verschlechtert, könnten dort die Hotels rechtzeitig zu den Ferien wieder öffnen. Vom hohen Norden im Beitrag schauen wir unter anderem in den Süden zu Christina Lewinsky. Sie steht auf dem Marienplatz in München. Und Lena Mose steht am Kanzleramt für Fragen bereit. Wir fangen mal in Bayern an. Christina, Bayern bislang sehr, sehr restriktiv, mit strenger Hand durch diese Krise geführt. Was geht denn bei euch ab heute? Es geht wieder weniger als gedacht, Tatjana. Und das kann man hier in München eigentlich ganz gut verdeutlichen, diesen fast schon Stufenplan Irrsinn. Denn am Samstag, da lag die Inzidenz hier in München, in der Stadt München, bei 48. Das heißt, man hatte geplant, heute den Einzelhandel hier in der Innenstadt überall um mich herum zu öffnen. Die Mitarbeiter wurden aus dem Kurzurlaub geholt, beziehungsweise aus der Kurzarbeit wurden aus dem Urlaub geholt. Alles wurde vorbereitet, dann ist die Inzidenz gestern knapp über 50 gestiegen. Heißt also wieder alles zurück, Marsch, Marsch. Heute wird nicht geöffnet, beziehungsweise man kann nur mit Terminen in den Einzelhandel hinein. Und das sorgt natürlich für wahnsinnig viel Unmut, weil eben so viele sich gefreut haben, hier öffnen zu können. Und hinzu kommt, dass die Landkreise um München herum, also zum Beispiel Ebersberg, da liegen die Inzidenzen wieder niedriger. Da darf heute geöffnet werden, der Einzelhandel. Heißt, man sorgt sich also davor, dass viele jetzt auch aus der Stadt rausfahren, um shoppen zu gehen. Zum Beispiel am Starnberger See. Christina Markus-Söder trifft sich heute mit Jugendlichen. Was will er von denen sein Image aufbessern? Ja, der eine oder andere spricht schon von einem ganz klaren Manöver, auch mit Blick auf den Wahlkampf. Er hat so ein bisschen jetzt die Jugend für sich entdeckt in der Pandemie. Sagt selber, es ist vor allem eben, sind die Kinder, die besonders darunter leiden. Und deswegen gibt es jetzt einen Jugendgipfel mit den Jugendverbänden, mit Kinderverbänden. Auch die Familienministerin hier ist mit dabei, der Schulminister ist mit dabei. Wir werden danach eine Pressekonferenz hören. Und die Verbande, die haben ganz klare Forderungen, die sagen, wir müssen wieder öffnen, auch für die Jugendlichen. Zum Beispiel Jugendzentren, zum Beispiel Schulhandheime, dass man eben auch wieder Übernachtungen möglich machen kann. Auch, dass Jugendarbeiter schneller geimpft werden, dass damit da eben mehr Tempo reinkommt. Und man eben diese schlimme Situation, vor allem für die Jugend, vor allem für die Psyche, das ganz schnell in den Griff bekommt und dann auch verbessert. Christina, danke schön für diese aktuellen Schilderungen aus Bayern. Weiter geht's vors Kanzleramt zu Lena Mosel. Lena, wir sehen also erste Lockerungen. Welche weiteren könnten denn in absehbarer Zeit kommen? Wenn die Inzidenzen niedrig bleiben, sprich unter 50 beziehungsweise unter 100, dann könnten die Kontaktbegrenzungen noch weiter gelockert werden. Dann könnte beim Sport mehr möglich sein. Dann könnte sogar der Außenbereich von Gastronomie geöffnet werden, wenn man denn Tests macht, einen negativen Test nachweist und einen Termin sich auch dort vereinbart. Das sind einzelne Möglichkeiten. Es gibt derer noch mehr. Aber das große Fragezeichen ist eben, wird es soweit kommen? Wir haben es bei Christina in München schon gesehen. Die Inzidenzen, die sind teilweise wieder am Steigen. Und da warnt ja beispielsweise auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach davor. Er ist nicht der Einzige, muss man sagen. Auch Virologen sprechen sich in diese Richtung aus. Denn die Zahlen in den vergangenen Tagen, die Inzidenzen, die gehen an einigen Orten eben wieder nach oben. Und wenn die 100er Marke überschritten wird, dann greift er die Notbremse. Das heißt, ab da werden alle Lockerungen zurückgefahren. Auch die Kontaktbegrenzungen werden wieder strenger gehandhabt, also auf dem Stand, den man vor den letzten Beschlüssen hatte, zurückgefahren. Das heißt, hier müssen wir jetzt wirklich abwarten und schauen, wie wirken sich diese Lockerungen aus. Gehen die Zahlen wieder nach oben? Dann könnte uns dann doch wieder eine Verschärfung eher drohen als weitere Lockerungen. Lena, danke schön für den Moment. Wir wollen die aktuelle Situation mit Uwe Lübking besprechen, Sozialdezernent beim Deutschen Gemeinde- und Städtebund. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ohm. Herr Lübking, welche Hoffnungen verbinden denn Gemeinde und Städte mit diesen ersten Öffnungen und Lockerungen? Also eine Hoffnung ist natürlich, dass auch wieder ein bisschen Leben in die Gemeinden, in die Städte kommt. Das braucht der Einzelhandel vor Ort. Aber das brauchen auch andere. Wir brauchen auch wieder Angebote für junge Menschen in den Freizeiteinrichtungen. Wir brauchen Sportangebote. Wir brauchen aber auch die kulturellen Angebote. Herr Lübking, ein Satz, der immer wieder fällt, seit Monaten schon, ist die Städte, die Gemeinden, insbesondere das, was man so als Center bezeichnen könnte, werden nach der Pandemie nicht mehr dieselben sein. Alles wird sich verändern. Ist das etwas, was Sie a. auch so zu hören bekommen und b. unterschreiben würden? Das wird so sein. Aber das war ja nicht nur die Pandemie. Das hatten wir im Vorfeld auch schon. Der Onlinehandel hat schon vieles verändert. Und wir müssen schauen, wie wir zukünftig die Stadtzentren so umbauen können, dass dort auch wieder Leben stattfinden kann. Und das heißt, es geht nicht nur um den Einzelhandel, sondern es geht darum, auch den Besuch einer Stadt zu einem Erlebnis machen zu können, in dem dort auch kulturelle Angebote stattfinden, in dem wir aber auch Handel, Wohnen, Produktion zusammenbringen. Hören Sie denn von irgendwoher aus Städten und Gemeinden Überlegungen für neue Konzepte? Es gibt da viele Konzepte. Es gibt auch Kommunen, die zusammen mit dem Einzelhandel, zusammen mit anderen Akteuren sich zusammensetzen und sagen, was müssen wir jetzt tun, damit wir die Innenstädte wieder so attraktiv machen können, dass die Menschen dort hinkommen. Was wir im Moment auch sehen seit heute, sind ja die kostenlosen Schnelltestangebote des Bundes. Wie ist das organisiert in den jeweiligen Städten und Gemeinden? Können die das überhaupt wuppen, so wie man sich das auf Bundesebene vorgestellt hat? Das ist sehr unterschiedlich und es wird nicht so sein, dass ab heute oder ab morgen überall flächendeckend diese kostenlosen Bürgertests zur Verfügung stehen. Einige Länder haben ja auch schon gesagt, sie brauchen bis Ende März, bis Anfang April. Es gibt allerdings auch Kommunen, die ja auch schon im Vorfeld diese Tests angeboten haben und die haben natürlich jetzt auch schon einen Vorsprung vor anderen Kommunen, wo das etwas länger dauern wird. Was sind denn die Probleme bei der Infrastruktur dieses Angebots? Also das Problem liegt auch darin, jetzt die Testkapazität entsprechend zu bekommen. Vielfach sind sie bestellt worden, aber uns wäre es natürlich ganz recht, wenn wir hier auch eine Art Plattform hätten, wo man diese Bestellungen auch zentral dann vornehmen kann. Heißt das, verstehe ich das gerade richtig, Gemeinde für Gemeinde, Stadt für Stadt, muss das extra über jeweils unterschiedliche Wege machen? Auch das ist ganz unterschiedlich. In Teilen läuft es ja über die Länder. Das wäre der beste Weg. Vor allen Dingen, dass die Länder auch sicherstellen, dass die Tests an die Schulen, an die Kitas kommen. Das wird man ja auch nicht von jeder Kita, von jeder Schule verlangen können. Das läuft dann entweder auch über die Gemeinde oder am besten eben auch direkt über das Land, das dann die Tests entsprechend verteilt. Herr Lübking, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen eine großartige Woche. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, Frau Ume. Dankeschön. Guter Zeitpunkt, um mal auf die aktuellen Zahlen zu schauen. Und Sie wissen es wie immer, nach einem Wochenende sind die nicht so ganz vollständig, weil zum einen nicht alle Gesundheitsämter Daten ans RKI liefern, aber auch weniger getestet wird. Laut RKI wurden seit gestern 5011 Positivtests registriert. Das sind 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 68 und die Behörde meldet 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden 7.326.000 Impfdosen verabreicht. In der Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Maskengeschäften hat nach dem CDU-Abgeordneten Löbel nun auch der CSU-Parlamentarier Nüßlein seinen Austritt aus der Unionsfraktion erklärt. Beide wollen aber bis zur Wahl im Herbst als Fraktionslose im Bundestag bleiben. CDU-Chef Laschet forderte die beiden nun aber auf, ihre Mandate sofort abzugeben. Wer als Volksvertreter versuche, sich in dieser Krise zu bereichern, der müsse das Parlament unverzüglich verlassen. CSU-Chef Söder verlangte, die beiden sollten umgehend reinen Tisch machen. SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte außerdem, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Es sind massive Vorwürfe gegen das britische Königshaus, die Herzogin Meghan und ihr Ehemann Harry da geäußert haben. In einem zweistündigen Interview, was sie gesagt haben, worüber sie sich beklagen. Die Details gleich hier bei uns. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Die Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat angekündigt, dass sie sich zu dem Interview nicht äußern will. Ein Interview, das in jedem Fall für Wellen und Aufregung sorgt, Nancy Lanzendorfer in Washington. Ich meine, Rassismusvorwurf gegen das Königshaus, das ist schon ein scharfes Schwert. Ja, ein schockierendes Interview. Und Meghan hatte eben davon berichtet, von Gesprächen im Palast, dass man sich eben Sorge vor der Geburt ihres ersten Kindes gemacht haben soll. Über eben dessen Hautfarbe in diesem Interview ist Meghan zuerst befragt worden. Später kam Harry dazu und der wurde von Oprah Winfrey auch nochmal danach gefragt. Und er hat bestätigt, dass er im Palast Gespräche dazu geführt hat. Und das ist aber die einzige Frage, glaube ich, die nicht beantwortet wurde von Oprah Winfrey. Mit wem hat er diese Gespräche geführt? Dazu wollte Harry nichts sagen. Im Internet wird darüber heftig spekuliert und auch darüber, ob der Palast tatsächlich dazu schweigt. Oder ob, beziehungsweise wie er auf dieses Interview dann reagieren wird. Nancy, schauen wir nochmal auf dieses Interview insgesamt. Was soll das Ganze? Also warum haben die beiden sich überhaupt geäußert? Was wollen Sie damit? Ich glaube, um Ihren Stand der Dinge zu erzählen, vielleicht eine Art Befreiungsschlag. Oprah Winfrey hat auch im Interview erwähnt, Meghan, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich dich nach einem Interview gebeten habe, warum jetzt? Und Meghan meinte eben, weil sie es jetzt könne. Weil sie ihre eigenen Entscheidungen treffen könne und weil es wirklich befreiend sei und sie sei eben bereit zu reden. Und Oprah Winfrey hatte sie auch darauf angesprochen. Es sind ja schon einige schockierende Dinge, die du hier sagst. Du hast es angesprochen. Sie hatte auch von Selbstmordgedanken erzählt. Und da sagt dann eben Meghan, es geht ihr nicht darum, Schockierendes zu erzählen oder eben zu schockieren. Es geht ihr um die Wahrheit. Nancy, Dankeschön. Nach Washington. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erben eine Messung. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft und das scheinen dann auch Videos zu belegen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt erst einmal die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen. Und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Und das scheinen dann auch Videos zu belegen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt erst einmal die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Diejenigen, die vielleicht Königshäuser auch gerne auch vom Berufsweg ein bisschen intensiver beobachten, dann glaube ich schon überrascht haben. Der Vorwurf, Meghan, sie sei von Anfang an alleingelassen worden, man habe sie überhaupt nicht auf diese Rolle vorbereitet. Kann man das so glauben? Nun, das ist Ansichtssache, würde ich sagen. Man kann davon ausgehen, dass Meghan wie alle jungen Frauen, die ins Königshaus einheiraten, dass die vorbereitet werden. Die werden auf eine, ich nenne es mal Prinzessinnen-Schule geschickt. Und da wird ihnen beigebracht, auf was sie achten müssen, wie sie sich zum Beispiel vor Journalisten verhalten müssen. Die Do's and Don'ts des Lebens am Hof. Davon kann man ausgehen. Und man muss allerdings auch Meghan kritisch sagen, dass andere junge Frauen, zum Beispiel die Herzogin Kate, Prinz Williams Frau, oder auch die Gräfin Sophie von Wessex, also Edwards Frau, die scheinen mit diesem ganzen Leben im Palast klar zu kommen. Allerdings noch einmal, man muss sagen, man hatte hier im Palast nicht damit gerechnet, dass Meghan und Harry leise gehen werden. Allerdings mit so einem Getöse hatte man nun wirklich doch nicht gerechnet. Du hast gerade die anderen beiden jungen Frauen auch genannt, die mit eingeheiratet haben. Das sind aber alles eben auch Britinnen gewesen, die wahrscheinlich einfach durch ihr Leben in Großbritannien von vornherein eher eine Ahnung davon hatten, was sie da erwartet. Das ist richtig. Die sind beide, sowohl Kate als auch Sophie Wessex sind beides Britinnen gewesen. Allerdings muss man sagen, Meghan hat sich doch auch vorbereitet auf dieses Leben im Palast. Wir wissen von Insidern aus dem Palast hier hinter mir, dass Monate damit verbracht wurden, der Herzogin beizubringen, wie man sich im Palast verhalten soll, was auch vor allen Dingen die emotionalen Fallen sind. Dass es tatsächlich teilweise ein Leben sehr allein sein kann. Und also so ganz, muss man sagen, glauben viele hier in Großbritannien nicht an diese Vorwürfe, dass sie wirklich völlig allein da steht. Interessant dazu noch, abschließend, ist das Timing für dieses Interview. Ein Jahr nach dem Mexit, also ein Jahr nachdem Harry und Meghan in die USA geflüchtet sind und erst nachdem bekannt wurde, dass der Palast ihre Titel, ihre königlichen Titel entziehen würde, da haben sie sich entschieden, dieses Interview zu zeigen. Ich glaube, das ist kein Zufall und wir müssen einfach mal abwarten, wie dieser, ich nenne es mal, Krieg der Windsors in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten weitergehen wird. Du hast ein Auge drauf, Arnd, bis hierher erst mal Dankeschön. Ein Auge aufs Börsengeschehen hat Patrick DeWayne, der direkt vor Ort an der Frankfurter Börse ist, von der Aktionär TV. Du lachst so, ich habe doch recht, oder nicht? Tatjana, wir haben den Brexit überstanden an der Börse, jetzt den Mexit und was da noch so kommt. Und ja, wir können uns hier nicht wegducken an der Börse in Frankfurt. Ich musste etwas schmunzeln, Entschuldigung. Genau, wir haben ja andere Sorgen. Das sind vor allen Dingen die Anleiherenditen der 10-jährigen Staatsanleihen in Amerika, die hier tatsächlich ein bisschen für Wirbelsorgen an den Aktienmärkten. Du kannst das hinter mir an der DAX-Kurve erkennen. Es geht hier relativ schwungvoll zu, mal hoch, mal runter, aber jetzt mit einem Plus von 0,9 Prozent. 14.040 Punkte ist das, was der DAX da aktuell draus macht. Wenn wir uns mal die Einzelaktien angucken, stellen wir fest, dass es vor allen Dingen jetzt als die neuesten Konjunkturdaten aus der Eurozone, der Stimmungsedikator, nämlich in der Eurozone, der ist auf einen hochgestiegen und besser als erwartet. Da stellen wir fest, dass vor allen Dingen die Deutsche Bank profitieren kann. Natürlich zum einen von diesen gestiegenen Anleiherenditen auf der einen Seite, aber auch insgesamt von diesem sich etwas für Banken vor allen Dingen verbessern im Umfeld. FNC profitieren von einem positiven Analystenkommentar, Daimler von einer besseren Stimmung laut EFO-Institut im Maschinen- und Autobau. Und auf der Lira-Seite, da sind dann so Aktien wie Merck, Delivery Hero und dann die Versorgeraktien zu finden, also samt mal defensivere Titel, die heute eher mal verkauft werden. Patrick, danke schön für diese Runde. Sehr gerne. Wir schauen auf die Wetteraussichten. Maira begleitet uns da heute durch den Vormittag. Berlin kann heute wahrlich nicht jammern. Naja, ein bisschen kalt ist es. Du weißt doch, zu jammern gibt es immer. Aber ja, du hast recht. Wir werden mit Sonnenschein verwöhnt. Das ist nicht überall so und das wird im Morgen auch nicht überall so sein. Aber es ist doch ganz schön kalt. So richtig winterlich kalt ist es derzeit im Osten Europas. Beispielsweise in Moskau bekommt man morgen nur minus 12 Grad als Höchstwert. Also da ist wirklich nochmal Frieren angesagt. In Madrid werden es morgen plus 12 Grad. Es ist für jetzige Verhältnisse dort aber auch schon ziemlich frisch. Wir bekommen in Berlin auch morgen wieder 6 Grad und liegen damit bei unseren Temperaturen quasi so mittendrin. Also so wirklich viel mehr gibt es nicht. Gut, Köln bekommt 8 Grad, der Breisgau 9. Das war es dann aber auch schon. Das Wetter dazu gestaltet sich, sagen wir mal, ähnlich wie heute. Also im Nordwesten werden auch wieder Niederschläge unterwegs sein. Die kommen auch oftmals, weil es ja noch so frisch ist, als Schnee runter. Das Ganze zieht dann im Laufe des Tages über die Mitte und dann in den Südosten. Im Nordosten wird es dagegen wieder ein sehr netter, sonniger Tag. Auch noch dann am Mittwoch. Mit den Temperaturen geht es ein klein wenig in den nächsten Tagen aufwärts. Aber am Mittwoch kommt schon von Westen her dann ziemlich frischer Wind auf. Und am Donnerstag wird es dann richtig ungemütlich. Zum Teil sind auch Sturmböen unterwegs. Und dann wird es auch sehr wechselhaft. Maira, danke schön. Gerne. Thomas Klug steht bereit, Sie durch die nächste Stunde zu begleiten. Ganz klar heute ein Riesenthema bei uns natürlich. Die ersten vorsichtigen Lockerungen, die wir sehen. Die ersten Einzelhändler, die natürlich unter strengen Vorgaben öffnen dürfen. Wie das Ganze ankommt und auch wie lange das möglicherweise gut geht oder eben auch nicht, ist ein Thema hier bei uns. Es ist das größte Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Wie kann eine Boeing 777 spurlos verschwinden? Es ist die größte Suchaktion aller Zeiten. Wo war das verdammte Flugzeug? Es ist ein Fall mit vielen Fragen. Vielleicht gab es einen Brand. Die Maschine könnte ein Führkopf sein. Es ist eine Tragödie. Wir haben die Flügel. Geisterflug MH370. Heute auf WET. Geisterflug MH370. Geisterflug MH370. Geisterflug MH370. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Frauen haben hier viel zu verlieren, insbesondere wenn wir an die Schattenseiten der Digitalisierung denken, Verachtung, Hass und Gewaltaufrufe in sozialen Medien richten sich ganz gezielt gegen Frauen, weil sie Frauen sind. Aber vor allem, meine ich, haben wir auch viel zu gewinnen. Denn Digitalisierung bedeutet Wandel. Verhaltensmuster, Hierarchien, Kommunikationsformen und Entscheidungsprozesse werden aufgebrochen und erneuert. Das kann eine Chance sein für Frauen, die Digitalisierung politisch, technologisch und gesellschaftlich zu gestalten. Aber uns läuft die Zeit davon. Denn es entscheidet sich heute, welche Rollen Frauen in der digitalen Welt von morgen haben. Und dem Prozess der digitalen Transformation sollen sich jetzt bitteschön nicht auch noch die Männer unter den Nagel reißen. Diese dürften daran übrigens auch gar kein Interesse haben, denn der Wandel durch Digitalisierung, den können wir nur dann erfolgreich bestehen als Gesellschaft, wenn wir offen, inklusiv und vielfältig sind. Viele Männer haben das längst verstanden, unterstützen uns Frauen und deshalb auch unser Anliegen nach uneingeschränkter Gleichberechtigung. Wussten Sie eigentlich, dass nicht Karl, sondern Bertha Benz die Bremsbeläge erfunden hat? Und es waren Frauen, die den Algorithmus entwickelt oder die Radioaktivität und die DNA-Doppelhelix entdeckt haben. Die Corona-Pandemie führt uns mit hochkompetenten Wissenschaftlerinnen täglich vor Augen, wie viel weibliche Expertise es doch in Forschung und Wissenschaft gibt. Und nicht zuletzt hier in der Runde sitzen fünf beeindruckende Frauen, die Vorreiterinnen sind in ihren Arbeitsbereichen. Damit wir Frauen die Welt von morgen genauso gestalten wie Männer, wünsche ich mir noch viel Pioniergeist in der Digitalisierung. Wie wäre es, wenn eine Frau die Corona-App 2.0 entwickelt oder die 5G-Nachfolgetechnologie? Von einer Frau könnte bahnbrechende KI in der Altenpflege kommen oder ein Buchungssystem für selbstfahrende Taxen. Wie weiblich ist die Digitalisierung also heute? Wie wirkt sie sich aus auf die Realität von Frauen? Wo liegen die Chancen und Potenziale für Frauen? Wo liegen die Gefahren? Das haben unsere fünf Panelistinnen in den letzten Stunden, beziehungsweise in der letzten Stunde virtuell mit insgesamt 35 Experten in fünf Gruppen diskutiert. Denn natürlich gibt es sie. Die Frauen, die auch jetzt schon die Digitalisierung in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien vorantreiben. Frauen, die Vorbilder sind, die inspirieren, Frauen, die allein durch ihr Beispiel andere Frauen und Mädchen ermutigen, ihnen nachzufolgen. Der Bundespräsident und ich, wir freuen uns jetzt, den Faden aufzunehmen mit der KI-Expertin Kenza Aizzi-Abu, die den Tisch zum Thema Wirtschaft geleitet hat, mit der Klima- und Tiefseelforscherin Prof. Dr. Antje Boetius, Leiterin des Wissenschaftstisches, mit der Gründerin der Hacker School Dr. Julia Freudenberg, Leiterin des Tisches zum Thema Bildung, mit der Kommunikationswissenschaftlerin und Gründerin der digitalen Weiterbildungsinitiative ADA, Prof. Dr. Miriam Meckel, die den Tisch Kultur und Medien geleitet hat und mit der Vorsitzenden des Digitalbeirats der Bundesregierung, Dr. Katrin Suter, Leiterin des Tisches Politik. Wir sind jetzt sehr gespannt auf Ihre Ergebnisse und mehr noch auf Ihre konkreten Forderungen. Denn ja, grammatikalisch ist die Digitalisierung weiblich, aber in der realen Lebenswelt ist sie es eben leider noch nicht und deshalb brauchen wir schon heute konkrete Ideen für Lösungen von morgen. Vielen Dank. Frau Suter, Sie haben sich in Ihrer Arbeitsgruppe schwerpunktmäßig beschäftigt mit... Ja, soweit also das Grußwort von Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum Internationalen Frauentag, der sich jetzt eine Diskussionsrunde anschließt. Wir haben das gerade gehört. Es geht um entsprechende Sprache und es geht natürlich auch um die Gleichberechtigung der Frau in diesen Tagen, die immer noch zu wünschen übrig lässt. Über das, was da besprochen wurde, wird es natürlich im Verlauf des Tages heute dann auch noch eine Zusammenfassung und Einzelheiten geben hier in den Nachrichten bei Welt. Unter Auflagen und mit Hygienekonzepten wird in Deutschland also mit dem heutigen Morgen ein wenig Normalität probiert, wie das konkret aussieht. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und hängt nicht zuletzt auch von der aktuellen Inzidenz in der jeweiligen Region ab. Sandra Saatmann. Hier in Norderstedt läuft es wieder rundum locker, zumindest was das Shoppen betrifft. Die Läden öffnen und zwar für alle unter Auflagen, so ist die Kundenzahl je nach Quadratmeter begrenzt. Während Gartencenter, Buch- und Blumenläden jetzt überall wieder geöffnet sind, ist für alle anderen Einzelhändler Shopping mit Termin möglich. In Regionen mit wenigen Neuinfektionen, wie es außer in Schleswig-Holstein, auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz der Fall ist, wird regional entschieden, ob die Geschäfte komplett öffnen. Für die Händler wie auch die Kunden ein lang ersehnter, überfälliger Schritt. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Wir haben ja nur eine Durststrecke von fast drei Monaten gehabt und man freut sich einfach. Die Leute brauchen es. Endlich mal kann man in die Öffentlichkeit gehen und sich was aussuchen. Freude auch bei den Kunstfans. Museen öffnen mit Termin je nach regionaler Inzidenz. Kosmetika, Massagen und Nagelstudios, auch das geht ab heute wieder. Kann bei Dienstleistungen nicht durchgehen. Die FFP2-Maske getragen werden soll, vorher getestet werden. Außerdem dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder sind ausgenommen und das inzidenzunabhängig. Auch Sport in der Gruppe ist mal mehr, mal weniger wieder möglich. Die Schulen gehen heute überall einen Schritt weiter. So dürfen auch die älteren Jahrgänge zurück in den Wechselunterricht. Deutschland lockert auf Probe. Denn sollten die Zahlen wieder steigen, tritt die Notbremse in Kraft. Genau das sehen Virologen voraus. Allerdings haben wir, da müssen wir uns nichts vormachen, immer noch eine Lücke, bis wir tatsächlich alle auf der sicheren Seite haben. Also mit mindestens einer Impfung, besser auch noch der zweiten Impfung. Diese Lücke, die findet jetzt statt. Das heißt, Lockerungen in diesen Wochen sind eben immer auch ein Risiko. Dennoch kommen sogar die ersten positiven Signale in Sachen Osterurlaub. Zumindest an der Küste. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gibt sich optimistisch, dass in seinem Bundesland dank der guten Inzidenzen die Hotels und Restaurants über die Feiertage ebenfalls wieder öffnen können. Und heute ist schon mal Probe, zumindest in Schleswig-Holstein. Bundesweit natürlich abhängig von den Inzidenzen in Kiel, Mirjam Pede, Lena Mosel in Berlin vor dem Kanzleramt. Dann schauen wir mal dort, wo das Leben wieder wie normal ist in Schleswig-Holstein, Mirjam. Es fühlt sich hier heute wirklich sehr normal an, muss ich dir sagen. Wir haben eine Inzidenz unter 50, nämlich 45,8 und plötzlich haben die Geschäfte wieder geöffnet. Ich gehe kurz mal aus dem Bild. Du siehst, es ist wie beim ersten Lockdown, hat man mir gerade gesagt. Also mit einem Absperrband. Es dürfen in dieses Geschäft 165 Menschen hinein. Es hat eine Verkaufsfläche von 2000 Quadratmetern. Und es ist so, dass ab 800 Quadratmeter es 20 Quadratmeter pro Kunde sind. Unter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sind es 10 Quadratmeter pro Kunde. Und was für mich auch ganz ungewöhnlich heute war, hier zum Beispiel kann man es mit Terminvergabe regeln. Aber die können eigentlich auch so in die Geschäfte rein mit dieser Prämisse, die ich gerade erkannt habe, erklärt habe. Aber für uns ungewöhnlich ist einfach mal zu sehen ein Geschäft, in dem man ganz normal mal einen Pullover wieder anfassen kann. In dem man ganz normal mal gucken kann, wie die Socken eigentlich aussehen, die man kaufen möchte, ohne es online zu machen. Und ich stehe hier seit 8 Uhr. Viele Geschäfte haben tatsächlich in der Kieler Innenstadt um 8 Uhr aufgemacht. Es wusste nur gar keiner, weil es nicht richtig bekannt gegeben worden ist. Sondern es stand ganz einfach nur an den Geschäften dran, dass die Verkaufs- oder die Öffnungszeiten sich verändert haben. Und wir sehen überall Schlangen. Also überall natürlich diese, es dürfen zwei Personen hinein, es darf nur eine Person hinein. Das da hinten zum Beispiel ist ein Teeladen, bei dem eine Person hinein darf. Und das ist für uns tatsächlich mal etwas ganz, ganz Neues wieder in Schleswig-Holstein. Also die Blumenläden, die Buchhandlungen haben schon seit gestern wieder geöffnet. Aber dass man jetzt auch mal wieder in einem Geschäft tatsächlich einkaufen kann, das ist hier natürlich genauso ungewöhnlich wie im Rest des Landes. Und es ist tatsächlich unter einer Inzidenz von 50 so möglich. Ab einer Inzidenz von 50 bis 100 würde man es anders regeln. Dann nämlich muss man einen Termin machen und dann darf man nur für einen Termin in das Geschäft hinein. Aber im Moment mit einer Inzidenz von 45,8 regeln wir es so hier in Schleswig-Holstein, aber nicht in Flensburg. Da ist ein höherer Inzidenzwert und deswegen haben dort die Geschäfte auch noch nicht geöffnet. Und nicht nur die Geschäfte haben hier geöffnet, sondern auch Zoos, Gärten, Museen, Galerien, auch die dürfen alle wieder aufmachen. Und ab 22.03. nach der Ministerpräsidentenkonferenz geht Daniel Günther eigentlich davon aus, dass wenn wir einen Wert von unter 100 haben, dass dann auch die Außengastronomie hier in Schleswig-Holstein wieder aufmachen darf. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Mal sehen, ob die tatsächlich gespielt wird ab dem 22.03. Lena Mosel in Berlin. Und damit danke nach Kiel, Mirjam. Denn wenn die Inzidenzen es nicht hier geben, dann könnte auch relativ schnell Schluss mit der neuen Freiheit sein. Ganz genau, dafür würde die Notbremse ja in die Beschlüsse mit aufgenommen. Sprich, wenn die Inzidenz über die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen steigt, dann werden alle Lockerungen zurückgenommen. Auch die aktuell bundesweit geltenden Lockerungen, auch die Kontaktlockerungen, das würde wieder zurückgefahren auf den Punkt vor den Beschlüssen. Aber wir wollen auch auf das Positive schauen. Wenn die Inzidenzen niedrig bleiben, sprich unter 50 beziehungsweise unter 100, dann könnten die Lockerungen auch noch ein Stück weit ausgeweitet werden. Sprich, die Kontaktlockerungen könnten erlauben, dass man sich zu zehnt wieder treffen dürfe, nicht zu fünft, wie es aktuell der Fall ist. Mehr Menschen dürften auch zusammenkommen beim Sport. Und in einem weiteren Schritt könnte beispielsweise auch der Außenbereich von Gastronomie dann öffnen, wenn man sich auch hier einen Termin bucht, wenn man einen negativen Corona-Schnelltest vorweist. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Allerdings gibt es schon viele Zweifler, dass man dahin kommen könnte. Beispielsweise SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der sagt ja, die Zahlen, die Inzidenzen, die steigen ja aktuell wieder ein wenig. Und er geht nicht davon aus, dass sich diese Lockerungen, also die wir aktuell ab heute haben, lange halten werden. Neben dem Blick auf die Inzidenzen muss die Union jetzt mal schauen, dass sie die Maskenaffäre vom Gesicht kriegt. Gar nicht so einfach, oder Lena? Ja, Menschen, die sich bereichern an der Pandemie, das kommt nicht gut an. Vor allen Dingen kommt das nicht gut an, so kurz vor zwei wichtigen Landtagswahlen. Am Wochenende wird ja gewählt in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Und entsprechend groß ist jetzt der Druck auf diese beiden Unionsabgeordneten. Nüßlein auf der einen Seite, Löbel auf der anderen Seite, die ja beide quasi sich bereichert haben sollen, indem sie Masken-Deals ermöglicht haben. Sie werden die Unionsfraktion verlassen, das haben sie angekündigt, aber sie halten vorerst fest an ihrem Bundestagsmandat. Und zwar der eine bis Ende August, der andere bis zum Ende der Legislaturperiode. Da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass es darum geht, hier eben auch die Diäten noch einzustreichen und auch die Pensionsansprüche. Denn die erhöhen sich ja mit jedem vollständig absolvierten Jahr im Bundestag. Entsprechend groß die Kritik, auch der Druck, der ausgeübt wird von CDU-Chef Armin Laschet, von CSU-Chef Markus Söder, von Paul Ziemiak, von Ralf Brinkhaus. Also da übt man jetzt schon Einfluss aus, soweit man das kann, dass die beiden doch ihr Mandat niederlegen möchten. Und das wird sicherlich auch in den kommenden Tagen bis zur Landtagswahl dieser Druck nochmal erhöht. Denn das kann man sich aktuell nicht leisten. Die aktuellen Umfragewerte bundesweit sehen jetzt ja die CDU wieder auf einem Stand von vor dem letzten Wahlergebnis. Und das will man so nicht hinnehmen. Lena, danke schön fürs Kanzleramt. Wir schauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf die aktuellen Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig. Nach dem Wochenende, weil nicht alles gemeldet wurde, laut Robert-Koch-Institut, 5011 Positiv-Tests registriert, 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem wurden 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden mitgeteilt. Und bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.300.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Ab heute gibt es kostenlose Schnelltests einmal in der Woche für alle. Theoretisch. Denn nicht überall sind die Tests noch und schon ausreichend verfügbar. Und das sorgt wieder einmal für Kritik am Gesundheitsminister. Mit mehr Schnelltests soll ab heute auch mehr möglich sein, so die Idee. Einmal die Woche zahlt der Bund jedem Bürger einen Schnelltest durch geschultes Personal. Doch wenn das so einfach wäre. Es werden jetzt zwar unter Hochdruck Testzentren aufgebaut, wie hier in Berlin, aber längst noch nicht überall sind ausreichend Tests verfügbar. Bestellen mussten die Länder in Einzelregie. Wer schon Antigen-Schnelltests erhalten hat, wie hier der Bürgermeister von Bad Krutzingen, kann sich glücklich schätzen. Wir haben jetzt aus der Länderreserve Baden-Württemberg 7.000 Schnelltests erhalten und haben mit 1.000 Tests pro Woche gerechnet. Die haben wir jetzt momentan auch schon erhalten. Die sind auch finanziert worden vom Land. Scharfe Kritik kommt querbeet von den Ländern an dem Krisenmanagement von Gesundheitsminister Spahn. Man habe vertraut, dass der Bund die Bestellungen der Schnelltests übernehme. Ja, ich kritisiere auch, dass erst Ansagen gemacht werden und dann die Pläne entstehen, um diese Ansagen umzusetzen. Das weckt oft Erwartungen, die dann enttäuscht werden. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt in den Ländern Schritt für Schritt das umsetzen. Das bedeutet, alle Tests, die verfügbar sind, sollten dann auch genutzt werden. Und zwar dort, wo es am wichtigsten ist. Zunächst einmal Kitas, Schulen. Die Discounter waren schneller. Doch die Nachfrage hat das Angebot bei weitem überstiegen. Die Selbsttests bei Aldi waren am Samstag vielerorts schon nach wenigen Minuten ausverkauft. Aber es könnte bald Nachschub geben. Bei Aldi könnten sie schon kommende Woche wieder verfügbar sein. DM und Rossmann wollen ab morgen Schnelltests für zu Hause anbieten. Daniela Wilde steht vor einem Testzentrum in Berlin ab heute. Also seit dem Morgen geht es los. In einer Dreiviertelstunde komme ich mal kurz vorbei. Lass auch mal einen Test machen. Ist das möglich? Nein, das wäre hier tatsächlich an diesem Standort nicht möglich. Denn, das muss man dazu sagen, es gibt ja 16 Testzentren insgesamt, die eingerichtet wurden. In vier großen kann man sich auch testen lassen ohne Termin. Da kann es natürlich dann passieren, dass man Schlange stehen muss. Aber in den restlichen zwölf kleinen, da muss man sich vorher anmelden, einen Termin ausmachen. Und erst dann kann man sich hier testen lassen. Und das hat heute Morgen schon viele verärgert, die das eben nicht wussten, die hierher gekommen sind und dann abgewiesen wurden. Aber viele andere, bei denen es eben geklappt hat, die haben gesagt, das hat alles gut funktioniert. Der Ablauf ist in Ordnung. Wenn man sich vorher dann auch noch intensiv registriert, das heißt gleich online seine Daten hinterlegt, dann bekommt man einen QR-Code, kann also direkt auch nach dem Abstrich nach Hause gehen, kriegt das Ergebnis per E-Mail zugesendet. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann wartet man hier hinter mir auf dem Parkplatz 15 Minuten auf das Ergebnis. Ja, und das soll dann 24 Stunden lang gültig sein. Also damit, Thomas, wenn du es dann hättest, könntest du zum Beispiel dann zum Bad rasieren gehen. Denn diese gesichtsnahen Leistungen, körpernahen Leistungen, so heißt es ja jetzt, die kann man jetzt wieder wahrnehmen, aber eben nur mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest. So ist es also. Also noch rasiere ich mich selbst, aber danke für den Tipp, Daniela. So, kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie dran. Sie möchten in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren, wissen aber nicht wie? Auf top10crypto.de haben wir beliebte Anbieter für Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoins zusammengestellt. Bei top10crypto.de finden Sie Anbieter, bei denen Sie einfach und sicher in Kryptowährungen investieren und von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren können. Die große Anbieterübersicht auf top10crypto.de Die große Anbieterübersicht in Kryptowährungen sind in Kryptowährungen. Die große Anbieterübersicht in Kryptowährungen sind in Kryptowährungen. Weibf compete für investment banking. Die große Anbieterübersicht in Kryptowährungen sind in Kryptowährungen, in形 Damniserdinnern eingelöst. jewelry sieht T pas 그럼 und sie veut. Deich encontraft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der CDU-Chef Christian Linder fordert jetzt gar die Einrichtung eines Sonderermittlers, um die Affäre aufzuklären. Mitten in der Pandemie sollen sich der CSU-Abgeordnete Nüßlein und der CDU-Politiker Löbel an Maskengeschäften bereichert haben. Doch ihr Bundestagsmandat niederlegen, das wollen sie nicht sofort. Die CDU verärgert. Der Parteivorsitzende Laschet fordert, die beiden müssten das Parlament schleunigst verlassen. Und so sieht das auch Unionsfraktionschef Brinkhaus. Ich fordere das, dass die beide ihr Bundestagsmandat aufgeben. Wir haben eine Handhabe, wer Mitglied in der Fraktion ist. Wir haben keine Handhabe, wer Mitglied im Deutschen Bundestag ist. Das ist jetzt für beide Kollegen eine moralische Frage, wie sie damit umgehen. Ein Rücktritt geht SPD-Generalsekretär Klingbeil nicht weit genug. Er fordert, die beiden müssen das Geld zurückzahlen. Löbel hatte eingeräumt, sich an Geschäften mit Corona-Masken beteiligt zu haben. Seine Firma kassierte demnach 250.000 Euro, weil sie Maskenkaufverträge zwischen Firmen vermittelt hatte. Auch der CSU-Abgeordnete Nüßlein soll von Provisionen für Maskenvermittlungen in Höhe von 660.000 Euro profitiert haben. Auch CSU-Chef Söder ist sauer, schreibt auf Twitter. Es ist nicht zu tolerieren, wenn Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Das ist mit den Grundwerten der Union unvereinbar. Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik. Nüßlein und Löbel traten aus der Bundestagsfraktion aus. Aber erst zum Ende der Legislaturperiode will Nüßlein sein Mandat niederlegen und Löbel erst Ende August. Nicht ohne Grund, meint Die Linke. Erst in sechs Monaten das Bundestagsmandat niederzulegen, hat offensichtlich mit Pensionsansprüchen zu tun. Immer noch ein Vorteilsoptimierer, schreibt der Vorsitzende der Linksfraktion, Bartsch, auf Twitter. Zudem könnte Löbel offenbar von April bis August noch über 50.000 Euro an Diäten kassieren. Die Maskenaffäre trifft die CDU ausgerechnet kurz bevor Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag wählen. Dabei sieht es laut Umfragen derzeit ohnehin nicht so gut für die Union aus. Im Sonntagstrend rutschten CDU und CSU auf 32 Prozent. Das ist weniger als bei der Bundestagswahl 2017. Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde, also ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht und geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr ihre oder seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat schon angekündigt, dass sie sich zu diesem Interview nicht äußern wird. Der Blick zur Börse, zu Patrick DeVayne. Wie sieht es aus, Patrick? Ich äußere mich hier, Thomas, ganz klar. Und zwar mit guten Vorzeichen ist der DAX hier in den heutigen Montagshandel gestartet. Plus ein Prozent kann er zulügen und hat damit die 14.000-Punkte-Marke wieder zurückerobert. Letzte Woche noch am Freitag war er darunter unter ins Wochenende gegangen bei 13,921. Jetzt allerdings freudestrahlend, kann man es sagen, denn die Konjunkturrahmenbedingungen, die verbessern sich sowohl in der Automobil- als auch in der Maschinenbraubranche. Da sieht man auf Seiten des IFO einen mit Optimismus nach vorne, aber auch der europäische Stimmungsindikator in der Industrie, der sogenannte Centix, hat sich deutlich verbessert. Dementsprechend geht es jetzt auf Tageshoch 14.060 Zähler. Gucken wir die einzelnen Werte an, stellen wir fest, besonders gefragt die Aktien der Deutschen Bank. Wir haben steigende Anleiherenditen gesehen, international, also an allen Märkten weltweit. Das befördert natürlich die Aktie, die jetzt mittlerweile auf einem Hoch seit 2018 tendiert. BMW profitieren davon, wie gesagt, dass die Automobilbranche etwas optimistischer auf die Zukunft blickt. Und MTU und Heidelberger Zement, das sind natürlich konjunktursensible Titel. Wenn die dann läuft durch die Lockerung, die wir jetzt auch sehen in Sachen Lockdown, dann läuft es auch da wie geschnitten Brot. Gucken wir aufs andere Ende beim Ducks Delivery Hero, Merck, RWE und Beiersdorf, also eher mal defensivere Titel. RWE zudem am Freitag ein bisschen unter den Gewinnern, weil es daher Schadenersatzzahlungen gibt, heute unter den Verlierern, genauso wie E.ON. Patrick, Dankeschön nach Frankfurt. Sehr gerne. Wunderschöner Tag heute, vielleicht ein bisschen kühl, aber ich glaube, das gibt sich mit zunehmender Sonnenanstrahlung bei IRA, denn Sonne, das heißt dann auch ein bisschen Wärme zumindest, oder? Ja, das stimmt, vor allem die Sonne, die hat auch schon Kraft, das spürt man. Was aber auch im Umkehrschluss heißt, im Schatten ist es dann deutlich kühler und es bleibt frisch, auch noch in den nächsten Tagen. Morgen werden wir nirgends die zweistellige, also die 10-Grad-Marke knacken. Im Breisgau, gut, da kratzen wir an der 10-Grad-Marke, aber knacken sie halt eben nicht, ansonsten ist es doch spürbar kühler, gut. Köln bekommt 8 Grad das Wasser, aber auch schon im Erzgebirge bleibt es leicht dauerfrostig. Und dazu werden sich dann im Laufe des Tages von Nordwesten her Niederschläge ausbreiten. Und weil es halt eben so frisch ist, nicht nur in Form von Regen, sondern auch noch Schneeregen oder aber auch Schnee, das Ganze zieht dann in den Südosten. Dementsprechend ist es dann auch dort, wo natürlich die Niederschläge unterwegs sind, dicht bewölkt. Also hier muss man sich auf einen trüben Tag wieder einstellen. Ansonsten vor allem im Nordosten wieder auf einen sehr schönen Sonnigen, ähnlich sonnig wie heute. Bis zu 8 Sonnenstunden werden in Berlin-Brandenburg zusammenkommen. Ansonsten im Nordwesten ist es doch deutlich drüber. Hier werden es maximal ein oder zwei Sonnenstunden. Und auch noch am Mittwoch wird es im Osten schön bzw. sonnig. Von Westen her kündigt sich aber schon frischer Wind an. Der bringt dann auch einige Niederschläge mit sich. Und vor allem am Donnerstag wird es dann ziemlich ungewöhnlich, weil auch dann Sturmböen unterwegs sein können und vor allem sich die Niederschläge mehren. Danach wird es zwar ein bisschen ruhiger, aber so richtig schön auch nicht. Und da helfen dann die 15 Grad am Donnerstag auch nicht. Also der Frühling, der Meteorologische, möchte noch nicht so richtig durchstarten. Maria, Dankeschön fürs Wetter. Gerne. Das Interview Harry und Meghan, das sorgt für Aufregung, nicht nur im Königshaus, wie es aktuell um die Reaktionen steht. Dazu gleich mehr, bleiben Sie dran. Ford Kögler. Kostenlose Lieferung deutschlandweit mit bis zu 40% Rabatt auf Neuwagen. Ford-Kögler.de Zwei für eine bei Brillen.de Dem ersten volldigitalen Optiker für viel günstigere Brillen bei dir vor Ort. Du bekommst zwei Brillen zum Preis von einer. Zwei einstärken Brillen. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alain Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft und das scheinen dann auch Videos zu belegen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt erst einmal die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde, so sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen, Proteste, Plünderungen, Krawalle, der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Das Interview Harry und Meghan mit US-Star-Moderatorin Oprah Winfrey sorgt für Aufregung. Beide setzen die Trennung vom britischen Königshaus groß in Szene, wollen die Wahrheit über das, was wirklich passiert ist und zum Bruch mit der Königsfamilie geführt hat, ans Tageslicht bringen. Ans Licht kommen aber auch ziemlich harsche Vorwürfe. Es war die Traumhochzeit, die für Prinz Harry und Meghan Markle gar keine war. Das hier war nur für die Welt, wie Meghan jetzt erklärt. Sie und Harry wurden schon drei Tage vorher ganz privat verheiratet. Zwei Stunden lang dauert das Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, in dem Meghan erzählt, wie sie von Beginn an im Königshaus gelitten hat. Jeder in meinem Umfeld versprach, mich zu beschützen und ich habe es geglaubt. Aber ich realisierte, dass ich eben nicht beschützt wurde und dass Lügen über mich verbreitet wurden. Niemand habe sie auf die Zeit im Königshaus vorbereitet. Monatelang durfte sie nicht raus. Sie habe sich einsam wie nie gefühlt. Und mit dem Baby kam das Unfassbare für Meghan. In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security. Und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Rassismus im Königshaus. Wer diese Gespräche mit Harry und Meghan geführt haben soll, will sie nicht sagen. Dennoch, auch die Boulevardpresse setzt beide unter Druck. Sie fühlen sich verfolgt, eingeengt. Meghan wird depressiv und erzählt unter Tränen, Ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe bekommen haben sie keiner. Es könne der königlichen Institution schaden. Prinz Harry, der darin eine Wiederholung der Geschichte mit seiner Mutter sieht, findet dann klare Worte über diese Zeit. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Meghan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Doch Harry und Meghan tun es. Auch wenn sie alles verlieren. Das Verhältnis zur Queen sei dennoch gut. Mit seinem Bruder habe er sich auseinandergelebt. Und zu seinem Vater sagt er, ich fühle mich fallen gelassen. Denn er weiß doch, wie sich Schmerz anfühlt. Und hat etwas Ähnliches durchgemacht. Und Archie ist sein Enkel. Ich werde ihn immer lieben. Aber es gibt sehr viel Schmerz. Ein Interview, das die Welt wohl so schnell nicht vergessen wird, glauben Experten. Dieses Interview wird die Wahrnehmung der Königsfamilie grundlegend verändern. Und auch darüber, wie diese Institution Menschen behandelt. Auch enthüllt wurde mehr über Baby Nummer 2. Zumindest über das Geschlecht. Ein Mädchen wird es. Beide seien glücklich, so wie sie leben. Und bereuen nicht den Weg, den sie gegangen sind. Arndt Striegler in London. Also mit den beiden möchte man wirklich nicht tauschen. So ein schlimmes Leben. Selbst wenn noch einer ein paar Pfund draufpackt. Ja, das könnte der Eindruck sein. Es ist in der Tat starker Tobak. Starker Tobak, den Harry und Meghan vergangene Nacht live im amerikanischen Fernsehen aufgetischt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass heute Morgen im Buckingham-Palast hier hinter mir der Morning-Tea nicht so gut geschmeckt hat, wie er sonst eigentlich schmecken würde. Denn Meghan hat wirklich starke Vorwürfe erhoben gegen den Palast. Da ist von Selbstmordgedanken die Rede. Da ist sogar von Rassismus im Königshaus die Rede. Prinz Charles habe nach dem Mexit seinen Sohn Harry einfach allein gelassen. Und obendrein sei man auch noch knauserig mit dem Geld gewesen. Also wenn man Meghan und Harry glauben sollte und würde, dann sieht das Königshaus hier heute Morgen in Großbritannien ziemlich alt aus. Die große Frage ist natürlich, wie wird das Königshaus überhaupt reagieren? Wird es reagieren? Nun, ich rechne eigentlich nicht damit, dass das Königshaus darauf reagieren wird. Interessanterweise war gestern, kurz bevor das Interview ausgestrahlt wurde, Business as usual. Die Königin hat eine Commonwealth-Rede gehalten. Und im Aussitzen von diesen Krisen ist man im Königshaus hier in London doch relativ erfahren und ist man gut dabei. Und die oberste Prämisse und die wichtigste Regel ist, und die hat Meghan ganz eindeutig nicht gelernt, im Königshaus ist, never complain, never explain. Das bedeutet, niemals sich beschweren und niemals sich erklären. Andrecht, vielen Dank. Deutschland wagt ab heute ein bisschen Öffnung in der Pandemie. Gartenmärkte, Buchhandlungen, Blumenläden dürfen bundesweit wieder öffnen. Einige Bundesländer geben dem Handel zusätzliche Freiheiten und die Kontaktbeschränkungen werden etwas gelockert. Und gleichzeitig haben in Testzentren die Schnelltests begonnen. Mit mehr Schnelltests soll ab heute auch mehr möglich sein, so die Idee. Einmal die Woche zahlt der Bund jedem Bürger einen Schnelltest durch geschultes Personal. Doch wenn es so einfach wäre. Es werden jetzt zwar unter Hochdruck Testzentren aufgebaut, wie hier in Berlin, aber bestellen mussten die Länder in Einzelregie. Wer schon Antigen-Schnelltests erhalten hat, wie der Bürgermeister von Bad Krozingen, kann sich glücklich schätzen. Wir haben jetzt aus der Länderreserve Baden-Württemberg 7000 Schnelltests erhalten und haben mit 1000 Tests pro Woche gerechnet. Die haben wir jetzt momentan auch schon erhalten. Die sind auch finanziert worden vom Land. Noch schneller waren die Discounter. Die Nachfrage hat das Angebot bei Weitem überstiegen. Die Schnelltests bei Aldi waren am Samstag vielerorts schon nach wenigen Minuten ausverkauft. Scharfe Kritik kommt querbeet von den Ländern an dem Krisenmanagement von Jens Spahn. Man habe vertraut, dass der Bund die Bestellungen der Schnelltests übernehme. Ja, ich kritisiere auch, dass erst Ansagen gemacht werden und dann die Pläne entstehen, um diese Ansagen umzusetzen. Das weckt oft Erwartungen, die dann enttäuscht werden. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt den Ländern Schritt für Schritt das umsetzen. Das bedeutet, alle Tests, die verfügbar sind, sollten dann auch genutzt werden. Und zwar dort, wo es am wichtigsten ist. Zunächst einmal Kitas, Schulen. Trotz allem macht sich Deutschland schon mal locker. In allen Bundesländern dürfen wieder Gartencenter, Buch- und Blumenläden öffnen. Dort, wo die Inzidenz unter 50 liegt, wie in Schleswig-Holstein, dürfen sogar wieder alle Geschäfte aufmachen. Ausgenommen sind Hotspots. Auch in Teilen Bayerns und Mecklenburg-Vorpommerns öffnen wieder die Läden für alle. In allen anderen Ländern darf mit Termin geschoppt werden. Außerdem dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder sind ausgenommen. Gute Signale für den Osterurlaub sendet derweil Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther gibt sich optimistisch, dass in seinem Bundesland die Hotels und Restaurants über die Feiertage ebenfalls wieder öffnen könnten. Bei den Selbsttests könnte es bald Nachschub geben. Bei Aldi könnten sie schon kommende Woche wieder verfügbar sein. DM und Rossmann wollen sie ab Dienstag anbieten. So, in Schleswig-Holstein in Kiel haben wir ja schon geschaut. Jetzt schauen wir mal nach München in die Hauptstadt des Bundeslandes Bayern. Christina Lewinsky auf dem Marienplatz. Was geht bei euch so heute Morgen? Ja, man wünschte sich, Thomas, dass mehr gehen würde heute Morgen, so wie das am Samstag noch aussah. Denn da lag die Inzidenz unter 50. Heißt, hier hätte der Einzelhandel öffnen dürfen, natürlich mit den Hygienekonzepten. Man hat zum Teil die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt, hat sie aus dem Urlaub geholt, hat alles darauf vorbereitet. Dann ist die Inzidenz gestern über 50 geklettert. Ganz knapp liegt sie jetzt bei 52 hier in München-Stadt. Das heißt, der Einzelhandel darf wieder nicht öffnen, beziehungsweise darf nur öffnen mit Terminvergabe. Und das sorgt natürlich für jede Menge Frust, vor allem hier in der Innenstadt, wo man sich so gefreut hatte, dass es jetzt endlich losgehen kann. Und hinzu kommt, dass eben die Landkreise um München herum, wie zum Beispiel Ebersberg oder auch im Starnberger See, dort liegt die Inzidenz unter 50. Das heißt, dort darf geöffnet werden. Die Sorge ist also, dass einige Münchner jetzt dann zum fröhlichen Shopping nach draußen fahren, eben dorthin, wo offen ist. Und hier in der Innenstadt wird jetzt erst mal zunächst alles geschlossen bleiben. Christina, ganz kurz noch, der Landesvater natürlich immer erklärend unterwegs, auch in diesen Tagen im Land. Und die Frage, warum einerseits ja, dann doch nicht, weil kurz über 50, die wird er sich wohl gefallen lassen müssen, auch von Jugendlichen, mit denen er im Gespräch ist. Ja, heute großer Jugendgipfel in der Staatskanzlei, mit dabei auch die Familienministerin hier aus Bayern, der Kultusminister und viele Jugendverbände. Und diese Jugendverbände, die haben es ordentlich in sich, denn die haben einen eigenen Stufenplan vorgelegt und haben gesagt, wir müssen erstens jetzt die Jugendarbeiter schneller impfen, damit eben da mehr Tempo reinkommt. Aber sie wollen auch, dass Organisationen, zum Beispiel Schullandheime, dass das alles schneller öffnen kann, auch Übernachtungsmöglichkeiten für Jugendorganisationen wiederhergestellt werden können, weil sie eben sagen, dass jetzt seit einem Jahr Pandemie vor allem die Schüler, die Kleinsten unserer Gesellschaft besonders leiden, die Psyche besonders darunter leidet. Und deswegen sind wir sehr gespannt, um 12.30 Uhr wird es eine Pressekonferenz geben, was dabei herauskommt. Oh, danke Christina. Und jetzt den Frosch aus dem Hals. Danke nach München. Nein, da lacht man nicht. So, ich sage Ihnen, wie es weitergeht. Wir schauen gleich nochmal ins Schloss Bellevue. Anlässlich des Internationalen Frauentages hat Elke Büdenbender, das ist die Frau von Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten schon kurz ein paar Begrüßungsworte am Morgen gehalten. Der Bundespräsident selbst wird das dann auch gleich abschließen, nach einer Diskussionsrunde mit mehreren Damen auch tun, anlässlich des Frauentages heute. Und wir schauen natürlich auf die einzelnen Öffnungsregeln, die es gibt seit dem Montag, also seit dem heutigen Tag im Bundesgebüch. Überall ein bisschen unterschiedlich, abhängig von den Inzidenzen. Bleiben Sie dran. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben, dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde, also ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat angekündigt, dass sie sich zu dem Interview nicht äußern will. Ein Interview, das in jedem Fall für Wellen und Aufregung sorgt, nennt sie Lanzendörfer in Washington. Ich meine, Rassismusvorwurf gegen das Königshaus, das ist schon ein scharfes Schwert. Ein schockierendes Interview und Meghan hatte eben davon berichtet, von Gesprächen im Palast, dass man sich eben Sorge vor der Geburt ihres ersten Kindes gemacht haben soll. Über eben dessen Hautfarbe in diesem Interview ist Meghan zuerst befragt worden. Später kam Harry dazu und der wurde von Oprah Winfrey auch nochmal danach gefragt und er hat bestätigt, dass er im Palast Gespräche dazu geführt hat. Und das ist aber die einzige Frage, glaube ich, die nicht beantwortet wurde von Oprah Winfrey. Mit wem hat er diese Gespräche geführt? Dazu wollte Harry nichts sagen. Im Internet wird darüber heftig spekuliert und auch darüber, ob der Palast tatsächlich dazu schweigt oder ob bzw. wie er auf dieses Interview dann reagieren wird. Nancy, schauen wir nochmal auf dieses Interview insgesamt. Was soll das Ganze? Also warum haben die beiden sich überhaupt geäußert? Was wollen Sie damit? Ich glaube, um Ihren Stand der Dinge zu erzählen, vielleicht eine Art Befreiungsschlag. Oprah Winfrey hat auch im Interview erwähnt, Meghan, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich dich nach einem Interview gebeten habe, warum jetzt? Und Meghan meinte eben, weil sie es jetzt könne, weil sie ihre eigenen Entscheidungen treffen könne und weil es wirklich befreiend sei und sie sei eben bereit zu reden. Und Oprah Winfrey hatte sie auch darauf angesprochen. Es sind ja schon einige schockierende Dinge, die du hier sagst. Du hast es angesprochen. Sie hatte auch von Selbstmordgedanken erzählt. Und da sagt dann eben Meghan, es geht ihr nicht darum, Schockierendes zu erzählen oder eben zu schockieren. Es geht ihr um die Wahrheit. Nancy, danke schön. Nach Washington. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Die Corona-Pandemie hat, wie so vieles auch, den Alltag der meisten Familien auf den Kopf gestellt. Zur ganz alltäglichen Hausarbeit kamen mindestens noch Homeoffice und Homeschooling dazu. Doch wie wird eigentlich diese Mehrbelastung innerhalb der Familie aufgeteilt? Max Hermes. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Ganz herzlich willkommen hier bei uns. Es ist der 8. März Weltfrauentag und aus diesem Grund findet aktuell beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue eine Gesprächsrunde statt. Wir sehen gleich das Bild, das uns von dort erreicht. Wir sehen den Bundespräsidenten und seine Ehefrau, die anlässlich eben dieses Weltfrauentages zu mehr weiblichem Pioniergeist unter anderem in der Digitalisierung aufgerufen haben. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutieren sie, wir haben die Bilder ja gerade dazu gesehen, mit Expertinnen unter anderem aus der Wirtschaft, aus Kultur, aus den Medien und der Wissenschaft. Es geht dabei um Chancen und auch Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die eben mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier. Das Ziel aber habe man noch lange nicht erreicht. Frauen haben hier viel zu verlieren, insbesondere wenn wir an die Schattenseiten der Digitalisierung denken. Verachtung, Hass und Gewaltaufruf in sozialen Medien richten sich ganz gezielt gegen Frauen, weil sie Frauen sind. Aber vor allem, meine ich, haben wir auch viel zu gewinnen. Denn Digitalisierung bedeutet Wandel. Verhaltensmuster, Hierarchien, Kommunikationsformen und Entscheidungsprozesse werden aufgebrochen und erneuert. Das kann eine Chance sein für Frauen, die Digitalisierung politisch, technologisch und gesellschaftlich zu gestalten. Aber uns läuft die Zeit davon. Denn es entscheidet sich heute, welche Rollen Frauen in der digitalen Welt von morgen haben. Und dem Prozess der digitalen Transformation sollen sich jetzt bitteschön nicht auch noch die Männer unter den Nagel reißen. Am heutigen Weltfrauentag wird wieder vielerorts über die Gleichstellung diskutiert. Auch darüber, wie diese Gleichbehandlung auch in der Sprache in Zukunft dargestellt werden soll. Gendergerechte Sprache ist für die einen längst ein Muss, für viele andere aber ein lächerliches Sprachgebilde. Wir haben uns mal ein bisschen umgehört. Ich werde jetzt in Kürze meine Bachelorarbeit schreiben. Und da ist es auch wichtig, dass man gendert. Oder in E-Mails versuche ich jetzt mittlerweile zu gendern. Und ich glaube, das wird so langsam Alltag bei ihr. Also ich sage mal so Standard. Ich finde, es bewirkt nur, dass beide Geschlechter angesprochen werden und somit beide respektiert werden und beide auf der gleichen Ebene sind. Und ich finde gut, dass es jetzt eben so ist, dass da innen noch mal hinten dran steht. Also das mit den Sternen, das gefällt mir nicht so. Das finde ich nicht so schön. Ich schreibe das dann schon gerne aus. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, liebe Professoren und liebe Professorinnen. Allerdings glaube ich nicht, dass die Frauenquote durch innen erhöht wird. Da muss man andere Hebel in Bewegung setzen. Ich denke, dass es, wie bei vielen Sachen, der Grundansatz ist löblich oder das Ziel ist löblich. Aber dass es halt mitunter recht kranke Blüten treibt. Dass es alles und jede Sache rauf und runter und dass die eigene Sprache dann irgendwann sehr verkorkst und verkrümelt klingt. Und es irgendwie nicht mehr keinen ordentlichen Wortgebrauch mehr ermöglicht mitunter. Paul Sonntag jetzt hier bei uns im Studio. Paul, lass uns noch mal ein bisschen intensiver darauf schauen, wie gleichberechtigt Frauen in der Sprache mittlerweile sind. Die Debatte, die wird ja nicht nur kontrovers geführt, sondern die wird auch vor allem sehr emotional geführt. Das merken wir nicht nur in der Redaktion, sondern eben auch bei entsprechenden Umfragen. Wir haben mal ein Beispiel rausgepickt, um zu zeigen, was eigentlich der Kern des Ganzen ist. Es gibt viele verschiedene Bereiche noch, in die das reingeht. Aber wir schauen mal auf dieses Beispiel. Und zwar geht es da eben um die Frage, ist die deutsche Sprache vielleicht ungerecht, gerade in Bezug auf die Geschlechter. Wenn wir uns ein fiktives Krankenhaus vorstellen, in dem 99 Ärztinnen arbeiten, dann wird darüber berichtet, wie die Ärztinnen dort arbeiten, vielleicht Menschenleben retten. Beispielsweise, sobald aber ein männlicher Arzt eingestellt wird, dazu kommt, dann bedeutet das, dass man ab jetzt eben 100 Ärzte hätte. Und in diesem Begriff sind die weiblichen Ärztinnen, tauchen quasi gewissermaßen gar nicht mehr auf. Und das ist ein Anstoß beispielsweise, warum man da vielleicht etwas ändern könnte. Die Frage ist, wie? Wie könnte man die Sprache dort vielleicht anpassen? Auch da gibt es viele verschiedene Beispiele. Wir können mal schnell drüber schauen. Es ist immer nur ein Ausschnitt der ganzen Diskussion, das müssen wir dazu sagen. Aber eben einer der ganz Entscheidenden. Wie könnte man jetzt hier eine Pluralform finden, eine Mehrzahlform, die beiden Geschlechtern dort gewissermaßen gerecht wird? Und nicht nur das, sondern eben auch Menschen mit inkludiert, die sich keinem Geschlecht zugeordnet fühlen. Da ist eben das Gendersternchen bekannt, also einfach ein Stern dazwischen. Das soll dann eben symbolhaft auch für die sein, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Oder vielleicht die Urform der ganzen Debatte. Das Binnen-I, Bürgerinnen, das bedeutet am Ende, das ist wieder etwas in den Hintergrund gerückt, weil man sagt, das ist so nah wieder an der weiblichen Pluralform. Das ist dann eigentlich schon wieder möglicherweise eine Diskriminierung der Männlichen. Und dann sehen wir den Unterstrich, der eben auch eine Lücke lassen soll. Und der Doppelpunkt, das ist vielleicht gerade so der Trend, der sich vielleicht durchsetzen könnte. Warum? Weil wir eben nicht nur über die geschriebene Form sprechen, sondern vor allem auch um das gesprochene Wort. Und da wäre das eine Art Zäsur. Auch das hören wir ja in einigen Medien inzwischen. Und dann wäre das Wort eben BürgerInnen. Und deswegen sprechen wir jetzt mal mit einem, der sich da ganz besonders gut auskennt. Ein Sprachwissenschaftler der Freien Universität. In Berlin. Guten Tag, Herr Stefanovic. Hallo. Ist die deutsche Sprache ungerecht? Behandelt sie Männer und Frauen unterschiedlich? Also sie war lange Zeit ungerecht und hat eben so getan, als ob die ganze Welt nur aus Männern besteht, indem wir eben dieses sogenannte generische Maskulinum verwendet haben, wo wir die männliche Form verwenden und irgendwie so tun, als ob wir die Frauen damit mitmeinen können. Und diese Form hat, glaube ich, das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Das ist etwas, was wir ganz klar an der aktuellen Debatte sehen, die ja bereits seit 40 Jahren geführt wird, aber die jetzt auch die Öffentlichkeit erreicht hat. Ja, wir merken, dass die Debatte unheimlich an Fahrt gewonnen hat. Natürlich wird da schon lange drüber gesprochen, aber da würde mich nochmal interessieren, ab wann ist das denn dann vielleicht im Mainstream angekommen, wenn dann erste Medien das machen, wenn der Duden dann eben diesen Schritt dann komplett vollzieht, oder erst wenn der Gesetzgeber dann auch möglicherweise das Grundgesetz oder eben die Gesetze umformuliert. Wann ist dieser Punkt erreicht? Also bei den Gesetzen, da werden wir, glaube ich, noch sehr lange warten. Da ist dieses sogenannte generische Maskulinum doch sehr fest verankert, hat auch eine lange Tradition in der Rechtsprechung. Da würde ich jetzt nicht drauf warten. Ich glaube, die Medien spielen auf jeden Fall eine herausgehobene Rolle, weil dort eben sehr viele Menschen auf einmal erreicht werden können. Wenn eine Form dort angekommen ist, dann wird sie in die gesamte Bevölkerung hinein weitervermittelt. Aber natürlich ist es auch teilweise ein Generationenproblem. Man hat das in der Umfrage eben ja ganz schön gesehen, dass die jüngeren Menschen da im Prinzip gesagt haben, für sie wird das mittlerweile Alltag oder mittlerweile normal. Und natürlich wird es ältere Menschen, die zu einer anderen Zeit sprachlich sozialisiert worden sind, vielleicht immer etwas fremd bleiben. Das ist auch in Ordnung. Das ist eben Sprachwandel und der braucht eben auch seine Zeit, bis er sich durchgesetzt hat. Über dem Ganzen steht ja immer die Frage, inwiefern bildet Sprache, Stereotypen einfach gewisse Bilder, die sich dann auch in der Gesellschaft widerspiegeln. Die Gegner dieser Reform sagen jetzt, naja, andere Sprachen, in denen es das nicht gibt, das Problem. Beispielsweise das Englische, das eben hier anders gestrickt ist, aber auch viele andere Sprachen. In diesen Ländern zeichnet sich jetzt auch nicht ab, dass beispielsweise Frauen deutlich emanzipierter wären, deutlich weiter wären. Inwiefern kann man das Argument zulassen und wie ist da die Verbindung zwischen den gesellschaftlichen Stereotypen und eben der Sprache? Also man darf hier keine direkte Kausalität annehmen. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Sprache ändern und dann ändert sich wie durch Magie auch unsere Gesellschaft. Bei der Frage, wie man das mit anderen Sprachen und anderen Sprachgemeinschaften vergleicht, muss man natürlich sich klar machen, es gibt keinen Eins-zu-eins-Vergleich. Wir bräuchten ja eine Sprache, die kulturell und historisch ganz genau dieselben Prozesse durchmacht hat wie das Deutsche, nur kein grammatisches Gender hat. Erst wenn wir diesen Vergleich hätten, könnten wir sagen, wie groß ist eigentlich der Anteil, den Sprache spielt. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, solange wir weiterhin so sprechen, als ob die Welt nur aus Männern besteht, wird es uns schon sehr schwerfallen, uns vorzustellen, dass es auch anders sein könnte. Und insofern glaube ich schon, dass Sprache hier ein kleines Mosaiksteinchen in diesem großen Prozess ist, aber eben auch eins, das wir nicht ignorieren können. Inwiefern ist das auch eine einzigartige Diskussion? Wir erinnern uns alle an die Rechtschreibreform. Auch da wurde jahrelang, ja fast ein Jahrzehnt lang diskutiert, ob das überhaupt Sinn macht, dann alles auch umzuschreiben. In diesem Fall geht es jetzt eben um die Sprache und dieses, möglicherweise auch die Zäsur. Das ändert sehr, sehr viel. Kann man da überhaupt gesellschaftlich einen Konsens finden? Und wie kommt man da am schnellsten hin? Wer ist da überhaupt der Moderator für das Ganze? Also ich glaube, wir sind alle gut beraten, wenn wir möglichst viel Vielfalt zulassen, sowohl in der Diskussion darum, als vor allen Dingen auch in den Formen, die da ausprobiert werden. Ich glaube, wenn jetzt irgendeine Autorität kommen würde, ob das der Duden ist, der ja lange Zeit für die amtliche Rechtschreibung zuständig war, oder der Rechtschreibrat, der inzwischen diese Rolle übernommen hat, und wenn die eine allgemeine Vorschrift erlassen würden, dann würde das sicher zu mehr Kämpfen führen und zu mehr Reibungsverlusten, als wenn wir einfach das Ganze etwas öffnen, erklären, was das Problem ist. Nämlich, dass wir nicht länger so tun können, als ob die Welt nur aus Männern besteht und irgendeine Lösung dafür finden müssen. Und Sie haben ja eben auf dem Bildschirm einige der vielen Formen, die es da gibt, gezeigt. Und ich glaube, diese Vielfalt ist eine Stärke, weil auf diese Weise natürlich die Diskussion erst mal sehr offen geführt werden kann. Und dann wird man sehen, auf welche dieser Formen oder möglicherweise auf eine Form, die überhaupt erst noch erfunden werden muss, sich die Sprachgemeinschaft am Ende einigen wird. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die sollten wir weder mit starken Vorschriften führen, noch mit starker reflexhafter Ablehnung. Wir können uns ja alle Argumente für und wieder anhören. Am Schluss entscheidet das sowieso die Sprachgemeinschaft insgesamt. Am Schluss muss es ein natürlicher Sprachwandelprozess sein, der dann eben einzelne dieser Formen herausgreift und zu so einer Art Normalfall werden lässt. Vielleicht noch ganz kurz eine Nachfrage. Warum ist diese Diskussion eigentlich so emotional? Ich merke das hier in der Redaktion. Ich merke das auch in meiner Familie, generell auch das mediale Umfeld. Gerade wenn man auch auf Twitter schaut, da ist viel Häme, viel Sport, einfach unheimlich viel, unheimlich aufgeladen das Ganze. Wie können Sie sich das erklären, dass in so einem frühen Stadium eigentlich das Ganze dann doch eben so emotionalisiert wird? Ich glaube, zum einen geht es einfach um sprachliche Gewohnheiten. Wir lernen alle Sprache als Kinder und die sprachliche Sozialisierung ist dann irgendwann im jungen Erwachsenenalter abgeschlossen. Da haben wir sozusagen die Sprache internalisiert, den Sprachgebrauch internalisiert, der uns dann für den Rest unseres Lebens als normal vorkommt. Weil das eben das ist, was wir, so war es eben früher und alles, was früher war, kommt einem immer normal vor im Vergleich zu neueren Entwicklungen. Und das ist erstmal ein Teil, der erfordert Umgewöhnung, der erfordert, und einige Leute werden daran vielleicht auch scheitern. Und ich glaube, das ist auch kein Problem. Der andere Teil ist, glaube ich, dass es hier durchaus auch eine ideologische Komponente hat für einige Leute. Die lehnen, glaube ich, gar nicht das Gendersternchen ab oder den Unterstrich, sondern die lehnen es ab, dass die traditionelle Geschlechterordnung infrage gestellt wird. Und sie kämpfen diesen Kampf lieber auf der Ebene der Sprache aus und regen sich über das Gendersternchen auf, als zuzugeben, dass dort eventuell Dinge sind, die ihnen entweder nicht ins Weltbild passen oder die ihnen einfach Angst machen, die etwas zu tun haben mit neuen Rollenvorstellungen von Geschlechtern. Vielen Dank, Herr Stefanovic. Ich habe das Gefühl, wir reden vielleicht nochmal darüber. Denn so richtig in Gang gekommen ist das Ganze erst, wie sich das Ganze eben dann in der Zukunft entwickelt, lässt sich noch überhaupt nicht absehen. Aber es zeigt zumindest, was schon passiert ist, dass eine Veränderung einsetzt. Paul, Dankeschön auch für das Interview. Ab heute gibt es kostenlose Schnelltests, einmal die Woche für alle. Zumindest theoretisch, denn nicht überall sind die Tests auch ausreichend verfügbar. Und das wiederum sorgt für Kritik am Gesundheitsminister. Mit mehr Schnelltests soll ab heute auch mehr möglich sein, so die Idee. Einmal die Woche zahlt der Bund jedem Bürger einen Schnelltest durch geschultes Personal. Die Testwilligen hier in Berlin finden das Angebot gut. Man weiß auch für sich selber, es selber beruhigt, ob man nun irgendwie sich infiziert hat oder nicht. Weil es zuerst der Tag ist, drum bin ich hier, weil ich das gleich ausnutzen wollte und schauen wollte. Auch ein bisschen Neugier ist auch dabei, wie es läuft und natürlich auch was rauskommt. Es werden zwar überall unter Hochdruck Testzentren aufgebaut, doch längst sind nicht überall ausreichend Schnelltests vorhanden. Bestellen mussten die Länder in Eigenregie. Scharfe Kritik deshalb am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Man habe darauf vertraut, dass der Bund die Bestellungen der Schnelltests übernehme. Ja, ich kritisiere auch, dass erst Ansagen gemacht werden und dann die Pläne entstehen, um diese Ansagen umzusetzen. Das weckt oft Erwartungen, die dann enttäuscht werden. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt den Ländern Schritt für Schritt das umsetzen. Das bedeutet, alle Tests, die verfügbar sind, sollten dann auch genutzt werden. Und zwar dort, wo es am wichtigsten ist. Zunächst einmal Kitas, Schulen. Die Discounter waren schneller. Doch die Nachfrage hat das Angebot bei weitem überstiegen. Die Selbsttests bei Aldi waren am Samstag vielerorts schon nach wenigen Minuten ausverkauft. Aber es könnte bald Nachschub geben. Bei Aldi könnten sie schon kommende Woche wieder verfügbar sein. DM und Rossmann wollen ab morgen Schnelltests für zu Hause anbieten. Dann wollen wir mal nachfragen, wie die Situation in Sachen Tests hier in der Hauptstadt ist bei Daniela Will. Jeder Berliner, Daniela, hat jetzt die Möglichkeit, einmal pro Woche kostenlos zu testen. Wenn ich das mal hochrechne, dann bräuchte Berlin wirklich eine ganze, 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 ganze Menge an Testzentren. Ganz genau. Und es gibt aber nur 16 an der Zahl. Vier große, an denen man auch einfach vorbeischauen kann. Braucht also keinen Termin vorher, keine Registrierung, auch wenn das trotzdem nahegelegt wird. Und dann eben noch zwölf kleinere, wie auch eben das hier hinter mir in Charlottenburg, für das man auch vorher einen Termin vereinbaren muss. Und da kann man eben, wie du schon sagst, hochrechnen. Das wird nicht reichen für alle Berliner, einmal die Woche sich da kostenlos testen zu lassen. Deswegen sagt zum Beispiel auch die Gesundheitssenatorin, schon morgen sollen fünf weitere Standorte dazukommen. Und dann so nach und nach soll ein ganzes Netzwerk aufgebaut werden. Bei den Hausärzten, bei den Apotheken, private Dienstleister können sich auch registrieren. Das heißt, auf testen-lernen.berlin kann man da eben auch Online-Schulungsangebote, aber auch vor Ort Schulungsangebote wahrnehmen, um selbst zum Testzentrum als Anbieter zu werden. Und so soll dann eben gewährleistet werden, dass sich alle testen können. Und diejenigen, die das heute hier dann aber auch schon wahrgenommen haben, das Angebot, die finden das gut, haben uns also auch bestätigt, dass sie teilweise das nicht gemacht hätten, wenn das nicht kostenlos gewesen wäre. Und diejenigen, die eben hierher gekommen sind ohne Termin, weil sie nicht wussten, dass sie einen gebraucht haben, die haben sich eben darüber beschwert, über die Informationspolitik, das sei online zu kompliziert überhaupt, dass die Registrierung und die Terminvereinbarung hauptsächlich online stattfindet. Es gibt auch eine Hotline, die aber auch nicht allen bekannt ist. Das wird eben auch hier stark kritisiert. Daniela, danke schön. Wir schauen mal auf die aktuellen Zahlen. Und wie immer nach einem Wochenende sind die nicht so ganz vollständig. Zum einen, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre aktuellen Daten sofort ans RKI weiterleiten und weil eben auch weniger getestet wird. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 Positiv-Tests registriert. Das sind 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 68 und die Behörde meldet 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden 7.326.000 Impfdosen verabreicht. Es ist ein Riesenskandal, der da momentan nicht nur die Union beschäftigt, der Maskenskandal. Für die Vermittlung von Maskengeschäften sollen die Abgeordneten Georg Nüßlein von der CSU und Nikolaus Löbel von der CDU Provisionen in sechsstelliger Höhe kassiert haben. FDP-Chef Christian Linder hat die Einrichtung eines Sonderermittlers gefordert, um diese Affäre aufzuklären. Mitten in der Pandemie sollen sich der CSU-Abgeordnete Nüßlein und der CDU-Politiker Löbel an Maskengeschäften bereichert haben. Doch ihr Bundestagsmandat niederlegen, das wollen sie nicht sofort. Die CDU verärgert. Der Parteivorsitzende Laschet fordert, die beiden müssten das Parlament schleunigst verlassen. Und so sieht das auch Unionsfraktionschef Brinkhaus. Ich fordere das, dass die beide ihr Bundestagsmandat aufgeben. Wir haben eine Handhabe, wer Mitglied in der Fraktion ist. Wir haben keine Handhabe, wer Mitglied im Deutschen Bundestag ist. Das ist jetzt für beide Kollegen eine moralische Frage, wie sie damit umgehen. Ein Rücktritt geht SPD-Generalsekretär Klingbeil nicht weit genug. Er fordert, die beiden müssten das Geld zurückzahlen. Löbel hatte eingeräumt, sich an Geschäften mit Corona-Masken beteiligt zu haben. Seine Firma kassierte demnach 250.000 Euro, weil sie Maskenkaufverträge zwischen Firmen vermittelt hatte. Auch der CSU-Abgeordnete Nüßlein soll von Provisionen für Maskenvermittlungen in Höhe von 660.000 Euro profitiert haben. Auch CSU-Chef Söder ist sauer, schreibt auf Twitter. Es ist nicht zu tolerieren, wenn Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Das ist mit den Grundwerten der Union unvereinbar. Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik. Nüßlein und Löbel traten aus der Bundestagsfraktion aus. Aber erst zum Ende der Legislaturperiode will Nüßlein sein Mandat niederlegen und Löbel erst Ende August. Nicht ohne Grund, meint Die Linke. Erst in sechs Monaten das Bundestagsmandat niederzulegen, hat offensichtlich mit Pensionsansprüchen zu tun. Immer noch ein Vorteilsoptimierer, schreibt der Vorsitzende der Linksfraktion Bartsch auf Twitter. Zudem könnte Löbel offenbar von April bis August noch über 50.000 Euro an Diäten kassieren. Die Maskenaffäre trifft die CDU ausgerechnet kurz bevor Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag wählen. Dabei sieht es laut Umfragen derzeit ohnehin nicht so gut für die Union aus. Im Sonntagstrend rutschten CDU und CSU auf 32 Prozent. Das ist weniger als bei der Bundestagswahl 2017. Kurze Pause nur hier bei uns und dann geht es selbstverständlich gleich weiter. Zum einen mit dem Bundespräsidenten anlässlich des Weltfrauentages und mit Markus Söder, der mit Jugendlichen gesprochen hat über ihre Lage in der Pandemie. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Und das scheinen dann auch Videos zu belegen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt erst einmal die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast 9 Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, 2. Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen. Und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben, dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Willkommen zurück. Es ist der 8. März Weltfrauentag und in Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, hat es eine Diskussionsrunde zu diesem Thema gegeben. Und der Bundespräsident äußert sich dazu jetzt auch nochmal. Ja, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, verehrte Gäste, ich darf mich erstmal ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie alle hier vor Ort oder aber die größere Zahl digital mitgemacht, mitgedacht, mitdiskutiert haben. Wir, darf ich sagen, meine Frau und ich sind jedenfalls tief beeindruckt, wie gut das funktioniert hat und wie intensiv Sie die vielen wichtigen Themen in so ganz kurzer Zeit beackert haben. Nun wäre es, meine Damen und ich sage ausdrücklich und Herren, ziemlich borniert, sich am Internationalen Frauentag zum Ende einer solchen Veranstaltung hinzustellen, sozusagen als Letzter hier am Pult, dann als einziger Mann das Wort zu ergreifen, lässig den Blick durch den Raum schweifen zu lassen, bedeutungsvoll räuspern und dann ein gönnerhaftes, besonders gut gemeintes Schlusswort zu halten. Ich will nicht ausschließen, dass mir das in der Vergangenheit durchaus schon gelungen ist, aber ich fürchte eben inzwischen, dass da genau das Problem liegt. Eines der größten männlichen Missverständnisse scheint mir nämlich zu sein, dass manche immer noch behaupten, die ganze Gleichstellungsdebatte sei ja durchaus gut und richtig, hat aber mit mir, mit dem Mann, eigentlich fürchterlich wenig zu tun. Jedenfalls würde das in manchen Aussätzen auch jener erklären, die es gut meinen und eigentlich besser wissen müssen und sei es nur das nächste rein männlich besetzte Panel zu einer Debatte, die nicht nur Männer betrifft. Wir alle kennen es, das berüchtigte Männl des Grauens. Wer auch immer diesem Missverständnis nach wie vor unterliegen mag, dem sage ich heute klipp und klar, es ist nicht damit getan, einmal im Jahr Rosen zu verteilen. Nein, es steht uns Männern gut zu Gesicht, wenn wir uns selbst für die Gleichstellung von Frau und Mann einsetzen, mehr noch, wenn wir selbst aktiv dabei helfen und die Gleichstellung mit umsetzen, wo immer wir können. Und zwar jeden Tag im Jahr, beginnend mit der Erziehung unserer Kinder, insbesondere aber, und darüber haben wir gesprochen heute, wenn wir Auszubildende, Studierende oder Mitarbeitende aussuchen, wenn wir als Erzieher Gemeinschaftsspiele vorschlagen, als Lehrer Noten geben, als Professoren wissenschaftlichen Nachwuchs heranziehen oder natürlich auch als Politiker Gesetze formulieren. Und auch das, wir Männer müssen Zivilcourage und Mut zeigen, wann immer Frauen gering geschätzt und für gleiche Arbeit nicht gleich entlohnt werden, wann immer sie übergangen, missachtet oder angegriffen werden. Und kurzum, wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht, sollten wir Männer einander Vorbilder sein, denn unser Handeln prägt am Ende die Gesellschaft um uns herum. Meine Damen und Herren, ob in der Wirtschaft oder in der Politik, in der Wissenschaft oder in der Kultur, funktionierende Gleichstellung braucht das Engagement aller Geschlechter. Das gilt ganz besonders im digitalen Raum. Raum, der bisher vor allem jedenfalls von Männern gebaut wurde und deshalb vielleicht schon manches männliche Vorurteil in seinen Algorithmen versteckt liegt. Vor allem die digitalen Medien, das erfahren wir, die meisten von uns jedenfalls täglich, können das Beste und das Schlimmste in uns hervorbringen. Und vor allem Frauen erfahren dort viel zu oft Hass, Beleidigungen, Bedrohungen, sexuelle Gewalt. Wir müssen uns diesem Hass gemeinsam und mit aller Kraft entgegenstellen. Unser Handeln heute entscheidet darüber, wie lebenswert die digitale Welt von morgen sein wird, für Frauen und für Männer. Über die vergangenen Jahrzehnte sind wir weit gekommen auf dem Weg der Gleichstellung der Geschlechter. Aber natürlich, das Ziel haben wir noch lange nicht erreicht. Digitalisierung ist weiblich. Das war der Titel unserer heutigen Veranstaltung. Und dieser Titel war ganz sicher nicht als Zustandsbeschreibung gemeint. Eher schon als Kampfansage. Sicher ist, Digitalisierung wird nur gelingen, wenn sie demokratischer und wenn sie weiblicher wird. Ich würde mich freuen, wenn die Ergebnisse unserer Veranstaltung heute einen Beitrag dazu geleistet haben und leisten. Vielen Dank allen fürs Kommen. Danke. Danke. Soweit also die Worte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Weltfrauentag heute. Wir schauen wieder auf die Pandemie unter Auflagen und mit Hygienekonzepten wird in Deutschland also seit heute Morgen, nennen wir es mal, ein bisschen Normalität wieder probiert. Wie das konkret aussieht, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und hängt eben auch natürlich von den aktuellen Inzidenzen in der jeweiligen Region ab. Hier in Norderstedt läuft es wieder rundum locker, zumindest was das Shoppen betrifft. Die Läden öffnen und zwar für alle unter Auflagen, so ist die Kundenzahl je nach Quadratmeter begrenzt. Während Gartencenter, Buch- und Blumenläden jetzt überall wieder geöffnet sind, ist für alle anderen Einzelhändler Shopping mit Termin möglich. In Regionen mit wenigen Neuinfektionen, wie es außer in Schleswig-Holstein, auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz der Fall ist, wird regional entschieden, ob die Geschäfte komplett öffnen. Für die Händler wie auch die Kunden ein lang ersehnter, überfälliger Schritt. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Wir haben ja nur eine Durststrecke von fast drei Monaten gehabt und man freut sich einfach. Die Leute brauchen es. Endlich mal kann man in die Öffentlichkeit gehen und sich was aussuchen. Freude auch bei den Kunstfans. Kunstmuseen öffnen mit Termin je nach regionaler Inzidenz. Kosmetika, Massagen und Nagelstudios, auch das geht ab heute wieder. Kann bei Dienstleistungen nicht durchgehen. Die FFP2-Maske getragen werden soll, vorher getestet werden. Außerdem dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder sind ausgenommen und das inzidenzunabhängig. Auch Sport in der Gruppe ist mal mehr, mal weniger wieder möglich. Die Schulen gehen heute überall einen Schritt weiter. So dürfen auch die älteren Jahrgänge zurück in den Wechselunterricht. Deutschland lockert auf Probe. Denn sollten die Zahlen wieder steigen, tritt die Notbremse in Kraft. Genau das sehen Virologen voraus. Allerdings haben wir, da müssen wir uns nichts vormachen, immer noch eine Lücke, bis wir tatsächlich alle auf der sicheren Seite haben. Also mit mindestens einer Impfung, besser auch noch der zweiten Impfung. Diese Lücke, die findet jetzt statt. Das heißt, Lockerungen in diesen Wochen sind eben immer auch ein Risiko. Dennoch kommen sogar die ersten positiven Signale in Sachen Osterurlaub, zumindest an der Küste. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gibt sich optimistisch, dass in seinem Bundesland dank der guten Inzidenzen die Hotels und Restaurants über die Feiertage ebenfalls wieder öffnen können. Sprechen wir darüber mit Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, Frau Ohms. Herr Fratscher, seit heute also darf der Handel in Teilen mit Auflagen wieder öffnen. Wie wichtig ist das gerade für diese Branche, wo ja im Prinzip eine Katastrophenmeldung die nächste jagt? Erst einmal ist diese Teilöffnung natürlich kurzfristig gut für die Wirtschaft und vor allem für die betroffenen Branchen, für die Dienstleistung. Aber ich würde hier sehr warnen, Entwarnung zu geben, denn es ist letztlich ein Spiel mit dem Feuer, das die Politik jetzt entschieden hat. Denn diese Öffnungen finden statt bei steigenden Inzidenzzahlen, bei Zahlen, die eh schon relativ hoch sind und mit allen Risiken, mit neuen Mutanten, die die Epidemiologen immer wieder warnen. Und letztlich aus wirtschaftlicher Perspektive, wenn man mal über die nächsten zwei, drei Wochen hinausgeht, ist es ein sehr gefährliches Experiment, was man hier macht. Denn das Schlimmste für die Wirtschaft ist Unsicherheit. Die Möglichkeit, dass es einen Jojo-Effekt gibt, also dass es wieder zu Restriktionen kommt, dass Geschäfte jetzt aufmachen, sich neu ausstatten, ihre Beschäftigten wieder an Bord holen, investieren und dann in vier oder sechs Wochen realisieren, jetzt müssen wir wieder zumachen, jetzt entsteht der Schaden wieder neu. Dieser Schaden durch einen solchen Jojo-Effekt ist deutlich größer, als wenn man jetzt noch drei oder vier Wochen diese Restriktionen weiter durchgehalten hätte. Deshalb sehe ich diese Entscheidung der Politik als sehr, sehr kritisch. Das haben Sie auch in Ihrer Stellungnahme ja vergangene Woche fast schon wortgleich, wie gerade hier auch bereits niedergeschrieben. Und Sie haben die Alternative auch schon genannt. Das, was wir da aber erlebt haben beim Bund-Länder-Gipfel nächste Woche, glauben Sie, das ist zustande gekommen, auch auf Druck der Bevölkerung, die einfach nicht mehr kann in manchen Teilen und auch nicht mehr will? Ich sehe das als die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz als einmal politischer Wahlkampf. Jeder will irgendwo sich beliebt machen und möchte keine schlechten Nachrichten vermitteln. Aber klar ist auch, die Bevölkerung möchte Lockerungen. Und ich halte es für klug, dass die Politik das auch nicht ignoriert. Denn jede Strategie, die die Politik einschlägt, kann nur erfolgreich sein, wenn sie auf ein hohes Maß an Akzeptanz in der Bevölkerung trifft. Ich will aber auch anmerken, wenn Sie sich die Umfragen anschauen, ist es nicht so, dass alle Menschen sagen, wir wollen jetzt lockern und wieder öffnen und wir gehen diese Risiken ein. Sondern es gibt durchaus eine große, sehr große Anzahl von Menschen in Deutschland, die sagt, wir verstehen diesen Wunsch, wir haben diesen Wunsch auch, aber wir hätten uns für längere Restriktionen eingesetzt. Denn wenn geöffnet wird, wollen wir permanent öffnen. Deshalb gibt es hier nicht die eine Meinung in der Bevölkerung. Die Bevölkerung ist gespalten. Aber ja, die Politik muss letztlich die Menschen mitnehmen. Sie braucht die Akzeptanz. Denn ansonsten ist jede Strategie, muss scheitern. Aber nochmals, wenn wir jetzt in vier oder sechs Wochen wieder Restriktionen auferlegen müssen in Deutschland, wie wird dann die Bevölkerung reagieren? Verspielt dann die Politik nicht noch viel mehr der Glaubwürdigkeit der Bevölkerung? Und das ist meine Sorge, dass der Schaden auch für die Politik und die Glaubwürdigkeit durch einen solchen Jojo-Effekt noch mal größer wird. Wenn Sie ein bisschen längerfristig schauen, sagen wir mal bis zum Ende des Jahres. Jetzt haben Sie ja gerade eben gesagt, man hätte vielleicht einfach nur noch drei, vier Wochen durchhalten müssen. Aber das ist ja so ein ähnliches Szenario, wie wir es im vergangenen Jahr gehabt haben. Dann hatten wir einen Sommer und dann ging das ganze Spielchen wieder von vorne los. Was könnte uns denn davor bewahren? Weil weder in Sachen Testungen noch in Sachen Impfen sind wir so weit, dass wir ausschließen können, dass wir uns in ein paar Wochen, selbst wenn wir jetzt drei, vier Wochen durchhalten, nicht wieder da befinden. Das Erste ist Ehrlichkeit, dass die Politik und alle wirklich den Menschen reinen Wein einschenken und gestehen, wir werden zumindest für ein halbes Jahr noch, bis wirklich alle Menschen geimpft sind in Deutschland und in Europa auch, mit diesem Virus leben müssen. Das heißt Einschränkungen, das heißt auch immer mal wieder Verschärfungen von Restriktionen und erst mal Ehrlichkeit den Menschen, dies zu sagen. Zweitens eine kluge Strategie, auch wirtschaftspolitisch. Viele Unternehmen sind am Rande ihrer Existenz. Die Politik muss also auch noch mal bei den wirtschaftspolitischen Hilfen nachlegen. Das gilt vor allem für Dienstleistungsbranchen, es gilt vor allem für Solo-Selbstständige. Es geht aber auch für die, die häufig vergessen werden. Beispielsweise MinijobberInnen, die wenig Einkommen haben, fast eine Million haben hier ihre Arbeit im letzten Jahr verloren. Also erstens Ehrlichkeit, klare Strategie und zweitens noch mal nachlegen bei den wirtschaftlichen Hilfen, sodass die Unternehmen einigermaßen überleben können. Aber wir werden sicherlich einen starken Anstieg der Insolvenzen sehen. Viele Unternehmen werden dieses Jahr wirtschaftlich nicht überleben. Wir haben ja schon gesehen, dass Olaf Scholz als Finanzminister Nachtragshaushalt in die Gänge gebracht hat. Das, was wir da an Zahlen sehen, wenn Sie sagen, noch mal draufsatteln, meinen Sie das da noch mal draufsatteln oder würde das reichen? Ich befürchte, die Politik, die Bundesregierung und auch der Finanzminister werden da noch mal nachlegen müssen. Denn viele Wirtschaftshilfen laufen zum 30. Juni diesen Jahres aus. Und der 30. Juni wird nicht das Ende der Pandemie sein. Ich glaube, da besteht mittlerweile Einigkeit. Das Kurzarbeitergeld läuft Ende dieses Jahres aus. Auch da befürchte ich, wird man noch mal nachlegen müssen. Und das ist auch gut so. Das ist eine Stärke, ein solches Instrument zu haben. Also wir sind im Augenblick, und das betrifft auch uns Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher, zu häufig, zu optimistisch nach dem Prinzip Hoffnung, es wird schon irgendwo gut gehen. Und auch wirtschaftlich für Deutschland sehe ich dieses Jahr als sehr, sehr schwierig an. Die wirtschaftliche Erholung wird nicht im zweiten Quartal so stattfinden, wie wir das uns erhoffen. Die Wirtschaft wird nicht durch die Decke schießen, sondern es wird ein sehr langer, schwieriger Prozess für die Wirtschaft werden, auch über dieses Jahr hinaus. Herr Fratscher, letzte Frage. Es ist Weltfrauentag. Der Bundespräsident hat gerade gesagt, es ist nicht damit getan, einmal im Jahr Rosen zu verteilen. Es würde uns Männern, sagt der Bundespräsident, gut zu Gesicht stehen, wenn wir selbst aktiv dabei helfen, die Gleichstellung umzusetzen. Aus der Sicht des Ökonomen, wo stehen wir denn da mittlerweile? Deutschland steht in Beziehungen auf Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen im internationalen Vergleich miserabel da. Wir haben in Deutschland mit einen der größten Gender Pay Gaps, wo Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Wir haben deutlich weniger Frauen in Führungskräften. Wir geben Frauen häufig weniger Chancen im Arbeitsmarkt, sind sehr viel mehr in Teilzeit. Und Deutschland kann viel von den nordischen Ländern, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark lernen. Das sollten wir tun, denn bei der Gleichstellung geht es letztlich darum, erst einmal Diskriminierung abzubauen. Aber auch ganz wichtig, nochmal das vom Bundespräsidenten zu unterstreichen. Alle profitieren von Chancengleichheit, Gleichstellung, auch wir Männer. Herr Fratscha, ich bedanke mich für das Gespräch. Ihnen eine gute Woche. Ich danke Ihnen. Ja, und diese Meldung ist in der Zwischenzeit reingekommen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolaus Löbel erklärt, nach seinem Austritt aus der Unionsfraktion jetzt auch, sein Bundestagsmandat niederzulegen. Ich habe dem Präsidenten des Deutschen Bundestages mitgeteilt, dass ich mein Mandat mit sofortiger Wirkung niederlege, erklärte er. Löbel soll ja Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken kassiert haben und hatte eigentlich geplant, noch bis Ende August an diesem Mandat festzuhalten. Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde, also ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in jener Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und ihrem Ehemann Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hat. Aus dem Königshaus gibt es auf dieses Interview bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat angekündigt, dass sie sich zu dem Interview auch nicht äußern wird. Kurze Unterbrechung hier bei uns und wir sind gleich wieder für Sie da. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft und das scheinen dann auch Videos zu belegen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt erst einmal die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis ist Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen, Proteste, Plünderungen, Krawalle, der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat angekündigt, dass sie sich zu dem Interview nicht äußern will. Ein Interview, das in jedem Fall für Wellen und Aufregung sorgt, nennt sie Lanzendörfer in Washington. Ich meine, Rassismusvorwurf gegen das Königshaus, das ist schon ein scharfes Schwert. Ja, ein schockierendes Interview und Meghan hatte eben davon berichtet, von Gesprächen im Palast, dass man sich eben Sorge vor der Geburt ihres ersten Kindes gemacht haben soll, über eben dessen Hautfarbe in diesem Interview ist Meghan zuerst befragt worden, später kam Harry dazu und der wurde von Oprah Winfrey auch nochmal danach gefragt. Eine Pressekonferenz mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der hat sich jetzt am Vormittag mit Jugendlichen virtuell zusammengesetzt, um mal zu hören, wie deren Sorgen und Nöte eigentlich sind während der Pandemie und darüber wird er dann auch gleich sprechen. Bis es soweit ist, schauen wir aber auf die folgende Einmeldung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolaus Löbel erklärt nach seinem Austritt aus der Unionsfraktion jetzt auch sein Bundestagsmandat niederzulegen. Ich habe dem Präsidenten des Deutschen Bundestages mitgeteilt, dass ich mein Mandat mit sofortiger Wirkung niederlege. Das erklärte er. Löbel soll Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken kassiert haben und hatte eigentlich vorgehabt, das Mandat bis Ende August auch weiterhin zu behalten. Sprechen wir darüber. Christina Lewinsky uns zugeschaltet aus München. Das ging jetzt sehr, sehr schnell bei Herrn Löbel. Worauf wartet Herr Nüßlein von der CSU noch? Das ist die große Frage, aber man kann möglicherweise davon ausgehen, dass auch bei Herrn Nüßlein derselbe Schritt folgen wird. Denn beim Kollegen von der CDU, da war es ja so, dass er gestern noch mal schriftlich um Entschuldigung gebeten hat und begründet hat, warum er eigentlich bis Ende August sein Mandat behalten will. Er hat das erklärt mit seinen Mitarbeitern, die in seinem Wahlkampfbüro unter anderem arbeiten, in seinem Wahlkreis, dass die eben ihre Jobs behalten. Jetzt also dieser Sinneswandel, dass er eben doch auch sein Bundestagsmandat niederlegt. Er ist ja bereits aus der Bundestagsfraktion ausgetreten. Und wenn wir hier nach Bayern blicken zu Herrn Nüßlein, da ist es so, dass die CSU heute Nachmittag sich zusammensetzen wird im Präsidium und genau über diese Sache auch sprechen wird. Man hat jetzt spontan sehr, sehr eilig eingeladen zu einem Pressestatement, das um 17 Uhr heute stattfinden wird. Markus Blume, der CSU-Generalsekretär, wird da hier in München in der Landesleitung informieren, worauf man sich im Präsidium geeinigt hat. Wir gehen davon aus, dass man erstens klar machen wird, dass man erwartet, dass auch Herr Nüßlein sein Mandat niederlegen wird. Das ist auch das, was der bayerische Ministerpräsident seit gestern gefordert hat. Markus Füder hat gesagt, es ist jetzt unumgänglich, dass er sein Mandat niederlegt. Das ist das eine und das andere ist, dass man fordern wird, dass er das einkassierte Geld spenden soll. Denn auch da sprechen wir von sehr, sehr hohen Summen. Also wir sind sehr gespannt, was dann heute um 17 Uhr tatsächlich bei diesem Pressestatement bei der CSU dann herauskommt. Christina, der Schaden, der durch diese beiden Herren für ihre jeweiligen Parteien entstanden ist, lässt sich der schon irgendwie einordnen? Ich denke, es ist sicherlich klar, dass bei vielen Bürgern sich die Frage nach dem Vertrauen in die Politik stellt. Ein Jahr Pandemie, viele Menschen halten sich an die Regeln. Es gilt darum, viel zu beachten. Viele Regeln, die eben aufgestellt werden und es wirft einfach kein gutes Licht natürlich dann auf Mandatsträger, die das Amt in der Art missbrauchen, wenngleich man ja sagen muss, zu 100 Prozent bewiesen ist noch nichts. Das Ganze wird noch geprüft, das Ganze wird noch ermittelt, aber das, was im Raum steht, das ist natürlich ein riesengroßer Vertrauensverlust in die Politik. Schauen wir auf Markus Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten, auf den wir warten. Der hat sich heute mit Jugendlichen virtuell zusammengeschlossen. Worum geht's? Es geht vor allem um die Psyche der Jugendlichen. Markus Söder sagt, dass es eben die Kleinsten sind unserer Gesellschaft, die jetzt besonders leiden in dieser Krise und deswegen gab es heute den Jugendgipfel. Wir werden gleich erfahren, dann worauf man sich geeinigt hat. Mit dabei ist die Familienministerin Carolina Trautner hier aus Bayern, auch Michael Piazzolo, der Kultusminister. Und es waren vor allem Jugendverbände mit am Tisch gesessen, die einen eigenen Stufenplan vorgelegt haben, der sich so ein bisschen orientiert auch an dem Stufenplan, der jetzt letzte Woche auf der MPK beschlossen wurde, der auch hier in Bayern umgesetzt wird. Und es sind diese Jugendverbände, die sagen, dass man zum Beispiel Jugendarbeiter sehr viel schneller impfen muss, dass die in der Impfreihenfolge nach oben geschoben werden, um dort eben mehr Tempo zu machen im Jugendbereich. Und dass man auf der anderen Seite zum Beispiel auch Jugendorganisationen, Verbände wieder ihre Arbeit machen lässt und auch da wieder Richtung Öffnung geht, bis hin zu Übernachtungsmöglichkeiten, um eben Jugendliche rauszuholen, viele, die jetzt seit Monaten Und, Christina, da muss ich dich unterbrechen, der bayerische Ministerpräsident ist ans Rednerpult getreten. Hören wir mal rein, wie er beschreibt die Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen heute. Gespräche informieren Sie Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Sozialministerin Karolina Trautner und Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazzolo. Herr Ministerpräsident, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten heute unseren Kinder- und Jugendgespräch oder Konferenz gemacht und das war, das darf ich zunächst mal sagen, eine beeindruckende zweieinhalb Stunden im Austausch. Deswegen beeindruckend, wir hatten fast 25 Wortmeldungen und wir hatten auch sehr viele Wortmeldungen von Schülern und Schülern, besonders bewegend waren zwei Neunjährige, die schon ganz klar die Erwartungen der jungen Generation und die Probleme definiert haben. Das war ein Austausch auf Augenhöhe, ein besorgter, Thema, aber auch mit viel optimistischen Szenen verbunden. Worum geht es für uns? In dieser Pandemie ist natürlich der Blick hauptsächlich zunächst auf die Menschen gerichtet, die besonders stark betroffen sind. Das sind die Älteren gewesen, denn die stehen in der besonderen Risiko, möglicherweise auch mit Krankheit und vielleicht auch das Leben zu verlieren. Deswegen sind vulnerable Gruppen die ersten Schutzbefohlenen, die wir in dieser Pandemie hatten. Aber es gibt auch viele, die, obwohl sie nicht krank werden, von der Pandemie stark betroffen sind. Und das sind gerade die Jungen, die Schülerinnen und Schüler, die Kinder, die Jugendlichen, die in einer ganz anderen Zeit aufwachsen, als wir das erlebt haben. In meiner Generation gibt es auch unzählige Probleme und Schwierigkeiten, aber eine solche Situation, dass man sich nicht sehen kann, dass schulelang ausfällt, das hat es so nicht gegeben. In meiner Generation sang man die Lieder, nie mehr Schule oder hurra, die Schule brennt. Auf so etwas käme in der heutigen Generation niemand mehr. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass wir uns heute und jetzt dauerhaft auch mit den Chancen, aber auch mit den Sorgen der Jüngeren beschäftigen für die nächsten Monate, die weiteren Monate Pandemie. Wie wir es schaffen können, auf der einen Seite Bildungsqualität und Gerechtigkeit zu erhalten. Wir wollen nicht, dass dieser Jahrgang ein Corona-Jahrgang allein ist, der mit Abstrichen in der Bildung leben muss. Wir wollen auch nicht, dass diese Generation einen Verlust hat an sozialer Kompetenz. Ganz im Gegenteil, sondern wir wollen helfen, insbesondere dort, wo Eltern in dieser Pandemie nicht so den Dienst leisten können wie sonst, in bildungsferneren Familien, wenn es um Schule geht, in Fragen der Chancengerechtigkeit oder einfach, wo weniger Zeit zur Verfügung steht. Wir wollen aber eines auch nicht machen. Wir wollen diese Generation nicht schlechtreden. Die Substanz ist enorm. Die Chancen sind da. Und ich glaube, wir können sehr, sehr stolz sein auf das, was heranwächst und was auch die Zukunft gestalten soll. Nur ist es jetzt unsere Aufgabe, sie zu unterstützen. Wie kann das jetzt in den nächsten Wochen geschehen? Worüber haben wir diskutiert? Das eine ist natürlich das Thema Bildungsgerechtigkeit und Bildungsgarantie mit dem Kultusminister insbesondere. Die Schule ist natürlich der zentrale Ort für die meisten Schüler und Schüler, die wir in Bayern haben. Und die einigen haben jetzt wieder Schule, viele andere sind noch im Distanzunterricht. Und die Frage stellt sich, wie geht man damit auf Dauer um? Für uns ist zum einen wichtig, dass wir die Abschlussqualität überall erhalten können. Das heißt, es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, ja, wir wollen gleichwertige Bildungsabschlüsse haben, um für die Zukunft gut vorbereitet zu sein. Deswegen ist es falsch, von einem verlorenen Schuljahr zu reden. Deswegen ist es ein Schlechtreden zu sagen, lasst uns lieber alles ausfallen und das Jahr einfach wiederholen, sondern wir müssen unter Corona-Bedingungen ein faires und vernünftiges Schuljahr gestalten. Dazu gehört, dass es Noten braucht und Qualität braucht. Also die Forderungen des Abzuschaffen sind falsch. Will übrigens auch nahezu niemand, den ich kenne, tatsächlich von Schülern und Schülern. Aber wir wollen die Qualität ohne Zusatzdruck erhalten. Dazu gibt es eine Reihe von Vorschlägen, eine pädagogisch sinnvolle Entwicklung der Bildungsziele zu erreichen, nicht aber im Standardverfahren, wie man das normalerweise hat. Zweitens, die Sicherheit an der Schule sollte gewährleistet werden. Zur Sicherheit gehört dazu, Testen. Testen ist ganz wichtig, Testen und Impfen. Impfen, dort sind wir jetzt auf dem Weg, Lehrerinnen und Lehrer zu impfen, insbesondere beginnend in den Grundschulen, weil dort der Präsenzunterricht ja stattfindet. Zusätzlich wird dann ab April, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht, soll auch anderen Lehrern und Lehrern in anderen Schularten beziehungsweise höheren Klassen dann diese Impfangebote gemacht werden. Und Testen. Wir starten ja, wir haben schon letzte Woche gestartet mit dem Testen, es wird auch weiter fortgesetzt. In Bayern sind genügend Schnelltests da für die Schule, für die Schule und für die Kita. Wichtig ist, dass alle sie annehmen. Deswegen werden wir noch mal ganz bewusst die Angebote noch mal im Appell auch erhöhen. Und man muss auch darüber nachdenken, insbesondere wenn das jetzt noch länger gehen sollte, ob in den Bereichen, wo ganz hohe Inzidenz ist, wir nicht auch mal ein Pilotprojekt machen können, wo nur jemand in die Schule darf, der getestet ist, also dort, wo die Inzidenzen ganz besonders schwierig sind. Das kann man im Verlauf der weiteren Pandemie noch diskutieren. Aber jetzt ist erst mal dort, wo Schule ansteht, testen notwendig. Testen, 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 um ein höheres Maß an Sicherheit für Lehrkräfte, aber auch für Schülerinnen und Schüler und die Familien zu schaffen. Begleitend dazu braucht es Hilfe in der Schule, eben bei denen, die sich schwerer tun, wo die Eltern es nicht allein leisten können. Deswegen hat der Kultusminister ein Programm vorgestellt, um dort begleitend Unterstützung zu geben. Das wird ein Programm sein, das ungefähr 40 Millionen umfasst und sich insgesamt auf einen Personenkreis von über 3.000 Personen ausdehnt, die auch zum Teil im Einsatz sind. Dazu gehören Tutorenprogramme, Schüler helfen Schüler, intensive Programme wie Studenten, die eingesetzt werden, Pensionisten, die mithelfen und wie eine Art Nachhilfe oder Begleitung geben können. Und es soll ein Ferienprogramm entwickelt werden, wo es darum geht, Lernen mit Spaß und Sport und anderen Elementen versehen. Also nicht nur das reine Nachsitzen. Das ist der Bereich Schule. Im Bereich der Sozialarbeit stellen wir ja auch eine Reihe von Fragen. Das hat die Sozialministerin auch dargestellt. Dort werden wir auch uns verstärken mit insgesamt 200 Stellen, die da sind. Das sind circa 15 Millionen, wo es um die Corona-bedingten Herausforderungen der Jugendarbeit geht. Dazu gehören neue Stellen als Streetworker, als Ansprechpartner vor Ort für Jugendliche, die nicht genau wissen, wo ihr Weg sein könnte. Für den Bereich der Erziehungsberatung, ganz wichtig, auch für die Eltern. Das Ausbildungscoaching ist wichtig, weil wir jetzt viele haben in den Abschlussjahren die überlegen, wo geht denn da mein Weg in der Schule hin. Aber auch generell die Verstärkung der Schulsozialarbeit. Wir wollen die Jugendverbände unterstützen. Deswegen wird überlegt, ob es in den Jugendzentren auch Angebote wie Click und Collect geben kann, damit zumindest mal eine kurze Nähe in diesen Bereichen möglich ist. Zusammenfassend gesagt, das wird uns noch länger beschäftigen, das Thema. Die junge Generation hat alle Chancen und wir sind für die Kinder und Jugendlichen da. Das war heute, glaube ich, wichtig. Wir waren heute vier Minister dabei. Es war noch der Gesundheitsminister dabei und der Leiter der Staatskanzlei. Also vier Minister, Ministerpräsident. Und ich habe auch zu den beiden Neunjährigen gesagt, ich hätte mir als Neunjähriger nicht getraut, Alfons Goppel mal die Meinung zu sagen. Insofern war das dann schon erfrischend untermuntert. Das war ein Gespräch auf Augenhöhe, aber auch mit vielen Experten. Wir wollen jetzt ganz bewusst versuchen, Schule unter den Pandemiebedingungen, wir ändern nichts an den Inzidenzwerten. Das ist eine klare Regel, die jetzt stattfindet. Aber begleitend, helfend, unterstützend Angebote zu machen, wie wir manches, was noch nachgeholt werden muss, eben so nachgeholt werden kann, was verbessert werden kann. Und wo wir in der Sozialarbeit dann auch insbesondere dort, wo es wirklich zu schwereren Herausforderungen, Belastungen kommt, einfach Ergänzungs- und Hilfsangebote machen können. Also einerseits sozusagen die weisende Hand, wenn es um die Schule geht, in welche Richtung, und die helfende Hand, wenn es um das Thema Hilfe in der Jugendsozialarbeit geht. Deswegen nochmal Danke an beiden. Und die beiden werden es dann das Programm auch vorstellen und noch entsprechend ausarbeiten. Vielen Dank. Sozialministerin Carolina Trautner. So weit also der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach einem virtuellen Treffen mit Kindern, mit Jugendlichen und mit Organisationen, die diesen eben Hilfe anbieten, jetzt in diesen so schwierigen Zeiten der Pandemie. Wir schauen auf das, was ab heute wieder geht. Unter Auflagen und mit Hygienekonzepten wird ja in Deutschland mit dem heutigen Morgen so ein bisschen Normalität probiert. Und wie das konkret aussieht, das ist natürlich vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und hängt nicht zuletzt auch von der aktuellen Inzidenz in der jeweiligen Region ab. Hier in Norderstedt läuft es wieder rundum locker, zumindest was das Shoppen betrifft. Die Läden öffnen und zwar für alle unter Auflagen, so ist die Kundenzahl je nach Quadratmeter begrenzt. Während Gartencenter, Buch- und Blumenläden jetzt überall wieder geöffnet sind, ist für alle anderen Einzelhändler Shopping mit Termin möglich. In Regionen mit wenigen Neuinfektionen, wie es außer in Schleswig-Holstein, auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz der Fall ist, wird regional entschieden, ob die Geschäfte komplett öffnen. Für die Händler wie auch die Kunden ein lang ersehnter, überfälliger Schritt. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Wir haben ja nur eine Durststrecke von fast drei Monaten gehabt und man freut sich einfach. Die Leute brauchen es. Endlich mal kann man in die Öffentlichkeit gehen und sich was aussuchen. Freude auch bei den Kunstfans. Museen öffnen mit Termin je nach regionaler Inzidenz. Kosmetika, Massagen und Nagelstudios, auch das geht ab heute wieder. Kann bei Dienstleistungen nicht durchgehen. Die FFP2-Maske getragen werden soll, vorher getestet werden. Außerdem dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder sind ausgenommen und das inzidenzunabhängig. Auch Sport in der Gruppe ist mal mehr, mal weniger wieder möglich. Die Schulen gehen heute überall einen Schritt weiter. So dürfen auch die älteren Jahrgänge zurück in den Wechselunterricht. Deutschland lockert auf Probe. Denn sollten die Zahlen wieder steigen, tritt die Notbremse in Kraft. Genau das sehen Virologen voraus. Allerdings haben wir, da müssen wir uns nichts vormachen, immer noch eine Lücke, bis wir tatsächlich alle auf der sicheren Seite haben. Also mit mindestens einer Impfung, besser auch noch der zweiten Impfung. Diese Lücke, die findet jetzt statt. Das heißt, Lockerungen in diesen Wochen sind eben immer auch ein Risiko. Dennoch kommen sogar die ersten positiven Signale in Sachen Osterurlaub, zumindest an der Küste. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gibt sich optimistisch, dass in seinem Bundesland dank der guten Inzidenzen die Hotels und Restaurants über die Feiertage ebenfalls wieder öffnen können. Ab heute gibt es ja kostenlose Schnelltests. Einmal die Woche für alle, zumindest theoretisch. Denn nicht überall sind auch Tests ausreichend verfügbar. Und das wiederum sorgt für Kritik am Gesundheitsminister. Mit mehr Schnelltests soll ab heute auch mehr möglich sein, so die Idee. Einmal die Woche zahlt der Bund jedem Bürger einen Schnelltest durch geschultes Personal. Die Testwilligen hier in Berlin finden das Angebot gut. Man weiß auch für sich selber, es selber beruhigt, ob man sich infiziert hat oder nicht. Weil es zuerst der Tag ist, drum bin ich hier, weil ich das gleich ausnutzen wollte und schauen wollte. Auch ein bisschen Neugier ist auch dabei, wie es läuft und natürlich auch was rauskommt. Es werden zwar überall unter Hochdruck Testzentren aufgebaut, doch längst sind nicht überall ausreichend Schnelltests vorhanden. Bestellen mussten die Länder in Eigenregie. Scharfe Kritik deshalb am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Man habe darauf vertraut, dass der Bund die Bestellungen der Schnelltests übernehme. Ja, ich kritisiere auch, dass erst Ansagen gemacht werden und dann die Pläne entstehen, um diese Ansagen umzusetzen. Das weckt oft Erwartungen, die dann enttäuscht werden. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt in den Ländern Schritt für Schritt das umsetzen. Das bedeutet, alle Tests, die verfügbar sind, sollten dann auch genutzt werden. Und zwar dort, wo es am wichtigsten ist. Zunächst einmal Kitas, Schulen. Die Discounter waren schneller. Doch die Nachfrage hat das Angebot bei weitem überstiegen. Die Selbsttests bei Aldi waren am Samstag vielerorts schon nach wenigen Minuten ausverkauft. Aber es könnte bald Nachschub geben. Bei Aldi könnten sie schon kommende Woche wieder verfügbar sein. Die M und Rossmann wollen ab morgen Schnelltests für zu Hause anbieten. Wir schauen zu Daniela Wild zugeschaltet von einem Testzentrum in Berlin, wo ab heute jeder Berliner einmal pro Woche kostenlos sich testen lassen kann. Die Kamera richtet sie noch ein bisschen ein. Jetzt ist sie perfekt. Daniela, wenn wirklich jeder Berliner losmarschiert, ich meine, was soll denn da an den Testzentren los sein und wie viel gibt es überhaupt davon? Also aktuell gibt es nur 16 Testzentren. Und ja, du sprichst es natürlich ja auch schon an. Das ist natürlich nicht genug, um jeden Berliner einmal die Woche wirklich kostenlos testen zu können. Und deswegen soll dieses Angebot ja auch nach und nach erweitert werden. Das heißt, morgen sollen schon fünf weitere Zentren dazukommen. Nach und nach dann auch die Apotheken, die Hausärzte und auch private Dienstleister können sich entsprechend schulen lassen. Da gibt es ein Online-Angebot, aber auch vor Ort Angebote, um zum Testzentrum zu werden. Und zwar auf der Seite testen-lernen.berlin kann man sich dafür zum Beispiel anmelden. Das heißt, ein ganzes Netzwerk soll entstehen. Aber dass heute jetzt zum jetzigen Zeitpunkt diese 16 Testzentren wahrscheinlich nicht ausreichen werden, das sieht man zum Beispiel auch daran, dass die Termine, die hier für dieses Testzentrum ja gemacht werden müssen, nochmal zur Erinnerung, 16 sind es für zwölf. Davon muss man Termine machen, um sich testen zu lassen. Dass die jetzt eigentlich für die ganze Woche schon komplett ausgebucht sind. Aber gibt es denn überhaupt ausreichend Tests? Ja, an den Testkapazitäten soll es nicht mangeln. Wobei man auch da seitens des Landes Berlin nochmal auf eigene Faust für über 45 Millionen Tests nachbestellt hat. Da ist natürlich die Kritik am Bund groß. Trotzdem an dieser Kapazität soll es nicht mangeln. Vielleicht noch ein paar Worte dann dementsprechend auch zum Ablauf. Das soll hier alles auch problemlos bislang gelaufen sein, wenn man denn einen Termin hatte. Die Menschen kommen hier also an zum gegebenen Zeitpunkt, kriegen dann den Abstrich gemacht, können dann entweder, wenn sie sich vorab online mit ihren Daten schon registriert haben, direkt nach Hause gehen, kriegen also das Ergebnis per E-Mail oder aber können hier hinter mir auf dem Parkplatz dann entsprechend warten, diese 15 Minuten. Und sollte der Test dann positiv ausfallen, ja, dann müssen sie sich sofort absondern. So hat es auch die Gesundheitssenatorin noch einmal gesagt, müssen sich in Quarantäne begeben und direkt nochmal ebenfalls einen kostenlosen PCR-Test machen, ja, der dann das Ergebnis bestätigen könnte. Und ich habe ja gerade die Terminsituation angesprochen. Das hat bei dem einen oder anderen auch schon zu Unmut geführt hier. Mittlerweile ist es so, dass wenn dann doch mal ein Slot entsteht, also jemand seinen Termin nicht wahrgenommen hat, das auch spontan nochmal Menschen nachrücken können. Daniela, Dankeschön für diese Schilderung. Vielen Dank. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Selbstmordgedanken, Rassismusvorwürfe, keine Unterstützung. Im Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey haben Meghan und Harry von Sussex einige verbale Bomben gezündet. Die Wahrheit ist es aus ihrer Sicht, die Hintergründe, warum sie sich aus dem königlichen Leben verabschiedet haben. Fanny Houston berichtet. Es war die Traumhochzeit, die für Prinz Harry und Meghan Markle gar keine war. Das hier war nur für die Welt, wie Meghan jetzt erklärt. Sie und Harry wurden schon drei Tage vorher ganz privat verheiratet. Zwei Stunden lang dauert das Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey. In denen Meghan erzählt, wie sie von Beginn an im Königshaus gelitten hat. Jeder in meinem Umfeld versprach, mich zu beschützen. Und ich habe es geglaubt. Aber ich realisierte, dass ich eben nicht beschützt wurde und dass Lügen über mich verbreitet wurden. Niemand habe sie auf die Zeit im Königshaus vorbereitet. Monatelang durfte sie nicht raus. Sie habe sich einsam wie nie gefühlt. Und mit dem Baby kam das Unfassbare für Meghan. In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security. Und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Rassismus im Königshaus. Wer diese Gespräche mit Harry und Meghan geführt haben soll, will sie nicht sagen. Dennoch, auch die Boulevardpresse setzt beide unter Druck. Sie fühlen sich verfolgt, eingeengt. Meghan wird depressiv und erzählt unter Tränen, Ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe bekommen haben sie keiner. Es könne der königlichen Institution schaden. Prinz Harry, der darin eine Wiederholung der Geschichte mit seiner Mutter sieht, findet dann klare Worte über diese Zeit. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Meghan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Doch Harry und Meghan tun es, auch wenn sie alles verlieren. Das Verhältnis zur Queen sei dennoch gut. Mit seinem Bruder habe er sich auseinandergelebt. Und zu seinem Vater sagt er, ich fühle mich fallen gelassen. Denn er weiß doch, wie sich Schmerz anfühlt und hat etwas Ähnliches durchgemacht. Und Archie ist sein Enkel. Ich werde ihn immer lieben, aber es gibt sehr viel Schmerz. Ein Interview, das die Welt wohl so schnell nicht vergessen wird, glauben Experten. Dieses Interview wird die Wahrnehmung der Königsfamilie grundlegend verändern. Und auch darüber, wie diese Institution Menschen behandelt. Auch enthüllt wurde mehr über Baby Nummer zwei. Zumindest über das Geschlecht. Ein Mädchen wird es. Beide seien glücklich, so wie sie leben. Und bereuen nicht den Weg, den sie gegangen sind. Nach einer ganz kurzen Pause sind wir wieder für Sie da. Blicken dann nach Nordrhein-Westfalen, wo der dortige Innenminister Reul die aktuelle Kriminalitätsstatistik für sein Bundesland präsentieren wird. Das übertragen wir live für Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Montagmittag, 13 Uhr, ganz herzlich willkommen hier bei uns. Schauen wir nach Nordrhein-Westfalen. Der dortige Innenminister Herbert Reul wird in wenigen Augenblicken die Kriminalstatistik für sein Bundesland vorstellen. Wir sehen das Bild bereits, das uns von dort erreicht. Und da sehen wir, das ist schon so ein bisschen vorab durchgesickert, die Zahlen gehen in der Pandemie zurück. Besonders Einbrüche, aber auch Taschenliebstähle und Delikte für die Menschen zusammenkommen müssen. Dafür aber mehren sich Betrugsversuche im Zusammenhang mit Corona. Sobald die Pressekonferenz und die Präsentation beginnt, sind wir gleich da. Schauen auf weitere Themen. Der unter Druck geratene CDU-Abgeordnete Nikolaus Löbel tritt wegen der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken zurück. Er lege sein Bundestagsmandat nieder, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden. Das teilte er CDU-Chef Laschet mit. Der hatte ja seinen Rücktritt auch gefordert. Der CSU-Parlamentarier Nüßlein ebenfalls in eine Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Corona-Masken verwickelt. Er hatte zuvor erklärt, er wolle bis zur Wahl im Herbst als Fraktionslose im Bundestag bleiben. SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Besprechen wir die aktuellen Vorgänge rund um die Maskenaffäre mit Lena Mosel, zugeschaltet vom Kanzleramt. Im Fall Löbel ging es nun sehr schnell. Weiß man, worauf Herr Nüßlein noch wartet? Ich denke, der Druck auf Herrn Nüßlein, der wird jetzt auch dadurch, dass Nikolaus Löbel sozusagen voranschreitet, noch einmal größer. Aber der Druck auf Löbel war insofern größer, dass er eben aus Baden-Württemberg kommt und in Baden-Württemberg jetzt die Landtagswahlen anstehen. Am kommenden Wochenende, am 14., da wird gewählt in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und deswegen hat eben Nikolaus Löbel auch sehr viel Druck bekommen aus Mannheim, dort, wo er herkommt und jetzt eben auch die Konsequenzen gezogen. Die Kritik war sehr laut und das ist sie auch nach wie vor noch bei Nüßlein. Der wird auch aufgefordert, eben nicht nur die Fraktion zu verlassen, sondern auch sein Mandat sofort niederzulegen. Denn der Vorwurf steht so ein bisschen im Raum, dass man sich hier noch bereichern wolle. Sprich, dass man die Diäten noch weiterhin einstecken möchte, dass man auch die Pensionsforderungen quasi dadurch erhöht. Denn der Pensionsanspruch, der richtet sich nach jedem vollen Bundestagsjahr, das man abgeleistet hat. Und da ist allerdings bei Nüßlein aktuell noch keine Bewegung zu sehen. Auch da ist aber der Druck sehr, sehr groß. Armin Laschet, Markus Söder, Ralf Brinkhaus. Also aus den eigenen Reihen gibt es schon viele Stimmen, die sagen, das passt nicht zusammen. Das dürfe man nicht machen. In einer Pandemie sich bereichern, sich die eigenen Taschen vollstecken. Das heißt, dieser Druck, der wird ja weiterhin aufrechterhalten bleiben. Also, dass Nüßlein wirklich, wie er es angekündigt hat, sein Mandat jetzt bis zum Ende. Und an der Stelle muss ich Lena Mosel unterbrechen. Sie sehen es im Bild. Der nordrhein-westfälische Innenminister ist am Podium, nimmt jetzt Platz und wird dann gleich mit der Präsentation der Kriminalstatistik für Nordrhein-Westfalen beginnen. Noch ist die Maske auf. Wir erinnern uns, er selber war ja mit Covid-19 infiziert. Vor knapp drei Wochen war es, aber offenbar ist alles wieder gut. Es geht ihm gut und die Zahlen hat er dabei. Packt er gerade aus. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat. Robert Reul und dem neuen Landeskriminaldirektor Johannes Herrmann, den ich herzlich begrüße in dieser Runde zum ersten Mal. Thema ist die Kriminalitätsstatistik 2020. Der Minister führt wie immer ein. Bitte schön, Herr Reul. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Also, schön hier zu sein. Anstecken kann ich auch keinen mehr. Ich bin jetzt durchgeimpft. Ich will Ihnen die Kriminalstatistik, die polizeiliche Kriminalstatistik vorstellen. Sie haben ein Handout auf Ihren Plätzen oder bekommen. Aber Sie kommen heute auch wieder an Corona nicht vorbei. Denn natürlich hat Corona auch Auswirkungen auf diese Statistik gehabt. Das werden Sie gleich sicherlich sehen. Da hat sich in der Kriminalität doch einiges verschoben. Computerkriminalität, Subventionsbezug sind heraufgegangen und klassische Delikte wie Mord und Totschlag sind deutlich gesunken. Bei all diesen Zahlen muss man immer bedenken. Wir waren und sind noch immer in der größten Krise unseres Landes seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das spiegelt sich logischerweise auch in der Kriminalität wieder. Das ist eine enorme Herausforderung für uns, aber vor allen Dingen für die Polizistinnen und Polizisten. Und ich will beginnen mit allgemeinen Zahlen. 2020 sank die Zahl aller registrierten Straftaten in Nordrhein-Westfalen zum vierten Mal in Folge auf 1.215.763. Also vierte Mal in Folge runter. Und wenn Sie sich das in der Grafik anschauen, dann könnte ich das jetzt natürlich verkaufen als riesigen und tollen Rückgang. Aber ich will lieber von Stagnation sprechen, weil der Unterschied minimal ist. In absoluten Fällen sind das 12.166 Fälle weniger als im Jahr davor, also ein Minus von rund einem Prozent. Und Sie erinnern sich noch ins letzte Jahr, da konnten wir den niedrigsten Stand seit 1990 verkaufen. Also wir liegen noch einmal drunter. In 30 Jahren sah es noch nie so gut aus wie in diesem Jahr, trotz, vielleicht auch wegen Corona. Das wird man ganz schwer erklären können. Also für jeden Fall freue ich mich über den Tiefstand. Und das beweist, dass die Polizei auch in der Krise hervorragende Arbeit leistet. Von allen Fällen erklärte die Polizei im vergangenen Jahr 641.901 Fälle auf. Das ist eine Aufklärungsquote von 52,8 Prozent. Die war in den letzten Jahren immer schon gut. In meiner Amtszeit hatten wir die besten jemals gemessenen Aufklärungsquoten. So viel zu den allgemeinen Zahlen. Sie ist im Vergleich zu anderen Ländern, die Debatte kennen Sie ja, ist ein anderes Thema. Aber für uns in Nordrhein-Westfalen sind es die besten Aufklärungsquoten, die wir hatten. Ich habe bereits gesagt, dass die Pandemie einen tiefen Fußabdruck in der Statistik hinterlassen hat. Deshalb gehe ich zunächst auf die Fälle ein, die im Zusammenhang mit Corona stehen. Erstens Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. 2020 hatten wir es auch mit Straftaten zu tun, die vorher gar nicht da waren oder nicht registriert wurden, weil es halt nur in Pandemiezeiten das gibt. Das sind strafbewährte Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. 2019 gab es noch keine Krise, also gab es auch keinen einzigen Verstoß. Und 2020, wenn man so will, stiegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz an. Wir haben 529 Fälle gezählt. Das sind Beispiel Verstöße gegen eine Quarantäneanordnung. Da sind jetzt nicht gemeint fehlende Mund-Nasen-Schutz, das ist nämlich Ordnungswidrigkeit. Eine weitere Kategorie im Zusammenhang mit Corona ist Subventionsbetrug. Es gab Subventionsbetrug auch vorher, aber sehr gering. 2018 gab es 18 Fälle, 2019 auch 18 und 2020 dann 2965. Das ist ein Plus von 2947 Fälle oder fast 16.000 Prozent, wenn man so will. Und die meisten davon im Zusammenhang, fast 97,6 Prozent im Zusammenhang mit Corona. Das sind natürlich die Corona-Soforthilfen, die vom Staat ausgezahlt werden. Der Gesamtschaden wagt bei fast 30 Millionen Euro. Teilweise Anträge unter falschen Firmeninformationen gestellt. Beispielsweise von Personen, die gar nicht antragsberechtigt sind, weil sie arbeitslos sind oder gar keine Firma haben. Teilweise wurden Hilfen beantragt, obwohl die Antragsteller nicht in finanzieller Not waren. Teilweise wurden mehrere Fake-Seiten ins Internet gestellt. Sie erinnern sich, die der offiziellen Webseite für die NRW-Soforthilfprogramm ähnlich sahen. Auch hier das Internet als Tatmittel. Beim Subventionsbetrug haben wir 2020 eine Aufklärungsquote, und das ist das Schöne, von 97,1 Prozent erreicht. Also riesige Zahlen im Subventionsbetrug, aber genauso eine bombige Zahl, was die Aufklärung angeht. Obwohl es so viel mehr Fälle gab. Also das zeigt, dass die Polizei gut aufpasst, dass wir wachsam sind, dass wir reagiert haben, als die Delikte begonnen haben. Man könnte auch sagen, wer den Staat um Hilfsgelder betrügt, fliegt auf. Wir helfen denen, die Hilfe brauchen, aber Kriminelle gehören da nicht zu. Computerkriminalität. Anstieg um 20,8 Prozent auf 24.294 Fälle. Der höchste Stand seit fünf Jahren. Das sind 4.176 Fälle mehr als im Jahr davor. Und da zeigt sich Corona natürlich deutlich, denn das Leben findet immer mehr online statt. Also die Kriminalität kommt hinterher. Die Leute kaufen mehr im Netz ein und betrügen auch mehr. Das sieht man auch im Warenbetrug im Internet. Davon gab es 2020 vermehrt Fake-Shops mit gefälschten Masken, gefälschten Tests, gefälschten Impfstoffen und so weiter. Die große Nachfrage ist das Kapital der Fälscher. Und hinzu kommen Hackerangriffe auf Laptops im Homeoffice oder Diebstahl von privaten Daten. Die Betrüger nutzen das auch aus, dass viele Menschen zum ersten Mal online shoppen, also Neulinger sind, unerfahren sind. Diese Herausforderung stellt unsere Polizistinnen und Polizisten vor große Herausforderungen. Denn wenn die Städte leer sind, muss die Polizei im Internet auf Streife gehen und dann da einen Dieb verfolgen, der seine Beute im Netz zu Geld machen will. Wir haben deshalb 2020 78 neue Stellen in der Online-Sachverhandlung geschaffen. Und wir werden dieses Jahr nochmal 31 Stellen neu hinzu einstellen. Mehr Personal ist eine Antwort. Die neue Technik gehört dazu, um sichergestelltes Datenmaterial schnell auszuwerten und die Täter packen zu können. Wir müssen übrigens auch noch mehr in Ausbildung und Fortbildung investieren. Und vor allen Dingen braucht es online dieselben Regeln wie in der analogen Welt. Das wird eine Aufgabe für den Gesetzgeber auf Dauer sein. Und da müssen diese Gesetze natürlich auch konsequent angewendet werden. Also Online-Kriminalität muss genauso verfolgt werden wie jede andere Straftat. Dann kommen wir zu einer nächsten Gruppe. Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Stichwort Enkeltrick. Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen. Heute gerade wieder ein Fall in Essen vor Gericht. 2020 wurden 2.621 Straftaten in dieser Kategorie gezählt. Ein Plus von 718 oder 37,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Übrigens, da geben sich längst nicht mehr die Betrüger nur als Familienangehörige aus, sondern wir haben es auch zunehmend mit Betrügern zu tun. Diese tun, als seien sie Polizisten, Ärzte, Ordnungsamtsmitarbeiter und so weiter. Der Enkeltrick macht nämlich tatsächlich nur noch 13,2 Prozent aller Fälle aus. 608 Fälle oder 23,2 Prozent dieser Straftaten fallen unter das Phänomen falsche Amtsträger. Das ist jetzt die neue Masche. Und das sind dann auch falsche Polizisten oder Corona, klar, falsche Ärzte, falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die Corona-Tests verkaufen wollen und so weiter. Ich nenne das mal Enkeltrick im weißen Kittel. Der Schaden bei diesen Straftaten ist enorm. Einmal der finanzielle Schaden, Schadenssumme zum Nachteil älterer Menschen rund 25,3 Millionen Euro. Und mit den Fallzahlen stieg auch die Schadenssumme und zwar um 31,8 Prozent. Dabei sind übrigens die unzähligen Anrufe aus dem Ausland, die oftmals von den Opfern selbst beendet werden, noch gar nicht eingerechnet. Also es gibt auch ganz, 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 ganz viele Versuche, die gar nicht erfolgreich sind. Das waren übrigens im Jahre 2020 35.161 Fälle, Anrufe, die gar nicht durch, also wo die Leute selbst gesagt haben, ich bin doch nicht blöd. Von diesen Auslandsanrufen sind zum Glück wenige zielführend. Aber wenn, dann richten sie große Schaden, Schäden an. Nicht messbar sind natürlich die psychischen Schäden, die diese Straftat bei älteren Menschen verursachen. Die schämen sie sich, sind gedemütigt, sie haben teilweise alles verloren. Das ist ja das Geld, was man sich für schlechte Zeiten zurückgelegt hat. Ich finde, das ist das Unmoraleste, was es überhaupt gibt. Ihr Geld und ihren Glauben an die Gesellschaft verlieren die. Und deswegen werden wir das Phänomen weiter im Blick behalten. Wir haben bereits Ermittlungen gegen einige dieser Kriminellen geführt. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Beispiel, als wir in der Türkei zwei Callcenter ausgehoben haben. Danach sind natürlich die Bedrohungsangrufe zurückgegangen. Aber da darf man sich nichts vormachen. Es wird schon irgendeinen schlauen Menschen geben, der irgendwo ein neues Callcenter wieder öffnet. Also da muss man permanent dranbleiben. Wir arbeiten auch präventiv zum Beispiel mit der Initiative Sicher im Alter, die älteren Menschen für dieses Thema sensibilisiert und sicheres Verhalten fördert. Vom Telefonfilter bis zu Hinweisen bei der Geldabhebung sind die Polizeierhebungen hier sehr engagiert. Wir hatten vor, ich glaube, vor je Woche oder vor zwei Wochen so einen Test mit diesen Telefonfiltern in Gütersloh. Haben Sie ja bei der Polizei angeguckt. Also wir wollten es ja angucken. Ich war ja nun bedauerlich weise gehindert. Ich sollte da eigentlich hin. Aber damit kann man natürlich abblocken mit solchen Technikmitteln auch. Und das klappt. Das haben wir uns jetzt angeguckt. Jeder abgeblockte Anruf senkt das Risiko, in die Fänge von Kriminellen zu tappen und ihr nächstes Opfer zu werden. Also wenn kein Kontakt entsteht, kann die Anbahnung gar nicht erst mal ihren Anfang nehmen. Nächstes Thema häusliche Gewalt. Da sind wir in den letzten Monaten ja sehr oft zu gefragt worden von Ihnen und haben Ihnen immer davon erzählt, wie die Zahlen, die wir hatten, zurückgehen. Da will ich darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Thema häusliche Gewalt um ein Phänomen und nicht um ein Delikt handelt. Das macht die Sache so schwer, weil das sind unterschiedliche Delikte. Deswegen tauchen die an unterschiedliche Stellen auch. Wir haben, also es kann sexueller Missbrauch sein, es kann einfach Gewaltanwendung sein. Das gilt nur dann als häusliche Gewalt. Das ist das Kriterium, wenn Opfer und Täter aus dem gleichen Haushalt sind, also identisch Haushalt. Nur dann. Wir haben alle ja gehofft, gedacht und wir haben es ja auch zum Teil erzählt, die Zahlen während des Lockdowns. Wir haben damals gesagt, wir vermuten, die gehen hoch. Und als wir dann unsere Zwischenbilanz vorgestellt haben, haben wir sogar rückläufige Zahlen vorgestellt. Sie erinnern sich noch. Da hat ja weder ich noch Sie gesagt, das kann doch gar nicht stimmen. Und deswegen haben wir immer gesagt, das sind noch nicht valide Zahlen. Und jetzt haben wir uns das genauer angeguckt. Also wir haben eine extra Auswertung dazu gemacht. Wir haben die polizeiliche Kriminalstatistik auf häusliche Gewalt hin ausgewertet. Und ich kann Ihnen jetzt zum ersten Mal PKS-Zahlen zum Thema häusliche Gewalt vorstellen. Dadurch haben wir ein Gesamtbild, das wir von nun an jährlich fortschreiben können und bei dem wir auch rückblickend Zahlen für 2019 jetzt nennen können. Zu den Inhalten heißt das, wir haben 2020 29.155 Delikte aus diesem Phänomenbereich häusliche Gewalt. Das ist ein Anstieg von 7,7 Prozent. Also kein Abstieg, ein Anstieg. 32.705 Menschen wurden Opfer von häuslicher Gewalt, vor allen Dingen Frauen. 70 Prozent aller Fälle Frauen. Männer in 76,7 Prozent der Fälle Tatverdächtige, also überrepräsentiert. Meistens Körperverletzungen, aber nicht nur. Körperverletzungen 81,4 Prozent der Fälle. Ich habe eben schon mal gesagt, Freiheitsberaubung, Sexualstraftaten, Nötigung, Bedrohung, Stalking, kann alles dazugehören. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Zahlen sind gestiegen. Hat wahrscheinlich was mit räumlicher Enge, fehlende Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen. Vielleicht auch mit Alkoholkonsum zu tun. Also, vielleicht hat die Aggression auch in dieser Zeit zugenommen. Vielleicht ist das Anzeigeverhalten gestiegen. Also, das müssen wir uns jetzt genau angucken. Ist zu früh, das zu beantworten. Aber die Datenlage ist der erste Schritt, um weiterzukommen. So, jetzt mal weiter in die andere Kriminalitätsstatistiken. Ich will Wohnungseinbruchdiebstahl nennen. Ein Bereich, der positiv von Corona betroffen ist, ist die Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Die Zahl ist auf 24.780 Fälle gestiegen. Es war 2016 noch 52.578. Also, wir hatten von 2016 auf 2020 einen Rückgang von 52,9 Prozent. Das ist schon ein ganz schön starkes Stück. Und Corona hat das wahrscheinlich, das wissen wir nicht, das ist jetzt Vermutung, natürlich noch mal ein Stück verstärkt. Wie viel, können wir nicht wissen. Also, das ist eine Kontinuität. Das ist nicht Corona-spezifisch, sondern es wird ein Teil sein, sondern wir haben einen Trend. Deswegen habe ich diese 16er-Zahl mal genannt. Aber dass die Einbrüche zum wiederholten Male gesunken sind, das freut mich sehr. Weil das so etwas ist, wo Bürger ihre Sicherheitsgefühle sehr stark daran festmachen. Also, sie können sich sicher fühlen. Denn da werden ja nicht nur Fenster und Türen kaputt gemacht. Da werden nicht nur Spuren hinterlassen an Fenstern und Türen, sondern auch beim Sicherheitsgefühl der Menschen. Und jeder, bei dem schon mal eingebrochen wurde, der weiß, was das mit einem macht. Also, da wird die Polizei nicht nachlassen, auch wenn die Zahlen sich verbessern. Denn es kann sein, dass die Zahlen nach Pandemie auch wieder sich verändern. Der nächste Bereich ist Straßenkriminalität. Da haben wir auch einen Rückgang. 2020, 290.870 Fälle. Das sind 6.818 Fälle weniger als 19. Kann auch durch Pandemie erklärt werden. Das kann man jetzt, das ist immer alles Vermutung jetzt. Das kann man nicht quantifizieren. Denn Straßenkriminalität findet ja im öffentlichen Raum statt. Das können Sexualstraftaten, Körperverletzungen sein, aber auch abgetretener Autospiegel, Fahrrad- oder Taschendiebstähle. Alles öffentlicher Raum. Und wahrscheinlich ist, wenn weniger Leute im öffentlichen Raum unterwegs sind, geht es runter. Dass das nicht so einfach ist, werden wir es am nächsten Beispiel sehen. Taschendiebstähle. Also, Wohnungseinbrüche, Straßenkriminalität geht zurück. Die Zahl der Taschendiebstähle steigt. Wir haben 2020 33.003, also 33.3 Fälle gezählt. Das waren im Jahr davor 31.175 Fälle. Ein Plus von 5,9 Prozent. Trotzdem ist das der zweite, zweitniedrigste Stand bei Taschendiebstähle in den letzten zehn Jahren. Das heißt, wir hatten letztes Jahr eine super Zahl. Wir haben dieses Jahr wieder eine gute Zahl. Aber die gute Zahl dieses Jahr ist schlechter als die im Jahr davor. Wir sind in 2019 mit der niedrigsten Zahl und jetzt mit der zweitniedrigsten Zahl. Trotz Corona. So, nachdem wir im vergangenen Jahr schon so wenige Fälle wie nicht mehr hatten, wenig, wie wir nicht hatten wie nie. Dieses Jahr nochmal ein Tiefstand. Trotzdem bleiben rund 2.000 Fälle ein Ansporn, ein Auftrag, die Sicherheit auf öffentlichen Plätzen weiter zu verbessern, gerade wenn das öffentliche Leben wieder losgeht. Man könnte ja denken, ich habe das eben schon mal einleitend gesagt, oder vermuten, die Zahlen müssten doch zurückgehen, weil ja weniger Menschen unterwegs sind und dann versteht man den Anstieg nicht. Da hilft ein Blick auf die Jahreszeiten. Wir werden ja immer nachdenklicher, wie kann man das erklären? Denn die Zahlen schwanken sehr. So waren sie etwa im dritten Quartal deutlich höher als im zweiten Quartal. Während des ersten Lockdowns, April, Juni, gab es da tatsächlich einen Rückgang. Und als die Geschäfte wieder eröffneten, schlugen auch die Diebe wieder zu. Wir haben bei den Geschäften einen Zuwachs von 4.000 Fällen und im reinen öffentlichen Raum einen Rückgang von 2.000 Fällen. Da haben Sie die Erklärung. Also in den Geschäften ist es hochgegangen, und zwar stark, Taschenliebstahl. Keine Ahnung, weil die Leute dann wieder in Geschäften waren, wieder unvorsichtiger waren, froh daran waren, dass sie wieder in Geschäften waren. Ich kann es nur vermuten, aber draußen weniger. Also die Kriminellen waren nicht weg. Die haben ihre Verluste, wenn man so will, mehr als wegmachen können. Diese Aufholjagd könnte das Plus insgesamt bei den Taschenliebstählen erklären. Dann kommen wir zu dem Punkt Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Rückgang von 10,9 Prozent, ein Tatbestand, der jahrelang vorher immer angestiegen ist. Wir haben im letzten Jahr 8.046 Fälle gezählt, die in diese Kategorie fallen, Vollstreckungsbeamte. 2019 waren es 9.029 Fälle. Vollstreckungsbeamte, das sind zum Beispiel Polizistinnen, Polizisten, Justiz, Vollzugsangestellte, Zoll. Diese Straftaten bleiben ein Problem, auch wenn sie zurückgegangen sind. Wenn man sich anguckt, wie sich das Verfahren in den letzten Jahren entwickelt hat, dann ist es einfach viel zu viel. Offenbar sinkt die Hemmschwelle, Beamtinnen und Beamte anzugreifen, die staatliches Recht durchsetzen. Und immer mehr sinkt das. Gestiegen ist die Zahl der Widerstände gegen Personen, die gleich stehen, diesen Vollstreckungsbeamten. Das sind zum Beispiel Mitarbeiter der Ordnungs- und Gesundheitsämter. Das ist aber auch logisch. Die waren vorher gar nicht so in den Mängeln auf der Straße. Also diese Kategorie gab es wahrscheinlich, oder die waren gar nicht so betroffen. Da haben wir 1.642 Fälle gezählt. Das waren im Jahr vorher nur 411. Also Steigerung, große Steigerung. Wenn man nüchtern rangeht, kann man es vermuten, dass es viel mit dem mehr Anwesenheit der Leute auch zu tun hat. Also wieder Corona. Es gab einfach mehr Aufgaben für die Ordnungsämter, Maskenpflicht und anderes mehr. Also auch mehr Angriffsfläche, mehr Kontakt. Es ist eben ein Unterschied, ob man bei einer Maskenpflicht kontrolliert oder ob man dem Auto so einen Strafzettel verpasst und zieckt. Also Sie haben es verlagert. Jetzt kommen wir zu Mord und Totschlag. Die Kriminalfälle, die weniger im Zusammenhang mit Corona stehen. Zu den klassischen Fällen. Da zählt die Polizei im Jahre 2020 372 Fälle. Wir sehen hier einen deutlichen Rückgang, nämlich um 40 Fälle oder fast 10 Prozent weniger als im Jahre 2019. In jedem einzelnen Fall, zumindest bei den vollendeten Taten, ist das trotzdem ein toter Mensch weniger. Und das ist wirklich eine tolle Nachricht. Also das erfreut. Es sind insgesamt ja wenige Fälle. Aber da geht es ja auch nicht um Taschenliebstahl, sondern um Tod. Und da sind wir also schon ganz gut vorangekommen. Von den 372 Fällen blieb es in 274 Fällen glücklicherweise beim Versuch. Also wir sprechen immer noch von 98 vollendeten Mord- und Totschlagsfällen. Und jeder Fall ist einer zu viel. Jeder, jedes Opfer hinterlässt. Vater, Mutter, Brüder, Geschwister und so weiter. Deswegen ist es so erfreulich, dass die Zahl zurückgeht. Und die Aufklärungsquote, die ist traditionell hier gut. Da haben wir 93,8 Prozent Aufklärungsquote. Gewaltkriminalität. Da gibt es auch einen Rückgang. Da haben wir im Jahre 2020 43.257 Fälle gezählt. Das sind 944 Fälle weniger, beziehungsweise 2,1 Prozent. Darunter fallen gefährliche und schwere Körperverletzungen. Aufklärungsquote hat sich hier auch noch mal verbessert. Da haben wir bei der Aufklärung 76,5 Prozent aller Fälle aufklären können. Das waren im Jahr davor 75,3 Prozent. Also in beiden Kategorien eine gute Aufklärung und guter Rückgang. Thema Drogenkriminalität, Rauschgift. Da will ich drei Punkte nur benennen. Professionalität, Wirkungsweise und Drogentoten. Es gab im vergangenen Jahr insgesamt 68.254 Delikte. Ein Minus von 893 Fälle, beziehungsweise 1,3 Prozent. Man kann sagen Rückgang, aber das Niveau ist noch verdammt hoch. Da beschäftigt uns erstens die Professionalität, mit der die Täter vorgehen. Was die Kolleginnen und Kollegen Beratzen finden, das sind richtige Drogenfabriken. In einem Fall mit mehr als 3000 Pflanzen. Also keine Kleingärten, sondern Profiplantagen mit 1000 Cannabis-Pflanzen und mehr. Super-Gentechnik wird eingesetzt, um die Erträge zu steigern. Und dann gibt es nicht eine, sondern vier oder fünf Ernten im Jahr. Also das ist schon höchste Professionalität, das beunruhigt. Zweitens beunruhigt... Ja, spannende Zahlen sind es, die der nordrhein-westfälische Innenminister Reul da gerade präsentiert hat. Vor allem eben durch Corona sieht man Verschiebungen in der Kriminalität. Die klassischen Delikte sinken, der Computerbetrug steigt. Die Zahl aller registrierten Straftaten in NRW, die sank zum vierten Mal in Folge. Der Unterschied zum Vorjahr allerdings minimal. Und man sieht eben auch Taten, die es ohne Corona nicht geben würde, wie zum Beispiel Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, aber auch Subventionsbetrug im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen hat es gegeben. Da allerdings auch eine Aufklärungsquote von 97,1 Prozent. Ganz spannend auch, weil das ja durchaus etwas ist, worum sich viele Menschen Gedanken machen. Häusliche Gewalt in der Pandemie ist erst mal kein Delikt als solches, sondern setzt sich aus unterschiedlichen Taten ja zusammen. Dennoch hat man sich in NRW die Mühe gemacht, eine extra Auswertung hergestellt. Und da sieht man dann auch einen Anstieg von 7,7 Prozent. Soweit das Wichtigste aus dieser Pressekonferenz. Kurze Pause hier bei uns. Wir sind gleich wieder für Sie da. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Und das scheinen dann auch Videos zu belegen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt erst einmal die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Die Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat angekündigt, dass sie sich zu dem Interview nicht äußern will. Ein Interview, das in jedem Fall für Wellen und Aufregung sorgt, nennt sie Lanzendorfer in Washington. Ich meine, Rassismusvorwurf gegen das Königshaus, das ist schon ein scharfes Schwert. Ja, ein schockierendes Interview und Meghan hatte eben davon berichtet, von Gesprächen im Palast, dass man sich eben Sorge vor der Geburt ihres ersten Kindes gemacht haben soll. Über eben dessen Hautfarbe in diesem Interview ist Meghan zuerst befragt worden. Später kam Harry dazu und der wurde von Oprah Winfrey auch nochmal danach gefragt. Und er hat bestätigt, dass er im Palast Gespräche dazu geführt hat. Und das ist aber die einzige Frage, glaube ich, die nicht beantwortet wurde von Oprah Winfrey. Mit wem hat er diese Gespräche geführt? Dazu wollte Harry nichts sagen. Im Internet wird darüber heftig spekuliert und auch darüber, ob der Palast tatsächlich dazu schweigt. Oder ob, beziehungsweise wie er auf dieses Interview dann reagieren wird. Nancy, schauen wir nochmal auf dieses Interview insgesamt. Was soll das Ganze? Also warum haben die beiden sich überhaupt geäußert? Was wollen sie damit? Ich glaube, um ihren Stand der Dinge zu erzählen, vielleicht eine Art Befreiungsschlag. Oprah Winfrey hat auch im Interview erwähnt, Meghan, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich dich nach einem Interview gebeten habe. Warum jetzt? Und Meghan meinte eben, weil sie es jetzt könne, weil sie ihre eigenen Entscheidungen treffen könne und weil es wirklich befreiend sei und sie sei eben bereit zu reden. Und Oprah Winfrey hatte sie auch darauf angesprochen. Es sind ja schon einige schockierende Dinge, die du hier sagst. Du hast es angesprochen. Sie hatte auch von Selbstmordgedanken erzählt. Und da sagt dann eben Meghan, es geht ihr nicht darum, Schockierendes zu erzählen oder eben zu schockieren. Es geht ihr um die Wahrheit. Nancy, Dankeschön. Nach Washington. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Die Corona-Pandemie hat, wie so vieles auch, den Alltag der meisten Familien auf den Kopf gestellt. Zur ganz alltäglichen Hausarbeit kamen mindestens noch Homeoffice und Homeschooling dazu. Doch wie wird eigentlich diese Mehrbelastung innerhalb der Familie aufgeteilt? Max Hermes. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nerven mehr, wenn der nach sechs, sieben oder acht Stunden arbeiten, von der Arbeit heimkuchen, noch viel im Haushalt macht. Zwar haben Männer in der Pandemie bei Hausarbeit und Kinderbetreuung aufgeholt. Während sie sich 2018 nur 3,3 Stunden pro Tag zuständig fühlten, waren es im vergangenen Jahr schon 5,6. Aber Frauen leisteten schon vor der Pandemie mehr und legten dann noch eine Schippe drauf. Sie stellen sich jetzt 7,9 Stunden pro Tag in den Dienst der Familie. Das sind 2,3 Stunden mehr als die Männer. Auch die Bundeskanzlerin mahnt. Wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen. So sind es doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meistern. Doch es geht auch anders. Wo sich die Partner schon vorher den Haushalt geteilt oder unterstützt haben, klappt das jetzt noch besser. Mir ist Last abgenommen. Ist das so? Ja. Und er macht mehr Küche und ich mache mehr Wäsche. Diese Aufteilung gibt es bei Familie Dietzen nicht. Hier muss die Pandemie erst enden, damit die Kinder wieder öfter bei Oma und Freunden sind und Mama Stefanie etwas mehr Zeit für sich hat. In der Schweiz dürfen sich muslimische Frauen künftig nicht mehr verschleiern. Das ist das voraussichtliche Ergebnis einer Volksabstimmung. Nach Hochrechnungen des Schweizer Fernsehens votierten rund 52 Prozent der Wähler für das umgangssprachliche Burka-Verbot. Ziel der Maßnahme ist es. Wie in der Konzepte wird in Deutschland also mit dem heutigen Morgen, seit heute Morgen, so ein bisschen Normalität probiert. Wie das konkret aussieht, ist natürlich weiterhin vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Hier in Norderstedt läuft es wieder rundum locker, zumindest was das Shoppen betrifft. Die Läden öffnen und zwar für alle unter Auflagen, so ist die Kundenzahl je nach Quadratmeter begrenzt. Während Gartencenter, Buch- und Blumenläden jetzt überall wieder geöffnet sind, ist für alle anderen Einzelhändler Shopping mit Termin möglich. In Regionen mit wenigen Neuinfektionen, wie es außer in Schleswig-Holstein, auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz der Fall ist, wird regional entschieden, ob die Geschäfte komplett öffnen. Für die Händler wie auch die Kunden ein lang ersehnter, überfälliger Schritt. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Wir haben ja nur eine Durststrecke von fast drei Monaten gehabt und man freut sich einfach. Die Leute brauchen es. Endlich mal kann man in die Öffentlichkeit gehen und sich was aussuchen. Freude auch bei den Kunstfans. Museen öffnen mit Termin je nach regionaler Inzidenz. Kosmetika, Massagen und Nagelstudios, auch das geht ab heute wieder. Kann bei Dienstleistungen nicht durchgehen. Die FFP2-Maske getragen werden soll, vorher getestet werden. Außerdem dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder sind ausgenommen und das inzidenzunabhängig. Auch Sport in der Gruppe ist mal mehr, mal weniger wieder möglich. Die Schulen gehen heute überall einen Schritt weiter. So dürfen auch die älteren Jahrgänge zurück in den Wechselunterricht. Deutschland lockert auf Probe, denn sollten die Zahlen wieder steigen, tritt die Notbremse in Kraft. Genau das sehen Virologen voraus. Allerdings haben wir, da müssen wir uns nichts vormachen, immer noch eine Lücke, bis wir tatsächlich alle auf der sicheren Seite haben. Also mit mindestens einer Impfung, besser auch noch der zweiten Impfung. Diese Lücke, die findet jetzt statt. Das heißt, Lockerungen in diesen Wochen sind eben immer auch ein Risiko. Dennoch kommen sogar die ersten positiven Signale in Sachen Osterurlaub, zumindest an der Küste. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gibt sich optimistisch, dass in seinem Bundesland dank der guten Inzidenzen die Hotels und Restaurants über die Feiertage ebenfalls wieder öffnen können. Schauen wir mal, wie sich die Situation in Bayern darstellt. Christina Lewinsky zugeschaltet vom Marienplatz. Und da ist ein bisschen was los hinter dir. Was geht denn in Bayern ab heute? Es ist ein bisschen was los, Tatjana. Ab jetzt ist wieder erlaubt, dass man mit Terminvergabe hier in der Innenstadt in die Geschäfte hinein darf zum Shoppen. Was man nicht darf, ist eben den Einzelhandel zu öffnen mit den Beschränkungen. Denn die Inzidenz ist hier in München wieder über 50 gestiegen. Zwar ganz knapp, aber das heißt eben, dass man nicht alles so, wie eigentlich noch am Samstag gehofft, aufmachen kann. Am Samstag, da lag die Inzidenz bei 48. Da hatte man ja schon viele Mitarbeiter zum Beispiel aus dem Urlaub zurückgeholt, aus der Kurzarbeit zurückgeholt, weil man dachte, man kann jetzt wieder Vollgas geben ab heute. Aber die Inzidenz ist gestiegen und deswegen nur eingeschränkter Betrieb hier in der Innenstadt. Anders sieht es aus in anderen Teilen rund um die Stadt München, zum Beispiel Ebersberg. Dort ist die Inzidenz unter 50. Das heißt, dort ist wieder sehr viel mehr geöffnet. Christina, danke schön für diese aktuellen Eindrücke aus München. Um in Sachen Impfen endlich schneller voranzukommen, sollen ja ab Ende des Monats auch niedergelassene Ärzte mitimpfen dürfen. Eine entsprechende Verordnung wollen der Gesundheitsminister und seine Länderkollegen auf den Weg bringen. Max Seid berichtet. Hallo, der Impfstoff vom Landkreis. In ihrer Praxis in Biederitz in Sachsen-Anhalt darf Yvonne Wilke, was viele ihrer Kollegen wohl erst ab Anfang April können, gegen Corona impfen. Dieses Pilotprojekt eines, das ihrer Meinung nach dringend Schule machen sollte. Das Impfen ist das täglich Brot der niedergelassenen Ärzte. Und umso dringlicher war ja auch der Wunsch, dass wir das Impfen übernehmen können. Je mehr Impforte es gibt, umso schneller haben wir die Bevölkerung auch durchgeimpft. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung könnten Hausärzte rund 5 Millionen Impfungen pro Woche durchführen. Voraussetzung, es ist genug Impfstoff da. Das ist laut Gesundheitsministerium aber erst ab Anfang April der Fall. Deswegen sollen Hausärzte auch erst ab dann flächendeckend Dosen bekommen. Allerdings liegen laut Welt am Sonntag schon jetzt 3,3 Millionen Impfdosen ungenutzt herum. Experten raten da zu mehr Flexibilität. Das ist sinnvoll, wenn man dann die nächsten Gruppen, die in der Priorisierung etwas weiter unten stehen, dann entsprechend kontaktiert und zum Impfen einlädt. Das sollte möglichst frühzeitig passieren und auch so, dass es ganz flexibel handhabbar ist. Wie es flexibler geht, zeigte sich heute in Viersen am Niederrhein. Dort wurden am Ruhetag kurzerhand 900 Lehrerinnen und Erzieher geimpft. Heute hatten wir noch einen freien Sonntag und haben überlegt, dass wir dieses Kontingent für die Beschäftigten der Grundschulen, Tagespflegen und Tageseltern heute verimpfen. Weil dann brauchen die aus dem regulären Dienst nicht ins Impfzentrum zu kommen, sondern können die Kinderbetreuung weiter übernehmen. Trotz dieser Flexibilität, das nächste Chaos wartet bereits. Denn nicht nur in Viersen haben die Behörden oft keinerlei Angaben, wer eigentlich zur nun startenden Impfgruppe 2 gehört. Ein Fakt, der in den nächsten Wochen für weitere Ruckler in der Impfkampagne sorgen könnte. Besprechen wir das Ganze mit Ulrich Weingeld. Er ist der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands und auch Facharzt für Allgemeinmedizin in Bremen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag, Frau O. Die Hausärzte wollen loslegen, wollen impfen. Können Sie grob überschlagen, so Pime mal Daumen, wie viele Impfungen könnten denn durch Hausarztpraxen abgedeckt werden? Also relativ viele. Die Zahlen schwanken ja zwischen 2,5 und 5 Millionen pro Woche. Das ist sicher realistisch, selbst wenn man davon ausgeht, dass Menschen nach der Impfung noch eine Viertelstunde in der Praxis verweilen müssen. Das können wir organisieren. Und ich frage mich, warum das nicht sofort losgeht. Das ist doch entscheidend, dass wir möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen. Und da muss man vielleicht sich auch mal von ganz starren Vorgaben verabschieden und pragmatisch vorgehen, wie es uns andere Länder vormachen. Dann werden wir schneller und dann werden wir auch nicht mehr mit Virologen über Lücken diskutieren müssen. Herr Weigeld, verstehe ich Sie richtig, dass es nicht nur fehlender Impfstoff im Moment ist, der Sie hindert, loszulegen? Was darüber hinaus sind denn diese Vorgaben, von denen Sie sprechen, die Sie hindern? Ja, anscheinend muss für alles erst mal ein Papier erstellt werden oder eine Kommission gefragt werden. Es ist kein Problem, beispielsweise am Impfzentrum anzurufen und zu sagen, ich hätte jetzt in der Praxis 20 Patienten, die dran wären, ich hätte gerne den Impfstoff für diese. Wenn der Impfstoff da ist, dann bekomme ich ihn. Wenn ich ihn nicht bekomme, dann muss ich die Menschen vielleicht noch mal eine Woche vertrösten. Aber Sie haben ja deutlich gemacht, dass hier tatsächlich noch viel Impfstoff liegt und wir jetzt darüber überlegen, wer jetzt eventuell in der zweiten Gruppe noch angerufen werden könnte. In der Zeit haben wir doch schon eine ganze Menge Menschen mehr geimpft und der Impfstoff wird jetzt ja kontinuierlich nachgeliefert. Insofern muss man hier tatsächlich Flexibilität haben und einfach Geschwindigkeit machen. Wir müssen schnell sein. Wir verlieren sonst das Momentum und vielleicht ist dann irgendwann die Impfbereitschaft nicht mehr so groß. Herr Weigel, Sie haben die zweite Gruppe schon angesprochen. Haben Sie denn eine Übersicht zum einen darüber, wer in welcher Gruppe von Ihren Patienten überhaupt ist und diese Übersicht anzufertigen, wie schwierig ist das? Wir haben unsere Patienten in unseren Karteien. Früher auf Papier, jetzt im Computer. Es ist also relativ wenig Aufwand zu gucken, wer ist in der richtigen Altersgruppe. Und außerdem haben wir natürlich noch die Erkenntnis darüber, wer wie krank ist und wie schlimm krank ist, sodass wir hier tatsächlich auch die Menschen, die vielleicht sonst durchs Raster fallen, impfen können. Und vergessen Sie nicht, wir haben viele Menschen, die in der Häuslichkeit leben, die nicht raus können, die nicht in ein Impfzentrum gehen können. Die würden wir natürlich gerne mit der Impfspritze besuchen und dafür sorgen, dass ihnen auch nichts passieren kann. Ist all das, wie Sie es gerade schildern, denn aber so nebenbei, neben dem regulären Alltag in einer Hausarztpraxis noch zu schaffen? Na, das ist sicher belastend. Aber wir sind es gewohnt, auch Impfwellen, wenn man dabei bleiben will, bei diesem Bild zu bearbeiten. Erinnere ich an die Grippeimpfung, das ist auch viel. Und ich glaube, dass wir zusätzlich so viel impfen können, dass wir tatsächlich vorankommen und nicht irgendwelcher Impfstoff ungenutzt über längere Zeit in Kühlschränken lagert. Also insofern glaube ich, dass wir das können, dass wir auch bereit sind, das zu tun. Und alle, die Sie fragen, sagen das auch. Und wir brauchen eigentlich auch keine Pilotstudien mehr. Wir wissen, dass wir impfen können. Und die Menschen fragen uns, Herr Doktor, wann können Sie mich endlich impfen? Ich möchte nicht woanders hingehen. Was machen Sie mit Impfstoff oder würden Sie machen mit Impfstoff, der am Abend übrig bleibt? Da würde ich den Computer ansehen, würde gucken, welche Patienten als Nächste in der Lage oder dran wären, geimpft zu werden, würde die anrufen. Und ich glaube, da würde am Ende des Tages nichts übrig bleiben. Die Daten, die Sie dann mit dem Impfen erheben, wie kommen die ans RKI? Und haben alle Hausarztpraxen, mehr oder weniger, die technischen Möglichkeiten und Voraussetzungen, diese Daten zu übermitteln? Nur, wir müssen eigentlich gar keine Daten an das RKI übermitteln, sondern eine Impfung ist eine Impfung. Die wird ganz normal über unsere normalen Strukturen mit der Abrechnung an die Kassenärztliche Vereinigung gemeldet, die wiederum das an die Kassenärztliche Bundesvereinigung meldet. Und die kann die Daten dann ans RKI geben. Wir haben keine Beziehung zum RKI. Was wir machen können, das machen die Schweden auch, am Abend des Arbeitstages eine Strichliste zu machen, wie viel Impfstoff von welcher Sorte verimpft worden ist, damit man diese Zahlen jeden Tag rausgeben kann. Alles Weitere ist ein ganz normaler Routineablauf, der auch gar nicht geändert werden muss. Sie wollen impfen, aber testen eher nicht. Also zumindest nicht im Rahmen dieser neuen Teststrategie. Was spricht dagegen? Das ist so nicht richtig. Wir testen ja schon. Wir haben ja schon Testmaterialien auch gekauft. Viele Kollegen, also die meisten, haben Schnelltests in der Praxis, weil wir unsere Patienten natürlich testen. Aber wir können, und da haben Sie ja die Arbeitsbelastung schon angesprochen, nicht jeden Tag noch den Tag der offenen Tür machen und alle anderen Menschen, die wir sonst nicht kennen, nicht testen. Das muss anders geregelt werden. Für unsere Patienten sind wir selbstverständlich auch mit Tests da. Herr Weigelt, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen bei all dem Elan, den Sie hier gerade gezeigt haben, dass Sie möglichst bald Impfstoff bekommen und wenig Papier und loslegen können. Vielen Dank, das wünsche ich mir auch. Selbstmordgedanken, Rassismusvorwürfe, keinerlei Unterstützung. Im Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey haben Meghan und Harry von Sussex einige verbale Bomben gezündet. Es ist aus Ihrer Sicht die Wahrheit, die Hintergründe, warum Sie sich aus dem königlichen Leben verabschiedet haben. Fanny Houston berichtet. Es war die Traumhochzeit, die für Prinz Harry und Meghan Markle gar keine war. Das hier war nur für die Welt, wie Meghan jetzt erklärt. Sie und Harry wurden schon drei Tage vorher ganz privat verheiratet. Zwei Stunden lang dauert das Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, in dem Meghan erzählt, wie sie von Beginn an im Königshaus gelitten hat. Jeder in meinem Umfeld versprach, mich zu beschützen und ich habe es geglaubt. Aber ich realisierte, dass ich eben nicht beschützt wurde und dass Lügen über mich verbreitet wurden. Niemand habe sie auf die Zeit im Königshaus vorbereitet. Monatelang durfte sie nicht raus. Sie habe sich einsam wie nie gefühlt. Und mit dem Baby kam das Unfassbare für Meghan. In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security. Und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Rassismus im Königshaus. Wer diese Gespräche mit Harry und Meghan geführt haben soll, will sie nicht sagen. Dennoch, auch die Boulevardpresse setzt beide unter Druck. Sie fühlen sich verfolgt, eingeengt. Meghan wird depressiv und erzählt unter Tränen, ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe bekommen haben sie keiner. Es könne der königlichen Institution schaden. Prinz Harry, der darin eine Wiederholung der Geschichte mit seiner Mutter sieht, findet dann klare Worte über diese Zeit. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Meghan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Doch Harry und Meghan tun es, auch wenn sie alles verlieren. Das Verhältnis zur Queen sei dennoch gut. Mit seinem Bruder habe er sich auseinandergelebt und zu seinem Vater sagt er, ich fühle mich fallen gelassen, denn er weiß doch, wie sich Schmerz anfühlt und hat etwas Ähnliches durchgemacht. Und Archie ist sein Enkel. Ich werde ihn immer lieben, aber es gibt sehr viel Schmerz. Ein Interview, das die Welt wohl so schnell nicht vergessen wird, glauben Experten. Dieses Interview wird die Wahrnehmung der Königsfamilie grundlegend verändern und auch darüber, wie diese Institution Menschen behandelt. Auch enthüllt wurde mehr über Baby Nummer 2. Zumindest über das Geschlecht. Ein Mädchen wird es. Beide seien glücklich, so wie sie leben und bereuen nicht den Weg, den sie gegangen sind. Dieses Interview wollen wir noch mal besprechen. Mit Nancy Lanzendorfer aus Washington zugeschaltet. Und Arne Striegler steht in London vor dem Buckingham-Palast für Fragen bereit. Nancy, fangen wir mal bei dir an. Der Rassismusvorwurf gegen das Königshaus, durchaus vehement davor getragen. Haben Sie denn auch eine plausible Begründung dazugegeben oder auch Namen genannt, wer es gewesen sein soll? Nein, Namen genannt haben sie nicht. Sie haben sich eben auf Gespräche innerhalb des Palastes berufen. Im Beitrag klang es schon an. Und auch CBS hat gerade noch mal einen Clip, einen Ausschnitt aus diesem Interview veröffentlicht, der bisher noch nicht bekannt war. Und ich darf zitieren, Oprah Winfrey, also die Talkshow-Ikone, hat da Harry gefragt. Did you leave the country because of racism? Und er hat geantwortet, large part of it. Also war Rassismus ein Grund dafür, dass du das Land verlassen hast? Und er meinte eben zur Antwort, ein großer Teil davon sei eben Teil dieser Entscheidung gewesen. Also das jetzt einer der neuen Clips, die gerade von CBS, vom Fernsehcenter veröffentlicht worden sind, der auch gestern das Interview ausgestrahlt hat. Und die Gespräche im Beitrag klang es an. Zu denen wurde dann später auch Harry im Interview gefragt. Meghan ja als erstes im Interview mit Oprah Winfrey, dann beide zusammen. Harry wollte aber keine Namen nennen. Und auch Meghan meinte, das wäre very damaging, also sehr schädlich für sie. Jetzt wird natürlich im Internet spekuliert, auf Twitter etc., mit wem Harry da gesprochen hat. Wie gesagt, Harry wollte sich dazu nicht äußern. Und es wird auch spekuliert, ob bzw. wie eben jetzt der Palast darauf reagieren wird. Denn eingangs hatte man ja gesagt, dass man darauf nicht reagieren wird, auf dieses Interview. Aber nach diesen vielen Anschuldigungen ist die Frage, können Sie das überhaupt, müssen Sie nicht reagieren? Ich gebe die Frage, ich nehme sie mal von dir, Nancy, und gebe sie gleich weiter an Arne Striegler. Arne, du hast es gehört. Nancy sagt gerade, eigentlich wollte der Palast nicht, aber muss er nicht eigentlich reagieren? Der Palast muss überhaupt nichts tun. Wir wissen aus jahrelangen Erfahrungen, dass das Haus Windsor und der Buckingham-Palast hier hinter mir eines besonders gut gannen. Und das ist große Krisen einfach aussitzen. Interessanterweise hatten wir gestern Business as usual. Die Königin hat ihre Commonwealth-Rede abgegeben. Nichts deutet heute im Palast darauf hin, dass irgendwie reagiert werden könnte auf dieses Interview. Das Interview, das übrigens interessanterweise in Großbritannien erst heute Abend, Montagabend ausgestrahlt wird. Aber die meisten Kommentatoren hier in London rechnen nicht damit, dass das Königshaus offiziell darauf reagieren wird. Denn die erste Regel im Haus Windsor ist weiterhin never complain, never explain, niemals sich beschweren und niemals sich erklären müssen. Beschwert haben sich die zwei gestern relativ deutlich in diesem Interview. Von all den Aussagen, die wir jetzt schon gehört haben und die jetzt natürlich seziert werden. Was aus deiner Kenntnis heraus sind die Aussagen, die das Königreich, die Öffentlichkeit im Moment am meisten aufwühlen und beschäftigen? Nun, Aussagen wie zum Beispiel der Rassismus wiegen natürlich sehr schwer. Also Rassismus, das ist doch ziemlich starker Tobak, würde ich mal sagen. Wir hatten, also hier hatte eigentlich niemand mitgerechnet, dass Meghan und Harry leise gehen würden, leise sich verabschieden würden in Richtung Kalifornien. Dass es allerdings so ein Getöse geben würde, damit hatte man hier nun doch nicht gerechnet. Man muss einfach mal abwarten, was die nächsten Stunden, die nächsten Tage, die nächsten Wochen bringen werden. Aber um es noch einmal zu sagen, bislang deutet nichts darauf hin, dass der Palast in irgendeiner Art und Weise auf dieses Interview näher eingehen wird. Wir haben aber auch schon gehört von Seiten der Queen, dass eben die Mobbing-Vorwürfe, die von ehemaligen Angestellten in Richtung Meghan Markle erhoben werden, das allerdings soll untersucht werden. Das ist richtig. Der Palast hat vergangene Woche, Ende vergangener Woche bekannt gegeben, dass man intern, und das ist wichtig, intern, palastintern diese Vorwürfe untersuchen wird. Das ist natürlich auch nicht anders denkbar. Wenn ein hohes Mitglied oder ehemaliges Mitglied der Königsfamilie, nämlich Meghan, solche Vorwürfe gegen Palasthoheiten vorträgt in der Öffentlichkeit, dann muss der Palast auf sowas reagieren. Er hat das getan, indem er gesagt wird, es wird alles genau untersucht werden. Aber da muss man auch wieder abwarten, was diese Untersuchung ergeben wird. Interessanterweise ist die Reaktion der Öffentlichkeit hier in Großbritannien heute Nachmittag, die meisten Reaktionen sind relativ negativ. Eine der größten und wichtigsten Boulevardzeitungen, die Sun, hatte heute Morgen demonstrativ nur ein Wort auf ihrer Titelseite. Und das war nicht diesmal der Mexit, sondern der Mexile. Das heißt, man rechnet hier in Großbritannien damit, dass dieses Interview so nach, sagen wir mal, der letzte Satz gewesen, der letzte, das letzte, na, ich würde mal sagen, Halleluja von Meghan und Harry gewesen sein könnten. Und damit dürften die beiden endgültig draußen sein, raus sein aus dem Königshaus. Und wir müssen mal abwarten, was als nächstes hier passiert. Arndt, danke schön für die Einordnung. Alexander Simon rüttelt sich schon mal die Krawatte zurecht, um sie dann durch den Nachrichten-Nachmittag zu begleiten. Meghan und Harry werden uns natürlich auch weiterhin noch beschäftigen. Wir blicken aber auch in die USA, wo der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des Afroamerikaners George Floyd beginnt. Und die Öffnungen und Lockerungen hier bei uns im Land beschäftigen uns natürlich auch. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Die Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Aus dem Königshaus gibt es bislang keine Reaktion. Die Queen selbst hat angekündigt, dass sie sich zu dem Interview nicht äußern will. Ein Interview, das in jedem Fall für Wellen und Aufregung sorgt, Nancy Lanzendorfer in Washington. Ich meine, Rassismusvorwurf gegen das Königshaus, das ist schon ein scharfes Schwert. Ja, ein schockierendes Interview. Und Meghan hatte eben davon berichtet, von Gesprächen im Palast, dass man sich eben Sorge vor der Geburt ihres ersten Kindes gemacht haben soll, über eben dessen Hautfarbe. In diesem Interview ist Meghan zuerst befragt worden, später kam Harry dazu. Und der wurde von Oprah Winfrey auch noch mal danach gefragt. Und er hat bestätigt, dass er im Palast Gespräche dazu geführt hat. Und das ist aber die einzige Frage, glaube ich, die nicht beantwortet wurde von Oprah Winfrey. Mit wem hat er diese Gespräche geführt? Dazu wollte Harry nichts sagen. Im Internet wird darüber heftig spekuliert und auch darüber, ob der Palast tatsächlich dazu schweigt oder ob bzw. wie er auf dieses Interview dann reagieren wird. Nancy, schauen wir noch mal auf dieses Interview insgesamt. Was soll das Ganze? Also warum haben die beiden sich überhaupt geäußert? Was wollen Sie damit? Ich glaube, um Ihren Stand der Dinge zu erzählen, vielleicht eine Art Befreiungsschlag. Oprah Winfrey hat auch im Interview erwähnt, Meghan, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich dich nach einem Interview gebeten habe, warum jetzt? Und Meghan meinte eben, weil sie es jetzt könne, weil sie ihre eigenen Entscheidungen treffen könne und weil es wirklich befreiend sei und sie sei eben bereit zu reden. Und Oprah Winfrey hatte sie auch darauf angesprochen. Es sind ja schon einige schockierende Dinge, die du hier sagst. Du hast es angesprochen. Sie hatte auch von Selbstmordgedanken erzählt. Und da sagt dann eben Meghan, es geht ihr nicht darum, Schockierendes zu erzählen oder eben zu schockieren. Es geht ihr um die Wahrheit. Nancy, Dankeschön. Nach Washington. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Die Corona-Pandemie hat, wie so vieles auch, den Alltag der meisten Familien auf den Kopf gestellt. Zur ganz alltäglichen Hausarbeit kamen mindestens noch Homeoffice und Homeschooling dazu. Doch wie wird eigentlich diese Mehrbelastung innerhalb der Familie aufgeteilt? Max Hermes. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stephanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nerven mehr, wenn der nach 6, 7, 8 Stunden arbeiten, von der Arbeit heimkochen, noch viel im Haushalt macht. Zwar haben Männer in der Pandemie bei Hausarbeit und Kinderbetreuung aufgeholt. Während sie sich 2018 nur 3,3 Stunden pro Tag zuständig fühlten, waren es im vergangenen Jahr schon 5,6. Aber Frauen leisteten schon vor der Pandemie mehr und legten dann noch eine Schippe drauf. Sie stellen sich jetzt 7,9 Stunden pro Tag in den Dienst der Familie. Das sind 2,3 Stunden mehr als die Männer. Auch die Bundeskanzlerin mahnt. Wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen. So sind es doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meistern. Doch es geht auch anders. Wo sich die Partner schon vorher den Haushalt geteilt oder unterstützt haben, klappt das jetzt doch besser. Mir ist Last abgenommen. Ist das so? Ja. Er macht mehr Küche und ich mache mehr Wäsche. Diese Aufteilung gibt es bei Familie Dietzen nicht. Hier muss die Pandemie erst enden, damit die Kinder wieder öfter bei Oma und Freunden sind und Mama Stefanie etwas mehr Zeit für sich hat. In der Schweiz dürfen sich muslimische Frauen künftig nicht mehr verschleiern. Das ist das voraussichtliche Ergebnis einer Volksabstimmung. Nach Hochrechnungen des Schweizer Fernsehens votierten rund 52% der Wähler für das umgangssprachliche Burka-Verbot. Ziel der Maßnahme ist es, Gesichtsbedeckungen ohne medizinischen Zweck im öffentlichen Raum zu verbieten. Da es in der ganzen Schweiz nur wenige Dutzend Frauen geben soll, die eine Vollverschleierung tragen, dürfte das Verbot vor allem Touristinnen aus muslimisch geprägt werden. Ich begrüße Sie bei Welt. Hallo und herzlich willkommen am Montagmittag. Am Ende war der Druck wohl einfach zu hoch. Der CDU-Politiker Nikolas Löbel legt sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder. Löbel zieht damit die Konsequenzen aus der Affäre um dubiose Geschäfte mit Corona-Masken. Der 34-Jährige soll Provisionen in sechsstelliger Höhe kassiert haben. Führende Unionspolitiker hatten zuvor harsche Kritik an ihm und dem CSU-Politiker Nüßlein geäußert. FDP-Chef Lindner fordert sogar einen Sonderermittler. Isabel Finzel berichtet. Mitten in der Pandemie sollen sich der CSU-Abgeordnete Nüßlein und der CDU-Politiker Löbel an Maskengeschäften bereichert haben. Jetzt hat zumindest Löbel die Konsequenzen gezogen und sein Bundestagsmandat niedergelegt. Zuvor hatten das sämtliche Unionspolitiker gefordert. Also erst mal ist das alles ein fürchterlicher Vorgang. Das schadet dem Ansehen des Parlamentes, das schadet dem Ansehen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und das schadet vor allen Dingen auch den unzähligen Kollegen aus allen Fraktionen. ... Euro, weil sie Maskenkaufverträge zwischen Firmen vermittelt hatte. Auch der CSU-Abgeordnete Nüßlein soll von Provisionen für Maskenvermittlungen in Höhe von 660.000 Euro profitiert haben. Auch CSU-Chef Söder ist sauer, schrieb auf Twitter, Es ist nicht zu tolerieren, wenn Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Das ist mit den Grundwerten der Union unvereinbar. Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik. Die Maskenaffäre trifft die CDU ausgerechnet kurz bevor Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag wählen. Dabei sieht es laut Umfragen derzeit ohnehin nicht so gut für die Union aus. Im Sonntagstrend rutschten CDU und CSU auf 32%. Das ist weniger als bei der Bundestagswahl 2017. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Christina Lewinsky steht auf dem Marienplatz in München und Daniel Franz vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Christina, zunächst zu dir. Löbel, bei ihm ging es ja jetzt sehr schnell. Beim CDU-Politiker, worauf wartet Herr Nüßlein von der CSU noch? Alexander, klar ist, dass der Druck auf Nüßlein jetzt massiv steigt. Im Prinzip von Stunde zu Stunde. Markus Söder, wir haben es gerade gehört im Beitrag, er sagt, er möchte reinen Tisch und er kündigt Konsequenzen an. Wie sehen die aus? Heute Nachmittag setzt sich das CSU-Präsidium hier in München in der Landesseitung zusammen. Dann möchte man darüber beraten. Möglicherweise wird man dann um 17 Uhr in einem angekündigten Statement presseöffentlich fordern, dass er erstens die eingesagten Gelder spendet und auch sein Mandat im Prinzip niederlegt. Momentan ist es ja so, dass die Münchner Oberstaats-, Generalstaatsanwaltschaft, Entschuldigung, ermittelt gegen Nüßlein wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Nüßlein selber, er hat ja am Wochenende über seinen Anwalt kommuniziert, dass momentan diese Vorwürfe im Raum ihn schwer belasten, für seine Partei unerträglich seien. Und dass er davon aber ausgeht, dass noch während er jetzt im Amt ist, denn auch er hatte zumindest Stand gestern nicht vor, sein Mandat niederzulegen, in dieser Zeit noch seine Unschuld bewiesen werden würde. Wir werden jetzt mal abwarten, heute dieses 17 Uhr-Statement. Möglicherweise wird sich dann in den nächsten Tagen da auch noch etwas verändern und möglicherweise wird dann auch Nüßlein noch sein Amt niederlegen. Christina, für den Augenblick erstmal vielen Dank. Da müssen wir abwarten, was um 17 Uhr passiert. Wir gehen weiter zu Daniel Franz vor dem Kanzleramt. Daniel, vielleicht beschreibst du uns nochmal, wie groß war denn der Druck auf die Unionsfraktion gerade jetzt zu Beginn des Superwahljahres? Ja, der Druck ist natürlich enorm, das ist schon ganz klar. Es gucken jetzt natürlich alle nach Baden-Württemberg, nach Rheinland-Pfalz. Die Umfrageergebnisse dort sind ja in den letzten Tagen eher rückläufig. Also es sieht nicht ganz so gut aus für die CDU. Und ja, das sorgt natürlich für Sorgenfalten auf der Stirn. Und wenn dann noch so etwas dazu kommt, dann ist das natürlich ein Tiefschlag. Das muss man ganz klar sagen. Wenn wir nochmal auf Baden-Württemberg gucken, da kommt ja Nikolaus Löbel her. Sein Kreisverband Mannheim ist ja derjenige, der für ihn zuständig ist sozusagen, dem er vorgesessen hat, bislang bis er sich zurückgezogen hat. Ja, da sind natürlich die Sorgen groß, dass hier die CDU eben dafür abgestraft wird. Für solche Geschäfte, für solche Tricksereien muss man ja schon sagen, dass eben in den Krisenzeiten hier Geld mit so etwas gemacht wird seitens der Abgeordneten. Das ist natürlich das, was gar kein Wähler hören will und was sicherlich dazu führen wird, dass einige sich eben nochmal genau überlegen, ob sie wirklich die Kreuzung bei der CDU machen oder nicht auch bei einer anderen Partei. Bundespolitisch steht ja momentan eher die Aufweichung des Lockdowns im Mittelpunkt. In einigen Bundesländern, da darf der Einzelhandel ja wieder komplett öffnen. In anderen eben nur Baumärkte und Gartencenter. Wie groß ist jetzt die Sorge vor einem aufgreimenden Shopping-Tourismus in den kommenden Tagen? Zunächst einmal sind natürlich die Einzelhändler happy, dass sie wieder aufmachen dürfen. Und wenn wir uns jetzt gerade mal Rheinland-Pfalz angucken, dort liegt ja die Inzidenz jetzt eben unter 50. Da darf der Einzelhandel wieder öffnen. Dann ist das eben schon so, dass man das mit den ganzen Vorsichtsmaßnahmen natürlich noch sehr genau nimmt. Sehr genau achtet das Ganze. Es werden natürlich die Adressen aufgeschrieben derjenigen, die in Läden gehen. Es müssen natürlich die Masken nach wie vor getragen werden. Das gilt ja nach wie vor. Und auch das ist der Grund, weshalb man gar nicht so sehr befürchtet, dass es zu einem großen Shopping-Tourismus kommen wird, weil eben auch die Kapazitäten der Läden durchaus noch begrenzt sind. Und das haben die Leute ja auch bereits in der ersten Corona-Welle gelernt. Tja, offener Laden heißt ja nicht, dass man da einfach rein spazieren kann und einkaufen kann, sondern wenn dann eben sich wirklich viele da auf den Weg machen, dann bedeutet das eben auch Schlange stehen, bis man überhaupt in ein Geschäft reinkommt. Tja, und das verdirbt vielleicht manchen auch die Shopping-Laune. Also die Einzelhandelsverbände zumindest, die gehen davon aus, dass die Leute das erst einmal vorsichtig angehen lassen. Und man rechnet jetzt in den ersten Tagen erst einmal nicht mit einem Ansturm. Aber man wird das natürlich genau beobachten. Wir haben die Ereignisse einmal in einem Beitrag zusammengefasst. Hier in Norderstedt läuft es wieder rundum locker, zumindest was das Shoppen betrifft. Die Läden öffnen und zwar für alle unter Auflagen. So ist die Kundenzahl je nach Quadratmeter begrenzt. Während Gartencenter, Buch- und Blumenläden jetzt überall wieder geöffnet sind, ist für alle anderen Einzelhändler Shopping mit Termin möglich. In Regionen mit wenigen Neuinfektionen, wie es außer in Schleswig-Holstein, auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz der Fall ist, wird regional entschieden, ob die Geschäfte komplett öffnen. Für die Händler wie auch die Kunden ein lang ersehnter, überfälliger Schritt. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Wir haben ja nur eine Durststrecke von fast drei Monaten gehabt und man freut sich einfach. Die Leute brauchen es. Endlich mal kann man in die Öffentlichkeit gehen und sich was aussuchen. Freude auch bei den Kunstfans. Museen öffnen mit Termin je nach regionaler Inzidenz. Kosmetika, Massagen und Nagelstudios, auch das geht ab heute wieder. Kann bei Dienstleistungen nicht durchgehen. Die FFP2-Maske getragen werden soll, vorher getestet werden. Außerdem dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder sind ausgenommen und das inzidenzunabhängig. Auch Sport in der Gruppe ist mal mehr, mal weniger wieder möglich. Die Schulen gehen heute überall einen Schritt weiter. So dürfen auch die älteren Jahrgänge zurück in den Wechselunterricht. Deutschland lockert auf Probe. Denn sollten die Zahlen wieder steigen, tritt die Notbremse in Kraft. Genau das sehen Virologen voraus. Allerdings haben wir, da müssen wir uns nichts vormachen, immer noch eine Lücke, bis wir tatsächlich alle auf der sicheren Seite haben. Also mit mindestens einer Impfung, besser auch noch der zweiten Impfung. Diese Lücke, die findet jetzt statt. Das heißt, Lockerungen in diesen Wochen sind eben immer auch ein Risiko. Dennoch kommen sogar die ersten positiven Signale in Sachen Osterurlaub, zumindest an der Küste. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gibt sich optimistisch, dass in seinem Bundesland dank der guten Inzidenzen die Hotels und Restaurants über die Feiertage ebenfalls wieder öffnen können. Tja, und einkaufen, das ist eben immer noch mit ein Risiko. Natürlich, das werden viele Leute eben mit bedenken. Ja, und allein die Tatsache, dass es eben jede Region einzeln regeln kann bei niedrigen Inzidenzen, wie es denn gehandhabt wird mit dem Einzelhandel. Sprich, man muss sich da sehr genau informieren, in welchen Städten, in welchen Kreisen haben denn die Geschäfte überhaupt geöffnet. Allein das wird schon dazu führen, dass der Ansturm wohl nicht so groß wird, zumindest glaubt das der Einzelhandelsverband. Daniel, vielen Dank für diese Einordnung vom Berliner Kanzleramt. Dankeschön. Die Ankündigung klingt ja ganz gut. Ab heute gibt es bundesweit kostenlose Schnelltests, einmal in der Woche für alle. In Berlin stehen dafür 16 Testzentren bereit, allerdings für mehr als 3,5 Millionen Einwohner. Auch in anderen Regionen sieht die Realität nicht gerade rosig aus. In Bayern sind die Tests zum Beispiel in etlichen Apotheken gar nicht verfügbar. Offenbar ist auch noch unklar, wie der Bund die Apotheken bezahlen will. Erneut also kein guter Tag für Gesundheitsminister Jens Spahn. Mit mehr Schnelltests soll ab heute auch mehr möglich sein, so die Idee. Einmal die Woche zahlt der Bund jedem Bürger einen Schnelltest durch geschultes Personal. Die Testwilligen hier in Berlin finden das Angebot gut. Man weiß auch für sich selber, es selber beruhigt, ob man sich infiziert hat oder nicht. Weil es zuerst der Tag ist, drum bin ich hier, weil ich das gleich ausnutzen wollte und schauen wollte. Auch ein bisschen Neugier ist dabei, wie es läuft und natürlich auch was rauskommt. Es werden zwar überall unter Hochdruck Testzentren aufgebaut, doch längst sind nicht überall ausreichend Schnelltests vorhanden. Bestellen mussten die Länder in Eigenregie. Scharfe Kritik deshalb am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Man habe darauf vertraut, dass der Bund die Bestellungen der Schnelltests übernehme. Ja, ich kritisiere auch, dass erst Ansagen gemacht werden und dann die Pläne entstehen, um diese Ansagen umzusetzen. Das weckt oft Erwartungen, die dann enttäuscht werden. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt in den Ländern Schritt für Schritt das umsetzen. Das bedeutet, alle Tests, die verfügbar sind, sollten dann auch genutzt werden. Und zwar dort, wo es am wichtigsten ist. Zunächst einmal Kitas, Schulen. Die Discounter waren schneller. Doch die Nachfrage hat das Angebot bei weitem überstiegen. Die Selbsttests bei Aldi waren am Samstag vielerorts schon nach wenigen Minuten ausverkauft. Aber es könnte bald Nachschub geben. Bei Aldi könnten sie schon kommende Woche wieder verfügbar sein. DM und Rossmann wollen ab morgen Schnelltests für zu Hause anbieten. Und hier noch schnell die aktuellen Corona-Zahlen. Wie immer nach dem Wochenende sind sie nicht ganz vollständig, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre aktuellen Daten sofort an das Robert-Koch-Institut weiterleiten. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 positive Tests registriert, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden bundesweit mehr als 7.650.000 Impfdosen verabreicht. In Berlin ist heute Feiertag, die Hauptstadt gedenk des Internationalen Frauentags. Die meisten Arbeitnehmer freuen sich da vermutlich, dass sie bei schönstem Sonnenschein die Füße hochlegen oder Balkon und Terrasse mit den ersten Blumen verschönern können. Doch der 8. März, der hat natürlich auch eine politische Komponente. Und die kommt auch 2021 zu kurz, wie die Verteilung von Homeoffice oder auch Homeschooling in Pandemiezeiten beweist. Spülmaschine, Wäsche und Kinderbetreuung. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian fährt dagegen weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nerven mehr, wenn der nach 6, 7, 8 Stunden arbeiten, von der Arbeit heimkuchen, noch viel im Haushalt macht. Zugegeben, Männer haben in der Pandemie bei Hausarbeit und Kinderbetreuung aufgeholt. Während sie sich 2018 nur 3,3 Stunden pro Tag zuständig fühlten, waren es im vergangenen Jahr schon 5,6. Aber Frauen leisteten schon vor der Pandemie mehr und legten dann noch eine Schippe drauf. Sie stellen sich jetzt 7,9 Stunden pro Tag in den Dienst der Familie. Das sind 2,3 Stunden mehr als die Männer. Auch der Bundespräsident mahnt. Es scheint mir nämlich zu sein, dass manche immer noch behaupten, die ganze Gleichstellungsdebatte sei ja durchaus gut und richtig, hat aber mit mir, mit dem Mann eigentlich fürchterlich wenig zu tun. Nein, es steht uns Männern gut zu Gesicht, wenn wir uns selbst für die Gleichstellung von Frau und Mann einsetzen. Mehr noch, wenn wir selbst aktiv dabei helfen und die Gleichstellung mit umsetzen. Und das klappt auch woanders. Wo sich die Partner schon vorher den Haushalt geteilt oder unterstützt haben, klappt das jetzt noch besser. Mir ist Last abgenommen, doch doch. Ist doch so. Ja. Und er macht mehr Küche und ich mache mehr Wäsche. Diese Aufteilung gibt es bei Familie Dietz nicht. Hier muss die Pandemie erst enden, damit die Kinder wieder öfter bei Oma und Freunden sind, und Mama Stefanie etwas mehr Zeit für sich hat. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, also den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft, und das scheinen auch die Videos zu beweisen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt heute die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde, so sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470, und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen, Proteste, Plünderungen, Krawalle, der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast 9 Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, 2. Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Aus Minneapolis zugeschaltet ist jetzt Steffen Schwarzkopf. Steffen, allein drei Wochen sind angesetzt, um die zwölf Geschworenen und ihre Stellvertreter auszuwählen. Was ist so schwierig daran bei diesem Prozess? Zunächst einmal, Alexander, vielleicht ganz kurz zu dem Ort, wo wir hier stehen. Wir sind direkt am Eingang zum Gericht und ich darf das hier mal zeigen. Wir haben hier eine Sicherheitsschleuse. Das heißt Mitarbeiter vom Gericht, aber auch natürlich die potenziellen Geschworenen, auch natürlich die Verteidiger, die Ankläger. All die müssen durch diese Schleuse durch. Wir haben hier die Nationalgarde, die inzwischen aufgezogen ist. Insgesamt 2000 Soldaten werden in den nächsten Wochen das Gerichtsgebäude und die Innenstadt schützen. Dazu nochmal 1000 weitere Polizisten. Jetzt zurück zu deiner Frage. Warum ist das so schwierig? Natürlich will die Verteidigung eher, und das muss man deutlich sagen, auch weiße Jurymitglieder in der Jury haben. Anders sieht es natürlich bei den Anklägern aus. Mehr als 300 potenzielle Jurymitglieder wurden da angeschrieben und die müssen jetzt nach und nach ausgewählt werden. Das macht diesen Vorgang allein, solange heute der Beginn. Und ganz interessant, das erste Mal in der Geschichte des Bundesstaates überhaupt, wird dieser Gerichtsprozess von der ersten Minute an live übertragen. Wie sind denn die Reaktionen im Land? Muss da erneut wohlmöglich mit Ausschreitungen gerechnet werden? Also die Erwartungen sind gewaltig. Wir haben das hier in den letzten Tagen erlebt. Ich werde das im Laufe des Nachmittags auch zeigen. Proteste, die auch heute hier wieder starten werden. Und natürlich wollen viele, wollen wir die afroamerikanische Gemeinde, eine klare Verurteilung, eine hohe Strafe. Aber es ist eben auch möglich, dass es hier einen Freispruch gibt. Und wir haben das gerade gehört und davon geht man hier aus. Es wird Proteste, zunächst friedliche geben. Wenn es tatsächlich einen Freispruch geben sollte, dann haben uns viele gesagt, gerade auch in der afroamerikanischen Gemeinde, dann könnte es gut sein, dass die Straßen hier wieder brennen. Das wollen wir nicht hoffen. Steffen, vielen Dank für den Augenblick nach Minneapolis. Dankeschön. Falls die Queen je gedacht haben sollte, dass ihre Regentschaft nicht stärker erschüttert werden kann, als durch die Trennung von Charles und Diana, das spektakuläre Fernsehinterview der Princess of Wales 1995 und ihr tragischer Tod dann zwei Jahre später, dann irrte sie. Ihr Enkel Harry und seine Frau Meghan haben jetzt in einem TV-Interview eine ganze Serie von PR-Bomben abgefeuert, die die Grundmauern des Buckingham Palace ins Wanken bringen dürften. Darunter Selbstmordgedanken und Rassismusvorwürfe gegen die Royals. Mehr von Fanny Juschten. Es war die Traumhochzeit, die für Prinz Harry und Meghan Markle gar keine war. Das hier war nur für die Welt, wie Meghan jetzt erklärt. Sie und Harry wurden schon drei Tage vorher ganz privat verheiratet. Zwei Stunden lang dauert das Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, in denen Meghan erzählt, wie sie von Beginn an im Königshaus gelitten hat. Jeder in meinem Umfeld versprach, mich zu beschützen und ich habe es geglaubt. Aber ich realisierte, dass ich eben nicht beschützt wurde und dass Lügen über mich verbreitet wurden. Niemand habe sie auf die Zeit im Königshaus vorbereitet. Monatelang durfte sie nicht raus. Sie habe sich einsam wie nie gefühlt. Und mit dem Baby kam das Unfassbare für Meghan. In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Rassismus im Königshaus. Wer diese Gespräche mit Harry und Meghan geführt haben soll, will sie nicht sagen. Dennoch, auch die Boulevardpresse setzt beide unter Druck. Sie fühlen sich verfolgt, eingeengt. Meghan wird depressiv und erzählt unter Tränen, Ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe bekommen haben sie keiner. Es könne der königlichen Institution schaden. Prinz Harry, der darin eine Wiederholung der Geschichte mit seiner Mutter sieht, findet dann klare Worte über diese Zeit. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Meghan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Doch Harry und Meghan tun es, auch wenn sie alles verlieren. Das Verhältnis zur Queen sei dennoch gut. Mit seinem Bruder habe er sich auseinandergelebt. Und zu seinem Vater sagt er, ich fühle mich fallen gelassen. Denn er weiß doch, wie sich Schmerz anfühlt und hat etwas Ähnliches durchgemacht. Und Archie ist sein Enkel. Ich werde ihn immer lieben, aber es gibt sehr viel Schmerz. Ein Interview, das die Welt wohl so schnell nicht vergessen wird, glauben Experten. Dieses Interview wird die Wahrnehmung der Königsfamilie grundlegend verändern. Und auch darüber, wie diese Institution Menschen behandelt. Auch enthüllt wurde mehr über Baby Nummer zwei. Zumindest über das Geschlecht. Ein Mädchen wird es. Beide seien glücklich, so wie sie leben. Und bereuen nicht den Weg, den sie gegangen sind. Ich höre euch nicht mehr im Studio. Aber wir hören dich, Arndt. Wir gehen jetzt rüber zu Nancy Lanzendörfer in Washington und Arndt Striegler in London. Bei London, da warten wir noch ein bisschen, bis die Leitung wieder steht. Nancy, zunächst zu dir. Und man muss ja auch dazu sagen, USA bietet sich ja auch an. Denn das ehemals royale Paar wohnt ja auch in Kalifornien. Und es gibt Rassismusvorwürfe gegen das Königshaus. Haben denn Meghan und Harry dafür auch eine wirklich plausible Begründung parat, Nancy? Ja, sie berufen sich auf Gespräche, die im Palast geführt worden sein sollen. Meghan war ja in diesem Interview zuerst zu sehen. Und Oprah Winfrey hatte sie eben danach gefragt. Und Meghan hatte eben gesagt, als sie schwanger war, da soll es Gespräche im Palast gegeben haben. Harry hatte diese geführt. An ihn wurde herangetreten. Und da soll es Bedenken, Sorgen und eben Gespräche darüber gegeben haben, wie dunkel die Hautfarbe ihres Sohnes sein würde nach der Geburt. Und wie gesagt, Meghan war zu diesem Zeitpunkt schwanger. Das hat die Moderatorin, die Talkshow Ikone Winfrey, Oprah Winfrey hier schockiert. Sie hat nochmal nachgefragt. Und da hatte Meghan auch gesagt, mehrmals soll es solche Gespräche gegeben haben. Wollte aber nicht sagen, mit wem Harry diese Gespräche hatte. Das wäre very damaging für sie. Also sehr schädlich für diese Personen. Das Interview ja am Sonntagabend bester Sendezeit sozusagen hier in den USA ausgestrahlt. Und wir wissen auch inzwischen, dass das eigentliche Interview über drei Stunden lang war. Und inzwischen sind auch weitere Ausschnitte aus diesem Interview, die man eben nicht, da man eben nicht alles zeigen konnte, veröffentlicht worden. Und da hat Oprah Winfrey beispielsweise nochmal Harry gefragt, ob den Rassismus ein Grund dafür gewesen sei, dass er das Land verlassen habe. Und da sagte eben ein großer Teil ja. Nancy, für den Augenblick erstmal vielen Dank nach Washington. Also grundsätzlich kein guter Tag für die Royals. Und wir gehen weiter zu Arndt Striegler aus London zugeschaltet. Und Arndt, wie schätzt du das ein? Es entsteht bald auf dem Buckingham Palace kein Stein mehr auf dem anderen nach diesem TV-Interview. Wie schädlich war das für das Königshaus? Nun, auf den ersten Blick war das sehr schädlich. Das war ja ziemlich starker Tobak, den Meghan und Harry da vergangene Nacht live, live war es nicht, aber im US-Fernsehen von sich gegeben hat. Rassismusvorwürfe, emotionale Kälte, Selbstmordgedanken. Darüber hinaus auch noch soll Charles seinen Sohn Harry fallen gelassen haben. Also man hatte ja nicht damit gerechnet, dass Harry und Meghan leise gehen würden. Aber mit so einem lauten Getöse hat man nun doch nicht gerechnet. Allerdings muss man auch sagen, das Haus Windsor und der Buckingham Palace hier hinter mir, können eines besonders gut, sie können in Krisen erstmal diese Krisen aussitzen und sie können erstmal Business as usual machen. Und bislang sieht es hier in London danach aus, dass genau das passieren wird, dass die Königsfamilie einfach so weitermachen wird wie bislang und erstmal gar nicht reagieren wird. Arndt, für den Augenblick erstmal vielen Dank für diese Einordnung. Und über die weiteren Reaktionen sprechen wir im Laufe des Nachmittags immer wieder mit dir. Bis hierhin erstmal vielen Dank nach London. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit Nachrichten aus aller Welt. Im Breisgau gut, da kratzen wir an der 10-Grad-Marke, aber knacken sie halt eben nicht. Ansonsten ist es doch spürbar kühler gut. Köln bekommt 8 Grad das Wasser und aber auch schon im Erzgebirge bleibt es leicht dauerfrostig. Und dazu werden sich dann im Laufe des Tages von Nordwesten her Niederschläge ausbreiten. Und weil es halt eben so frisch ist, nicht nur in Form von Regen, sondern auch noch Schneeregen oder aber auch Schnee. Das Ganze zieht dann in den Südosten. Dementsprechend ist es dann auch dort, wo natürlich die Niederschläge unterwegs sind, dicht bewölkt. Also hier muss man sich auf einen trüben Tag wieder einstellen. Ansonsten vor allem im Nordosten wieder auf einen sehr schönen, sonnigen. Ähnlich sonnig wie heute. Bis zu 8 Sonnenstunden werden in Berlin-Brandenburg zusammenkommen. Ansonsten im Nordwesten ist es doch deutlich trüber. Hier werden es maximal ein oder zwei Sonnenstunden. Und auch noch am Mittwoch wird es im Osten schön bzw. sonnig. Von Westen her kündigt sich aber schon frischer Wind an. Der bringt dann auch einige Niederschläge mit sich. Und vor allem am Donnerstag wird es dann ziemlich ungewöhnlich, weil auch dann Sturmböen unterwegs sein können und vor allem sich die Niederschläge mehren. Danach wird es zwar ein bisschen ruhiger, aber so richtig schön auch nicht. Und da helfen dann die 15 Grad am Donnerstag auch nicht. Also der Frühling, der Meteorologische möchte noch nicht so richtig durchstarten. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Und das scheinen dann auch Videos zu belegen. Doch reicht das wirklich für eine Verurteilung? Zunächst beginnt erst einmal die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle, der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Die Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Unter anderem habe es während ihrer Schwangerschaft Bedenken gegeben, welche Hautfarbe ihr Kind haben werde. Also, ob es schwarz ist. Die Herzogin sagte, sie habe in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Wörtlich sagte sie, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Die britische Königsfamilie habe sie nicht nur nicht geschützt, sie sei auch bereit gewesen zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen. Es war das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das war. Und weiter geht's bei Welt. Hallo und herzlich willkommen. Den heutigen 8. März dürften sich etliche Einzelhändler in diesem Land dick im Kalender angestrichen haben und ihre Kunden auch. Unter Auflagen mit Hygienekonzepten wird in Deutschland wieder ein wenig Normalität ausprobiert. Baumärkte, Blumen und Buchläden dürfen heute, mit Ausnahme Berlins, überall wieder aufmachen. In einigen Regionen geht jedoch abhängig von der Inzidenz deutlich mehr, in anderen aber nicht. Über den Flickenteppich 2021 berichtet Sandra Sattmann. Hier in Norderstedt läuft es wieder rundum locker, zumindest was das Shoppen betrifft. Die Läden öffnen und zwar für alle unter Auflagen, so ist die Kundenzahl je nach Quadratmeter begrenzt. Während Gartencenter, Buch- und Blumenläden jetzt überall wieder geöffnet sind, ist für alle anderen Einzelhändler Shopping mit Termin möglich. In Regionen mit wenigen Neuinfektionen, wie es außer in Schleswig-Holstein, auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz der Fall ist, wird regional entschieden, ob die Geschäfte komplett öffnen. Für die Händler wie auch die Kunden ein lang ersehnter, überfälliger Schritt. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Wir haben ja nur eine Durststrecke von fast drei Monaten gehabt und man freut sich einfach. Die Leute brauchen es. Endlich kann man in die Öffentlichkeit gehen und sich was aussuchen. Freude auch bei den Kunstfans. Museen öffnen mit Termin je nach regionaler Inzidenz. Kosmetika, Massagen und Nagelstudios, auch das geht ab heute wieder. Kann bei Dienstleistungen nicht durchgehen. Die FFP2-Maske getragen werden soll, vorher getestet werden. Außerdem dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder sind ausgenommen und das inzidenzunabhängig. Auch Sport in der Gruppe ist mal mehr, mal weniger wieder möglich. Die Schulen gehen heute überall einen Schritt weiter. So dürfen auch die älteren Jahrgänge zurück in den Wechselunterricht. Deutschland lockert auf Probe, denn sollten die Zahlen wieder steigen, tritt die Notbremse in Kraft. Genau das sehen Virologen voraus. Allerdings haben wir, da müssen wir uns nichts vormachen, immer noch eine Lücke, bis wir tatsächlich alle auf der sicheren Seite haben. Also mit mindestens einer Impfung, besser auch noch der zweiten Impfung. Diese Lücke, die findet jetzt statt. Das heißt, Lockerungen in diesen Wochen sind eben immer auch ein Risiko. Dennoch kommen sogar die ersten positiven Signale in Sachen Osterurlaub, zumindest an der Küste. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gibt sich optimistisch, dass in seinem Bundesland dank der guten Inzidenzen die Hotels und Restaurants über die Feiertage ebenfalls wieder öffnen können. Daniel Franz steht vor dem Bundeskanzleramt. Daniel, wie schätzt man denn das jetzt politisch ein? Auf der einen Seite die Öffnungen, die Lockerungen, auf der anderen Seite die Sorge, dass die Inzidenz dadurch wieder in die Höhe schießen könnte. Was sagt man da im Gebäude hinter dir? Ja, man beobachtet das Ganze natürlich sehr genau und vor allem eben auch die Frage, ob es jetzt zu einem Shopping-Tourismus kommt. Denn es gibt natürlich viele Kreise, die jetzt schon öffnen dürfen mit niedrigen Inzidenzen. Tja, und der Landkreis nebendran, die Stadt nebendran, die vielleicht noch nicht. Und da muss man jetzt natürlich schon schauen, wie werden sich die Menschen verhalten. Also wenn man sich das Beispiel Rheinland-Pfalz anguckt, dort liegt ja landesweit die Inzidenz unter 50. Viele Städte und Kreise liegen eben auch darunter und da öffnen jetzt eben schon relativ viele Geschäfte. Der Einzelhandelsverband dort allerdings ist sich ziemlich sicher, dass das Ganze jetzt nicht zu einem Run führen wird. Denn natürlich müssen die ganzen Hygienemaßnahmen noch eingehalten werden. Also natürlich darf man nur mit Maske ins Geschäft. Es werden die Kontaktdaten aufgeschrieben zur Nachverfolgung. Und natürlich gibt es auch Begrenzungen für die jeweiligen Geschäfte. Das würde jetzt zum Beispiel auch bedeuten, wenn wirklich viele Menschen in Fußgenerationen, in Geschäften unterwegs sind, ja, dann ist eben wieder Schlange stehen angesagt. Und das ist eben möglicherweise auch der Grund, der vielleicht dann doch noch einige abschreckt. Also den großen Run hat man heute zumindest noch nicht beobachtet. Man schaut sich das weiter an, aber man kann natürlich auch andersrum sagen, das ist ja so eine Art Verwirrungstaktik, die jetzt hier die Regierungen gefahren haben. Denn es gibt ja so viele unterschiedliche Regelungen für die jeweiligen Stadt- und Landkreise. Da muss man sich erstmal ganz genau informieren, um zu schauen, welches Geschäft hat denn bei mir in der Region überhaupt offen und welches nicht. Allein das schreckt vielleicht die Menschen schon ab. Daniel bleibt bei uns. Wir wollen nämlich gleich nochmal über die Neuauflage in Anführungszeichen der Amigo-Affäre reden. Der CDU-Politiker Nikolaus Löbel, der legt nämlich jetzt sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder. Löbel zieht damit die Konsequenzen aus der Affäre um dubiose Geschäfte mit Corona-Masken. Der 34-Jährige soll Provisionen in sechsstelliger Höhe kassiert haben. Führende Unionspolitiker, die hatten zuvor schon harsche Kritik an ihm und dem CSU-Politiker Nüßlein geäußert. FDP-Chef Christian Lindner fordert sogar einen Sonderermittler. Isabel Finzel mit Einzelheiten. Mitten in der Pandemie sollen sich der CSU-Abgeordnete Nüßlein und der CDU-Politiker Löbel an Maskengeschäften bereichert haben. Jetzt hat zumindest Löbel die Konsequenzen gezogen und sein Bundestagsmandat niedergelegt. Zuvor hatten das sämtliche Unionspolitiker gefordert. Also erstmal ist das alles ein fürcherlicher Vorgang. Das schadet dem Ansehen des Parlamentes, das schadet dem Ansehen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und das schadet vor allen Dingen auch den unzähligen Kollegen aus allen Fraktionen, die während der Corona-Krise helfen wollten und geholfen haben. Löbel hatte eingeräumt, sich an Geschäften mit Corona-Masken beteiligt zu haben. Seine Firma kassierte demnach 250.000 Euro, weil sie Maskenkaufverträge zwischen Firmen vermittelt hatte. Auch der CSU-Abgeordnete Nüßlein soll von Provisionen für Maskenvermittlungen in Höhe von 660.000 Euro profitiert haben. Auch CSU-Chef Söder ist sauer, schrieb auf Twitter. Es ist nicht zu tolerieren, wenn Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Das ist mit den Grundwerten der Union unvereinbar. Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik. Die Maskenaffäre trifft die CDU ausgerechnet kurz bevor Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag wählen. Dabei sieht es laut Umfragen derzeit ohnehin nicht so gut für die Union aus. Im Sonntagstrend rutschten CDU und CSU auf 32 Prozent. Das ist weniger als bei der Bundestagswahl 2017. Daniel, damit zurück zu dir, also bei Herrn Löbel. Da ging es ja dann doch jetzt auf einmal recht schnell. Wie lange kann sich Herr Nüßlein von der CSU denn womöglich noch als Abgeordneter halten? Gerade jetzt mit Blick auf die Wahlkämpfe, die da im Beitrag angesprochen wurden. Ja, wenn es nach dem Willen des CSU-Parteivorstandes geht und des Präsidiums, dann nicht mehr lange. Am besten soll er heute noch sein Mandat abgeben. Das wird jetzt gerade in einer Videoschaltkonferenz besprochen in München. Um 17 Uhr soll es ja ein Pressestatement geben. Und ja, Markus Söder, der CSU-Chef, der hat ja bereits deutlich gemacht, was er davon hält. Er hat eben aufgefordert, das Bundestagsmandat zurückzugeben. Aber natürlich hat da, er als CSU-Chef, keinen direkten Zugriff drauf, sage ich mal. Georg Nüßlein, der hatte ja auch ein Direktmandat erhalten. Dennoch kann natürlich die Partei Sanktionen erlassen. Also kann beispielsweise die Parteimitgliedschaft aussetzen, ein Ausschussverfahren einleiten, wenn man eben gegen die Vorgaben verstößt. Das wäre durchaus möglich und würde zumindest den Druck erhöhen. Nüßlein selbst, er sagt ja, dass er in dem Verfahren, das jetzt ansteht, bei den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, geht es ja um die Vorwürfe der Bestechung und Bestechlichkeit, dass da nichts dran sei, dass er das Ganze entkräften wolle und deswegen sein Bundestagsmandat behalten möchte. Aber die Partei, die Unionsfraktion, die hat sich da gegen ihn gewandt. Und das ist in der Tat fraglich, ob er sich dann wirklich noch halten kann, wenn der Druck eben so groß wird. Warten wir mal ab, was um 17 Uhr passiert. Daniel, vielen Dank für die Einordnung. Und wir schauen auf die aktuellen Corona-Zahlen. Wie immer nach dem Wochenende sind sie nicht ganz vollständig, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre aktuellen Daten sofort an das Robert-Koch-Institut weiterleiten. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 positive Tests registriert, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden immerhin mehr als 7.654.000 Impfdosen bundesweit verabreicht. Die Ankündigung klingt ja ganz gut. Ab heute gibt es bundesweit kostenlose Schnelltests, einmal in der Woche für alle. In Berlin stehen dafür 16 Testzentren bereit, für mehr als 3,5 Millionen Einwohner allerdings. Auch in anderen Regionen sieht die Realität nicht gerade rosig aus. In Bayern sind die Tests zum Beispiel in etlichen Apotheken gar nicht verfügbar. Offenbar ist auch noch unklar, wie der Bund die Apotheken bezahlen will. Erneut also kein guter Tag für Gesundheitsminister Jens Spahn. Mit mehr Schnelltests soll ab heute auch mehr möglich sein, so die Idee. Einmal die Woche zahlt der Bund jedem Bürger einen Schnelltest durch geschultes Personal. Die Testwilligen hier in Berlin finden das Angebot gut. Man weiß auch für sich selber, es selber beruhigt, ob man sich infiziert hat oder nicht. Weil es zuerst der Tag ist, drum bin ich hier, weil ich das gleich ausnutzen wollte und schauen wollte. Auch ein bisschen Neugier ist auch dabei, wie es läuft und natürlich auch was rauskommt. Es werden zwar überall unter Hochdruck Testzentren aufgebaut, doch längst sind nicht überall ausreichend Schnelltests vorhanden. Bestellen mussten die Länder in Eigenregie. Scharfe Kritik deshalb am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Man habe darauf vertraut, dass der Bund die Bestellungen der Schnelltests übernehme. Ja, ich kritisiere auch, dass erst Ansagen gemacht werden und dann die Pläne entstehen, um diese Ansagen umzusetzen. Das weckt oft Erwartungen, die dann enttäuscht werden. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt den Ländern Schritt für Schritt das umsetzen. Das bedeutet, alle Tests, die verfügbar sind, sollten dann auch genutzt werden. Und zwar dort, wo es am wichtigsten ist. Zunächst einmal Kitas, Schulen. Die Discounter waren schneller. Doch die Nachfrage hat das Angebot bei weitem überstiegen. Die Selbsttests bei Aldi waren am Samstag vielerorts schon nach wenigen Minuten ausverkauft. Aber es könnte bald Nachschub geben. Bei Aldi könnten sie schon kommende Woche wieder verfügbar sein. DM und Rossmann wollen ab morgen Schnelltests für zu Hause anbieten. Meine Kollegin Daniela Will, die steht in einem Testzentrum in Berlin. Daniela, seit heute kann sich also jeder Berliner einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ja, es funktioniert so, dass man sich erst einmal aussuchen muss, zu welchem der 16 Testzentren man gehen möchte. Und da fängt auch schon der erste Unterschied an. Denn in vier der großen Testzentren kann man sich auch ohne Termin testen lassen. Auch wenn das natürlich empfohlen wird, dass man sich vorher registriert, um dann eben Wartezeiten vor Ort zu vermeiden. Aber in den zwölf neuen kleinen Testzentren, da ist das auch definitiv verpflichtend erforderlich. Und das hat heute Morgen schon zu ein bisschen Unmut bei dem einen oder anderen geführt. Weil das eben nicht bei jedem angekommen war. Menschen hierher gekommen sind, die sich testen lassen wollten und dann eben nicht konnten, weil sie keinen Termin hatten. Und dazu muss man sagen, die Termine zum Beispiel bei diesem Testzentrum hier hinter mir, die sind jetzt schon bis einschließlich nächsten Montag komplett ausgebucht. Und das heißt, die Resonanz ist dann doch offenbar recht hoch? Oder wie stellt sich das dar? Genau, die Resonanz ist recht hoch, also definitiv höher, als man das erwartet hätte, möglicherweise auch heute hier am Feiertag. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wird man da überhaupt jedem Berliner ein entsprechendes Angebot machen können? Nein, wenn man das mal so hochrechnet, die 16 Testzentren, das, was man da an Terminen pro Tag angesetzt hat, dann wird das definitiv nicht möglich sein. Und die nächste Frage ist natürlich, wird da die entsprechende Testkapazität überhaupt vorhanden sein? Der Bund hat ja eigentlich immer davon gesprochen, Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, hat davon gesprochen, dass genügend Tests vorhanden seien. Aber es gab zuletzt ja auch viel Unmut der Länder, weil sie sich selbst jetzt um die Beschaffung kümmern mussten. Gerade hier in Berlin hat man dafür nochmal 47 Millionen Euro bereitgelegt. Und ja, bei der niedrigen Anzahl der Testterminen sollte das im Moment auch kein Problem sein. Allerdings sollen ja auch die Testzentren aufgestockt werden. Morgen sollen fünf weitere Standorte dazu kommen. Und so nach und nach dann auch die Apotheken, die Hausarztpraxen und private Dienstleister können sich jetzt eben zum Beispiel auch schon für Schulungen anmelden. Testen-Lernen.Berlin ist da die entsprechende Seite, über die man sich registrieren kann. Und deswegen hat ja auch die Gesundheitssenatorin gesagt, ein breites Netzwerk soll entstehen. Und perspektivisch soll dann tatsächlich jedem einmal die Woche ein Angebot gemacht werden. Ja, schauen wir mal, ob es dann bis Weihnachten geklappt hat. Daniela, Dankeschön. Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist positiv auf Corona getestet worden. Außerdem sei auch seine Frau infiziert, heißt es. Das teilte das syrische Präsidialamt mit. Beiden gehe es aber gesundheitlich gut. Sie hätten leichte Symptome verspürt und sich daraufhin einem PCR-Test unterzogen. Das Paar werde sich für zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Die Corona-Pandemie sorgt für einen Rückgang der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus der Kriminalstatistik 2020 hervor, die NRWs Innenminister Herbert Reul vorgestellt hat. Durch die Pandemie habe es aber eine deutliche Zunahme in den Bereichen Betrug und Online-Kriminalität gegeben. Erstmals wurden auch Zahlen zu häuslicher Gewalt ausgewertet. Diese seien deutlich gestiegen. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen auch erstmals Straftaten, die vor der Pandemie nicht im Fokus waren. Wenn man so will, stiegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz an. Wir haben 529 Fälle gezählt. Das sind Beispiel Verstöße gegen eine Quarantäneanordnung. Da sind jetzt nicht gemeint fehlende Mund-Nasen-Schutz, das ist nämlich Ordnungswidrigkeit. Eine weitere Kategorie im Zusammenhang mit Corona ist Subventionsbetrug. Es gab Subventionsbetrug auch vorher, aber sehr gering. 2018 gab es 18 Fälle, 2019 auch 18 und 2020 dann 2965. Und die meisten davon im Zusammenhang, fast 97,6 Prozent im Zusammenhang mit Corona. Das sind natürlich die Corona-Soforthilfen, die vom Staat ausgezahlt werden. Der Gesamtschaden wagt bei fast 30 Millionen Euro. Soweit Herbert Reul. Anlässlich des Weltfrauentages haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu mehr weiblichem Pioniergeist in der Digitalisierung aufgerufen. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutieren sie dazu heute mit Expertinnen unter anderem aus der Wirtschaft, Kultur, den Medien und der Wissenschaft. Es geht um Chancen und Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier. Das Ziel aber habe man noch lange nicht erreicht. Am heutigen Weltfrauentag wird also wieder vielerorts über die Gleichstellung diskutiert und auch darüber, wie diese Gleichbehandlung auch in der Sprache zukünftig dargestellt werden soll. Gendergerechte Sprache ist für die einen längst ein Muss, für andere eher ein lächerliches Sprachgebilde. Wir haben uns umgehört, was die Menschen auf der Straße dazu sagen. Ich werde jetzt in Kürze meine Bachelorarbeit schreiben und da ist es auch wichtig, dass man gendert oder in E-Mails versuche ich jetzt mittlerweile zu gendern und ich glaube, das wird so langsam Alltag bei, also ich sag mal so Standard. Ich finde, es bewirkt nur, dass beide Geschlechter angesprochen werden und somit beide respektiert werden und beide auf der gleichen Ebene sind. Und ich finde gut, dass es jetzt eben so ist, dass da innen nochmal hinten dran steht. Also das mit den Sternen, das gefällt mir nicht so, das finde ich nicht so schön. Ich schreibe das dann schon gerne aus. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, liebe Professoren und liebe Professorinnen. Allerdings glaube ich nicht, dass die Frauenquote durch innen erhöht wird. Da muss man andere Hebel in Bewegung setzen. Ich denke, dass es, wie bei vielen Sachen, der Grundansatz ist löblich oder das Ziel ist löblich, aber dass es halt mitunter recht kranke Blüten treibt. Dass es alles und jede Sache rauf und runter und dass die eigene Sprache dann irgendwann sehr verkorkst und verkrümelt klingt und es irgendwie nicht mehr keinen ordentlichen Wortgebrauch mehr ermöglicht mitunter. Soweit also Volkes Stimme bei mir im Studio. Paul Sonntag, Paul, wie gleichberechtigt sind die Frauen denn jetzt im Alltag, in der Familie oder auch im Beruf? Ja, das ist eine Frage, die wird nicht nur kontrovers, sondern vor allem auch immer emotionaler geführt. Woran liegt das? Das liegt sicherlich auch daran, es geht nicht nur um die Sprache, die geschriebene Sprache, die Schrift quasi, sondern es geht eben auch darum, wie spricht man das aus? Da kommen wir später dazu. Wie sehr werden Frauen in der deutschen Sprache tatsächlich benachteiligt? Darüber wird gestritten eigentlich fast schon, kann man sagen. Wir haben mal ein Beispiel rausgesucht, das so ein bisschen zeigt, was eigentlich auch das Hauptargument derer ist. Die sagen, wir brauchen da gewissermaßen eine Reform. Wenn wir uns vorstellen, ein Krankenhaus hätte 99 Ärztinnen angestellt, dann würde man immer von Ärztinnen sprechen, dann wäre auch in den entsprechenden Berichten immer von Ärztinnen die Rede. Sobald jetzt aber ein männlicher Arzt eingestellt würde, dann hätte man ab jetzt eben in allen Berichten rundherum um die lebensrettenden Ärzte immer nur die Sprachform die Ärzte. Das ist der Plural, der dann gebildet wird und der ist eben vor allem männlich konnotiert. Und deswegen fühlen sich da viele benachteiligt oder einfach nicht erwähnt diskriminiert. Die große Frage ist dann natürlich, wie könnte man das lösen? Was sind die Lösungsansätze? Welche Beispiele hätte man, um hier vielleicht auch andere Formulierungen zu finden? Und da fängt eigentlich die Diskussion erst so richtig an. Das Gendersternchen dürfte inzwischen jedem ein Begriff sein. Da kommt nämlich noch eine weitere Ebene dazu. Man sucht nicht nur nach Alternativen, die beide Geschlechter abbilden, sondern auch eine Alternative, die eben alle Menschen mit einschließt, die sich vielleicht gar keinem Geschlecht zugeordnet fühlen. Das wäre im Prinzip das Sternchen als Platzhalter, wenn man so möchte. Die vielleicht älteste Form, das Binnen-I, hat sich eigentlich etwas überholt inzwischen. Das war in den 80ern dann schon im Gespräch. Aber da sagt man, das ist so nah an der weiblichen Pluralform. Das ist dann schon wiederum eine Diskriminierung möglicherweise eben für die Männer. Dann gibt es noch den Unterstrich. Das ist eine Art Platzhalter. Das könnte dann eben wieder die diskriminieren, die möglicherweise sich eben weder männlich noch weiblich zugeordnet fühlen. Und das ist der im Moment vielleicht Favorit, das Modernste, das was im Trend ist, Bürgerinnen. Also quasi mit dem Doppelpunkt, aber nicht so wie ich es gerade ausgesprochen habe, sondern, und da sind wir eben beim Sprachlichen, mit einer leichten Zäsur, also BürgerInnen, um auch im Sprachgebrauch hier diese Pause zu haben und möglicherweise beide Geschlechter und eben auch jene, die sich nicht zugeordnet fühlen, dann dort auch zu berücksichtigen. Jetzt ist die Frage, wie findet das möglicherweise irgendwann wirklich Eingang in den Alltag auch? Und da ist ganz entscheidend, wie sehen das eigentlich die Deutschen? Da gibt es auch Umfragen inzwischen dazu. Und das ist wiederum das Hauptargument auch der Gegenseite, die sagen, es gibt gar keine echte Mehrheit für eine Reform, beispielsweise dann im Duden natürlich oder noch viel drastischer, möglicherweise irgendwann auch in Gesetzestexten oder eben auch dem Grundgesetz beispielsweise, das umzuformulieren in gendergerechte Sprache. Und hier sehen wir, 14 Prozent geben an, ja, Gleichberechtigung sollte auch in der Sprache stattfinden. Und das hier ist die große Unbekannte. 41 Prozent sagen, ja, das ist wichtig, aber man sollte es auch nicht übertreiben. Also so eine, ja, abgeschwächte Zwischenposition, das sind die Unentschlossenen mehr oder weniger. Und hier sehen wir aber auch, 36 Prozent sind dagegen, keine sprachliche Veränderung und 10 Prozent ist es vollkommen egal. Was man aber auch sieht, und das ist auch noch wichtig zu wissen, vor allem die Jüngeren, also die unter 40-Jährigen, sind da offener als die Älteren. Und man hat das Gefühl, die Diskussion hat gerade erst angefangen und sie ist in jedem Fall auch immer wieder sehr emotional. Und noch etwas zeigt deine Grafik, dass eine Minderheit ganz schön viel Wind machen kann. Paul, danke schön. Falls die Queen je gedacht haben sollte, dass ihre Regentschaft nicht stärker erschüttert werden kann, als durch die Trennung von Charles und Diana, das spektakuläre Fernsehinterview der Prince of Wales, der Princess of Wales, 1995 war das, und ihr tragischer Tod. Zwei Jahre später, dann irrte sie. Ihr Enkel Harry und seine Frau Meghan haben jetzt in einem TV-Interview eine ganze Serie von PR-Bomben abgefeuert, die die Grundmauern des Buckingham Palace ins Wanken bringen können. Darunter sind Selbstmordgedanken, Lügen und Rassismusvorwürfe gegen die königliche Familie. Mehr von Fanny Juschten. Es war die Traumhochzeit, die für Prinz Harry und Meghan Markle gar keine war. Das hier war nur für die Welt, wie Meghan jetzt erklärt. Sie und Harry wurden schon drei Tage vorher ganz privat verheiratet. Zwei Stunden lang dauert das Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, in denen Meghan erzählt, wie sie von Beginn an im Königshaus gelitten hat. Jeder in meinem Umfeld versprach, mich zu beschützen, und ich habe es geglaubt. Aber ich realisierte, dass ich eben nicht beschützt wurde und dass Lügen über mich verbreitet wurden. Niemand habe sie auf die Zeit im Königshaus vorbereitet. Monatelang durfte sie nicht raus. Sie habe sich einsam wie nie gefühlt. Und mit dem Baby kam das Unfassbare für Meghan. In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Rassismus im Königshaus. Wer diese Gespräche mit Harry und Meghan geführt haben soll, will sie nicht sagen. Dennoch, auch die Boulevardpresse setzt beide unter Druck. Sie fühlen sich verfolgt, eingeengt. Meghan wird depressiv und erzählt unter Tränen, Ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe bekommen haben sie keiner. Es könne der königlichen Institution schaden. Prinz Harry, der darin eine Wiederholung der Geschichte mit seiner Mutter sieht, findet dann klare Worte über diese Zeit. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Meghan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Doch Harry und Meghan tun es, auch wenn sie alles verlieren. Das Verhältnis zur Queen sei dennoch gut. Mit seinem Bruder habe er sich auseinandergelebt. Und zu seinem Vater sagt er, ich fühle mich fallen gelassen. Denn er weiß doch, wie sich Schmerz anfühlt und hat etwas Ähnliches durchgemacht. Und Archie ist sein Enkel. Ich werde ihn immer lieben, aber es gibt sehr viel Schmerz. Ein Interview, das die Welt wohl so schnell nicht vergessen wird, glauben Experten. Dieses Interview wird die Wahrnehmung der Königsfamilie grundlegend verändern. Und auch darüber, wie diese Institution Menschen behandelt. Auch enthüllt wurde mehr über Baby Nummer zwei. Zumindest über das Geschlecht. Ein Mädchen wird es. Beide seien glücklich, so wie sie leben und bereuen nicht den Weg, den sie gegangen sind. Zum Sport im DFB-Pokal sind die Halbfinalpartien ausgelöst worden. Dortmund spielt zu Hause gegen Holstein Kiel. Der Sieger aus dem Nachholspiel, Jan Regensburg gegen Werder Bremen, muss gegen RB Leipzig antreten. Angesetzt sind die Halbfinalpartien für den 1. und 2. Mai. Und zuvor wurde in der Fußball-Bundesliga der 24. Spieltag abgeschlossen. Bielefeld und Union Berlin trennen sich torlos 0 zu 0. Köln spielt gegen Bremen, ebenfalls unentschieden, 1 zu 1 der Endstand. Bereits am Samstag verliert Gladbach gegen Leverkusen mit 0 zu 1. Frankfurt und Stuttgart trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Die Hertha holt drei Punkte gegen Augsburg, 2 zu 1. Freiburg-Leipzig 0 zu 3. Hoffenheim gewinnt gegen Wolfsburg 2 zu 1. Bayern-München schlägt im Topspiel Borussia Dortmund mit 4 zu 2. Das Freitagabendspiel zwischen Schalke und Mainz endet torlos 0 zu 0. Der Blick auf die Tabelle nach dem 24. Spieltag. Bayern behauptet Platz 1 vor Leipzig, dahinter Wolfsburg und Frankfurt auf den Champions-League-Plätzen. Dann Leverkusen vor Dortmund, Union Berlin, Freiburg und Stuttgart. Gladbach rutscht auf Platz 10 ab, dahinter Hoffenheim, Bremen und Augsburg. Köln auf Platz 14 vor der Hertha, Bielefeld belegt den Relegationsplatz, Mainz auf Platz 17. Beim Tabellenletzten Schalke gehen so langsam die Lichter aus. Und weiter geht es gleich mit einer Online-PK von DFB-Präsident Fritz Keller. Bis gleich. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Der unter Druck geratene CDU-Politiker Nikolaus Löbel tritt wegen der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken zurück. Er lege sein Mandat nieder, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden. Das teilte Löbel mit. CDU-Chef Laschet hatte seinen Rücktritt gefordert. Nicht nur er. Und der CSU-Parlamentarier Nüßlein ebenfalls in einer Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Corona-Masken verwickelt, hatte zuvor erklärt, er wolle bis zur Wahl im Herbst als Fraktionslose im Bundestag bleiben. SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. In der Schweiz dürfen sich muslimische Frauen künftig nicht mehr verschleiern. Das ist das voraussichtliche Ergebnis einer Volksabstimmung. Nach Hochrechnungen des Schweizer Fernsehens votierten rund 52 Prozent der Wähler für das umgangssprachliche Burka-Verbot. Ziel der Maßnahme ist es, Gesichtsbedeckungen ohne medizinischen Zweck im öffentlichen Raum zu verbieten. Da es in der ganzen Schweiz nur wenige Dutzend Frauen geben soll, die eine Vollverschleierung tragen, dürfte das Verbot vor allem Touristinnen aus muslimisch geprägten Ländern. Bei starken Explosionen im westafrikanischen Äquatorial Guinea sind hunderte Menschen verletzt worden. Die Detonationen hätten sich auf einem Militärkomplex der Stadt Bata ereignet, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Zahl der möglichen Todesopfer, die ist noch unklar. Nach Angaben lokaler Medien gab es drei aufeinanderfolgende Explosionen. Zahlreiche Gebäude seien zerstört oder beschädigt worden. In den Trümmern suchende Helfer nach Verschütteten. Die Ursache für die Explosionen war zunächst unklar. Im DFB-Pokal sind am Abend die Halbfinalpartien ausgelost worden. Dortmund spielt zu Hause gegen Holstein Kiel. Der Sieger aus dem Nachholspiel Jahn Regensburg gegen Werder Bremen muss gegen RB Leipzig antreten. Angesetzt sind die Halbfinalpartien für den 1. und 2. Mai. Wir bleiben beim Fußball. Die Fußball-Bundesliga, der 24. Spieltag mit der Tabelle. Bielefeld und Union Berlin trennen sich torlos 0 zu 0. Köln spielt gegen Bremen, ebenfalls unentschieden, 1 zu 1 der Endstand. Bereits am Samstag verliert Gladbach gegen Leverkusen mit 0 zu 1. Frankfurt und Stuttgart trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Die Hertha holt drei Punkte gegen Augsburg, 2 zu 1. Freiburg-Leipzig 0 zu 3. Hoffenheim gewinnt gegen Wolfsburg 2 zu 1. Bayern-München schlägt im Topspiel Borussia Dortmund mit 4 zu 2. Das Freitagabendspiel zwischen Schalke und Mainz endet torlos 0 zu 0. Der Blick auf die Tabelle nach dem 24. Spieltag. Bayern behauptet Platz 1 vor Leipzig, dahinter Wolfsburg und Frankfurt auf den Champions-League-Plätzen. Dann Leverkusen vor Dortmund, Union Berlin, Freiburg und Stuttgart. Gladbach rutscht auf Platz 10 ab, dahinter Hoffenheim, Bremen und Augsburg. Köln auf Platz 14 vor der Hertha. Bielefeld belegt den Relegationsplatz. Mainz auf Platz 17. Beim Tabellenletzten Schalke gehen so langsam die Lichter aus. Die Corona-Pandemie hat, wie so vieles auch, den Alltag der meisten Familien auf den Kopf gestellt. Zur ganz alltäglichen Ausarbeit kamen mindestens noch Homeoffice und Homeschooling dazu. Doch wie wird eigentlich diese Mehrbelastung innerhalb der Familie aufgeteilt? Max Hermes. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nerven mehr, wenn der nach sechs, sieben, acht Stunden arbeiten, von der Arbeit heimkuchen, noch viel im Haushalt macht. Zwar haben Männer in der Pandemie bei Hausarbeit und Kinderbetreuung aufgeholt. Während sie sich 2018 nur 3,3 Stunden pro Tag zuständig fühlten, waren es im vergangenen Jahr schon fünf. Und weiter geht's hier bei Welt am Montagnachmittag. Hallo und herzlich willkommen. Und wir warten auf den DFB, auf eine Online-Pressekonferenz zur Situation des Amateurfußballs mit DFB-Präsident Fritz Keller und seinem Vize Rainer Koch. Und sobald da sich was tut und die beiden vor die Mikrofone treten oder sich draufschalten, vielmehr sind wir natürlich wieder bei diesem Thema. Schauen aber jetzt erst noch mal vorher kurz auf die Politik. Denn der unter Druck geratene CDU-Politiker Nikolaus Löbel tritt wegen der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken zurück. Er lege sein Bundestagsmandat nieder, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden, teilte Löbel mit CDU-Chef Armin Laschet, hatte seinen Rücktritt zuvor gefordert. Der CSU-Parlamentarier Nüßlein, ebenfalls in der Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Corona-Masken, hatte zuvor erklärt, er wolle bis zur Wahl im Herbst als Fraktionsloser im Bundestag bleiben. SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen sollen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Den heutigen 8. März dürften sich etliche Einzelhändler in diesem Land dick im Kalender angestrichen haben und ihre Kunden ebenfalls. Unter Auflagen und mit Hygienekonzepten wird in Deutschland wieder ein wenig Normalität ausprobiert. Baumärkte, Blumen und Buchläden dürfen seit heute mit Ausnahme Berlins überall wieder aufmachen. In einigen Regionen geht jedoch abhängig von der Inzidenz auch einiges mehr, in anderen aber nicht. Über den Flickenteppich 2021 berichtet Sandra Sattmann. Hier in Norderstedt läuft es wieder rundum locker, zumindest was das Shoppen betrifft. Die Läden öffnen und zwar für alle unter Auflagen, so ist die Kundenzahl je nach Quadratmeter begrenzt. Während Gartencenter, Buch- und Blumenläden jetzt überall wieder geöffnet sind, ist für alle anderen Einzelhändler Shopping mit Termin möglich. In Regionen mit wenigen Neuinfektionen, wie es außer in Schleswig-Holstein, auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern wieder ist. Ich habe es gerade angekündigt, jetzt beginnt sie die Pressekonferenz mit Fritz Keller, DFB-Präsident und wir hören rein. Ich freue mich sehr auf den großen Zuspruch, den wir heute mit diesem Thema haben. Und ja, das ist auch ein Zeichen für unsere Fußballspielerinnen und Fußballer, die eben nicht auf die Plätze dürfen. Also mehr als 100.000 Menschen haben sich an unserer Umfrage beteiligt. Also das ist nicht nur repräsentativ, das ist ein klares Statement. Die Zahlen beweisen, unsere Fußballspielerinnen wollen zurück auf den Platz. Die Sehnsucht nach dem Fußball, nach den Vereinen, nach dem gesellschaftlichen Leben ist riesig. Und endlich sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Sport im Freien ist mit Einschränkungen endlich wieder erlaubt. Endlich wird mehr getestet und die Tests werden bezahlt. Wir haben schon im vergangenen Jahr die Logistik und die Infrastruktur des Fußballs angeboten, um das Gesundheitswesen zu entlasten. In jedem Verein gibt es Menschen mit medizinischen Kenntnissen. Sie können mit den Schnelltests umgehen, die heute schon verfügbar sind. So können wir auch helfen, dass Kinder wieder ohne Risiko in die Schule können. Der organisierte Fußball kann, wenn er darf, zur Normalisierung beitragen. Unsere Hygienekonzepte funktionieren. Das haben wir schon im vergangenen Sommer gesehen. Wissenschaftler von der Universität Basel und des Saarlands haben nachgewiesen, dass das Infektionsrisiko während des Fußballspielens sehr, sehr gering ist. Mehr als 780 Spiele und Trainingseinheiten in dieser Zeit des letzten Sommern aus Profiligen und dem Amateurbereich mit mindestens einem Covid-19-Verdächtigen Spieler oder Spielerin wurden untersucht. Nur in einem einzigen Fall, in einem einzelnen Spiel wurde eine Infektion nicht gänzlich ausgeschlossen. Offenbar liegt die Hauptquelle für Infektionen außerhalb des Platzes. Darauf müssen wir achten. Fußball ist eine Sportart mit wenig und sehr kurzfristigen und kurzzeitigen Kontakten und damit keine Kontaktsportart. Fußball wird noch dazu an der frischen Luft gespielt, was zum geringen Infektionsrisiko beiträgt. Wir haben unlängst, wie schon eben im Eingangsstatement berichtet, die Sozialrendite gezeigt. Mit 13,9 Milliarden beträgt die soziale und ökonomische Wertschöpfung des Amateurfußballs unterhalb der 1., 2. und 3. Liga und unterhalb der Frauenbundesliga. Alleine 5,6 Milliarden Euro werden allein im öffentlichen Gesundheitssystem dadurch eingespart. In Verbindung mit den Nachverfolgungs-Apps, wie zum Beispiel der DFB-Amateur-App, können nicht nur Trainings- und Spielbetrieb wieder ermöglicht werden, sondern auch eine Rückkehr auf die Tribünen und die Seitenlinie unserer Amateure in einem weiteren Schritt. Spätestens, wenn die Außengastronomie wieder öffnen darf, muss es möglich sein, dass auch wieder Amateur-Spiele besucht werden können. Das Bündnis Kontaktmanagement, dem neben DFB und DFL auch Vertreter aus den Bereichen Industrie, Event, Kultur und Gastronomie angehören, sammeln derzeit unterschiedliche Apps und Entwicklungen ein und entwickeln einen Vorschlag für die Politik, für die digitale Nachverfolgung. Mit Blick auf die Apps und die Strategie umfassender kostenloser Selbst- und Schnelltests erhoffen wir uns von der Politik nun weitere Öffnungen für den Sport und für die Gesellschaft. Durch Impfungen und Tests werden wir einen großen Schritt Richtung Normalität gehen. Wir wollen alles tun, um die Freude am Fußball zurückzuholen. Grundsätzlich gilt natürlich, selbstverständlich weiterhin die Hygienemaßnahmen konsequent umzusetzen. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser für den deutschen Amateurfußball sehr wichtigen Pressekonferenz. Über viele Monate hinweg haben wir in Deutschland fast ausschließlich über den Profifußball gesprochen. Das war wichtig und das war richtig. Der Amateurfußball hat sich während des gesamten letzten Jahres solidarisch gezeigt und sich offen dazu bekannt, dass Profifußball in den Bundesligen weiter stattfinden kann, obwohl den fast 25.000 deutschen Fußballvereinen ihr Spiel verboten worden ist. Berufsausübung ist etwas anderes als Freizeitgestaltung. Heute, im März 2021, ist nun aber der Zeitpunkt gekommen, an dem auch der Amateurfußball seine Stimme laut und hörbar erheben muss. Meine Damen und Herren, der Amateurfußball lebt. Er lebt noch immer und er erweist sich in dieser zuvor so nicht gekannten Krise als besonders widerstandsfähig. Er zeigt sein ausgeprägtes Kämpferherz, das unterstreichen die Umfrageergebnisse, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Das an vielen Stellen in den letzten Monaten hier und da prognostizierte Untergangsszenario für den Amateurfußball gibt es nicht. Noch nicht, muss ich sagen. Klar ist aber auch, der Basisfußball ist gezeichnet von der Corona-Krise und es wird von Woche zu Woche schlimmer. Die Situation spitzt sich zu. Auch das zeigt unsere Umfrage und ihre Ergebnisse klar auf. Aus Kratzern werden Wunden. Der Patient Amateurfußball, er liegt noch nicht auf der Intensivstation, aber er braucht jetzt dringend Fürsorge, Behandlung und Unterstützung. Der Amateurfußball sitzt im Wartezimmer der Politik. Sein Zustand verschlechtert sich jede Woche. Wir alle, vor allem aber die Regierenden in Bund und in den Ländern, müssen jetzt verstehen, dass der Amateurfußball so schnell wie möglich wieder zurück auf die vielen tausend Sportplätze muss. Fußball in Deutschland ist viel mehr als knapp 40 Profispiele wöchentlich. Fußball ist viel mehr als die inzwischen fast tägliche Fernsehshow mit Zuschauern nur noch vor dem TV. Fußball in Deutschland, das sind im Normalfall rund 70.000 Spiele wöchentlich. Überall im Land, in jeder Stadt, in fast jedem Dorf. Und das sind dann an jedem Wochenende auch über 5 Millionen Menschen, 5 bis 6 Mal so viele Menschen auf den Amateurfußballplätzen als in den Stadien der Bundesligen. Diese große Bedeutung des Amateursports und insbesondere des Amateurfußballs wird häufig, wird viel zu oft übersehen. Sie wird mit dem immensen und gesellschaftlich extrem wichtigen ehrenamtlichen Engagement viel zu wenig gewürdigt und ebenso wenig ausreichend anerkannt. Der ehrenamtlich organisierte und gemeinnützige Amateurfußball darf jetzt aber nicht vergessen werden, in einer Zeit, in der fast nur noch von professionellem und kommerziellem Sport die Rede ist. Der Amateurfußball ist kein pandemisches Problem, sondern er ist fester Teil der Lösung und damit gut für unser Land. Amateursport hilft der Politik, denn er gibt den Menschen einen großen Teil der seit Monaten so schmerzlich vermissten Lebensfreude zurück und unterstützt mit seinen detaillierten Hygienekonzepten und Vorsichtsmaßnahmen die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Wir Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer, wir sind weder Corona-Leugner, noch fordern wir die vollständige Aufhebung aller Lockdown-Vorgaben. Wir glauben aber, dass wir organisiert und mit Bedacht attraktive Sportangebote machen und insbesondere die jungen Menschen von unvernünftigen Massenansammlungen abhalten können. Wir wollen, dass die Menschen vorsichtig zum sozialen Miteinander zurückkehren können. Wir haben dazu die richtigen Angebote. Die fast 25.000 deutschen Fußballvereine haben im letzten Jahr nachhaltig bewiesen und die Umfrage bestätigt es auch noch einmal zweifelsfrei, dass sie sehr vernünftig mit den Gefahren des Coronavirus umgehen können, dass sie die vom DFB und den Landesverbänden entwickelten Hygienekonzepte strikt einhalten, dass sie außerhalb des Platzes alles dafür tun, um Kontakte zu vermeiden. Und auf dem Platz, das belegen zahllose wissenschaftliche Veröffentlichungen seit Monaten, auf dem Platz stellt Fußballspiel kein merkliches Infektionsrisiko dar. Der eingeschlagene Kurs, sich für weitere Lockerungen stark zu machen, ist der richtige. Die Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer wollen es mit überragenden Mehrheit. Die 25.000 deutschen Fußballvereine fordern es und die Landesverbände und der DFB sind dabei eng an ihrer Seite. Meine Damen und Herren, die Diagnose haben wir und wir haben das Rezept. Der Ball muss wieder rollen und zwar auf den Sportplätzen der Vereine, organisiert von Vereinen und Verbänden. Dann bieten wir den Menschen attraktive Angebote zur Freizeitgestaltung. Wir halten sie von wilden und unvernünftigen Feiern ab. Wir sind bereit, mitzuhelfen, das Virus in Schach zu halten. Und ich wiederhole mich, wenn ich klipp und klar feststelle, wir Fußballer sind Teil der Lösung und wir sind gewiss nicht Teil des Problems. Und deshalb wollen wir zurück auf den Platz. Jetzt sofort zum kontrollierten Training und der Einhaltung von Regeln und so schnell wie möglich wieder zurück zum Wettkampfspiel. Die Umfrage ist jetzt mehrfach angesprochen worden. Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse, Leon? Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Dann habe ich die Ehre, Ihnen die Ergebnisse unserer Umfrage vorzustellen und will gleich auch mal auf die ersten Zahlen eingehen. Es wurde auch schon angesprochen, wir haben über 100.000 TeilnehmerInnen gehabt bei dieser Umfrage. Ein sensationeller Wert aus unserer Sicht, auch wenn man bedenkt, dass wir eben gerade einmal acht Tage lang diese Umfrage haben laufen lassen und wirklich hier bundesweit haben Rückmeldungen erzielen können. Wir haben, das sieht man hier auf dem Chart, auch was das Alter angeht, eine recht heterogene Gruppe dabei. Das heißt, wir haben wirklich über alle Altersschichten hinweg Rückmeldungen erhalten zu unseren Fragen und sind insofern also auch breit aufgestellt. Das zeigt sich auch noch einmal, wenn wir auf dem nächsten Chart dann sehen, welche Zielgruppen im Amateurfußball denn hier mitgemacht haben. Klarer Fokus, die SpielerInnen waren sehr aktiv bei dieser Umfrage mit 40 Prozent. Aber wir sind auch sehr froh, dass wir einen Großteil an Eltern hier erreicht haben, da der Kinder- und Jugendfußball uns wirklich sehr am Herzen liegt und wir ja auch darum bemüht sind, dass die Kinder und Jugendliche wieder kicken können, ist es für uns einfach ganz wichtig, hier auch die Rückmeldung der Eltern einzuholen. Die ersten Ergebnisse möchte ich einmal vorstellen. Und zwar haben wir gefragt, ob denn die SpielerInnen und die Menschen im Amateurfußball den Fußball überhaupt vermissen. Wir haben jetzt fast ein Jahr Lockdown und sind einfach derzeit in der Situation, wo vielleicht der Fußball bei dem einen oder anderen auch in Vergessenheit geraten ist und vielleicht auch der Alltag so gestaltet werden kann, dass Fußball keine Rolle mehr spielt. Und dem ist eben nicht so. Hier sagen wirklich sensationelle 98 Prozent, dass sie den Amateurfußball vermissen. Und wenn wir uns dann anschauen, was sie vermissen, dann möchte ich wiederholen, was Herr Koch gerade gesagt hat und auch was Herr Keller unterstrichen hat, dass Fußball mehr ist. Und das sehen Sie hier an dem Wert Gemeinschaft, der allen fehlt. Die fünf bis sechs Millionen, die Wochenende für Wochenende in unseren Fußballvereinen unterwegs sind, denen fehlt ein ganz zentraler Punkt in ihrem Leben. Und das ist eben dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das scheint uns zumindest gerade in diesen Zeiten auch umso wichtiger, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, das zu erleben. An zweiter Stelle haben die Umfrageteilnehmerinnen genannt, dass das Fußballspielen vermisst wird. Also wirklich das auf den Platz gehen, das Kicken miteinander und das können wir natürlich auch sehr gut nachvollziehen, weil nicht jeder ist unbedingt bereit, eine Runde joggen zu gehen, sondern da muss eben der Ball am Fuß sein, damit man sich bewegt. Und da müssen auch im Idealfall eben die Freunde dabei sein. Und bei den Zahlen ist es hier auch so, dass insbesondere die Eltern und die jugendlichen SpielerInnen uns sehr angegeben haben, dass sie wieder Fußball spielen wollen. Aber nur weil man etwas vermisst, heißt es noch nicht, dass man zurückgeht, wieder auf den Platz oder beziehungsweise auch wieder die Aktivität startet. Aber auch hier zeigt sich ein äußerst positives Bild. Alle Zielgruppen haben hier sensationelle Ergebnisse uns hier mitgegeben. Alle wollen zurück auf den Platz, wollen sich wieder einbringen in den Vereinen. Und auch hier möchte ich den Fokus nochmal auf die Eltern legen mit den Rückmeldungen von 97 Prozent, die sagen, unsere Kinder kommen wieder zurück. Die wollen spielen, die kommen in die Vereine zurück und das beschwichtigt vielleicht auch hier und dort ein paar Bedenken, die natürlich viele Vereinsvertreter auch haben, die sagen, kommen denn die Kinder wieder? Hier können wir zumindest anhand unserer Umfrage sagen, sie kommen wieder. Auch wenn man sich anschaut bei den TrainerInnen und SpielerInnen, ist es so, dass eine große Mehrheit auch hier, die im Jugendfußball tätig sind, auch sagen, sie kommen zurück. Auch noch mehr als die Prozentzahl, die sie hier auf diesem Chart eingeblendet sehen. Die Rückkehr ist aber nicht bedingungslos, sondern knüpft sich auch ein paar Voraussetzungen, die der Fußball erbringen muss. Und da geht es unter anderem darum, dass ein Hygienekonzept beim Verein vorhanden sein muss. Das heißt, die Eltern, die Spieler, die TrainerInnen, die Funktionäre in den Vereinen erwarten auch, dass da ein Hygienekonzept vorherrscht, das greift. Und das auch eine gewisse Art von Sicherheit den Menschen dort zukommen lässt. Wir haben im letzten Jahr mit unserem Hygienekonzept Zurück ins Spiel ein Konzept dargelegt, das wir aktuell auch überarbeiten und Ende der Woche oder Anfang nächster Woche dann auch wieder über unsere Landesverbände, andere Vereine weitergeben möchten, sodass dort auch gewisse Planungssicherheit herrscht. Planungssicherheit brauchen auch unsere Vereinsmitglieder im Bereich eines festen Stufenplans. Wann darf ich trainieren? Wann darf ich wieder in den Spielbetrieb einsteigen? Hier ist einfach ein großer Wunsch, dass ein fester Plan besteht. Und genau darum sind wir auch derzeit bemüht. Und die Aussagen von Herrn Keller und von Herrn Koch zeigen ja auch, dass es genau darum geht, die Aussagen der Politik zu übersetzen. Was bedeutet es denn für den allgemeinen Amateurfußball? Wann darf ich denn spielen? Und wann ist Training mit meiner Mannschaft auch wieder erlaubt? Wir haben uns dann angeschaut, wie die Vereine durch die Krise gekommen sind, wie sie die Krise erlebt haben. Und da möchte ich ein paar Punkte Ihnen hier auch noch einmal mitgeben. Wir haben einmal danach gefragt, ob denn die Vereine auch ein Hygienekonzept angewendet haben. Die Hoffnung von uns war natürlich groß, dass das passiert. Und da fühlen wir uns jetzt durch die Aussagen hier auch bestätigt, dass das gelungen ist. Unsere Vereine schaffen es sehr, sehr gut, ein Hygienekonzept umzusetzen. Und da stehen wir mit Sicherheit anderen Bereichen in unserer Gesellschaft in nichts nach, hier Konzepte dazu zu liefern und auch die entsprechend umzusetzen. Insofern sind wir froh, dass die Antworten ja auch derart positiv ausfallen und wirklich fast flächendeckend diese Hygienekonzepte auch umgesetzt werden. Und das zeigt sich auch bei den Vereinen als etwas, was nicht als belastend empfunden wird, wenn dann nur mittelmäßig belastend. Also insofern, unsere Vereine sind in der Lage, auf die Krise zu reagieren und sind robust und krisenfest. Auch wenn wir uns die Fragen anschauen, ob ein erhöhter Mitgliederschwund festzustellen ist, zeigen die Umfrageergebnisse uns, dass das zwar durchaus passieren kann, aber nicht die Regel ist. Wir haben hier 22 Prozent, die angeben, ja, bei uns gab es einen spürbaren Unterschied, was die Vereinsaustritte sind im Vergleich zu den Vorjahren. Aber es wäre auch etwas merkwürdig, wenn der Amateurfußball ganz ohne Herausforderung durch diese Krise kommen würde. Und genau um diese Herausforderung geht es auch im nächsten Chart, wo wir uns angeschaut haben, was sind denn die Punkte, die vor der Corona-Krise für die Vereine wichtig waren in der Bearbeitung? Und was sind die Punkte nach der Corona-Krise, die für die Vereine wichtig sind und die Herausforderungen darstellen? Und hier haben wir einen kleinen, ja, man könnte sagen, einen kleinen Switch feststellen können. Die Sorge ist schon groß, dass die Spielerinnen, gerade die aktiven Spielerinnen, eben nicht mehr in der Form für den Verein vorhanden sind. Und das können wir auch ein Stück weit nachvollziehen. Der letzte Lockdown im letzten Jahr hat einfach eine gewisse Delle hier hinterlassen, aus der wir noch nicht ganz rausgekommen sind. Die Monate August, September, Oktober im Jahr 2020 waren relativ erfolgreich, wenn wir das vergleichen mit den Jahren zuvor, was die Erstregistrierung angeht. Also von Spielern, die das erste Mal wirklich dann auch im Wettkampfgeschehen eingreifen und registriert werden. Und insofern sehen wir uns hier, ja, oder sehen wir positiv nach vorne, weil wir auch glauben, dass diese Entwicklung, sobald der Lockdown eben zu Ende ist und aufgehoben werden kann, wir auch aus diesem Tal ein Stück weit wieder herauskommen können. Ein Punkt, eine Herausforderung will ich auch noch erwähnt haben, das sind die Finanzen. Die Krise hat mit Sicherheit dazu geführt, dass sich viele Vereine auch Gedanken machen, wie kommen wir hier durch diese Krise angesichts dessen, dass einige Einnahmen fehlen. Und hier sagen 61 Prozent der Befragten, dass die Corona-Krise Auswirkungen hat auf die Finanzen des Vereins. Und von diesen 61 Prozent sagen wiederum 79 Prozent, dass es auch eine wirkliche spürbare Belastung der Vereine ist. Und auch 18 Prozent sagen, dass es existenzielle Belastungen sind, die hier eine Rolle spielt. Das ist nicht unerheblich. Soweit also die Pressekonferenz des DFB zur Situation des Amateurfußballs. 100.000 Beteiligte haben sich da an dieser Umfrage beteiligt. Tenor, der Ball muss wieder rollen. Der Amateurfußball sitzt momentan im Wartezimmer der Politik. Da muss ich was tun. Und immerhin hat man ja gute Hygienekonzepte. Und im Freien, da könne das Coronavirus ja sowieso nicht so leicht übertragen werden. Und dann hat man alle möglichen Argumente aufgeführt, weshalb die Menschen jetzt wieder den Ball auf dem Bolzplatz rollen sehen lassen wollen. Und wir schauen weiter auf die Politik, auf die Corona-Zahlen. Nämlich die aktuellen, wie immer nach dem Wochenende, nicht ganz vollständig, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre aktuellen Daten sofort an das Robert-Koch-Institut weitergeleitet haben. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 positive Tests registriert. Das sind 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf jetzt 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden immerhin mehr als 7.654.000 Impfdosen bundesweit verabreicht. Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Außerdem sei auch seine Frau infiziert. Das teilte das syrische Präsidialamt mit. Beiden gehe es aber gesundheitlich gut. Sie hätten leichte Symptome verspürt und sich daraufhin einem PCR-Test unterzogen, heißt es. Das Paar werde sich für zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Die Corona-Pandemie sorgt für einen Rückgang der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus der Kriminalstatistik 2020 hervor, die NRWs Innenminister Herbert Reul vorgestellt hat. Durch die Pandemie habe es aber deutliche Zunahmen in den Bereichen Betrug und Online-Kriminalität gegeben. Erstmals wurden auch Zahlen zu häuslicher Gewalt ausgewertet. Diese seien deutlich gestiegen. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen auch erstmals Straftaten, die vor der Pandemie nicht im Fokus standen. Wenn man so will, stiegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz an. Wir haben 529 Fälle gezählt. Das sind Beispiel Verstöße gegen eine Quarantäneanordnung. Da sind jetzt nicht gemeint fehlende Mund-Nasen-Schutz, das ist nämlich Ordnungswidrigkeit. Eine weitere Kategorie im Zusammenhang mit Corona ist Subventionsbetrug. Es gab Subventionsbetrug auch vorher, aber sehr gering. 2018 gab es 18 Fälle, 2019 auch 18 und 2020 dann 2965. Und die meisten davon im Zusammenhang fast 97,6 Prozent im Zusammenhang mit Corona. Das sind natürlich die Corona-Soforthilfen, die vom Staat ausgezahlt werden. Der Gesamtschaden wagt bei fast 30 Millionen Euro. Soweit Herbert Reul zum Thema Betrug. Wir gehen weiter zu Franziska Schimke von der Aktionär TV in Frankfurt und Franziska an der Börse. Da kann man ganz reell Geld verdienen, heute zum Beispiel, denn der DAX, der steigt weiter. Es ist ein hervorragender Start in die neue Handelswoche, den wir beim Deutschen Leitindex hier sehen. Und die Verluste vom Freitag, die sind mehr als wettgemacht. Die Stimmung wieder sehr freundlich hier. Und wir sind nicht nur über die 14.000-Punkte-Marke, sondern direkt auch über die 14.100-Punkte-Marke gestiegen. Im Tageshoch lagen wir schon bei 14.168 Zähler, also knapp 30 Punkte von den Allzeithöchstständen entfernt. Davon sind wir ein bisschen zurückgekommen, aber trotzdem 1,6 Prozent. Das Plus jetzt hier beim Deutschen Leitindex. Die Stimmung also positiv. Die Hoffnung auf die Wirtschaftserholung. Und das eben auch, weil das billionenschwere Konjunkturhilfspaket in den USA eine weitere Hürde genommen hat. Am Wochenende wirft man einen Blick auf die DAX 30, so sind vor allen Dingen die Werte gefragt, die im Rahmen der Corona-Krise eher hinten anstanden. Die Deutsche Bank macht an Boden gut. Die steigenden Anleiherenditen bremsen den Gesamtmarkt aus. Für die Banken ist das aber positiv und somit die Aktie zeitweise schon auf dem höchsten Stand seit August 2018. Die Deutsche Post vorne Heidelberg, Zement als Zykliker, aber auch BMW und Linde gefragt. Und auf der Verliererseite, da sehen wir Merck und den Liebling im Rahmen der Corona-Pandemie, Delivery Hero. Einmal mehr heute schwächer, aber auch Beiersdorf, Covestro und RWE geben nach. Franziska, vielen Dank nach Frankfurt. Wir machen eine kurze Pause, schauen dann gleich auf raffgierige Unionspolitiker und die Konsequenzen, die sie jetzt befürchten müssen. Bis gleich. Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist positiv auf Corona getestet worden. Außerdem sei auch seine Frau infiziert, heißt es. Das teilte das syrische Präsidialamt mit. Beiden gehe es aber gesundheitlich gut. Sie hätten leichte Symptome verspürt und sich daraufhin einem PCR-Test unterzogen. Das Paar werde sich für zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Die Corona-Pandemie sorgt für einen Rückgang der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus der Kriminalstatistik 2020 hervor, die NRWs Innenminister Herbert Reul vorgestellt hat. Durch die Pandemie habe es aber eine deutliche Zunahme in den Bereichen Betrug und Online-Kriminalität gegeben. Erstmals wurden auch Zahlen zu häuslicher Gewalt ausgewertet. Diese seien deutlich gestiegen. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen auch erstmals Straftaten, die vor der Pandemie nicht im Fokus waren. Wenn man so will, stiegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz an. Wir haben 529 Fälle gezählt. Das sind Beispiel Verstöße gegen eine Quarantäneanordnung. Da sind jetzt nicht gemeint fehlende Mund-Nasen-Schutz, das ist nämlich Ordnungswidrigkeit. Eine weitere Kategorie im Zusammenhang mit Corona ist Subventionsbetrug. Es gab Subventionsbetrug auch vorher, aber sehr gering. 2018 gab es 18 Fälle, 2019 auch 18 und 2020 dann 2965. Und die meisten davon im Zusammenhang, fast 97,6 Prozent im Zusammenhang mit Corona. Das sind natürlich die Corona-Soforthilfen, die vom Staat ausgezahlt werden. Der Gesamtschaden wagt bei fast 30 Millionen Euro. Soweit Herbert Reul. Anlässlich des Weltfrauentages haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu mehr weiblichem Pioniergeist in der Digitalisierung aufgerufen. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutieren Sie dazu heute mit Expertinnen, unter anderem aus der Wirtschaft, Kultur, den Medien und der Wissenschaft. Es geht um Chancen und Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier. Das Ziel aber habe man noch lange nicht erreicht. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Der unter Druck geratene CDU-Politiker Nikolaus Löbel tritt wegen der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken zurück. Er lege sein Mandat nieder, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden. Das teilte Löbel mit. CDU-Chef Laschet hatte seinen Rücktritt gefordert. Nicht nur er. Und der CSU-Parlamentarier Nüßlein ebenfalls in eine Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Corona-Masken verwickelt, hatte zuvor erklärt, er wolle bis zur Wahl im Herbst als Fraktionslose im Bundestag bleiben. SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. In der Schweiz dürfen sich muslimische Frauen künftig nicht mehr verschleiern. Das ist das voraussichtliche Ergebnis einer Volksabstimmung. Nach Hochrechnungen des Schweizer Fernsehens votierten rund 52 Prozent der Wähler für das umgangssprachliche Burka-Verbot. Ziel der Maßnahme ist es, Gesichtsbedeckungen ohne medizinischen Zweck im öffentlichen Raum zu verbieten. Da es in der ganzen Schweiz nur wenige Dutzend Frauen geben soll, die eine Vollverschleierung tragen, dürfte das Verbot vor allem Touristinnen aus muslimisch geprägten Ländern treffen. Bei starken Explosionen im westafrikanischen Äquatorial Guinea sind hunderte Menschen verletzt worden. Die Detonationen hätten sich auf einem Militärkomplex der Stadt Bata ereignet, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Zahl der möglichen Todesopfer, die ist noch unklar. Nach Angaben lokaler Medien gab es drei aufeinanderfolgende Explosionen. Zahlreiche Gebäude seien zerstört oder beschädigt worden. In den Trümmern suchende Helfer nach Verschütteten. Die Ursache für die Explosionen war zunächst unklar. Und weiter geht's bei Welt. Am Ende war der Druck wohl einfach zu hoch. Der CDU-Politiker Nikolaus Löbel legt sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder. Löbel zieht damit die Konsequenzen aus der Affäre um dubiose Geschäfte mit Corona-Masken. Der 34-Jährige soll immerhin Provisionen in sechsstelliger Höhe kassiert haben. Führende Unionspolitiker hatten zuvor harsche Kritik an ihm und dem CSU-Politiker Nüßlein geäußert. FDP-Chef Christian Lindner fordert sogar einen Sonderermittler. Isabel Finzel berichtet. Mitten in der Pandemie sollen sich der CSU-Abgeordnete Nüßlein und der CDU-Politiker Löbel an Maskengeschäften bereichert haben. Jetzt hat zumindest Löbel die Konsequenzen gezogen und sein Bundestagsmandat niedergelegt. Zuvor hatten das sämtliche Unionspolitiker gefordert. Also erstmal ist das alles ein fürchterlicher Vorgang. Das schadet dem Ansehen des Parlamentes, das schadet dem Ansehen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und das schadet vor allen Dingen auch den unzähligen Kollegen aus allen Fraktionen, die während der Corona-Krise helfen wollten und geholfen haben. Löbel hatte eingeräumt, sich an Geschäften mit Corona-Masken beteiligt zu haben. Seine Firma kassierte demnach 250.000 Euro, weil sie Maskenkaufverträge zwischen Firmen vermittelt hatte. Auch der CSU-Abgeordnete Nüßlein soll von Provisionen für Maskenvermittlungen in Höhe von 660.000 Euro profitiert haben. Auch CSU-Chef Söder ist sauer, schrieb auf Twitter, es ist nicht zu tolerieren, wenn Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Das ist mit den Grundwerten der Union unvereinbar. Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik. Die Masken-Affäre trifft die CDU ausgerechnet kurz bevor Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag wählen. Dabei sieht es laut Umfragen derzeit ohnehin nicht so gut für die Union aus. Im Sonntagstrend rutschten CDU und CSU auf 32 Prozent. Das ist weniger als bei der Bundestagswahl 2017. Daniel Franz steht für uns vor dem Bundeskanzlerabend. Daniel, jetzt gibt es neue Erkenntnisse in dieser Affäre. Welche nämlich? Der Bundesgesundheitsminister hat sich geäußert und zwar möchte das Ministerium die Namen all jener Abgeordneten öffentlich machen, die sich an das Ministerium gewandt haben im Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Schutzmasken. Also man möchte hier völlige Transparenz herstellen. Es ist ja bereits gemunkelt worden, dass es eben nicht nur die beiden Löbel und Nüßlein waren, die da in irgendeiner Form an Vermittlung von Corona-Masken beteiligt waren, sondern deutlich mehr Abgeordnete. Und das ist natürlich ein heikler Vorgang, vor allem für die Betroffenen, aber natürlich auch rechtlicher Natur. Denn das Ministerium darf nicht einfach die Namen bekannt geben, sondern es werden natürlich die Persönlichkeitsrechte der Abgeordneten betroffen. Deswegen ist man jetzt gerade in Abstimmung mit dem Bundestag, mit dem Bundestagspräsidenten, in welcher Form das geschehen kann. Aber auf jeden Fall das klare Signal des Ministeriums. Man will hier völlige Transparenz herstellen. Also eine sehr heikle Frage. Und in einigen Bundesländern ganz anderes Thema jetzt. Da darf ja der Einzelhandel heute wieder komplett öffnen. In anderen, da sind es nur Baumärkte und Gartencenter. Wie groß ist da jetzt die Sorge vor einem möglichen Shopping-Tourismus? Zunächst einmal sind natürlich die Einzelhändler happy, dass sie wieder aufmachen dürfen. Das muss man hier ganz klar sagen. Und natürlich auch viele Kunden, die strömen schon in die Städte. Aber es gibt natürlich in der Tat Wirrwarr. Du hast es angesprochen. Das ist eben nicht einheitlich geregelt, sondern eben abhängig von der Inzidenz pro Land. Und dann wird auch nochmal geguckt auf den jeweiligen Landkreis, beziehungsweise die Stadt, wie hoch die Inzidenzen dort sind. Davon abhängig ist dann eben, ob die Läden aufmachen dürfen oder nicht. Ja, und wie das angenommen wird, das haben wir einmal in einem Beitrag zusammengefasst. Hier in Norderstedt läuft es wieder rundum locker, zumindest was das Shoppen betrifft. Die Läden öffnen und zwar für alle unter Auflagen, so ist die Kundenzahl je nach Quadratmeter begrenzt. Während Gartencenter, Buch- und Blumenläden jetzt überall wieder geöffnet sind, ist für alle anderen Einzelhändler Shopping mit Termin möglich. In Regionen mit wenigen Neuinfektionen, wie es außer in Schleswig-Holstein, auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz der Fall ist, wird regional entschieden, ob die Geschäfte komplett öffnen. Für die Händler wie auch die Kunden ein lang ersehnter, überfälliger Schritt. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Wir haben ja nur eine Durststrecke von fast drei Monaten gehabt und man freut sich einfach. Die Leute brauchen es. Endlich mal kann man in die Öffentlichkeit gehen und sich was aussuchen. Freude auch bei den Kunstfans. Museen öffnen mit Termin je nach regionaler Inzidenz. Kosmetika, Massagen und Nagelstudios, auch das geht ab heute wieder. Kann bei Dienstleistungen nicht durchgehen. Die FFP2-Maske getragen werden soll, vorher getestet werden. Außerdem dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder sind ausgenommen und das inzidenzunabhängig. Auch Sport in der Gruppe ist mal mehr, mal weniger wieder möglich. Die Schulen gehen heute überall einen Schritt weiter. So dürfen auch die älteren Jahrgänge zurück in den Wechselunterricht. Deutschland lockert auf Probe. Denn sollten die Zahlen wieder steigen, tritt die Notbremse in Kraft. Genau das sehen Virologen voraus. Allerdings haben wir, da müssen wir uns nichts vormachen, immer noch eine Lücke, bis wir tatsächlich alle auf der sicheren Seite haben. Also mit mindestens einer Impfung, besser auch noch der zweiten Impfung. Diese Lücke, die findet jetzt statt. Das heißt, Lockerungen in diesen Wochen sind eben immer auch ein Risiko. Dennoch kommen sogar die ersten positiven Signale in Sachen Osterurlaub. Zumindest an der Küste. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gibt sich optimistisch, dass in seinem Bundesland dank der guten Inzidenzen die Hotels und Restaurants über die Feiertage ebenfalls wieder öffnen können. Daniel, wann wissen wir denn jetzt mehr zum Osterurlaub? Wenn man da noch buchen will, dann wird es ja langsam knapp. Ja, das wird wirklich knapp. Und das ist eben auch Teil des Problems. Am 22. März, wenn das nächste Bund-Länder-Treffen zum Corona-Gipfel zusammenkommt, ja, dann soll darüber natürlich auch geredet werden. Dann geht es über die Gastronomie, über die Hotellerie und natürlich den Osterurlaub, wie es denn stattfinden könnte. Aber das wird natürlich für viele Beherbergungsbetriebe schon relativ spät sein. Die brauchen ja doch einen gewissen Vorlauf. Und die Leute, sie wollen natürlich auch im Voraus buchen. Das passiert ja auch eher selten, spontan, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten. Also Daniel Günther hat auch noch eine wichtige Einschränkung gemacht. Das muss man dazu sagen. Er hat gesagt, ja, wenn die Inzidenzzahlen so bleiben. Wir haben es in dem Beitrag aber gehört. Die Virologen, sie gehen eben schon davon aus, dass durch die jetzigen Lockerungen, die leichten Lockerungen, die wir gerade im Einzelhandel erleben, die Zahlen eigentlich eher wieder ansteigen werden. Insofern sehen die Zeichen für den Osterurlaub, sehen die nicht wirklich gut aus. Ja, wenn du es so sagst. Daniel, für den Augenblick erstmal vielen Dank. Die Ankündigung, die klingt gut. Seit heute gibt es bundesweit kostenlose Schnelltests. Einmal in der Woche und zwar für jeden. In Berlin stehen dafür 16 Testzentren bereit. Für mehr als 3,5 Millionen Einwohner, muss man aber dazu sagen. Auch in anderen Regionen sieht die Realität nicht gerade rosig aus. In Bayern sind die Tests zum Beispiel in etlichen Apotheken gar nicht verfügbar. Offenbar ist auch noch unklar, wie der Bund die Apotheken bezahlen will. Erneut kein guter Tag für Gesundheitsminister Jens Spahn. Mit mehr Schnelltests soll ab heute auch mehr möglich sein, so die Idee. Einmal die Woche zahlt der Bund jedem Bürger einen Schnelltest durch geschultes Personal. Die Testwilligen hier in Berlin finden das Angebot gut. Man weiß auch für sich selber, es selber beruhigt, ob man sich infiziert hat oder nicht. Weil es zuerst der Tag ist, drum bin ich hier, weil ich das gleich ausnutzen wollte und schauen wollte. Auch ein bisschen Neugier ist auch dabei, wie es läuft und natürlich auch was rauskommt. Es werden zwar überall unter Hochdruck Testzentren aufgebaut, doch längst sind nicht überall ausreichend Schnelltests vorhanden. Bestellen mussten die Länder in Eigenregie. Scharfe Kritik deshalb am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Man habe darauf vertraut, dass der Bund die Bestellungen der Schnelltests übernehme. Ja, ich kritisiere auch, dass erst Ansagen gemacht werden und dann die Pläne entstehen, um diese Ansagen umzusetzen. Das weckt oft Erwartungen, die dann enttäuscht werden. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt in den Ländern Schritt für Schritt das umsetzen. Das bedeutet, alle Tests, die verfügbar sind, sollten dann auch genutzt werden. Und zwar dort, wo es am wichtigsten ist. Zunächst einmal Kitas, Schulen. Die Discounter waren schneller. Doch die Nachfrage hat das Angebot bei weitem überstiegen. Die Selbsttests bei Aldi waren am Samstag vielerorts schon nach wenigen Minuten ausverkauft. Aber es könnte bald Nachschub geben. Bei Aldi könnten sie schon kommende Woche wieder verfügbar sein. DM und Rossmann wollen ab morgen Schnelltests für zu Hause anbieten. Und vor einem Testzentrum in Berlin steht Daniela Will. Daniela, wie funktioniert das Ganze jetzt, wenn man einmal in der Woche kostenlos getestet werden will? Ja, also zunächst einmal sollte man ganz genau darauf achten, welches Testzentrum man ansteuert. Das sind ja 16 an der Zahl, vier große, die man auch problemlos ohne Termin ansteuern kann. Aber die zwölf kleinen, wie eben auch beispielsweise das Testzentrum hier hinter mir, für die muss man vorab einen Termin machen. Und es heißt schon 10.000 Termine für Berlinerinnen und Berliner in den Testzentren seien vergeben worden. Das heißt es aus der Senatsverwaltung für Gesundheit. Aber es sind eben auch hier gerade in Charlottenburg den ganzen Vormittag über viele Menschen angekommen, die davon nichts wussten. Und die dann natürlich verärgert darüber waren, dass die Informationspolitik offensichtlich unzureichend ist. Und sie ja eigentlich sich hätten gerne testen lassen, aber eben ohne Termin konnten sie das nicht tun. Gerade die älteren Menschen haben kritisiert, dass man da über ein Online-Portal, also auf das Internet angewiesen ist, um sich einen Termin zu machen. Da muss man sagen, es gibt auch eine Hotline, aber die ist wenigen bekannt. Mit dem Großen und Ganzen macht man dann aber den Termin und dann kriegt man eben hier seinen Abstrich gemacht und 15 Minuten später das Ergebnis. Wenn die Resonanz so hoch ist, wie man jetzt deinen Ausführungen nach schließen kann, habe ich dann dieses Jahr überhaupt noch eine Chance? Ja, ich gehe stark davon aus, du hättest sogar schon in der nächsten Woche eine Chance, gerade zum Beispiel hier in Charlottenburg. Bis einschließlich nächsten Dienstag sind die Termine zwar ausgebucht, aber danach gibt es dann doch schon wieder einige Slots. Das heißt, viermal in der Stunde könnte man sich hier einen Termin buchen. Und perspektivisch soll das Angebot ja auch für alle Berliner einmal die Woche gemacht werden. Dafür werden diese 16 Testzentren noch nicht ausreichen. Aber es sollen schon morgen fünf weitere Standorte dazukommen und zum Beispiel auch dann perspektivisch Apotheken, Hausärzte, private Dienstleister, die sich eben schulen lassen können auf testen-lernen.berlin. Also auch da soll dann ein breites Netzwerk entstehen. Aber im Moment kommt man natürlich mit diesen 16 Testzentren dann sicherlich auch bald an die Grenzen. Aber da besteht ja immerhin noch Hoffnung. Daniela, vielen Dank für die Einordnung. Falls die Queen geglaubt haben sollte, dass ihre Regentschaft nicht stärker erschüttert werden kann als durch die Trennung von Charles und Diana und den Tod ihrer Schwiegertochter wenig später, dann irrt sie. Ihr Enkel Harry und seine Ehefrau Meghan haben jetzt in einem TV-Interview eine ganze Serie von PR-Bomben abgefeuert, die die Grundmauern des Buckingham Palace ins Wanken bringen können. Darunter sind Selbstmordgedanken, Lügen und Rassismusvorwürfe gegen die königliche Familie. Mehr von Fanny Justen. Es war die Traumhochzeit, die für Prinz Harry und Meghan Markle gar keine war. Das hier war nur für die Welt, wie Meghan jetzt erklärt. Sie und Harry wurden schon drei Tage vorher ganz privat verheiratet. Zwei Stunden lang dauert das Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, in denen Meghan erzählt, wie sie von Beginn an im Königshaus gelitten hat. Jeder in meinem Umfeld versprach, mich zu beschützen. Und ich habe es geglaubt. Aber ich realisierte, dass ich eben nicht beschützt wurde und dass Lügen über mich verbreitet wurden. Niemand habe sie auf die Zeit im Königshaus vorbereitet. Monatelang durfte sie nicht raus. Sie habe sich einsam wie nie gefühlt. Und mit dem Baby kam das Unfassbare für Meghan. In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Rassismus im Königshaus. Wer diese Gespräche mit Harry und Meghan geführt haben soll, will sie nicht sagen. Dennoch, auch die Boulevardpresse setzt beide unter Druck. Sie fühlen sich verfolgt, eingeengt. Meghan wird depressiv und erzählt unter Tränen. Ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe bekommen haben sie keiner. Es könne der königlichen Institution schaden. Prinz Harry, der darin eine Wiederholung der Geschichte mit seiner Mutter sieht, findet dann klare Worte über diese Zeit. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Meghan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Doch Harry und Meghan tun es, auch wenn sie alles verlieren. Das Verhältnis zur Queen sei dennoch gut. Mit seinem Bruder habe er sich auseinandergelebt. Und zu seinem Vater sagt er, ich fühle mich fallen gelassen. Denn er weiß doch, wie sich Schmerz anfühlt und hat etwas Ähnliches durchgemacht. Und Archie ist sein Enkel. Ich werde ihn immer lieben, aber es gibt sehr viel Schmerz. Ein Interview, das die Welt wohl so schnell nicht vergessen wird, glauben Experten. Dieses Interview wird die Wahrnehmung der Königsfamilie grundlegend verändern. Und auch darüber, wie diese Institution Menschen behandelt. Auch enthüllt wurde mehr über Baby Nummer 2. Zumindest über das Geschlecht. Ein Mädchen wird es. Beide seien glücklich, so wie sie leben. Und bereuen nicht den Weg, den sie gegangen sind. Und über diese Schockwellen dieses Interviews wollen wir weiter reden. Zusammen mit Nancy Lanzendörfer aus Washington und Arne Striegler aus London zugeschaltet. Nancy, zuerst zu dir. Denn Meghan und Harry, die leben ja in den USA, in Kalifornien. Ganz genau bei diesem Interview mit Oprah Winfrey. Haben Sie denn da auch eine plausible Begründung für Ihre Vorwürfe vorgelegt? Ja, das schockierende Interview, das beherrscht auch jetzt hier die morgendlichen Nachrichtensendungen im US-Fernsehen. Einige jedenfalls davon. Und da wird eben diskutiert, auch verschiedene Schlagzeilen heraus aus diesem Interview. Und eben vor allem die Frage nach der Hautfarbe von Archie. Also Meghan, als Meghan schwanger war, das sagt sie zumindest, da soll es Sorgen und Gespräche innerhalb des Palastes gegeben haben, wie dunkel die Hautfarbe ihres Kindes sein würde. Da hat die, ja, im Beitrag klang es schon an, die Star-Moderatorin ist sie ja. Oprah Winfrey war schockiert, hat nochmal nachgefragt. Und Meghan hat dann eben klargestellt, dass Harry es war, der diese Gespräche gehabt hat, mehrmals. Und die Personen, mit denen er die Gespräche geführt hatte, die hatte man aber nicht genannt. Da sagt Meghan, das wäre zu damaging, also very damaging, zu schädlich für die. Inzwischen wissen wir aber, das sind die neuen Entwicklungen hier heute Morgen aus den USA. Oprah Winfrey wurde nochmal beim Fernsehsender CBS interviewt. Und die hat gesagt, bei diesen Gesprächen war nicht dabei die Großmutter, also die Queen, und auch nicht der Großvater Philip. Nancy, für den Augenblick erstmal vielen Dank für diese Einordnung aus Washington. Wir gehen rüber zu Arndt Striegler in London. Und Arndt, wie schädlich war denn jetzt dieses Interview für das Königshaus, für die königliche Familie? Nun, auf den ersten Blick war das mit Sicherheit sehr, sehr schädlich. Denn es ist ja starker Tobak. Starker Tobak, der gestern Abend im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Interessanterweise wird das Interview hier in England erst heute Abend ausgestrahlt. Einige rechnen noch damit, dass der Palast vielleicht doch noch darauf reagieren könnte, nachdem das Interview heute Abend ausgestrahlt wurde in Großbritannien. Gilt aber als unwahrscheinlich. Denn der Buckingham-Palast hinter mir ist ja wirklich ein krisenerprobtes Königshaus, würde ich das mal so sagen. Und wenn dieser Palast und diese Königsfamilie eines gut kann, dann ist es in solchen Krisensituationen die Ruhe zu bewahren. Also wir rechnen eigentlich nicht damit, dass der Palast noch offiziell auf dieses Interview reagieren wird. Wir hatten eigentlich in Großbritannien nicht damit gerechnet, dass Harry und Meghan ganz ruhig gehen würden. Allerdings muss man sagen, dass es so ein Getöse geben würde. Nun, damit hat hier niemand so richtig gerechnet. Was sagen denn die Menschen auf der Straße? So ein paar Einzelheiten werden die ja schon mitbekommen haben. Oh ja, die Morgenzeitungen heute haben schon einiges publiziert, was in diesem Interview gesagt wurde. Und interessanterweise ist generell, muss man sagen, die Reaktion der Öffentlichkeit ja relativ negativ. Da wird zum einen gesagt, die Königin hat im Moment wirklich größere Sorgen. Da ist zum Beispiel Prinz Philipp, der nach wie vor nach einer überstandenen Herzoperation in einer Londoner Privatklinik liegt. Und da wird gesagt, Harry und Meghan sollten jetzt eigentlich mal ihre Großmutter, die Königin unterstützen, anstatt auf eine PR-Offensive in Amerika zu gehen. Also generell ist die Stimmung hier in Großbritannien ziemlich anti-Harry und anti-Meghan derzeit. Und überraschend sind ja auch die Aussagen Harrys über seinen Vater Charles. Wie zerrüttet ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Männern eigentlich? Nun, wenn man Harry da glaubt, dann ist das Verhältnis sehr, sehr zerrüttet, muss man sagen. Und überraschenderweise, wir wussten ja bislang, dass Harry und William, sein größerer Bruder, also dass sich die beiden derzeit im Moment nicht sonderlich viel zu sagen haben, aber dass auch das Verhältnis zwischen Harry und Charles so zerrüttet zu sein scheint. Denn Harry hatte ja gestern Abend bei Oprah Winfrey in Amerika erzählt, dass Charles ihn einfach fallen gelassen hat, nachdem er entschieden hätte, in die USA zu gehen. Das nimmt ihm Harry natürlich sehr, sehr, sehr böse. Und wir müssen einfach mal abwarten, was die nächsten Tage, Wochen, Monate hier bringen werden. Und ob zum Beispiel Charles versuchen wird, wieder auf seinen Sohn hinzuzugehen. Arndt, vielen Dank für die Informationen aus London. Heute beginnt in Minneapolis in den USA der Prozess gegen Derek Chauvin, also den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft spricht von Mord und das scheinen die Videos auch zu beweisen. Steffen Schwarzkopf aus Minneapolis. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, Zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Und aus Minneapolis zugeschaltet ist jetzt Steffen Schwarzkopf. Steffen, wie sind denn jetzt die Erwartungen an diesen Prozess? In deinem Beitrag, da klang ja schon ein bisschen durch, dass man da doch mit Gewalt rechnet. Also es ist schwer mit Worten zu beschreiben, wie sehr auch Emotionen hier natürlich involviert sind. Wir sind jetzt zu Füßen des Gerichtsgebäudes. Sehr, sehr viele Demonstranten, die hier aufgezogen sind. Ich würde sagen um die 500, 600 Demonstranten insgesamt, die schon vor Stunden hierher gekommen sind, um diesen Prozess, diesen ersten Tag zu begleiten. Und wir sehen, es sind eben hier nicht nur Afroamerikaner, es sind auch viele weiße Amerikaner hier, die gewissermaßen natürlich auch Druck ausüben wollen. Dann auch das Gericht selbst. Also die Erwartung natürlich hoch. Und man kann hier fragen, wen man will. Die Antwort wird immer dieselbe sein. Wir wollen hier einen klaren Schuldspruch haben. Und wir wollen nicht, dass der Polizist mit einem blauen Auge davon kommt. Also die Maximalstrafe, das ist das, was die Demonstranten hier für Derek Chauvin fordern. Wie hoch sind denn eigentlich die Sicherheitsvorkehrungen? Mich wundert, dass die Menschen so nah an das Gerichtsgebäude drankommen. Das ist richtig. Also ganz nah sind sie natürlich nicht dran. Wir sehen hier überall die Zäune. Es sind insgesamt 2000 Nationalgardisten, die in der Stadt sind. 1000 weitere Polizisten sind da und im Laufe des Prozesses. Ich habe das gerade auch im Beitrag erwähnt. Da werden noch mehr Sicherheitskräfte dazukommen. Ein interessanter Punkt, die Verteidigung, die wird darauf bestehen, dass der Einsatz von Gewalt gegen George Floyd gerechtfertigt war. Und ein weiterer Verteidigungspunkt ist auch, dass George Floyd unter Drogen gestanden haben soll und auch ansonsten Probleme, gesundheitliche Probleme gehabt haben soll. Das ist die Verteidigungsstrategie. Und das ist natürlich etwas, was hier die Demonstranten so überhaupt nicht akzeptieren wollen. Also ein extrem wichtiger Prozess für Minneapolis, für Minnesota, aber ich glaube für die gesamten USA. Steffen, und du wirst uns weiter auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für die Informationen aus Minneapolis. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit meinem Kollegen Jens Reupert. Bis später. Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist positiv auf Corona getestet worden. Außerdem sei auch seine Frau infiziert, heißt es. Das teilte das syrische Präsidialamt mit. Beiden gehe es aber gesundheitlich gut. Sie hätten leichte Symptome verspürt und sich daraufhin einem PCR-Test unterzogen. Das Paar werde sich für zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Die Corona-Pandemie sorgt für einen Rückgang der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus der Kriminalstatistik 2020 hervor, die NRWs Innenminister Herbert Reul vorgestellt hat. Durch die Pandemie habe es aber eine deutliche Zunahme in den Bereichen Betrug und Online-Kriminalität gegeben. Erstmals wurden auch Zahlen zu häuslicher Gewalt ausgewertet. Diese seien deutlich gestiegen. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen auch erstmals Straftaten, die vor der Pandemie nicht im Fokus waren. Wenn man so will, stiegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz an. Wir haben 529 Fälle gezählt. Das sind Beispiel Verstöße gegen eine Quarantäneanordnung. Da sind jetzt nicht gemeint fehlende Mund-Nasen-Schutz. Das ist nämlich Ordnungswidrigkeit. Eine weitere Kategorie im Zusammenhang mit Corona ist Subventionsbetrug. Es gab Subventionsbetrug auch vorher, aber sehr gering. 2018 gab es 18 Fälle, 2019 auch 18 und 2020 dann 2.965. Und die meisten davon im Zusammenhang, fast 97,6 Prozent im Zusammenhang mit Corona. Das sind natürlich die Corona-Soforthilfen, die vom Staat ausgezahlt werden. Der Gesamtschaden wagt bei fast 30 Millionen Euro. Soweit Herbert Reul. Anlässlich des Weltfrauentages haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu mehr weiblichem Pioniergeist in der Digitalisierung aufgerufen. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutieren Sie dazu heute mit Expertinnen unter anderem aus der Wirtschaft, Kultur, den Medien und der Wissenschaft. Es geht um Chancen und Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier. Das Ziel aber habe man noch lange nicht erreicht. Die Corona-Pandemie hat, wie so vieles auch, den Alltag der meisten Familien auf den Kopf gestellt. Zur ganz alltäglichen Hausarbeit kamen mindestens noch Homeoffice und Homeschooling dazu. Doch wie wird eigentlich diese Mehrbelastung innerhalb der Familie aufgeteilt? Max Hermes. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nerven mehr, wenn der nach sechs, sieben, acht Stunden arbeiten, von der Arbeit heimkuchen, noch viel im Haushalt macht. Zwar haben Männer in der Pandemie bei Hausarbeit und Kinderbetreuung aufgeholt. Während sie sich 2018 nur 3,3 Stunden pro Tag zuständig fühlten, waren es im vergangenen Jahr schon 5,6. Aber Frauen leisteten schon vor der Pandemie mehr und legten dann noch eine Schippe drauf. Sie stellen sich jetzt 7,9 Stunden pro Tag in den Dienst der Familie, das sind 2,3 Stunden mehr als die Männer. Auch die Bundeskanzlerin mahnt. Wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen. So sind es doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meistern. Doch es geht auch anders. Wo sich die Partner schon vorher den Haushalt geteilt oder unterstützt haben, klappt das jetzt noch besser. Mir ist Last abgenommen. Ist das so? Ja. Und er macht mehr Küche und ich mache mehr Wäsche. Diese Aufteilung gibt es bei Familie Dietzen nicht. Hier muss die Pandemie erst enden, damit die Kinder wieder öfter bei Oma und Freunden sind und Mama Stefanie etwas mehr Zeit für sich hat. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Der unter Druck geratene CDU-Politiker Nikolaus Löbel tritt wegen der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken zurück. Er lege sein Mandat nieder, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden. Das teilte Löbel mit. CDU-Chef Laschet hatte seinen Rücktritt gefordert. Nicht nur er. Und der CSU-Parlamentarier Nüßlein ebenfalls in eine Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Corona-Masken verwickelt, hatte zuvor erklärt, er wolle bis zur Wahl im Herbst als Fraktionslose im Bundestag bleiben. SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. Montagnachmittag, gleich 16 Uhr, damit Hallo und ganz herzlich willkommen. Gleich live hier bei uns, hier bei Welt, ein Statement von CSU-Generalsekretär Markus Blume in München nach der CSU-Präsidiumssitzung mit mehreren Themen. Aber wohl mit dem Schwerpunkt der Maskenaffäre wollen sich die Christsozialen gleich äußern. Hier sehen wir auch schon das Live-Bild, das uns aus München erreicht. Das Rednerpult, wo dann gleich CSU-Generalsekretär Markus Blume sprechen wird. Es geht natürlich um den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein. Im Zusammenhang mit einem Corona-Schutzmassengeschäft ist Nüßlein ähnlich wie Nikolaus Löbel von der Schwesterpartei CDU jetzt mächtig unter Druck geraten. Ein schwerwiegender Korruptionsverdacht mit ersten Folgen. Beide Abgeordneten sind bereits aus der Unionsfraktion ausgetreten. Löbel gab nach Druck aus der CDU-Partei- und Fraktionswitze auch sein Mandat zurück. Und nun kommt Markus Blume, der Generalsekretär. Wir hören rein, was er zu sagen hat nach der heutigen Sitzung der CSU. Zu unserer heutigen Präsidiumssitzung. Ja, meine Damen und Herren, das CSU-Präsidium hat sich heute zu einer regulären Sitzung getroffen. Aber wir haben uns natürlich auch mit den Dingen beschäftigt, die im Moment auch die Republik beschäftigen. Ich sage ganz deutlich vorweg, auch ganz persönlich, für uns gilt Null-Toleranz bei Verstößen gegen unsere Grundsätze, bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex der CSU. Wir haben als Präsidium heute miteinander beraten, wie wir mit den Erkenntnissen der letzten Tage umgehen und welche Konsequenzen wir als Partei ziehen können aus dem, was hier bekannt wurde. Das Präsidium hat deswegen heute sich befasst mit den Vorgängen und Folgendes zu Papier gebracht und einstimmig auch entschieden. Die Menschen setzen in Krisenzeiten völlig zu Recht großes Vertrauen in die Politik, das nicht durch das Fehlverhalten Einzelner zerstört werden darf. Deshalb fasst das Präsidium der CSU folgenden Beschluss. Erstens. Die Christlich-Soziale Union verurteilt in aller Deutlichkeit, dass Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Wer sich an der Not bereichert, lässt es am moralischen Kompass und auch an politischem Anstand fehlen. Ein solches Verhalten widerspricht fundamental unseren Grundwerten und ist mit den Grundsätzen der CSU nicht vereinbar. Zweitens. Die CSU bekräftigt erneut die Regeln des Verhaltenskodex, den wir im Jahr 2014 schon für uns beschlossen hatten. Wer ein öffentliches Amt begleitet, soll sich bei seinem Handeln allein am Nutzen für das Gemeinwohl orientieren. Die Stellung als Mandatsträger darf nicht für private Zwecke ausgenutzt werden. Insbesondere lehnen wir die Annahme von ungerechtfertigten Vorteilen ab, die mit der Ausübung des Mandats im Zusammenhang stehen. Wer gegen diese Grundsätze handelt, fügt der CSU schweren Schaden zu und muss mit weitreichenden Ordnungsmaßnahmen rechnen. Drittens. Die CSU erwartet die lückenlose Aufklärung der im Raum stehenden Vorwürfe und die Übernahme der persönlichen Verantwortung für derartiges Fehlverhalten. Dazu gehört, das Mandat niederzulegen und Wiedergutmachung zu betreiben. Und ich füge ganz persönlich auch nochmal hinzu, darf auch berichten aus der Präsidiumsberatung zu beiden Punkten, zur Niederlegung des Mandats und zur Wiedergutmachung, beispielsweise in Form einer Spende, haben auch die Mitglieder des Präsidiums, den Abgeordneten Georg Nüßlein, heute nochmal aufgerufen. Viertens. Die CSU nimmt die Entscheidung von Dr. Georg Nüßlein zur Kenntnis, seine Mitgliedschaft in der CSU zum heutigen Tage zu beenden. Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden. Fünftens. Die CSU bittet ihren Ehrenvorsitzenden Dr. Theo Weigel, die CSU weiterhin bei den Fragen der Anwendung des Verhaltenskodex zu beraten und zu begleiten. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Grundsätze der Verhaltensregeln sich auch in den Grundsätzen der Verhaltensregeln in den Parlamenten niederschlagen, noch deutlich stärker niederschlagen, als das bisher der Fall ist. Wir wollen dafür sorgen, und daran arbeitet ja die CDU-CSU-Bundestagsfraktion gerade, dass diese Verhaltensregeln deutlich nachgeschärft werden, dass dort deutlich mehr Transparenz herrscht, dass diese Grundsätze deutlich mehr Geltung und auch Verbindlichkeit bekommen, als das bisher der Fall ist. Abschließend. Wir sind bestrebt, alles zu unternehmen, um verlorengegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Wir tun das auch im Namen von tausenden Funktions- und Mandatsträgern der CSU, die sich mit ihrem persönlichen Engagement Tag für Tag für das Gemeinwohl, für das Land, für die Menschen in diesem Land einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das wollen wir weiter besprechen mit Christina Lewinsky bei der CSU in München. Christina, was glaubst du, reichen die Worte aus von Generalsekretär Markus Blume oder wird da noch mehr nachfolgen, kann und sollte da noch mehr nachfolgen? Also nach allem, was wir hören, Jens, aus den Kreisen von Georg Nüßlein, ist es so, dass er heute jetzt seinen Austritt aus der CSU zwar tätigen wird, dass er aber sein Mandat festhalten wird. Das hat er am Wochenende auch schon durch seinen Anwalt kommunizieren lassen, dass er also bis Ende August tatsächlich sein Mandat behalten wird. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt vor allem scharfe Worte zwar waren, aber so wie Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, das heute Vormittag auch schon gesagt hat, man hat überhaupt keine rechtliche Handhabe. Denn ob man ein Mandat behält oder eben nicht, das liegt ganz alleine bei der Entscheidung Nüßlein oder bei Nüßlein selbst. Und was wir eben hören, ist, dass er das nicht tun wird. Sprich, also was er getan hat, ist jetzt aus der CSU austreten, er ist aus der Fraktion ausgetreten, aber möchte sein Mandat behalten. Und die zweite Sache, die ja jetzt die CSU fordert, wie wir gerade gehört haben, was man auch in der Präsidiumssitzung besprochen hat, dass er wieder Gutmachung betreibt in Form möglicherweise einer Spende. Auch dazu hat man von Nüßlein selbst noch nichts gehört. Also viel Musik weiter drin in diesem Thema. Danke nach München, Christina. Endlich wieder raus, endlich wieder in die Fußgängerzone, endlich wieder shoppen gehen. Ab heute ist vieles wieder möglich, das über Wochen und gar Monate im Lockdown nicht ging. Der Einzelhandel versucht es mit ersten Lockerungen und Öffnungen, sofern und solange es die örtlichen Infektionszahlen erlauben. Hygiene, Regeln, Masken und Abstand sind ein absolutes Muss im Kampf gegen Corona. Und bei allen vorsichtigen Shoppingfreuden bleibt ein gewisses Restrisiko. Alba Allers mit den Einzelheiten. Schlange stehen für den Shoppingspaß. Das bisschen Warten halten die Kundinnen und Kunden im Holzencenter in Neumünster jetzt auch noch aus. Hauptsache der Handel hat wieder auf. Man kann endlich die Sachen anfassen, man kann sie richtig sehen, man braucht nicht immer ständig irgendwas zurückschicken. Ich habe mir eine schöne Jacke gekauft, die war im Angebot und die ist Hammer. Neumünsters Inzidenz liegt unter 50. Damit dürfen alle Geschäfte öffnen. Nur die Anzahl der Kaufwilligen ist je nach Ladenfläche begrenzt. Die Polizei schaut hier und da nach dem Rechten. Auch im bayerischen Erding liegt die Inzidenz unter 50. Wetter und Einzelhandel laden zum Bummeln ein. Ich finde es wirklich wunderbar. Ich schaue jetzt erst einmal, was alles auf hat und wie weit man rein darf. Man sieht ja, die Parkplätze sind voll, die Leute sind in den Geschäften drin. Es ist alles positiv. Gartencenter, Buch- und Blumenläden haben fast überall geöffnet. Da, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, wird wenigstens teilweise mit Terminbuchung geöffnet. Wo gar nichts geht, machen sich viele auf den Weg. Beispiel Berlin, feiertagsbedingt alles zu. In Potsdam hingegen haben die Läden geöffnet. Toll, deswegen sind wir auch hierher gekommen. Wir sind aus Berlin. Wir haben ja einen Feiertag heute. Wir kommen aus Berlin und wir dachten, gehen wir mal hier hin und gucken, wie es sich anfühlt. Aber nicht nur shoppen macht Spaß. In München wird der erste Besucher des Deutschen Museums mit Blumen begrüßt. Denn auch das ist ab heute wieder möglich. Museen und auch Zoos lassen je nach Inzidenz mal mit, mal ohne Termin wieder Menschen ein. Endlich wieder ein Stück Normalität in diesen verrückten Zeiten. Und dazu scheint noch die Sonne vielerorts wie auch in Berlin. Wir auch am Kanzleramt. Daniel Franz ist für uns da. Daniel, in einigen Bundesländern darf der Einzelhandel wieder komplett öffnen heute. In anderen nur Baumärkte und Gartencenter. Wie groß ist deshalb die Sorge vor einem aufkeimenden Shopping-Tourismus in den kommenden Tagen? In der Form, dass zum Beispiel die Berliner nach Brandenburg fahren oder andersrum. Oder die Hamburger nach Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder wohin auch immer. Tja, das kommt vor. Das haben wir eben im Beitrag auch schon gehört. Hier Berliner feiertagsbedingt sind eben nach Brandenburg gefahren. Na klar, das gibt es. Aber man muss erst einmal sagen, der Einzelhandel, der ist natürlich happy, überhaupt wieder aufmachen zu dürfen. Eben in diesen speziellen Regionen. Und natürlich beobachtet man die Tendenz, ob es wirklich zu solchen Shopping-Tourismus kommt. Man muss aber auch dazu sagen, Tourismus hin oder her. Natürlich müssen die Hygieneregeln nach wie vor eingehalten werden. Also klar, natürlich nur mit Maske in den Laden. Es werden auch Kontaktnachverfolgungen betrieben. Man muss also seine Adresse da lassen. Und es gibt ja auch Begrenzungen für die Läden. So wie wir es schon kennen, die ganze Zeit in der Corona-Beschränkung in der ersten Welle beispielsweise auch. Das heißt, wenn es jetzt besonders großen Ansturm auf einen Laden gibt, ja, dann ist es eben wieder mit Schlangestehen verbunden. Tja, und das trübt vielleicht bei manchen dann doch den Spaß an der Shopping-Freude. Und deswegen war der Ansturm wohl gar nicht so groß. Bei vielen Einzelhändlern zumindest hat das der Einzelhandelsverband beispielsweise in Rheinland-Pfalz beobachtet. Da sagt man, na ja, schon ein bisschen mehr los als sonst, wenn offen ist. Aber die Leute halten sich schon noch zurück. Bei manchen mag eben auch die Angst mitschwingen, dass wenn sich da viele Menschen eben versammeln, beispielsweise in der Innenstadt, das Risiko dann doch wieder ein wenig höher ist. Also so richtig die große Shopping-Begeisterung hat sich offenbar noch nicht breitgebracht. Vielen Dank, Daniel. Die Ankündigung verspricht einiges und kann den Weg aus der Corona-Krise beschleunigen. Bundesweit wöchentlich kostenlose Schnelltests für alle. Doch aktuell ist das mehr eine Wunschvorstellung statt wirklicher Fortschritt. In Berlin stehen beispielsweise dafür 16 Testzentren bereit für mehr als 3,5 Millionen Einwohner. Auch in anderen Regionen sieht die Realität nicht rosig aus. In Bayern sind die Tests in etlichen Apotheken gar nicht verfügbar. Offenbar ist auch noch unklar, wie der Bund die Apotheken bezahlen will. Erneut kein guter Tag für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie waren ja gerade eben bei uns beim Testzentrum und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie positiv getestet wurden. Heißt, ab in Quarantäne Termin für einen PCR-Test vereinbaren. Um 10 Uhr morgens ging es hier in Freiburg los. Im Rekordtempo hat die Stadt das Zentrum hochgezogen. Getestet wird im Zwei-Minuten-Takt. Besser laufen könnte die allgemeine Kommunikation von Stadt, von Ländern, von den Kommunen. Abrechnung auch der Test. Das weiß ich noch gar nicht, wie das läuft, woher ich das Geld letztlich kriege. Ich mache jetzt einfach mal die Tests und hoffe, dass das dann im Laufe der Woche noch geregelt wird. Hoffen also statt Planungssicherheit. Geregelt ist nämlich auch nicht, dass überall ausreichend Schnelltests vorhanden sind. Scharfe Kritik deshalb am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Bestellen mussten die Länder plötzlich in Eigenregie. Dabei habe man darauf vertraut, dass der Bund das übernehme. Ja, ich kritisiere auch, dass erst Ansagen gemacht werden und dann die Pläne entstehen, um diese Ansagen umzusetzen. Das weckt oft Erwartungen, die dann enttäuscht werden. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt den Ländern Schritt für Schritt das umsetzen. Bereits einen Schritt weiter, denkt ein Städtchen in Sachsen. Augustusburg plant ein Pilotprojekt. Mit einem negativen Schnelltest soll jeder Bürger eine digitale Eintrittskarte bekommen. Für Läden, Restaurants und Hotels. Gültig für drei Tage. Jede einzelne Destination verfügt über Scanner, die dann über das Abscannen dieser Barcodes A sozusagen registrieren, wer war wann wo. Und B natürlich die Prüfung machen, ist es jemand, der zugelassen ist oder nicht. Am kommenden Montag soll das Projekt an den Start gehen. Das Ziel, dem Rest Deutschlands zeigen, wie mit Schnelltests der Exit aus dem Lockdown gelingt. Und wie eine Rückkehr zu ein bisschen mehr Normalität aussehen kann. Viel Theorie. Doch wie läuft es in der Praxis, Daniela Wilden in einem Testzentrum in Berlin ab heute darf und kann sich jeder Berliner einmal pro Woche kostenlos testen lassen? Wie genau funktioniert das Ganze? Was ist das Ganze? Wir haben Menschen Kritik geübt, die hierher gekommen sind, sich testen lassen wollten, aber eben nichts wussten davon, dass es vorab einen Termin benötigt hätte. Auch ältere Menschen haben vor allem kritisiert, dass man das online machen muss, dass sie vielleicht gar kein Internet haben. Und es gibt auch eine entsprechende Hotline, die aber kaum jemandem bekannt ist. Wenn das Ganze dann aber geklappt hat, wenn man einen Termin hatte, dann ist es relativ reibungslos abgelaufen. Man hat hier also seinen Abstrich gemacht, hat entweder 15 Minuten vor Ort auf das Ergebnis gewartet oder das Ergebnis per E-Mail bekommen. Und im Falle eines negativen Tests konnte man dann mit einem Zertifikat hier sozusagen wieder abreisen und entsprechende Dienstleistungen etwa in Kauf nehmen, sozusagen in Anspruch nehmen, die das erfordern. Oder aber im Falle eines positiven Testes musste man sich sofort absondern und dann eben dementsprechend auch nochmal einen PCR-Test, der ebenfalls kostenlos ist, hinterher machen. Und wie war und ist die Resonanz auf dieses neue Angebot? Das sieht aktuell sehr leer aus hinter dir, Daniela. Ja, das liegt aber tatsächlich daran, dass es ja termingebunden ist. Die Menschen also wirklich immer zu ihren zugeteilten Slots dann auch nur hierher kommen. Und ja, die Resonanz, die ist durchaus positiv, noch größer als man erwartet hätte, gerade heute am Feiertag. Das zeigt vor allem eben dieses Terminbuchungsportal. Es sind bis Stand 14 Uhr, hat die Gesundheitssenatorin gesagt, schon 10.000 Termine vergeben worden. Und wir hier vor Ort konnten auch beobachten, dass die Termine für dieses Testzentrum bis weit in die nächste Woche schon ausgebucht worden sind. Das heißt, ab Donnerstag frühestens kann man sich dann hier auch wieder mit einem entsprechenden Termin testen lassen. Wie beim Impfen gilt auch beim Testen. Nachschub muss her, dann kann das Ganze funktionieren. Herzlichen Dank, Daniela Will. Und hier die aktuellen Zahlen zum Coronavirus. Wie immer nach dem Wochenende nicht ganz vollständig, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre aktuellen Daten sofort an das Robert-Koch-Institut weiterleiten. Laut RKI wurden seit gestern 5011 Positiv-Tests registriert, 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden 7.654.623 Impfdosen verabreicht. Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist positiv auf Corona getestet worden. Außerdem sei auch seine Frau infiziert. Das teilte das syrische Präsidialamt mit. Beiden gehe es aber gesundheitlich gut. Sie hätten leichte Symptome verspürt und sich daraufhin einem PCR-Test unterzogen. Das Paar werde sich für zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Am heutigen Weltfrauentag wird wieder vielerorts über die Gleichstellung diskutiert und auch darüber, wie diese Gleichbehandlung auch in der Sprache in Zukunft dargestellt werden soll. Gender-gerechte Sprache ist für die einen längst ein Muss, für die anderen ein fast schon lächerliches Sprachgebilde. Lea Freist mit Einzelheiten dazu. Ich gender mit dem Doppelpunkt, weil ich finde, das sieht am besten aus. Im Arbeitskontext nutzen wir das wir, weil das beschlossen wurde. Das heißt, da kann ich nicht aus der Reihe tanzen. Privat nutze ich das Gender-Sternchen. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, Sprache so präzise anzupassen, dass alle Menschen angesprochen werden. Unstrittig für die Ehefrau des Bundespräsidenten, Frauen müssen sichtbarer werden. Dort, wo es um Einfluss geht, findet sich zu allermeist ein Mann. Deshalb müssen Frauen weiter für die Gleichberechtigung kämpfen. Aber welche Rolle spielt dabei Sprache? Dass das Binnen-I, das Gender-Sternchen oder der Doppelpunkt bei dem Kampf helfen, glauben längst nicht alle. Das Ziel ist löblich, aber dass es halt mitunter recht kranke Blüten treibt, dass die eigene Sprache dann irgendwann sehr verkorkst und verkrümelt klingt. Allerdings glaube ich nicht, dass die Frauenquote durch Innen erhöht wird. Da muss man andere Hebel in Bewegung setzen. Doch Sprachwissenschaftler argumentieren, gerade das generische Maskulinum ist das Problem. Es schließt zwar grammatikalisch alle Geschlechter ein, aber wie an diesem Beispiel deutlich wird, egal wie viele Ärztinnen in der Mehrheit sind, ist nur ein männlicher Mediziner dabei, spricht man im Plural nur von den Ärzten. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Sprache ändern und dann ändert sich wie durch Magie auch unsere Gesellschaft. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, solange wir weiterhin so sprechen, als ob die Welt nur aus Männern besteht, wird es uns schon sehr schwer fallen, uns vorzustellen, dass es auch anders sein könnte. Das heißt, wenn Frauen nur mit gemeint werden, werden sie häufig nicht mitgedacht. Der Stern hilft also, stören kann er aber trotzdem ab. Die Corona-Pandemie sorgt für einen Rückgang der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus der Kriminalstatistik 2020 hervor, die NRW-Innenminister Herbert Reul heute vorgestellt hat. Durch die Pandemie habe es aber deutliche Zunahmen in den Bereichen Betrug und Online-Kriminalität gegeben. Erstmals wurden auch Zahlen zur häuslichen Gewalt ausgewertet. Diese seien deutlich angestiegen. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen auch erstmals Straftaten, die vor der Pandemie nicht im Fokus waren. Wenn man so will, stiegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz an. Wir haben 529 Fälle gezählt. Das sind Beispiel Verstöße gegen eine Quarantäneanordnung. Da sind jetzt nicht gemeint fehlende Mund-Nasen-Schutz, das ist nämlich Ordnungswidrigkeit. Eine weitere Kategorie im Zusammenhang mit Corona ist Subventionsbetrug. Es gab Subventionsbetrug auch vorher, aber sehr gering. 2018 gab es 18 Fälle, 2019 auch 18 und 2020 dann 2965. Und die meisten davon im Zusammenhang fast 97,6 Prozent im Zusammenhang mit Corona. Das sind natürlich die Corona-Soforthilfen, die vom Staat ausgezahlt werden. Der Gesamtschaden wagt bei fast 30 Millionen Euro. Das Interview von Harry und Meghan mit US-Star-Moderatorin Oprah Winfrey sorgt für einiges an Aufregung. Beide setzen ihre Trennung vom britischen Königshaus groß in Szene. Sie wollen die Wahrheit über das, was wirklich ihren Bruch mit der Königsfamilie ausgelöst hat, ans Licht bringen. Doch ans Licht kommen auch Rassismusvorwürfe. Nadine Janz und Stefan Wittmann berichten. Die Traumhochzeit schlechthin, die eigentlich gar keine war. Schon drei Tage vorher hatten Meghan und Harry heimlich geheiratet, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Abgeschottet, vor allem von der königlichen Familie, fühlte sich Meghan. Monatelang durfte sie den Palast nicht verlassen. Unter Tränen erzählt sie von Suizidgedanken. Ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe, so sagt sie es im Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, wurde ihr vom Palast verwehrt. Stattdessen sollen hinter den Palastmauern sogar rassistische Äußerungen gefallen sein. Ihr Vorwurf? In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security. Und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Wer diese Gespräche mit Meghan und Harry geführt haben soll, bleibt ein Geheimnis. Harry sieht in den Schikanen gegen seine Frau parallel zu seiner Mutter Diana und fühlt sich machtlos. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Meghan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Ein Interview mit Sprengkraft, das der königlichen Institution dauerhaft schaden könnte. Das Tischtuch zwischen der Familie scheint endgültig zerschnitten. Das nehmen die im Übel, dass man ins eigene Nest scheißt so ungefähr. Das macht ein Reuel vielleicht auch nicht. Ja, so ein bisschen wehleidig zu klagen, dass alles schrecklich war. Ein Interview, das die Welt so schnell nicht vergessen wird. Und genau in diese Welt wird im Sommer ein Mädchen geboren. Auch das enthütten Meghan und Harry. Viel los rund um das britische Königshaus. Wir schauen an die beiden Spielorte. Nancy Lanzendörfer in Washington und Arn Striegler für uns in London. Zunächst zu dir, Nancy. Wir schauen nach Washington. Wir fragen direkt mal nach bei dir. Rassismusvorwürfe haben wir da gehört gegen das britische Königshaus. Liefern Harry und Meghan dafür eine plausible Begründung in dem Interview? Ja, als Meghan schwanger war, da soll es ihren Angaben zufolge im Palast Sorgen und Gespräche darüber gegeben haben, wie dunkel die Hautfarbe ihres Kindes wohl sein würde. Das hat Meghan gesagt. Und die Talkshow-Moderatorin, die bekannte Oprah Winfrey, hat da gleich nochmal nachgehakt, war schockiert. Und Meghan hat dann klargestellt, dass Harry derjenige war, der damit konfrontiert worden war, dass er mehrere Gespräche dazu gehabt haben soll. Mit welchen Personen allerdings, das wollte Meghan auch nicht sagen und sagte, das wäre very damaging, also sehr schädlich für sie. Im Internet wird jetzt darüber spekuliert, mit wem hat Harry da gesprochen, wer hat das gesagt. Inzwischen wissen wir, das sind die neuesten Informationen jetzt hier aus den USA. Oprah Winfrey hat heute Morgen nochmal dem Sender CBS ein Interview gegeben. Und da wissen wir, dass es sich zumindest nicht um die Großmutter, also nicht um die Queen und nicht den Großvater handeln soll. Vielen Dank, Nancy. Schauen wir mal weiter nach London in die britische Hauptstadt. Arndt, wie sieht es aus bei dir? Du stehst vor dem Buckingham Palace, wackeln da die Wände. Wie fatal war dieses Interview für das Königshaus? Wie hat man das aufgenommen? Wie reagiert man? Nun, die Wände wackeln noch nicht. Ich allerdings könnte mir vorstellen, dass heute Nachmittag der Afternoon Tea, der Five O'Clock Tea hier im Buckingham Palace hinter mir nicht ganz so süß schmecken könnte, wie er normalerweise schmeckt. Denn was Harry und Meghan da vergangene Nacht im US-Fernsehen aufgetischt haben, war doch ziemlich starker Tobak. Starker Tobak für ein krisenerprobtes Königshaus wie dem Buckingham Palace, muss man ganz eindeutig sagen. Interessanterweise gibt es absolut keine Reaktion hier in London bislang auf dieses Interview. Das Interview wird heute in England erst heute Abend ausgestrahlt. Allerdings die wenigsten rechnen damit, dass der Palast sich irgendwie dazu überhaupt äußern wird. Meghans Vorwürfe und die schwerwiegendsten sind die des Rassismus ganz eindeutig. Also damit hatte niemand gerechnet. Man hatte zwar damit gerechnet, dass wenn Meghan und Harry sich aus dem Königshaus verabschieden, dass das nicht ganz leise passieren wird. Dass es allerdings so ein Getöse geben wird. Nun, damit hat hier in London wirklich niemand gerechnet. Fortsetzung folgt. Mit Sicherheit vielen Dank nach London, Arndt Stregler. So, eine kurze Pause hier bei uns. Gleich melden wir uns zurück mit frischen Nachrichten. Bleiben Sie dran. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Der unter Druck geratene CDU-Politiker Nikolaus Löbel tritt wegen der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken zurück. Er lege sein Mandat nieder, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden. Das teilte Löbel mit. CDU-Chef Laschet hatte seinen Rücktritt gefordert. Nicht nur er. Und der CSU-Parlamentarier Nüßlein ebenfalls in eine Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Corona-Masken verwickelt, hatte zuvor erklärt, er wolle bis zur Wahl im Herbst als Fraktionslose im Bundestag bleiben. SPD-Generalsekretär Klingbeier fordert, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. In der Schweiz dürfen sich muslimische Frauen künftig nicht mehr verschleiern. Das ist das voraussichtliche Ergebnis einer Volksabstimmung. Nach Hochrechnungen des Schweizer Fernsehens votierten rund 52 Prozent der Wähler für das umgangssprachliche Burka-Verbot. Ziel der Maßnahme ist es, Gesichtsbedeckungen ohne medizinischen Zweck im öffentlichen Raum zu verbieten. Da es in der ganzen Schweiz nur wenige Dutzend Frauen geben soll, die eine Vollverschleierung tragen, dürfte das Verbot vor allem Touristinnen aus muslimisch geprägten Ländern treffen. Bei starken Explosionen im westafrikanischen Äquatorial Guinea sind hunderte Menschen verletzt worden. Die Detonationen hätten sich auf einem Militärkomplex der Stadt Bata ereignet, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Zahl der möglichen Todesopfer, die ist noch unklar. Nach Angaben lokaler Medien gab es drei aufeinanderfolgende Explosionen. Zahlreiche Gebäude seien zerstört oder beschädigt worden. In den Trümmern suchende Helfer nach Verschütteten. Die Ursache für die Explosionen war zunächst unklar. Im DFB-Pokal sind am Abend die Halbfinalpartien ausgelost worden. Dortmund spielt zu Hause gegen Holstein Kiel. Der Sieger aus dem Nachholspiel, Jan Regensburg gegen Werder Bremen, muss gegen RB Leipzig antreten. Angesetzt sind die Halbfinalpartien für den 1. und 2. Mai. Wir bleiben beim Fußball. Die Fußball-Bundesliga, der 24. Spieltag mit der Tabelle. Bielefeld und Union Berlin trennen sich torlos 0 zu 0. Köln spielt gegen Bremen, ebenfalls unentschieden, 1 zu 1 der Endstand. Bereits am Samstag verliert Gladbach gegen Leverkusen mit 0 zu 1. Frankfurt und Stuttgart trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Die Hertha holt drei Punkte gegen Augsburg, 2 zu 1. Freiburg-Leipzig 0 zu 3. Hoffenheim gewinnt gegen Wolfsburg 2 zu 1. Bayern München schlägt im Topspiel Borussia Dortmund mit 4 zu 2. Das Freitagabendspiel zwischen Schalke und Mainz endet torlos 0 zu 0. Der Blick auf die Tabelle nach dem 24. Spieltag. Bayern behauptet Platz 1 vor Leipzig, dahinter Wolfsburg und Frankfurt auf den Champions-League-Plätzen. Dann Leverkusen vor Dortmund, Union Berlin, Freiburg und Stuttgart. Gladbach rutscht auf Platz 10 ab, dahinter Hoffenheim, Bremen und Augsburg. Köln auf Platz 14 vor der Hertha, Bielefeld belegt den Relegationsplatz, Mainz auf Platz 17. Beim Tabellenletzten Schalke gehen so langsam die Lichter aus. Syriens Machthaber Badt. Es ist die größte Suchaktion aller Zeiten. Wo war das verdammte Flugzeug? Es ist ein Fall mit vielen Fragen. Vielleicht gab es einen Brand. Die Maschine könnte ein Führwort sein. Es ist eine Tragödie. Wir auf die Gliese. Geisterflug MH370. Heute auf Welt. Diese und weitere Dokus finden Sie auch in der Welt-Nachrichtensender-App. Willkommen zurück. Strenge Auflagen und Hygieneregeln. Ohne Masken und Abstände und ohne auf die Anzahl der Kunden im Geschäft zu achten, wird es nicht lange möglich sein. Mit zaghaften Lockerungen und vorsichtigen Öffnungen versucht der Einzelhandel heute vielerorts aus dem Lockdown herauszukommen. Erfolgsaussichten völlig offen. Die Inzidenzzahlen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland, von Region zu Region. Hier in Norderstedt läuft es wieder rundum locker, zumindest was das Shoppen betrifft. Die Läden öffnen und zwar für alle unter Auflagen, so ist die Kundenzahl je nach Quadratmeter begrenzt. Während Gartencenter, Buch- und Blumenläden jetzt überall wieder geöffnet sind, ist für alle anderen Einzelhändler Shopping mit Termin möglich. In Regionen mit wenigen Neuinfektionen, wie es außer in Schleswig-Holstein, auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz der Fall ist, wird regional entschieden, ob die Geschäfte komplett öffnen. Für die Händler wie auch die Kunden ein lang ersehnter, überfälliger Schritt. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Wir haben ja nur eine Durststrecke von fast drei Monaten gehabt und man freut sich einfach. Die Leute brauchen es. Endlich mal kann man in die Öffentlichkeit gehen und sich was aussuchen. Freude auch bei den Kunstfans. Museen öffnen mit Termin je nach regionaler Inzidenz. Kosmetika, Massagen und Nagelstudios, auch das geht ab heute wieder. Kann bei Dienstleistungen nicht durchgehen. Die FFP2-Maske getragen werden, soll vorher getestet werden. Außerdem dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder sind ausgenommen und das inzidenzunabhängig. Auch Sport in der Gruppe ist mal mehr, mal weniger wieder möglich. Die Schulen gehen heute überall einen Schritt weiter. So dürfen auch die älteren Jahrgänge zurück in den Wechselunterricht. Deutschland lockert auf Probe, denn sollten die Zahlen wieder steigen, tritt die Notbremse in Kraft. Genau das sehen Virologen voraus. Allerdings haben wir, da müssen wir uns nichts vormachen, immer noch eine Lücke, bis wir tatsächlich alle auf der sicheren Seite haben. Also mit mindestens einer Impfung, besser auch noch der zweiten Impfung. Diese Lücke, die findet jetzt statt. Das heißt, Lockerungen in diesen Wochen sind eben immer auch ein Risiko. Dennoch kommen sogar die ersten positiven Signale in Sachen Osterurlaub, zumindest an der Küste. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gibt sich optimistisch, dass in seinem Bundesland dank der guten Inzidenzen die Hotels und Restaurants über die Feiertage ebenfalls wieder öffnen können. Daniel Franz vor dem Kanzleramt in Berlin. Daniel, in einigen Bundesländern, wie gehört, wie gesehen, darf der Einzelhandel wieder komplett öffnen. In der anderen erstmal nur die Baumärkte und Gartencenter. Fördert das einen gewissen Shopping-Tourismus? Na ja, zunächst einmal sind die Einzelhändler natürlich froh, dass sie wieder aufmachen dürfen. Und in dem Beitrag, wir haben es gesehen, es gibt ja offenbar auch einen großen Bedarf, bei einer gewissen Anzahl von Leuten zumindest mal wieder in Geschäfte zu gehen. Und ja, natürlich, das kann auch Shopping-Tourismus fördern. Aber ob das jetzt in so großer Zahl wirklich stattfindet, das sei mal dahingestellt. Also der Einzelhandelsverband beispielsweise in Rheinland-Pfalz. Sie sagen, ja, es ist schon ein bisschen mehr los als an einem normalen Montag, quasi in Lockdown-Zeiten, aber eben auch nicht so viel, dass es jetzt wirklich große Schlangen gibt vor den Läden. Das sind eben nur Einzelfälle, das, was wir gesehen haben. Also man sieht schon, die Leute halten sich schon noch ein wenig zurück. Denn es hat auch schlicht und ergreifend damit zu tun, man muss natürlich die ganzen Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Nach wie vor Maske, Kontaktnachverfolgung und natürlich auch nur eine beschränkte Anzahl von Leuten, die in die Geschäfte rein dürfen. Was dann eben heißt, wenn viele in die Fußgängerzonen kommen oder zu bestimmten Geschäften, ja, da muss man eben lange davor anstehen. Ja, und das will eben auch nicht jeder. Dazu kommt, dass es eben natürlich auch noch nach wie vor die Leute gibt, die genau das vermeiden wollen. Eben Menschenansammlungen und nach wie vor das Risiko sehen, vielleicht erst noch Impfungen abwarten wollen beispielsweise. Also bislang, ja, es gibt schon eine Freude, dass Shopping wieder möglich ist. Aber der große Ansturm, der ist heute wohl ausgeblieben. Vielen Dank für deine Einschätzung, Daniel. Was auf jeden Fall weitere Öffnungen ermöglichen könnte, das ist das Testen. Und ab heute können sich Bürger bundesweit einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen. Doch der Staat ist in vielen Städten und Gemeinden nur schleppend angelaufen. So beklagen viele Apotheken, dass sie noch immer auf die Beauftragung durch die Kommunen warten. Kreise und Städte wiederum warten auf eine Verordnung des Landes, die die Rahmenbedingungen festlegt. In den bundesweiten Testzentren läuft es hingegen besser. Zugeschaltet aus dem Münsterländischen Regen in NRW ist mir jetzt Gabriele R. Oberwiening. Sie ist Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverband, kurz ABDA. Einen schönen guten Tag, Frau Oberwiening. Ich grüße Sie ganz herzlich nach Nordrhein-Westfalen. Ja, guten Tag, Herr Rolfatz. Ab heute gibt es also kostenlose Schnelltests in Deutschland. Was können und wollen die Apotheken bei den Testungen leisten? Also über Apotheken vor Ort geht es natürlich recht unbürokratisch und mit einem niederschwelligen Zugang, dass Menschen getestet werden. Wir sind überall in den Orten und insofern ist es natürlich auch nur verständlich, dass wir als Anlaufstelle auch hier dabei sind und helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Tests sind auch unsere originäre Aufgabe. Wir haben das eben von jeher schon gemacht, dass wir physiologische Tests durchgeführt haben. Und insofern sind wir hier doch ganz, ganz sicher eine der allerersten Anlaufstationen. Anlaufstation ist das eine. Man muss natürlich auch beliefert werden. Wie läuft denn die Verteilung der Testkits aktuell? Bekommen die Apotheken genug? Sind Sie damit zufrieden? Ja, die Tests, die wir in den Apotheken durchführen können, das sind die sogenannten Schnelltests oder POC-Tests, also Point of Care. Da in dem Moment des Kontaktes kann ich direkt überprüfen, gibt es da schon Viren im Nasen-Rachen-Bereich des zu Testenden? Das ist etwas, was in großer Menge mittlerweile verfügbar ist. Wir haben da keine Sorgen. Also es geht wirklich von Lieferant zu Lieferant mit Verlässlichkeit einher. Das, was vielleicht jetzt noch mal zur Abgrenzung dargestellt werden muss, sind die sogenannten Selbsttests oder Leihentests. Oder ich würde es gerne wie die Österreicher halten. Die sprechen hier von Wohnzimmertests. Das sind die Tests, die jeder auch für sich selber durchführen kann. Das sind Tests, da sind zwar mittlerweile sieben vom sogenannten Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen, aber die sind tatsächlich noch nicht verfügbar. In all den Apotheken, mit denen ich auch heute besprochen habe, ist es so, dass sie erst Zusagen haben zu Mitte März, dass sie auch diese Tests bekommen. Sie haben es auch gesehen, die sind auch über Supermärkte, über andere Kanäle zu bekommen, weil sie letztendlich ja keine wirkliche Nachvollziehbarkeit ermöglichen. Und wenn wir jetzt über Teststrategie sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass auch Öffnungsstrategien mit Teststrategien kombiniert werden sollen, dann brauche ich ja eine Nachvollziehbarkeit, eine dokumentierte Nachvollziehbarkeit. Ich muss auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass der Test richtig durchgeführt worden ist, dass das dazu beraten worden ist. Und das geht dann eben nur mit den Schnelltests, die in Apotheken oder auch in anderen Testzentren durchgeführt werden. Frau Wieding, jetzt haben wir vor allem über das Material gesprochen. Entschuldigung, wie sieht es denn da mit dem Personal eigentlich aus in Deutschlands Apotheken? Sind die alle gut genug geschult? Muss da noch mehr passieren? Die Apothekerinnen, Apotheker und PTA sind von jeher dafür ausgebildet, dass sie sich eben auch mit solchen Tests auskennen. Natürlich sollten sie jetzt ganz konkret noch einmal die Anwendung dieser Tests auch geübt haben. Von einem, der das eben schon gut kann, sollten sie hier unterwiesen werden. Das reicht dann und damit ist die Qualifizierung gegeben. Man muss auch bei diesen Tests, es sieht ja etwas abenteuerlich aus, wenn Sie so einen Teststreifen zur Entnahme so weit in den Nasen-Rachen-Raum schieben, aber jeder, der jetzt so ein Teststäbchen mal in der Hand gehalten hat, die sind ganz weich und biegsam. Also niemand muss hier Angst haben, dass er eine Verletzung davon trägt, sondern das kann die Apotheke sehr, sehr gut und sehr verlässlich und sehr sicher leisten. Und wie sind die Apotheken jetzt organisatorisch aufgestellt, um Schnelltests anzubieten? Reicht das vorhandene Personal aus? Und trennen Sie überhaupt auch die Testräumlichkeiten vom eigentlichen Verkaufsraum oder geht das gar nicht? Mit der Bitte, meine kurze Antwort. Ja, das geht, dass man die Räume trennt. Wenn eine Apotheke das so ermöglichen kann, weil die Räume groß genug sind, dann kann sie es in eigenen Räumen machen, wenn der Arbeitsschutz und der Infektionsschutz da gewährt ist. Wenn nicht, dann darf sie das auch in anderen Räumen tun. Ein Zelt davor oder auch Räume anmieten. Das ist über die Länder jetzt gerade ermöglicht worden oder wird in den nächsten Tagen ermöglicht, in Ländern, wo es noch nicht passiert ist, dass das erlaubt wird. Und sobald es in Kraft getreten ist, dann kann das so passieren. Sagt Gabriele R. Oberwiening, die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA. Vielen Dank und herzliche Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Ja, danke. Tschüss. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, bald auch Jüngere zu impfen. Söder will auch mehr Impfstoff in Corona-Hotspots anbieten, etwa an der Grenze zu Tschechien. So könnten auch Pendler für Impfungen in Frage kommen. Junge Menschen sollen dann bei entsprechender Verfügbarkeit von Impfdosen bald folgen, so Söder. Da kann ich mir dann in der breiten Form vorstellen, sowohl neben den Hausfachärzten, den Betriebsärzten für die großen Betriebe, kann ich mir sehr gut vorstellen, sowohl Schulärzte damit zu betreuen, damit zum Beispiel die jetzt für den Impfstoff, wenn er ältere zugelassen ist, in der Schule auch ein Reihen, was die älteren Klassen impfen können. Und ich kann mir sowas auch an der Uni beispielsweise vorstellen, um da einfach mehr Freiheit zu bekommen. Das ist für mich ganz entscheidend. Es geht letztlich nur über mehr Impfen und auch mehr Testen an der Stelle. Aber zum Glück ist es so, dass der Distanzunterricht in der Hochschule immer schon von vornherein leichter funktioniert hat, weil ja Hochschule ein anderes Lernen erfordert als in der Schule. Das ist ja der Unterschied. Anlässlich des Weltfrauentages haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu mehr weiblichem Pioniergeist in der Digitalisierung aufgerufen. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutieren sie dazu heute mit Expertinnen unter anderem aus der Wirtschaft, Kultur, den Medien und auch aus der Wissenschaft. Es geht um Chancen und Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier. Das Ziel habe man aber noch lange nicht erreicht. Vor allem am Weltfrauentag stellt sich die Frage, wie gleichberechtigt sind Frauen in Deutschland? Im Job, in Familien, aber eben auch in der Sprache. Dazu Paul Sonntag. Die Debatte, die wird ja nicht nur kontrovers geführt, sondern die wird auch vor allem sehr emotional geführt. Das merken wir nicht nur in der Redaktion, sondern eben auch bei entsprechenden Umfragen. Wir haben mal ein Beispiel rausgepickt, um zu zeigen, was eigentlich der Kern des Ganzen ist. Es gibt viele verschiedene Bereiche noch, in die das reingeht, aber wir schauen mal auf dieses Beispiel. Und zwar geht es da eben um die Frage, ist die deutsche Sprache vielleicht ungerecht, gerade in Bezug auf die Geschlechter. Wenn wir uns ein fiktives Krankenhaus vorstellen, in dem 99 Ärztinnen arbeiten, dann wird darüber berichtet, wie die Ärztinnen dort arbeiten, vielleicht Menschenleben retten. Beispielsweise, sobald aber ein männlicher Arzt eingestellt wird, dazu kommt, dann bedeutet das, dass man ab jetzt eben 100 Ärzte hätte. Und in diesem Begriff ist eben dann, ja, sind die weiblichen Ärztinnen, tauchen quasi gewissermaßen gar nicht mehr auf. Und das ist ein Anstoß beispielsweise, warum man da vielleicht etwas ändern könnte. Die Frage ist, wie, wie könnte man die Sprache dort vielleicht anpassen? Auch da gibt es viele verschiedene Beispiele. Wir können mal schnell drüber schauen. Es ist immer nur ein Ausschnitt der ganzen Diskussion, das müssen wir dazu sagen. Aber eben einer der ganz Entscheidenden. Wie könnte man jetzt hier eine Pluralform finden, eine Mehrzahlform, die beiden Geschlechtern dort gewissermaßen gerecht wird? Und nicht nur das, sondern eben auch Menschen mit inkludiert, die sich keinem Geschlecht zugeordnet fühlen. Da ist eben das Gendersternchen bekannt, also einfach ein Stern dazwischen. Das soll dann eben symbolhaft auch für die sein, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Oder vielleicht die Urform der ganzen Debatte. Das Binnen-I, Bürgerinnen, das bedeutet am Ende, das ist wieder etwas in den Hintergrund gerückt, weil man sagt, das ist so nah wieder an der weiblichen Pluralform. Das ist dann eigentlich schon wieder möglicherweise eine Diskriminierung der Männlichen. Und dann sehen wir den Unterstrich, der eben auch eine Lücke lassen soll. Und der Doppelpunkt, das ist vielleicht gerade so der Trend, der sich vielleicht durchsetzen könnte. Warum? Weil wir eben nicht nur über die geschriebene Form sprechen, sondern vor allem auch um das gesprochene Wort. Und da wäre das eine Art Zäsur. Auch das hören wir ja in einigen Medien inzwischen. Und dann wäre das Wort eben BürgerInnen. Und deswegen sprechen wir jetzt mal mit einem, der sich da ganz besonders gut auskennt, ein Sprachwissenschaftler der Freien Universität in Berlin. Guten Tag, Herr Stefanovic. Ist die deutsche Sprache ungerecht? Behandelt sie Männer und Frauen unterschiedlich? Also sie war lange Zeit ungerecht und hat eben so getan, als ob die ganze Welt nur aus Männern besteht, indem wir eben dieses sogenannte generische Maskulinum verwendet haben, wo wir die männliche Form verwenden und irgendwie so tun, als ob wir die Frauen damit mitmeinen können. Und diese Form hat, glaube ich, das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Das ist etwas, was wir ganz klar an der aktuellen Debatte sehen, die ja bereits seit 40 Jahren geführt wird, aber die jetzt auch die Öffentlichkeit erreicht hat. Ja, wir merken, dass die Debatte unheimlich an Fahrt gewonnen hat. Natürlich wird auch schon lange drüber gesprochen, aber da würde mich nochmal interessieren, ab wann ist das denn dann vielleicht im Mainstream angekommen, wenn dann erste Medien das machen, wenn der Duden dann eben diesen Schritt dann komplett vollzieht oder erst, wenn der Gesetzgeber dann auch möglicherweise das Grundgesetz oder eben die Gesetze umformuliert. Wann ist dieser Punkt erreicht? Also bei den Gesetzen, da werden wir, glaube ich, noch sehr lange warten. Da ist dieses sogenannte generische Maskulinum doch sehr fest verankert, hat auch eine lange Tradition in der Rechtsprechung. Da würde ich jetzt nicht drauf warten. Ich glaube, die Medien spielen auf jeden Fall eine herausgehobene Rolle, weil dort eben sehr viele Menschen auf einmal erreicht werden können. Wenn eine Form dort angekommen ist, dann wird sie in die gesamte Bevölkerung hinein weitervermittelt. Aber natürlich ist es auch teilweise ein Generationenproblem. Man hat das in der Umfrage eben ja ganz schön gesehen, dass die jüngeren Menschen da im Prinzip gesagt haben, für sie wird das mittlerweile Alltag oder mittlerweile normal. Und natürlich wird es ältere Menschen, die zu einer anderen Zeit sprachlich sozialisiert worden sind, vielleicht immer etwas fremd bleiben. Das ist auch in Ordnung. Das ist eben Sprachwandel. Und der braucht eben auch seine Zeit, bis er sich durchgesetzt hat. Über dem Ganzen steht ja immer die Frage, inwiefern bildet Sprache Stereotypen einfach gewisse Bilder, die sich dann auch in der Gesellschaft widerspiegeln. Die Gegner dieser Reform sagen jetzt, naja, andere Sprachen, in denen es das nicht gibt, das Problem. Beispielsweise das Englische, das eben hier anders gestrickt ist, aber auch viele andere Sprachen. In diesen Ländern zeichnet sich jetzt auch nicht ab, dass beispielsweise Frauen deutlich emanzipierter wären, deutlich weiter wären. Inwiefern kann man das Argument zulassen? Und wie ist da die Verbindung zwischen den gesellschaftlichen Stereotypen und eben der Sprache? Also man darf hier keine direkte Kausalität annehmen. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Sprache ändern und dann ändert sich wie durch Magie auch unsere Gesellschaft. Bei der Frage, wie man das mit anderen Sprachen und anderen Sprachgemeinschaften vergleicht, muss man natürlich sich klar machen, es gibt keinen Eins-zu-eins-Vergleich. Wir bräuchten ja eine Sprache, die kulturell und historisch ganz genau dieselben Prozesse durchmacht hat, wie das Deutsche, nur kein grammatisches Gender hat. Erst wenn wir diesen Vergleich hätten, könnten wir sagen, wie groß ist eigentlich der Anteil, den Sprache spielt. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, solange wir weiterhin so sprechen, als ob die Welt nur aus Männern besteht, wird es uns schon sehr schwerfallen, uns vorzustellen, dass es auch anders sein könnte. Und insofern glaube ich schon, dass Sprache hier ein kleines Mosaiksteinchen in diesem großen Prozess ist, aber eben auch eins, das wir nicht ignorieren können. Inwiefern ist das auch eine einzigartige Diskussion? Wir erinnern uns alle an die Rechtschreibreform. Auch da wurde jahrelang, ja fast ein Jahrzehnt lang diskutiert, ob das überhaupt Sinn macht, dann alles auch umzuschreiben. In diesem Fall geht es jetzt eben um die Sprache und dieses, möglicherweise auch die Zäsur. Das ändert sehr, sehr viel. Kann man da überhaupt gesellschaftlich einen Konsens finden? Und wie kommt man da am schnellsten hin? Wer ist da überhaupt der Moderator für das Ganze? Also ich glaube, wir sind alle gut beraten, wenn wir möglichst viel Vielfalt zulassen. Sowohl in der Diskussion darum, als vor allen Dingen auch in den Formen, die da ausprobiert werden. Ich glaube, wenn jetzt irgendeine Autorität kommen würde, ob das der Duden ist, der ja lange Zeit für die amtliche Rechtschreibung zuständig war, oder der Rechtschreibrat, der inzwischen diese Rolle übernommen hat, und wenn die eine allgemeine Vorschrift erlassen würden, dann würde das sicher zu mehr Kämpfen führen und zu mehr Reibungsverlusten, als wenn wir einfach das Ganze etwas öffnen, erklären, was das Problem ist. Nämlich, dass wir nicht länger so tun können, als ob die Welt nur aus Männern besteht und irgendeine Lösung dafür finden müssen. Und Sie haben ja eben auf dem Bildschirm einige der vielen Formen, die es da gibt, gezeigt. Und ich glaube, diese Vielfalt ist eine Stärke, weil auf diese Weise natürlich die Diskussion erst mal sehr offen geführt werden kann. Und dann wird man sehen, auf welche dieser Formen oder möglicherweise auf welche, auf eine Form, die überhaupt erst noch erfunden werden muss, sich die Sprachgemeinschaft am Ende einigen wird. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die sollten wir weder mit starken Vorschriften führen, noch mit starker reflexhafter Ablehnung. Wir können uns ja alle Argumente für und wieder anhören. Am Schluss entscheidet das sowieso die Sprachgemeinschaft insgesamt. Am Schluss muss es ein natürlicher Sprachwandelprozess sein, der dann eben einzelne dieser Formen herausgreift und zu so einer Art Normalfall werden lässt. Vielleicht noch ganz kurz eine Nachfrage. Warum ist diese Diskussion eigentlich so emotional? Ich merke das hier in der Redaktion. Ich merke das auch in meiner Familie, generell auch das mediale Umfeld. Gerade wenn man auch auf Twitter schaut, da ist viel Häme, viel Sport, einfach unheimlich viel, unheimlich aufgeladen das Ganze. Wie können Sie sich das erklären, dass in so einem frühen Stadium eigentlich das Ganze dann doch eben so emotionalisiert wird? Ich glaube, zum einen geht es einfach um sprachliche Gewohnheiten. Wir lernen alle Sprache als Kinder und die sprachliche Sozialisierung ist dann irgendwann im jungen Erwachsenenalter abgeschlossen. Da haben wir sozusagen die Sprache internalisiert, den Sprachgebrauch internalisiert, der uns dann für den Rest unseres Lebens als normal vorkommt. Weil das eben das ist, was wir, so war es eben früher und alles, was früher war, kommt einem immer normal vor im Vergleich zu neueren Entwicklungen. Und das ist erst mal ein Teil der erfordert Umgewöhnung, der erfordert und einige Leute werden daran vielleicht auch scheitern. Und ich glaube, das ist auch kein Problem. Der andere Teil ist, glaube ich, dass es hier durchaus auch eine ideologische Komponente hat für einige Leute. Die lehnen, glaube ich, gar nicht das Gendersternchen ab oder den Unterstrich, sondern die lehnen es ab, dass die traditionelle Geschlechterordnung infrage gestellt wird. Und sie kämpfen diesen Kampf lieber auf der Ebene der Sprache aus und regen sich über das Gendersternchen auf, als zuzugeben, dass dort eventuell Dinge sind, die ihnen entweder nicht ins Weltbild passen oder die ihnen einfach Angst machen, die etwas zu tun haben mit neuen Rollenvorstellungen von Geschlechtern. Vielen Dank, Herr Stefanovic. Ich habe das Gefühl, wir reden vielleicht noch mal darüber, denn so richtig in Gang gekommen ist das Ganze erst. Wie sich das Ganze eben dann in der Zukunft entwickelt, lässt sich noch überhaupt nicht absehen. Aber es zeigt zumindest, was schon passiert ist, dass eine Veränderung einsetzt. Zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd hat heute in den USA der Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin begonnen. Der Angeklagte hatte dem festgenommenen 46-Jährigen neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt. Und das, obwohl dieser mehr als 20 Mal klagte, dass er keine Luft bekomme. Die Festnahme war mit dem Handy gefilmt worden und hatte danach weltweite Proteste gegen Polizeigewalt ausgelöst. Schon im Vorfeld des Prozesses demonstrierten erneut Tausende. Die Polizei rechnet mit weiteren Ausschreiten. Da schauen wir direkt mal hin. Aus Minneapolis zugescheidet ist jetzt unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf. Steffen, wie sehen die Sicherheitsvorkehrungen aus zum Prozessbeginn? Schon jetzt, wie wir sehen, viel los rund um das Gerichtsgebäude. Das ist richtig. Und ich möchte das hier mal beschreiben. Wir sind inmitten eines Demonstrationszuges, der sich jetzt entlang der Absterrungen bewegt. Absperrungen gibt es hier rund um das gesamte Regierungsviertel dieser Demonstrationszug. Ich würde sagen, vielleicht 500, 600 Demonstranten, die hier dabei sind. Die sind im Übrigen schon seit mehr als zwei Stunden hier und demonstrieren und protestieren. Es geht natürlich um George Floyd, um diesen Prozess. Aber es geht vielen auch um andere Fragen. Wie ist es mit einer Polizeireform? Wie schafft man mehr Gerechtigkeit für alle Bevölkerungsschichten hier in Minneapolis und natürlich auch in den USA? Also das sind die entscheidenden Punkte für die Demonstranten. Du hast gerade gefragt nach den Sicherheitsvorkehrungen. Wir sehen die Zäune, auch hier, die entlang der Gebäude aufgebaut sind. Eine Million Dollar insgesamt hat ja die Stadt dafür ausgegeben. Allein für diese Sicherheitsmaßnahmen 2000 Nationalgardisten sind in der Stadt und rund 1000 Polizisten noch einmal dazu. Also das zeigt, unter welcher Spannung hier die gesamte Stadt steht. Steffen, was erwartest du denn angesichts dieser Spannungen? Wie groß kann dieser Prozess noch werden? Und unabhängig davon, welche Erwartungen haben die USA an diesen Prozess? Ja, also zum einen sind da natürlich die Erwartungen der Demonstranten hier, vor allem der afroamerikanischen Gemeinde. Da hofft man natürlich auf die Maximalstrafe. Und das wären mindestens 40 Jahre. Aber es gibt die Befürchtung, zumindest bei vielen Demonstranten hier, dass Derek Chauvin, der Polizist, mit einem blauen Auge davon kommen könnte, dass er möglicherweise sogar auf freien Fuß gesetzt wird. Und das ist das, was hier die Polizei, was die Sicherheitsbehörden besorgt. Denn wir haben von vielen gehört, sollte es da wirklich ja eine milde Strafe geben, sollte es einen Freispruch geben, dann werden die Straßen hier wieder brennen. Und das ist das, was die nächsten Wochen letztendlich die Stadt beschäftigen wird. Jetzt erst einmal die Jury-Auswahl und dann natürlich Derek Chauvin, der selbst vor Gericht stehen wird, dann Ende März, vier Wochen später das Urteil. Also, das heißt, dieser Prozess wird das Land auf jeden Fall wochenlang in Atem halten. Und du wirst den Prozess weiter für uns beobachten. Danke nach Minneapolis, Steffen Schwarzkopf, für die Eindrücke und deine Einschätzungen. Kurze Pause. Gleich sind wir zurück an dieser Stelle. Mein Kollege Alexander Simon übernimmt. Wir sehen uns später wieder. Bleiben Sie bei uns hier bei Wenden. Bis dann. Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist positiv auf Corona getestet worden. Außerdem sei auch seine Frau infiziert, heißt es. Das teilte das syrische Präsidialamt mit. Beiden gehe es aber gesundheitlich gut. Sie hätten leichte Symptome verspürt und sich daraufhin einem PCR-Test unterzogen. Das Paar werde sich für zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Die Corona-Pandemie sorgt für einen Rückgang der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus der Kriminalstatistik 2020 hervor, die NRWs Innenminister Herbert Reul vorgestellt hat. Durch die Pandemie habe es aber eine deutliche Zunahme in den Bereichen Betrug und Online-Kriminalität gegeben. Erstmals wurden auch Zahlen zu häuslicher Gewalt ausgewertet. Diese seien deutlich gestiegen. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen auch erstmals Straftaten, die vor der Pandemie nicht im Fokus waren. Wenn man so will, stiegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz an. Wir haben 529 Fälle gezählt. Das sind Beispiel Verstöße gegen eine Quarantäneanordnung. Da sind jetzt nicht gemeint fehlende Mund-Nasen-Schutz. Das ist nämlich Ordnungswidrigkeit. Eine weitere Kategorie im Zusammenhang mit Corona ist Subventionsbetrug. Es gab Subventionsbetrug auch vorher, aber sehr gering. 2018 gab es 18 Fälle, 2019 auch 18 und 2020 dann 2.965. Und die meisten davon im Zusammenhang, fast 97,6 Prozent im Zusammenhang mit Corona. Das sind natürlich die Corona-Soforthilfen, die vom Staat ausgezahlt werden. Der Gesamtschaden wagt bei fast 30 Millionen Euro. Soweit Herbert Reul. Anlässlich des Weltfrauentages haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu mehr weiblichem Pioniergeist in der Digitalisierung aufgerufen. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutieren Sie dazu heute mit Expertinnen unter anderem aus der Wirtschaft, Kultur, den Medien und der Wissenschaft. Es geht um Chancen und Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier. Das Ziel aber habe man noch lange nicht erreicht. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Der unter Druck geratene CDU-Politiker Nikolaus Löbel tritt wegen der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken zurück. Er lege sein Mandat nieder, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden. Das teilte Löbel mit. CDU-Chef Laschet hatte seinen Rücktritt gefordert. Nicht nur er. Und der CSU-Parlamentarier Nüßlein ebenfalls in einer Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Corona-Masken verwickelt, hatte zuvor erklärt, er wolle bis zur Wahl im Herbst als Fraktionslose im Bundestag bleiben. SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. In der Schweiz dürfen sich muslimische Frauen künftig nicht mehr verschleiern. Das ist das voraussichtliche Ergebnis einer Volksabstimmung. Nach Hochrechnungen des Schweizer Fernsehens votierten rund 52 Prozent der Wähler für das umgangssprachliche Burka-Verbot. Ziel der Maßnahme ist es, Gesichtsbedeckungen ohne medizinischen Zweck im öffentlichen Raum zu verbieten. Da es in der ganzen Schweiz nur wenige Dutzend Frauen geben soll, die eine Vollverschleierung tragen, dürfte das Verbot vor allem Touristinnen aus muslimisch geprägten Ländern treffen. Bei starken Explosionen im westafrikanischen Äquatorial Guinea sind hunderte Menschen verletzt worden. Die Detonationen hätten sich auf einem Militärkomplex der Stadt Bata ereignet, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Zahl der möglichen Todesopfer, die ist noch unklar. Nach Angaben lokaler Medien gab es drei aufeinanderfolgende Explosionen. Zahlreiche Gebäude seien zerstört oder beschädigt worden. In den Trümmern suchende Helfer nach Verschütteten. Die Ursache für die Explosionen war zunächst unklar. Im DFB-Pokal sind am Abend die Halbfinalpartien ausgelost worden. Dortmund spielt zu Hause gegen Holstein Kiel. Der Sieger aus dem Nachholspiel Jan Regensburg gegen Werder Bremen muss gegen RB Leipzig antreten. Angesetzt sind die Halbfinalpartien für den 1. und 2. Mai. Wir bleiben beim Fußball. Die Fußball-Bundesliga, der 24. Spieltag mit der Tabelle. Bielefeld und Union Berlin trennen sich torlos 0 zu 0. Köln spielt gegen Bremen ebenfalls unentschieden 1 zu 1 der Endstand. Bereits am Samstag verliert Gladbach gegen Leverkusen mit 0 zu 1. Frankfurt und Stuttgart trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Die Hertha holt drei Punkte gegen Augsburg 2 zu 1. Freiburg-Leipzig 0 zu 1. Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist positiv auf Corona getestet worden. Außerdem sei auch sein... Und weiter geht's mit den Nachrichten bei Welt. Hallo und herzlich willkommen. Nach dem Rücktritt des CDU-Abgeordneten Nikolaus Löbel wegen der Affäre um dubiose Geschäfte mit Corona-Masken hat nun der CSU-Parlamentarier Georg Nüßlein seinen Austritt aus seiner Partei verkündet. Er hatte zuvor erklärt, er wolle bis zur Wahl im Herbst als Fraktionsloser im Bundestag verbleiben. CDU-Abgeordneter Löbel legte zuvor sein Bundestagsmandat nieder, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden. CDU-Chef Armin Laschet hatte seinen Rücktritt gefordert. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Und auch CSU-Generalsekretär Markus Blume hat sich zu Nüßleins Parteiaustritt geäußert. Die CSU nimmt die Entscheidung von Dr. Georg Nüßlein zur Kenntnis, seine Mitgliedschaft in der CSU zum heutigen Tage zu beenden. Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden. Wir sind bestrebt, alles zu unternehmen, um verlorengegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Wir tun das auch im Namen von tausenden Funktions- und Mandatsträgern der CSU, die sich mit ihrem persönlichen Engagement Tag für Tag für das Gemeinwohl, für das Land, für die Menschen in diesem Land einsetzen. Fragen wir nochmal nach. Daniel Franz steht vor dem Bundeskanzleramt. Daniel, was hat Georg Nüßlein jetzt letztendlich dazu bewogen, aus der CSU auszutreten? Er hätte ja auch einfach nur erstmal sein Bundestagsmandat niederlegen können. Ja, aber das will er ja offenbar genau nicht. Also der Druck aus der Partei, von seinen Kollegen, auch aus der Fraktion, der wurde ja ganz offensichtlich zu groß. Also man hat ihn da ja regelrecht verstoßen. Er wurde ja wirklich scharf kritisiert. Und dennoch möchte er an seinem Bundestagsmandat festhalten. Er beharrt ja nach wie vor darauf, dass die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen wegen Bestechung und Bestechlichkeit, die ja gegen ihn geführt werden. Es gab ja 13 Durchsuchungen in Objekten deswegen, dass daran nichts sei, dass er das aufklären könnte. Und das ist ein Argument. Deswegen will er das Bundestagsmandat behalten. Tja, das muss natürlich erstmal die Ermittlungen bringen, was da wirklich bei herauskommt. Aber ganz interessant dabei, dass sich jetzt auch das Bundesgesundheitsministerium eingeschaltet hat und hier eine hundertprozentige Transparenz versprochen hat. Und zwar dahingehend, dass alle Abgeordneten namentlich genannt werden sollen, die in Kontakt getreten sind mit dem Ministerium in Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Schutzmasken. Da ist man derzeit noch in Verhandlungen sozusagen mit dem Bundestag, mit dem Bundestagspräsidenten, weil natürlich auch die Persönlichkeitsrechte dieser Abgeordneten betroffen sind. Also es muss noch entschieden werden, in welcher Form das passiert. Aber zumindest seitens des Ministeriums hat man da hundertprozentige Transparenz versprochen. Daniel bleibt bei uns. Wir wollen nämlich gleich noch über Blumen, Bücher und Heimwerkerbedarf sprechen. Der Einzelhandel, der darf nämlich seit heute in den meisten Bundesländern wieder öffnen. Endlich rufen die einen viel zu früh, meinen die anderen. Albo Ahlers hat sich umgesehen. Schlange stehen für den Shopping-Spaß. Das bisschen Warten halten die Kundinnen und Kunden im Holzen-Center in Neumünster jetzt auch noch aus. Hauptsache, der Handel hat wieder auf. Man kann endlich die Sachen anfassen. Man kann sie richtig sehen. Man braucht nicht immer ständig irgendwas zurückschicken. Ich habe mir eine schöne Jacke gekauft, die war im Angebot. Und die ist Hammer. Neumünsters Inzidenz liegt unter 50. Damit dürfen alle Geschäfte öffnen. Nur die Anzahl der Kaufwilligen ist je nach Ladenfläche begrenzt. Die Polizei schaut hier und da nach dem Rechten. Auch im bayerischen Erding liegt die Inzidenz unter 50. Wetter und Einzelhandel laden zum Bummeln ein. Ich finde es wirklich wunderbar. Ich schaue jetzt erst einmal, was alles auf hat und wie weit man rein darf. Man sieht ja, dass die Parkplätze sind voll. Die Leute sind in den Geschäften drin. Das ist alles positiv. Gartencenter, Buch- und Blumenläden haben fast überall geöffnet. Da, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, wird wenigstens teilweise mit Terminbuchung geöffnet. Wo gar nichts geht, machen sich viele auf den Weg. Beispiel Berlin. Feiertagsbedingt alles zu. In Potsdam hingegen haben die Läden geöffnet. Toll, deswegen sind wir auch hierher gekommen. Wir sind aus Berlin. Wir haben ja Feiertag heute gekommen aus Berlin. Und wir dachten, gehen wir mal hier hin und gucken, wie es sich anfühlt. Aber nicht nur shoppen macht Spaß. In München wird der erste Besucher des Deutschen Museums mit Blumen begrüßt. Denn auch das ist ab heute wieder möglich. Museen und auch Zoos lassen je nach Inzidenz mal mit, mal ohne Termin wieder Menschen ein. Endlich wieder ein Stück Normalität in diesen verrückten Zeiten. In der Tat, Daniel. Also in einigen Bundesländern, da darf der Einzelhandel wieder überall komplett öffnen. In anderen nur Baumärkte und Gartencenter. Wie groß ist jetzt die Sorge, dass man da doch wieder einen Shopping-Tourismus von einem ins andere Bundesland beobachten kann? Ja, diesen Shopping-Tourismus, den gibt es. Wir haben es im Beitrag ja gehört. Berliner, die nach Potsdam fahren, um sich da mal umzugucken. Aber ob da jetzt wirklich Sorge berechtigt ist, da mal ein dickes Fragezeichen dahinter. Also wenn man sich jetzt gerade mal ein Bundesland anguckt, was generell eine niedrige Inzidenz hat, wie beispielsweise Rheinland-Pfalz. Da gibt es viele Städte und Kreise, die aufmachen. Und dort sagt der Einzelhandelsverband, naja, es ist schon ein bisschen mehr los. Aber zumindest werden die Geschäfte jetzt nicht überrannt. Das hat natürlich auch mit den nach wie vor geltenden Corona-Regeln zu tun. Natürlich, die Leute müssen Masken tragen, Abstand halten, Kontaktnachverfolgung ermöglichen, also ihre Adressen angeben, wenn sie in die Geschäfte gehen. Ja, und eben die Begrenzung für die Geschäfte. Also das Ganze bedeutet eben auch nur eine gewisse Anzahl von Leuten, die in die Geschäfte rein dürfen. Sprich, in Einzelfällen eben auch wieder Schlange stehen ja und das schreckt dann den einen oder anderen eben auch schon wieder ab. Also ja, der Shoppingspaß ist zurück, aber zumindest wird er nicht in so großem Maße angenommen, dass hier die Geschäfte wirklich überrannt werden. Und abschließend noch dazu, man muss natürlich auch genau gucken, in welchen Regionen haben die Geschäfte eigentlich offen. Also dieser Wirrwarr, diese Verwirrungstaktik, die führt vielleicht auch ein bisschen dazu, dass die Leute diese Shoppingangebote zumindest im Hinblick auf Shoppingtourismus gar nicht in dem Maße wahrnehmen, wie es vielleicht ursprünglich mal befürchtet wurde. Daniel, vielen Dank für den Augenblick. Dankeschön. Apotheken, Arztpraxen und hunderte Zentren für Corona-Schnelltests sollten heute bundesweit an den Start gehen, so hatte es Gesundheitsminister Spahn den Bürgern versprochen. Vereinzelt traf das auch zu, doch in etlichen Bundesländern gingen testwillige Leer aus. Entweder brauchten sie einen Termin für den Nasen-Rachen-Abstrich oder die Apotheken hatten das kostenlose Testmaterial gar nicht vorrätig. Das war natürlich am Ende wieder Wasser auf die Mühlen derjenigen, die Jens Spahn als Ankündigungsminister verspotten. Sie waren ja gerade eben bei uns beim Testzentrum und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie positiv getestet wurden. Heißt, ab in Quarantäne Termin für einen PCR-Test vereinbaren. Um 10 Uhr morgens ging es hier in Freiburg los. Im Rekordtempo hat die Stadt das Zentrum hochgezogen. Getestet wird im Zwei-Minuten-Takt. Besser laufen könnte die allgemeine Kommunikation von Stadt, von Ländern, von den Kommunen. Abrechnung auch der Test, das weiß ich noch gar nicht, wie das läuft, woher ich das Geld letztlich kriege. Ich mache jetzt einfach mal die Tests und hoffe, dass das dann im Laufe der Woche noch geregelt wird. Hoffen also statt Planungssicherheit. Geregelt ist nämlich auch nicht, dass überall ausreichend Schnelltests vorhanden sind. Scharfe Kritik deshalb am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Bestellen mussten die Länder plötzlich in Eigenregie. Dabei habe man darauf vertraut, dass der Bund das übernehme. Ja, ich kritisiere auch, dass erst Ansagen gemacht werden und dann die Pläne entstehen, um diese Ansagen umzusetzen. Das weckt oft Erwartungen, die dann enttäuscht werden. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt den Ländern Schritt für Schritt das umsetzen. Bereits einen Schritt weiter, denkt ein Städtchen in Sachsen. Augustusburg plant ein Pilotprojekt. Mit einem negativen Schnelltest soll jeder Bürger eine digitale Eintrittskarte bekommen. Für Läden, Restaurants und Hotels. Gültig für drei Tage. Jede einzelne Destination verfügt über Scanner, die dann über das Abscannen dieser Barcodes A sozusagen registrieren, wer war wann wo. Und B natürlich die Prüfung machen, ist es jemand, der zugelassen ist oder nicht. Am kommenden Montag soll das Projekt an den Start gehen. Das Ziel, dem Rest Deutschlands zeigen, wie mit Schnelltests der Exit aus dem Lockdown gelingt. Und wie eine Rückkehr zu ein bisschen mehr Normalität aussehen kann. Meine Kollegin Daniela Will, die hat heute ein Testzentrum in Berlin, Charlottenburg besucht und dort mitgekriegt, wie man den Ansturm zu bewältigen hatte. Die Resonanz am ersten Tag der kostenlosen Schnelltests in Berlin war groß und war durchaus positiv. Das konnte man vor allem auch an den Terminportalen ablesen. Denn in zwölf der 16 Testzentren war es tatsächlich, ist es tatsächlich notwendig, vorab einen Termin zu machen, um sich dann hier testen lassen zu können. Und gerade hier auch in dem Testzentrum hinter mir waren die Termine schnell bis weit in die nächste Woche dann auch ausgebucht. Und das hat bei vielen durchaus auch für Unmut gesorgt, die hier heute hergekommen sind und eben nicht wussten, dass sie da vorab hätten einen Termin machen müssen. Gerade ältere Leute haben kritisiert, dass das online stattfinden sollte, obwohl dann eben gerade Senioren nicht unbedingt immer auch Zugriff auf das Internet haben. Es gibt auch eine Hotline, aber auch die ist natürlich nicht jedem bekannt. Und trotzdem lief es bei den allermeisten dann auch glatt. Diejenigen, die einen Termin hatten, konnten also hierher kommen für ihren Abstrich. Sollte der negativ sein, dann hat man eben dementsprechend auch ein Zertifikat mitbekommen und mit dem die Möglichkeit bekommen, dann auch Dienstleistungen, körpernahe Dienstleistungen, gesichtsnahe Dienstleistungen, tagesaktuelle in Anspruch zu nehmen. Im Falle eines positiven Testergebnisses ist man direkt angewiesen worden, sich abzusondern. Und dann dementsprechend ist auch ein PCR-Test nochmal zur Bestätigung dieses Ergebnisses verpflichtend. Auch der ist dann kostenlos. Und jetzt kann man sich natürlich ausrechnen bei 16 Testzentren in der Hauptstadt. Da kommt man eben auch schnell an die Grenzen, wenn man wirklich jedem Berliner ein Angebot machen will. Deswegen hat die Gesundheitssenatorin schon angekündigt, morgen sollen weitere fünf Standorte dazukommen. Perspektivisch dann eben auch noch die Apotheken, die Hausärzte und weitere private Dienstleister, sodass nach und nach ein gesamtes Netzwerk entstehen soll. Soweit Daniela Will. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, bald auch Jüngere zu impfen. Söder will auch mehr Impfstoff in Corona-Hotspots anbieten, etwa an der Grenze zu Tschechien. So könnten auch Pendler für Impfungen in Frage kommen. Junge Menschen sollen dann bei entsprechender Verfügbarkeit von Impfdosen bald folgen, so Söder. Da kann ich mir dann in der breiten Form vorstellen, sowohl neben den Hausfachärzten, den Betriebsärzten für die großen Betriebe kann ich mir sehr gut vorstellen, sowohl Schulärzte damit zu betreuen, damit zum Beispiel die jetzt für den Impfstoff, wenn er ältere zugelassen ist, in der Schule auch ein Reihen, was die älteren Klassen impfen können. Und ich kann mir sowas auch an der Uni beispielsweise vorstellen, um da einfach mehr Freiheit zu bekommen. Das ist für mich ganz entscheidend. Also es geht letztlich nur über mehr Impfen und auch mehr Testen an der Stelle. Aber zum Glück ist es so, dass der Distanzunterricht in der Hochschule immer schon von vornherein leichter funktioniert hat, weil ja Hochschule ein anderes Lernen erfordert als in der Schule. Das ist ja der Unterschied. Und wir schieben gleich die aktuellen Corona-Zahlen hinterher. Wie immer nach dem Wochenende sind sie allerdings nicht ganz vollständig, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre aktuellen Daten sofort an das Robert-Koch-Institut weiterleiten. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 Positiv-Tests registriert. Das sind 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden zudem mehr als 7.654.000 Impfdosen bundesweit verabreicht. Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Außerdem sei auch seine Frau infiziert. Das teilte das syrische Präsidialamt mit. Beiden gehe es aber gesundheitlich gut. Sie hätten leichte Symptome verspürt und sich daraufhin einem PCR-Test unterzogen. Das Paar werde sich für zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Falls die Queen jemals geglaubt haben sollte, dass ihre Regentschaft durch nichts stärker erschüttert werden könnte, als durch die Trennung von Charles und Diana und den Tod ihrer Schwiegertochter wenig später, dann irrt sie. Ihr Enkel Harry und seine Ehefrau Meghan haben jetzt in einem TV-Interview eine ganze Serie von PR-Bomben abgefeuert, die die Grundmauern des Buckingham-Palastes ins Wanken bringen können. Mehr dazu von Nadine Janz und Stefan Wittmann. Es war die Traumhochzeit, die für Prinz Harry und Meghan Markle gar keine war. Das hier war nur für die Welt, wie Meghan jetzt erklärt. Sie und Harry wurden schon drei Tage vorher ganz privat verheiratet. Zwei Stunden lang dauert das Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, in denen Meghan erzählt, wie sie von Beginn an im Königshaus gelitten hat. Jeder in meinem Umfeld versprach, mich zu beschützen. Und ich habe es geglaubt. Aber ich realisierte, dass ich eben nicht beschützt wurde und dass Lügen über mich verbreitet wurden. Niemand habe sie auf die Zeit im Königshaus vorbereitet. Monatelang durfte sie nicht raus. Sie habe sich einsam wie nie gefühlt. Und mit dem Baby kam das Unfassbare für Meghan. In den Monaten, als sie schwanger war, hatten wir Gespräche darüber, dass er keinen Titel bekommt und keine Security. Und darüber, wie dunkel seine Haut wohl sein würde und was das bedeuten würde. Rassismus im Königshaus. Wer diese Gespräche mit Harry und Meghan geführt haben soll, will sie nicht sagen. Dennoch, auch die Boulevardpresse setzt beide unter Druck. Sie fühlen sich verfolgt, eingeengt. Meghan wird depressiv und erzählt unter Tränen. Ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Hilfe bekommen haben sie keiner. Es könne der königlichen Institution schaden. Prinz Harry, der darin eine Wiederholung der Geschichte mit seiner Mutter sieht, findet dann klare Worte über diese Zeit. Ich saß in der Falle des Systems. Ich merkte das selbst nicht, bis ich Meghan kennenlernte. Mein Vater und mein Bruder sind noch gefangen. Sie können nicht gehen. Doch Harry und Meghan tun es, auch wenn sie alles verlieren. Das Verhältnis zur Queen sei dennoch gut. Mit seinem Bruder habe er sich auseinandergelebt. Und zu seinem Vater sagte er, ich fühle mich fallen gelassen. Denn er weiß doch, wie sich Schmerz anfühlt und hat etwas Ähnliches durchgemacht. Und Archie ist ein Enkel. Ich werde ihn immer lieben. Aber es gibt sehr viel Schmerz. Ein Interview, das die Welt wohl so schnell nicht vergessen wird, glauben Experten. Dieses Interview wird die Wahrnehmung der Königsfamilie grundlegend verändern. Und auch darüber, wie diese Institution Menschen behandelt. Auch enthüllt wurde mehr über Baby Nummer zwei. Zumindest über das Geschlecht. Ein Mädchen wird es. Beide seien glücklich, so wie sie leben und bereuen nicht den Weg, den sie gegangen sind. Da fragen wir nochmal nach. Zugeschaltet sind Arndt Striegler aus London und Nancy Lanzendörfer aus Washington. Arndt, zunächst zu dir. Wie schädlich war denn jetzt dieses Interview für die königliche Familie? Steht da im Buckingham Palace bald kein Stein mehr auf dem anderen? Nun, wie wir sehen können, hinter mir im Buckingham Palace stehen zumindest die Steine noch aufeinander. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Afternoon Tea, der da heute Nachmittag zelebriert wird, deutlich weniger gut schmecken dürfte. Denn was Harry und Meghan da gestern Abend, gestern Nacht im amerikanischen Fernsehen aufgetischt haben, das ist wahrlich starker Tobak. Rassismus im Königshaus, Selbstmordgedanken, Prinz Charles, der seinen Sohn einfach hat fallen lassen und, 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 und. Wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass Harry und Meghan ganz leise gehen würden, sich ganz leise aus diesem Königshaus verabschieden würden. Allerdings, dass es so ein Getöse aus Amerika geben würde. Nun, damit hat hier in London eigentlich niemand gerechnet. Dementsprechend ist man einigermaßen schockiert. Gab es denn auch eine öffentliche Reaktion? Also vom Buckingham Palace weiß ich nicht. In den Zeitungen in jedem Fall, oder? In den Zeitungen mit Sicherheit. Die Zeitungen sind alle ziemlich anti-Meghan, anti-Harry mittlerweile. Den beiden wird vor allen Dingen vorgeworfen, dass das Land im Moment in einer schweren Krise steckt. Die Monarchie in einer Krise steckt. Die Königin sorgt sich im Alter von 94 Jahren um ihren Ehemann, der gerade eine Herzoperation in London überstanden hat, aber nach wie vor in der Klinik ist. Und den beiden, Harry und Meghan, wird vor allen Dingen vorgeworfen, dass sie jetzt gerade jetzt nicht diese PR-Offensive hätte starten sollen. Und also erst mal negative Reaktionen hier. Interessanterweise wird dieses Interview in Großbritannien erst heute Abend ausgestrahlt. Allerdings kann man davon ausgehen, dass morgen auch aus dem Buckingham Palace absolut keine Reaktionen dazu kommen werden. Aber 60 Millionen Briten werden dann genau wissen, was da gesagt worden ist. Arndt, bis hierhin erst mal vielen Dank. Wir gehen gleich weiter von London zu Nancy Lanzendorfer in Washington. Denn Harry und Meghan, die leben ja in Amerika. Und Nancy, das gab also Rassismusvorwürfe bei Oprah Winfrey im TV-Interview. Konnten die beiden das denn auch belegen oder beweisen? Ja, also Meghan spricht davon, dass es Sorgen und Gespräche im Palast gegeben haben soll. Und eben danach ging es die Frage, gab es, wie dunkel wohl die Hautfarbe ihres Kindes sein würde. Zu dem Zeitpunkt war Meghan noch schwanger mit dem ersten Kind. Und wir wissen heute dem Sohn Archie. Und Oprah Winfrey, die bekannte Talkshow-Ikone hier in den USA, die war geschockt, hat nochmal nachgefragt. Und Meghan hat dann klargestellt, dass Harry derjenige war, der damit konfrontiert worden war. Dass er mehrere Gespräche zu diesem Thema gehabt hat. Und eben, welche Personen aber, mit welchen Personen er gesprochen hat, das hat Meghan nicht gesagt. Er hat gesagt, das wäre very damaging, also sehr schädlich. Und natürlich wird jetzt auch im Internet diskutiert, wer hat da möglicherweise mit Harry gesprochen. Was wir bisher wissen ist, dass es zumindest nicht die Großmutter, also nicht die Queen und auch nicht der Großvater war. Weiß man eigentlich, was die beiden für diesen Seelen-Striptease bei Oprah bekommen haben? Gab es da ein Honorar? Ist da irgendwas bekannt geworden? Ja, so des Geldes wegen haben sie das Interview wohl nicht gegeben, Oprah Winfrey. Denn Meghan hat zu Beginn des Interviews Oprah gegenüber bestätigt, dass sie kein Geld für dieses Interview bekommen habe, beziehungsweise bekommen wird. Also das die Bestätigung von Meghan im Interview. Die Frage auch, warum jetzt? Oprah Winfrey ist auch danach gefragt worden. Und sie ist der Meinung, dass eben beide das jetzt eben machen können, dass sie bereit waren, dass jetzt die Zeit für sie war, das Interview zu geben nach jahrelangen Lügen, die über sie verbreitet worden sind. So die Worte von Oprah. Also jetzt quasi, dass sie ihren Stand der Dinge klarstellen wollen, so wie sie die Dinge sehen. Nancy, vielen Dank für die Einordnung. Nach Washington, Dankeschön. Anderes Thema. Anlässlich des Weltfrauentages haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu mehr weiblichem Pioniergeist in der Digitalisierung aufgerufen. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutierten sie dazu mit Expertinnen unter anderem aus der Wirtschaft, Kultur, den Medien und der Wissenschaft. Es geht um Chancen und Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier. Das Ziel aber habe man noch lange nicht erreicht. Am Weltfrauentag stellt sich natürlich die Frage, wie gleichberechtigt sind denn Frauen aktuell in Deutschland? Im Job, in den Familien, aber eben auch in der Sprache. Dazu Paul Sonntag. Ja, das ist eine Frage, die wird nicht nur kontrovers, sondern vor allem auch immer emotionaler geführt. Woran liegt das? Das liegt sicherlich auch daran, es geht nicht nur um die Sprache, die geschriebene Sprache, die Schrift quasi, sondern es geht eben auch darum, wie spricht man es aus. Da kommen wir später dazu. Wie sehr werden Frauen in der deutschen Sprache tatsächlich benachteiligt? Darüber wird gestritten eigentlich fast schon, kann man sagen. Wir haben mal ein Beispiel rausgesucht, das ein bisschen zeigt, was eigentlich auch das Hauptargument derer ist. Die sagen, wir brauchen da gewissermaßen eine Reform. Wenn wir uns vorstellen, ein Krankenhaus hätte 99 Ärztinnen angestellt, dann würde man immer von Ärztinnen sprechen. Dann wäre auch in den entsprechenden Berichten immer von Ärztinnen die Rede. Sobald jetzt aber ein männlicher Arzt eingestellt würde, dann hätte man ab jetzt eben in allen Berichten rundherum um die lebensrettenden Ärzte immer nur die Sprachform die Ärzte. Das ist der Plural, der dann gebildet wird und der ist eben vor allem männlich konnotiert. Und deswegen fühlen sich da viele benachteiligt oder einfach nicht erwähnt diskriminiert. Die große Frage ist dann natürlich, wie könnte man das lösen? Was sind die Lösungsansätze? Welche Beispiele hätte man, um hier vielleicht auch andere Formulierungen zu finden? Und da fängt eigentlich die Diskussion erst so richtig an. Das Gendersternchen dürfte inzwischen jedem ein Begriff sein. Da kommt nämlich noch eine weitere Ebene dazu. Man sucht nicht nur nach Alternativen, die beide Geschlechter abbilden, sondern auch eine Alternative, die eben alle Menschen mit einschließt, die sich vielleicht gar keinem Geschlecht zugeordnet fühlen. Das wäre im Prinzip das Sternchen als Platzhalter, wenn man so möchte. Die vielleicht älteste Form, das Binnen-I, hat sich eigentlich etwas überholt inzwischen. Das war in den 80ern dann schon im Gespräch, aber da sagt man, das ist so nah an der weiblichen Pluralform. Das ist dann schon wiederum eine Diskriminierung möglicherweise eben für die Männer. Dann gibt es noch den Unterstrich, das ist eine Art Platzhalter. Das könnte dann eben wieder die diskriminieren, die möglicherweise sich eben weder männlich noch weiblich zugeordnet fühlen. Und das ist der im Moment vielleicht Favorit, das modernste, das was im Trend ist, Bürgerinnen. Also quasi mit dem Doppelpunkt, aber nicht so wie ich es gerade ausgesprochen habe, sondern, und da sind wir eben beim Sprachlichen, mit einer leichten Zäsur, also BürgerInnen, um auch im Sprachgebrauch hier diese Pause zu haben und möglicherweise beide Geschlechter und eben auch jene, die sich nicht zugeordnet fühlen, dann dort auch zu berücksichtigen. Jetzt ist die Frage, wie findet das möglicherweise irgendwann wirklich Eingang in den Alltag auch? Und da ist ganz entscheidend, wie sehen das eigentlich die Deutschen? Da gibt es auch Umfragen inzwischen dazu. Und das ist wiederum das Hauptargument auch der Gegenseite, die sagen, es gibt gar keine echte Mehrheit für eine Reform, beispielsweise dann im Duden natürlich oder noch viel drastischer, möglicherweise irgendwann auch in Gesetzestexten oder eben auch dem Grundgesetz beispielsweise, das umzuformulieren in gendergerechte Sprache. Und hier sehen wir, 14 Prozent geben an, ja, Gleichberechtigung sollte auch in der Sprache stattfinden. Und das hier ist die große Unbekannte. 41 Prozent sagen, ja, das ist wichtig, aber man sollte es auch nicht übertreiben. Also so eine, ja, abgeschwächte Zwischenposition, das sind die Unentschlossenen mehr oder weniger. Und hier sehen wir aber auch, 36 Prozent sind dagegen, keine sprachliche Veränderung und 10 Prozent ist es vollkommen egal. Was man aber auch sieht, und das ist auch noch wichtig zu wissen, vor allem die Jüngeren, also die unter 40-Jährigen, sind da offener als die Älteren. Und man hat das Gefühl, die Diskussion hat gerade erst angefangen und sie ist in jedem Fall auch immer wieder sehr emotional. Wir machen eine kurze Pause und dann spreche ich gleich mit Carsten Schneider, dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, über den Maskenskandal bei der Union. Bleiben Sie bei uns. Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist positiv auf Corona getestet worden. Außerdem sei auch seine Frau infiziert, heißt es. Das teilte das syrische Präsidialamt mit. Beiden gehe es aber gesundheitlich gut. Sie hätten leichte Symptome verspürt und sich daraufhin einem PCR-Test unterzogen. Das Paar werde sich für zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Die Corona-Pandemie sorgt für einen Rückgang der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus der Kriminalstatistik 2020 hervor, die NRWs Innenminister Herbert Reul vorgestellt hat. Durch die Pandemie habe es aber eine deutliche Zunahme in den Bereichen Betrug und Online-Kriminalität gegeben. Erstmals wurden auch Zahlen zu häuslicher Gewalt ausgewertet. Diese seien deutlich gestiegen. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen auch erstmals Straftaten, die vor der Pandemie nicht im Fokus waren. Wenn man so will, stiegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz an. Wir haben 529 Fälle gezählt. Das sind Beispiel Verstöße gegen eine Quarantäneanordnung. Da sind jetzt nicht gemeint fehlende Mund-Nasen-Schutz, das ist nämlich Ordnungswidrigkeit. Eine weitere Kategorie im Zusammenhang mit Corona ist Subventionsbetrug. Es gab Subventionsbetrug auch vorher, aber sehr gering. 2018 gab es 18 Fälle, 2019 auch 18 und 2020 dann 2965. Und die meisten davon im Zusammenhang fast 97,6 Prozent im Zusammenhang mit Corona. Das sind natürlich die Corona-Soforthilfen, die vom Staat ausgezahlt werden. Der Gesamtschaden wagt bei fast 30 Millionen Euro. Soweit Herbert Reul. Anlässlich des Weltfrauentages haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu mehr weiblichem Pioniergeist in der Digitalisierung aufgerufen. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutieren sie dazu heute mit Expertinnen, unter anderem aus der Wirtschaft, Kultur, den Medien und der Wissenschaft. Es geht um Chancen und Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier. Das Ziel aber habe man noch lange nicht erreicht. Die Corona-Pandemie hat, wie so vieles auch, den Alltag der meisten Familien auf den Kopf gestellt. Zur ganz alltäglichen Hausarbeit kamen mindestens noch Homeoffice und Homeschooling dazu. Doch wie wird eigentlich diese Mehrbelastung innerhalb der Familie aufgeteilt? Max Hermes. Spülmaschine, Wäsche, Kinderbetreuung organisieren. An Homeoffice-Tagen wechselt Stefanie Dietz ohne Pause zwischen ihrem Hauptjob als Ingenieurin und ihrer Nebentätigkeit als Managerin der Familie. Ihr Mann Fabian dagegen fährt weiterhin täglich zur Arbeit und nimmt sich danach beim Haushalt frei. Der Mann hat keine Nerven mehr, wenn der nach sechs, sieben, acht Stunden arbeiten, von der Arbeit heimkuchen, noch viel im Haushalt macht. Zwar haben Männer in der Pandemie bei Hausarbeit und Kinderbetreuung aufgeholt. Während sie sich 2018 nur 3,3 Stunden pro Tag zuständig fühlten, waren es im vergangenen Jahr schon 5,6. Aber Frauen leisteten schon vor der Pandemie mehr und legten dann noch eine Schippe drauf. Sie stellen sich jetzt 7,9 Stunden pro Tag in den Dienst der Familie. Das sind 2,3 Stunden mehr als die Männer. Auch die Bundeskanzlerin mahnt. Wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen. So sind es doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meistern. Doch es geht auch anders. Wo sich die Partner schon vorher den Haushalt geteilt oder unterstützt haben, klappt das jetzt noch besser. Mir ist Last abgenommen. Ist das so? Ja. Und er macht mehr Küche und ich mache mehr Wäsche. Diese Aufteilung gibt es bei Familie Dietzen nicht. Hier muss die Pandemie erst enden, damit die Kinder wieder öfter bei Oma und Freunden sind und Mama Stefanie etwas mehr Zeit für sich hat. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Der unter Druck geratene CDU-Politiker Nikolaus Löbel tritt wegen der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken zurück. Er lege sein Mandat nieder, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden. Das teilte Löbel mit. CDU-Chef Laschet hatte seinen Rücktritt gefordert. Nicht nur er. Und der CSU-Parlamentarier Nüßlein ebenfalls in einer Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Corona-Masken verwickelt, hatte zuvor erklärt, er wolle bis zur Wahl im Herbst als Fraktionslose im Bundestag bleiben. SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. In der Schweiz dürfen sie. Und weiter geht's bei Welt. Hallo und herzlich willkommen. Nach dem Rücktritt des CDU-Abgeordneten Nikolaus Löbel wegen der Affäre um dubiose Geschäfte mit Corona-Masken hat nun der CSU-Parlamentarier Georg Nüßlein seinen Austritt aus seiner Partei verkündet. Er hatte zuvor erklärt, er wolle bis zur Wahl im Herbst als Fraktionsloser im Deutschen Bundestag bleiben. CDU-Abgeordneter Löbel legte zuvor sein Bundestagsmandat nieder, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden. CDU-Chef Armin Laschet hatte zuvor seinen Rücktritt gefordert. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen sollen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Und auch CSU-Generalsekretär Markus Blume hat sich zu Nüßleins Partei-Austritt geäußert. Die CSU nimmt die Entscheidung von Dr. Georg Nüßlein zur Kenntnis, seine Mitgliedschaft in der CSU zum heutigen Tage zu beenden. Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden. Wir sind bestrebt, alles zu unternehmen, um verlorengegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Wir tun das auch im Namen von tausenden Funktions- und Mandatsträgern der CSU, die sich mit ihrem persönlichen Engagement Tag für Tag für das Gemeinwohl, für das Land, für die Menschen in diesem Land einsetzen. Da wollen wir doch noch mal nachhaken. Zugeschaltet ist jetzt Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD. Herr Schneider, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, hallo. Reicht Ihnen denn jetzt die Aufarbeitung der sogenannten Maskenaffäre bei CDU und CSU oder fordern Sie da mehr? Naja, es sind bisher jedenfalls sehr viele Kollegen aus der Union gewesen, die sich dort in skandalöser Weise bereichert haben. Ich würde nicht so weit gehen und ich gehe auch nicht so weit sagen, das ist ein Problem von CDU und CSU. Aber Sie sollten jetzt gemeinsam mit uns glaubwürdig das Lobbyregister in Deutschland in den Bundestag bringen und zum Zweiten Transparenzpflichten, was Beteiligung an Unternehmen, von Abgeordneten betrifft, aber auch was Zufalldienste betrifft, deutlicher noch im Bundestag mit zu beschließen und klar zu machen. Ich halte jedenfalls das Ausmaß an Schaden, den das an der Demokratie jetzt gemacht hat, für sehr, sehr groß. Die Leute unterscheiden auch nicht, ob das CDU, SPD oder Grüne Abgeordnete sind. Lars Klingbeil, der sagt ja, die beiden Herren sollen ihre Honorare, das sind ja immerhin mehrere hunderttausend Euro, zurückzahlen. Ist das juristisch überhaupt machbar? Das ist eine Frage der Moral. Wer Abgeordnete ist, bekommt eine die Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. Dafür stehe ich auch immer. Und dann verbietet es sich, dass man mit der Not der Menschen Geschäfte macht und Profite in einem Ausmaß, wie ich sie mir hätte nicht vorstellen können, weil es geht ja hier nur um eigentlich Pfennigartikel. Wie kann man denn jetzt mehr Transparenz schaffen über die Nebengeschäfte von Abgeordneten? Sie haben das ja schon angedeutet, ein entsprechendes Register, aber da haben sich ja gerade Union und auch FDP in der Vergangenheit immer sehr gesträubt. Ja, ich habe das in der letzten Woche noch im Bundestag mit der CDU verhandeln können. Ich glaube, dass der Druck aus dieser ganzen Masken-Geschichte auch dazu geführt hat, dass die CDU sich endlich bewegt hat. Wir fordern das seit zehn Jahren. Wir gehen jetzt in den Gesetzgebungsprozess rein und das heißt Transparenz ist ganz entscheidend. Und ein zweiter Punkt sind die Fragen, darf an Abgeordnete persönlich gespendet werden? Ich meine, nein, wie hoch sind die Grenzen, bis zu denen das geheim ist und nicht veröffentlicht werden muss, bis jetzt 10.000, kann man runtergehen. All das sind Fragen, die ich jetzt gern noch in dieser Legislatur mit der Union gemeinsam voranbringen würde, um das Vertrauen, das durch ihre Abgeordneten, Kollegen von CDU und CSU zerstört wurde, wieder herzustellen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, um letztendlich Deutschland und die Demokratie und die Abgeordneten miteinander wieder zu versöhnen. Jens Spahn will jetzt ja zudem ein Register veröffentlichen, in dem alle Politiker verzeichnet sein sollen, die mit diesen Maskendeals etwas zu tun gehabt haben. Ist das überhaupt mit dem Datenschutzrecht vereinbar? Ja, also grundsätzlich gibt es das Informationsfreiheitsgesetz. Dann können fast alle statisches Handeln nachgefragt werden. Man muss jetzt nur zwei Dinge voneinander unterscheiden. Es ist ganz legitim, dass Abgeordnete sich, wenn Firmen aus ihrem Wahlkreis kommen, sagen, gucken Sie sich das bitte mal an im Ministerium. Nur man bekommt kein Geld dafür. Man macht das pro Bono, weil man natürlich seine Diäte hat. Und das darf man nicht mit, also quasi nicht verwechseln. Bei dem einen ist es sogar strafrechtlich relevant, bei dem anderen ist es moralisch überhaupt nicht integer. Da bitte ich dann einfach ein bisschen um Sachlichkeit. Wir haben da momentan gerade Tonprobleme. Ich hoffe, dass das noch weiter funktioniert, dass die Leitung bestehen bleibt. Herr Schneider, Sie sind ja selbst als Geschäftsführer für das Reglement in Ihrer Fraktion zuständig. Wie stellen Sie denn in Ihrer Fraktion sicher, dass der Einfluss der Abgeordneten da nicht für Lobby-Tätigkeiten oder Nebengeschäfte genutzt wird? Also ich kann das für diese ganze Maskenfrage sagen. Da hat keiner unserer Kollegen irgendeiner Weise Geld verdient. Das verbietet sich. Da ist der moralische Kompass der SPD klar. Und ich bin dafür, dass Abgeordnete ihre Nebentätigkeiten alle offenlegen müssen. Und dort noch eine stärkere Transparenz herrscht. Aber wir haben da in der SPD kein Problem. Das ist ein Problem von CDU und CSU. Und ich fordere die jetzt auch, dies auch zu lösen. Soweit Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Blumen, Bücher, Heimwerkerbedarf. Der Einzelhandel darf seit heute in den meisten Bundesländern wieder öffnen. Endlich rufen die einen. Viel zu früh meinen dagegen die anderen. Entscheidend ist der Inzidenzwert in der jeweiligen Region oder dem Bundesland. Albo Allers. Schlange stehen für den Shopping-Spaß. Das bisschen Warten halten die Kundinnen und Kunden im Holzen-Center in Neumünster jetzt auch noch aus. Hauptsache, der Handel hat wieder auf. Man kann endlich die Sachen anfassen. Man kann sie richtig sehen. Man braucht nicht immer ständig irgendwas zurückschicken. Ich habe mir eine schöne Jacke gekauft, die beim Angebot und die ist Hammer. Neumünsters Inzidenz liegt unter 50. Damit dürfen alle Geschäfte öffnen. Nur die Anzahl der Kaufwilligen ist je nach Ladenfläche begrenzt. Die Polizei schaut hier und da nach dem Rechten. Auch im bayerischen Erding liegt die Inzidenz unter 50. Wetter und Einzelhandel laden zum Bummeln ein. Ich finde es wirklich wunderbar. Ich schaue jetzt erst einmal, was alles auf hat und wie weit man rein darf. Man sieht ja, dass die Parkplätze sind voll. Die Leute sind in den Geschäften drin. Es ist alles positiv. Gartencenter, Buch- und Blumenläden haben fast überall geöffnet. Da, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, wird wenigstens teilweise mit Terminbuchung geöffnet. Wo gar nichts geht, machen sich viele auf den Weg. Beispiel Berlin. Feiertagsbedingt alles zu. In Potsdam hingegen haben die Läden geöffnet. Toll, deswegen sind wir auch hierher gekommen. Wir sind aus Berlin. Wir haben ja Feiertag heute. Wir kommen aus Berlin und wir dachten, gehen wir mal hier hin und gucken, wie es sich anfühlt. Aber nicht nur shoppen macht Spaß. In München wird der erste Besucher des Deutschen Museums mit Blumen begrüßt. Denn auch das ist ab heute wieder möglich. Museen und auch Zoos lassen je nach Inzidenz mal mit, mal ohne Termin wieder Menschen ein. Endlich wieder ein Stück Normalität in diesen verrückten Zeiten. Endlich. Derjenigen, die Jens Spahn als Ankündigungsminister verspotten. Sie waren ja gerade eben bei uns beim Testzentrum und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie positiv getestet wurden. Heißt, ab in Quarantäne Termin für einen PCR-Test vereinbaren. Um 10 Uhr morgens ging es hier in Freiburg los. Im Rekordtempo hat die Stadt das Zentrum hochgezogen. Von Bund, Ländern und Kommunen wünscht sich die Leiterin vor allem bessere Kommunikation. Die Abrechnung auch der Test, das weiß ich noch gar nicht, wie das läuft, woher ich das Geld letztlich kriege. Ich mache jetzt einfach mal die Tests und hoffe, dass das dann im Laufe der Woche noch geregelt wird. Hoffen also statt Planungssicherheit. Und nicht überall sind Schnelltests bereits ausreichend vorhanden. Scharfe Kritik gibt es am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Die Testverordnung kam viel zu spät, bemängelt etwa die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände. Die jetzt versucht, irgendwie hinterher zu hechten. Das war jetzt so unfassbar dynamisch, wenn man das positiv ausdrückt, dass es nicht für alle schon möglich wird, in dieser kurzen Zeit ein Testzentrum zu werden und diese Tests durchzuführen. Bereits einen Schritt weiter, denkt ein Städtchen in Sachsen. Mit einem negativen Schnelltest soll jeder Bürger oder Tourist Augustusburgs eine digitale Eintrittskarte bekommen. Für Läden, Restaurants und Hotels. Gültig für drei Tage. Jede einzelne Destination verfügt über Scanner, die dann über das Abscannen dieser Barcodes A sozusagen registrieren, wer war wann wo. Und B natürlich die Prüfung machen, ist es jemand, der zugelassen ist oder nicht. Am kommenden Montag soll das Projekt an den Start gehen. Das Ziel, dem Rest Deutschlands zeigen, wie mit Schnelltests der Exit aus dem Lockdown gelingt. Und wie eine Rückkehr zu ein bisschen mehr Normalität aussehen kann. Und hier haben wir für Sie die aktuellen Corona-Zahlen. Wie immer nach dem Wochenende sind sie nicht ganz vollständig, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre aktuellen Daten sofort an das Robert-Koch-Institut weiterleiten. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 positive Tests registriert. Das sind 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden mehr als 7.654.000 Impfdosen bundesweit verabreicht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, bald auch Jüngere zu impfen. Söder will auch mehr Impfstoff in Corona-Hotspots anbieten, etwa an der Grenze zu Tschechien. So könnten auch Pendler für Impfungen in Frage kommen. Junge Menschen sollen dann bei entsprechender Verfügbarkeit von weiteren Impfdosen bald folgen, so Söder. Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Außerdem sei auch seine Frau infiziert. Das teilte das syrische Präsidialamt mit. Beiden gehe es aber gesundheitlich gut. Sie hätten leichte Symptome verspürt und sich daraufhin einem PCR-Test unterzogen, heißt es. Das Paar werde sich für zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Die Corona-Pandemie sorgt auch für einen Rückgang der Kriminalität, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus der Kriminalstatistik 2020 hervor, die NRW-Innenminister Herbert Reul vorgestellt hat. Durch die Pandemie habe es aber deutliche Zunahmefälle in den Bereichen Betrug und Online-Kriminalität gegeben. Erstmals wurden auch Zahlen zu häuslicher Gewalt ausgewertet. Diese seien deutlich gestiegen. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen auch erstmals Straftaten, die von der Pandemie nicht so im Fokus standen. Wenn man so will, stiegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz an. Wir haben 529 Fälle gezählt. Das sind Beispiel Verstöße gegen eine Quarantäneanordnung. Da sind jetzt nicht gemeint fehlende Mund-Nasen-Schutz, das ist nämlich Ordnungswidrigkeit. Eine weitere Kategorie im Zusammenhang mit Corona ist Subventionsbetrug. Es gab Subventionsbetrug auch vorher, aber sehr gering. 2018 gab es 18 Fälle, 2019 auch 18 und 2020 dann 2965. Und die meisten davon im Zusammenhang, fast 97,6 Prozent im Zusammenhang mit Corona. Das sind natürlich die Corona-Soforthilfen, die vom Staat ausgezahlt werden. Der Gesamtschaden wagt bei fast 30 Millionen Euro. Soweit Herbert Reul und wir schauen damit nach Minneapolis, denn dort beginnt heute der Prozess gegen Derek Chauvin, also den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft spricht von Mord und das scheinen die Videos auch zu beweisen. Heute beginnt zunächst die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle, der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen. Man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Und aus Minneapolis live zugeschaltet ist jetzt Steffen Schwarzkopf. Steffen, welche Erwartungen hat man denn an diesem Prozess und was passiert da gerade bei dir? Also die Erwartungen, die könnten, glaube ich, kaum größer und höher sein. Und die Hoffnung, glaube ich, auch, um das hier mal zu zeigen. Eine Demonstration, die vor ungefähr drei Stunden begonnen hat, rund um das Gerätsgebäude ziehen. Diese Demonstranten haben immer wieder Stops unterwegs, wo dann verschiedene Sprecher auftreten, wo es natürlich Forderungen gibt. Forderungen vor allem, was Polizeireformen angeht. Das ist das, was die Menschen hier wollen, eine Polizeireform und mehr Gerechtigkeit. Das ist auch das, was wir immer wieder hören. Und dementsprechend natürlich die Erwartungen gewaltig, was diesen Prozess angeht. Und vor allem, was dann auch das Urteil angeht. Natürlich wollen die Leute hier eine Maximalstrafe. Und das heißt eben 40 oder mehr Jahre. Ob es denn dazu kommt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber noch einmal, die Emotionen, die Erwartungen, die Gefühle, die sind enorm. Wie schwierig ist es denn, in dieser aufgeheizten Atmosphäre überhaupt an Geschworene heranzukommen? Denn das muss ja vor dem Prozess noch geschehen. Genau, also man hat mehrere hundert Personen angesprochen, angeschrieben, die haben Fragebögen ausfüllen müssen. Und natürlich hat die Verteidigung kein großes Interesse daran, eine eher weiße Jury zu besetzen. Und natürlich haben die Ankläger ein Interesse daran, eine eher gemischte, eine afroamerikanische Jury zu besetzen. Und da muss der Richter halt den Mittelweg entsprechend finden. Noch ein Wort zur Verteidigung. Die setzt darauf, dass es einen Freispruch geben wird. Derek Chauvin, der Polizist, habe Gewalt in einem ansprechenden Maße angewandt, so heißt es. Und George Floyd sei gestorben, nicht aufgrund der Gewalteinwirkung, sondern aufgrund von Drogen, die er vorher genommen hatte. Und aufgrund von Vorerkrankungen. Also das ist die Karte, auf die die Verteidigung setzen wird bei diesem Prozess. Spannende Tage und Wochen. Du wirst uns weiter auf dem Laufenden halten. Steffen, vielen Dank nach Minneapolis. Falls die Queen je geglaubt haben sollte, dass ihre Regentschaft durch nichts stärker erschüttert werden konnte, als durch die Trennung von Charles und Diana und den Tod ihrer Schwiegertochter vor mehr als zwei Jahrzehnten, dann irrt sie. Ihr Enkel Harry und seine Ehefrau Meghan, die haben jetzt in einem TV-Interview eine ganze Serie von PR-Bomben abgefeuert, die dazu geeignet sind, die Grundmauern des Buckingham-Palastes ins Wanken zu bringen. Mehr von Nadine Janz und Stefan Wittmann. Die Traumhochzeit, die eigentlich keine war. Schon drei Tage vorher hatten Meghan und Harry heimlich geheiratet, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Abgeschottet vor allem von der königlichen Familie fühlte sich Meghan. Monatelang durfte sie den Palast nicht verlassen. Unter Tränen erzählt sie von Suizidgedanken. Es war beschämend, das zuzugeben, gerade gegenüber Harry, weil ich weiß, wie viel Verlust er erleiden musste. Aber ich wusste, wenn ich es nicht sage, dann würde ich es machen. Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Hilfe, so sagt sie es im Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, wurde ihr vom Palast verwehrt. Stattdessen sollen hinter den Palastmauern rassistische Äußerungen gefallen sein, als sie mit Sohn Archie schwanger war. In den Monaten, als ich schwanger war, ging es immer darum, dass er keine Security bekommt und keinen Titel. Und auch um Bedenken, wie dunkel seine Hautfarbe sein würde. Wer diese Gespräche mit Meghan und Harry geführt haben soll, bleibt ein Geheimnis. Harry sieht in den Schikanen gegen seine Frau Parallelen zu seiner Mutter Diana und fühlt sich machtlos. Gefangen im System, so fühle ich mich wie der Rest meiner Familie. Mein Vater, mein Bruder, sie sind gefangen und sie können nicht einfach gehen. Ein Interview mit Sprengkraft. Das Tischtuch zwischen der Familie scheint zerschnitten. Das nehmen die im Übel, dass man ins eigene Nest scheißt so ungefähr. Das macht ein Reuel vielleicht auch nicht. Ja, so ein bisschen wehleidig zu klagen, dass alles schrecklich war. Dabei ist derzeit auch nicht alles schrecklich. Eine frohe Botschaft hatten Meghan und Harry dann doch noch. It's a girl. Es ist ein Mädchen. Oh yeah. You could have a daughter. Wow. It's a girl. Anderes Thema. Der 8. März ist Weltfrauentag und Berlin ist das einzige Bundesland, das daraus einen Feiertag gemacht hat. Das heißt aber nicht, dass nicht auch anderswo über Gleichbehandlung und Gleichstellung diskutiert wird. 2021 liegt vor allem die sprachliche Gleichbehandlung im Fokus. Gendergerechte Ausdrucksweise ist für die einen ja längst ein Muss, für die anderen ein lächerliches Sprachgebilde. Mehr von Lea Freist. Ich gender mit dem Doppelpunkt, weil ich finde, das sieht am besten aus. Im Arbeitskontext nutzen wir das hier, weil das beschlossen wurde. Das heißt, da kann ich nicht aus der Reihe tanzen. Privat nutze ich das Gendersternchen. Für manche ist gendergerechte Sprache schon Alltag. Andere lehnen sie völlig ab. Unstrittig für die Ehefrau des Bundespräsidenten. Frauen müssen sichtbarer werden. Dort, wo es um Einfluss geht, findet sich zu allermals ein Mann. Deshalb müssen Frauen weiter für die Gleichberechtigung kämpfen. Dass das Binnen-I, das Gendersternchen, der Doppelpunkt beim Kampf um Führungspositionen und gleiche Bezahlung wirklich eine Rolle spielen, ist jedoch sowohl für viele Männer als auch Frauen abwegig. Ich glaube nicht, dass die Frauenquote durch Innen erhöht wird. Da muss man andere Hebel in Bewegung setzen. Das Ziel ist löblich, aber dass es mitunter recht kranke Blüten treibt. Dass die eigene Sprache dann irgendwann sehr verkorkst und verkrümelt klingt. Doch Schlichtheit ist eben nicht alles. Für manche Sprachwissenschaftler ist sie genau das große Problem. Denn das gängige generische Maskulinum schließt zwar grammatikalisch alle Geschlechter ein, aber wie in diesem Beispiel, egal ob Ärztinnen in der deutlichen Überzahl sind, ist nur ein männlicher Mediziner dabei, spricht man im Plural schon von den Ärzten. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Sprache ändern und dann ändert sich wie durch Magie auch unsere Gesellschaft. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, solange wir weiterhin so sprechen, als ob die Welt nur aus Männern besteht, wird es uns schon sehr schwerfallen, uns vorzustellen, dass es auch anders sein könnte. Das heißt, wenn Frauen nur mit gemeint werden, werden sie häufig nicht mitgedacht. Eine Mehrheit haben Sternchen und Co. übrigens noch lange nicht. Gerade einmal 14 Prozent sind für eine völlige Gleichberechtigung in der Sprache. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit einem Blick auf den dubiosen Maskendeal, in den mehrere Unionspolitiker verwickelt sind und die Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Bis gleich. Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist positiv auf Corona getestet worden. Außerdem sei auch seine Frau infiziert, heißt es. Das teilte das syrische Präsidialamt mit. Beiden gehe es aber gesundheitlich gut. Sie hätten leichte Symptome verspürt und sich daraufhin einem PCR-Test unterzogen. Das Paar werde sich für zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Die Corona-Pandemie sorgt für einen Rückgang der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus der Kriminalstatistik 2020 hervor, die NRWs Innenminister Herbert Reul vorgestellt hat. Durch die Pandemie habe es aber eine deutliche Zunahme in den Bereichen Betrug und Online-Kriminalität gegeben. Erstmals wurden auch Zahlen zu häuslicher Gewalt ausgewertet. Diese seien deutlich gestiegen. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen auch erstmals Straftaten, die vor der Pandemie nicht im Fokus waren. Wenn man so will, stiegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz an. Wir haben 529 Fälle gezählt. Das sind Beispiel Verstöße gegen eine Quarantäne-Anordnung. Da sind jetzt nicht gemeint fehlende Mund-Nasen-Schutz, das ist nämlich Ordnungswidrigkeit. Eine weitere Kategorie im Zusammenhang mit Corona ist Subventionsbetrug. Es gab Subventionsbetrug auch vorher, aber sehr gering. 2018 gab es 18 Fälle, 2019 auch 18 und 2020 dann 2965. Und die meisten davon im Zusammenhang, fast 97,6 Prozent im Zusammenhang mit Corona. Das sind natürlich die Corona-Soforthilfen, die vom Staat ausgezahlt werden. Der Gesamtschaden wagt bei fast 30 Millionen Euro. Soweit Herbert Reul. Anlässlich des Weltfrauentages haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu mehr weiblichem Pioniergeist in der Digitalisierung aufgerufen. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutieren sie dazu heute mit Expertinnen, unter anderem aus der Wirtschaft, Kultur, den Medien und der Wissenschaft. Es geht um Chancen und Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier. Das Ziel aber habe man noch lange nicht erreicht. Der Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Deutschland nicht ganz vollständig am Wochenende, weil eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten mitgeteilt haben dem Robert-Koch-Institut. Seit gestern 5.011 Positiv-Tests, 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen auf 68. Außerdem meldet die Behörde 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden etwas mehr als 7.326.000 Impfdosen in Deutschland verabreicht. Der unter Druck geratene CDU-Politiker Nikolaus Löbel tritt wegen der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken zurück. Er lege sein Mandat nieder, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden. Das teilte Löbel mit. CDU-Chef Laschet hatte seinen Rücktritt gefordert. Nicht nur er. Und der CSU-Parlamentarier Nüßlein ebenfalls in einer Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Corona-Masken verwickelt, hatte zuvor erklärt, er wolle bis zur Wahl im Herbst als Fraktionslose im Bundestag bleiben. SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert, dass Löbel und Nüßlein das Geld für die Vermittlung der Maskengeschäfte zurückzahlen. Es geht jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Papst Franziskus beendet heute seine Irakreise, fliegt am Vormittag zurück nach Rom. Am Abend traf er sich mit dem Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und sprach ihm sein Beileid aus. Das Foto des toten Kindes, dessen Leiche 2015 an einem türkischen Strand gespielt wurde, hatte damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise weltweit für Entsetzen gesorgt. Zuvor hatte der Papst mit tausenden Gläubigen in Erbil eine Messe gefeiert. Er rief Zufrieden und Verständigung auf. In der Schweiz dürfen sich muslimische Frauen künftig nicht mehr verschleiern. Das ist das voraussichtliche Ergebnis einer Volksabstimmung. Nach Hochrechnungen des Schweizer Fernsehens votierten rund 52 Prozent der Wähler für das umgangssprachliche Burka-Verbot. Ziel der Maßnahme ist es, Gesichtsbedeckungen ohne medizinischen Zweck im öffentlichen Raum zu verbieten. Da es in der ganzen Schweiz nur wenige Dutzend Frauen geben soll, die eine Vollverschleierung tragen, dürfte das Verbot vor allem Touristinnen aus muslimisch geprägten Ländern treffen. Bei starken Explosionen im westafrikanischen Äquatorial Guinea sind hunderte Menschen verletzt worden. Die Detonationen hätten sich auf einem Militärkomplex der Stadt Bata ereignet, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Zahl der möglichen Todesopfer, die ist noch unklar. Nach Angaben lokaler Medien gab es drei aufeinanderfolgende Explosionen. Zahlreiche Gebäude seien zerstört oder beschädigt worden. In den Trümmern suchende Helfer nach Verschütteten. Die Ursache für die Explosionen war zunächst unklar. Im DFB-Pokal sind am Abend die Halbfinalpartien ausgelost worden. Dortmund spielt zu Hause gegen Holstein Kiel. Der Sieger aus dem Nachholspiel Jan Regensburg gegen Werder Bremen muss gegen RB Leipzig antreten. Angesetzt sind die Halbfinalpartien für den 1. und 2. Mai. Wir bleiben beim Fußball. Die Fußball-Bundesliga, der 24. Spieltag mit der Tabelle. Bielefeld und Union Berlin trennen sich torlos 0 zu 0. Köln spielt gegen Bremen, ebenfalls unentschieden, 1 zu 1 der Endstand. Bereits am Samstag verliert Gladbach gegen Leverkusen mit 0 zu 1. Frankfurt und Stuttgart trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Die Hertha holt drei Punkte gegen Augsburg, 2 zu 1. Freiburg-Leipzig 0 zu 3. Hoffenheim gewinnt gegen Wolfsburg 2 zu 1. Bayern München schlägt im Topspiel Borussia Dortmund mit 4 zu 2. Das Freitagabendspiel zwischen Schalke und Mainz endet torlos 0 zu 0. Der Blick auf die Tabelle nach dem... Und weiter geht's bei Welt. Schönen guten Abend. Die Empörung in Berlin ist groß über zwei Abgeordnete der Union. Sie versuchten sich an der Pandemie zu bereichern. 250.000 Euro Provision für einen Maskendeal kassierte der CDU-Politiker Löbel. Bei seinem CSU-Kollegen Nüßlein waren es sogar mehr als 600.000. Nun wurde der Druck aber so groß, dass beide die Reißleine zogen. Löbel verzichtete auf sein Abgeordnetenmandat, Nüßlein gar auf sein CSU-Parteibuch. Mehr von Michael Wöhlenweber. Maskenraffke Nikolaus Löbel warf als Erster das Handtuch. Nicht freiwillig, sondern unter massiven innerparteilichem Druck. Für die Vermittlung von rund 2 Millionen Masken hatte Löbel 250.000 Euro Provision kassiert. Ein Geschäft mit der Not. Unappetitlich. Um weiteren Schaden von meiner Partei abzuwenden, lege ich mein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder, ließ der 34-Jährige nun schriftlich mitteilen. Eine politische Karriere voll gegen die Wand gefahren. Ich bin der festen Auffassung, dass ein klarer Schnitt besser ist als ein Verlängern. Deswegen wäre der Weg von dem Kollegen Löbel auch der für den Kollegen Nüßlein der eindeutig bessere. Doch Rafke Nummer 2, Georg Nüßlein, versucht es weiter mit Rückzug auf Raten. Nüßlein kassierte 650.000 Euro mit Maskengeschäften, will sein Bundestagsmandat vorerst aber behalten, gab lediglich sein Parteibuch zurück. Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden. In der Union grassiert aber nun die Angst, dass noch mehr Fälle ans Tageslicht befördert werden. Schon fordert die FDP einen Maskensonderermittler. Es muss sichergestellt werden, dass innerhalb der Bundesregierung alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Um die Selbstreinigung unter Beweis zu stellen, will der Gesundheitsminister nun die Namen aller Vermittler von Maskendeals nennen. Der politische Flurschaden für die Union riesengroß. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird am Sonntag gewählt. Da droht der CDU nun der Rafke-Malus. Profitieren tut davon gar kein Politiker. Obwohl es nur Politiker aus der Union waren, beschädigt es die gesamte Politik. Unterdessen wird der Druck auf Nüßlein und Löbel weiter erhöht. Sie sollen ihre riesigen Provisionen spenden, heißt es in der Union. Das hieße Job weg, Geld weg, Reputation weg. Schlimmer geht nimmer. Daniel Franz steht vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Daniel, ist die Maskenaffäre für die Union damit ausgestanden? Oder könnte das Ganze im Superwahljahr den Parteien dann doch noch auf die Füße fallen? Unbedingt. Das Ganze kann auch richtig Fahrt aufnehmen. Denn diese Ankündigung des Gesundheitsministeriums, jetzt hier volle Transparenz herstellen zu wollen, das zeigt ja schon, dass da ja offenbar noch mehr Namen verstrickt sind. Jetzt muss man auch dazu sagen, diese Namen, die genannt werden, da geht es erst mal nur darum, um diejenigen, die Maskendeals vermittelt haben. Das heißt ja noch nicht, dass sie dafür auch Provisionen genommen haben. Aber natürlich steht dann der Verdacht im Raum. Man muss sich erklären. Und Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der hat ja bereits erklärt, man führt derzeit auch Gespräche mit denjenigen, die möglicherweise eben in solche Maskendeals verstrickt sind. Man führt nicht nur Gespräche, sondern man fordert auch Antworten. Also das zeigt schon, dass da möglicherweise auch aus den Reihen der Union eben noch mehr Namen bekannt werden. Ja, und das wäre natürlich verheerend. In diesem super Wahljahr, vor allem jetzt zum Auftakt, eben die Landtagswahlen, da ist ja bereits die CDU mit dem Rücken an der Wand, die Umfragewerte in den letzten Tagen ja weiter gebröckelt, wegen Unzufriedenheit wohl auch mit den Corona-Maßnahmen, wie sie derzeit laufen. Ja, und wenn jetzt natürlich noch diese Masken-Geschichte dazukommt, dann ist das natürlich ein schwerer Malus für die Union und ein sehr schwerer Start in dieses Wahljahr auch für den CDU-Parteichef Armin Laschet, für den frischgebackenen, der sich daraus jetzt in irgendeiner Form befreien muss. Daniel, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Blumen, Bücher, Heimwerkerbedarf. Der Einzelhandel darf seit heute in den meisten Bundesländern wieder öffnen. Endlich rufen die einen, viel zu früh, sagen die anderen. Alba Ahlers, die hat sich umgehört. Schlange stehen für den Shopping-Spaß. Das bisschen Warten halten die Kundinnen und Kunden im Holzen-Center in Neumünster jetzt auch noch aus. Hauptsache, der Handel hat wieder auf. Man kann endlich die Sachen anfassen, man kann sie richtig sehen, man braucht nicht immer ständig irgendwas zurückschicken. Ich habe mir eine schöne Jacke gekauft, die war im Angebot, und die ist Hammer. Neumünsters Inzidenz liegt unter 50. Damit dürfen alle Geschäfte öffnen. Nur die Anzahl der Kaufwilligen ist je nach Ladenfläche begrenzt. Die Polizei schaut hier und da nach dem Rechten. Auch im bayerischen Erding liegt die Inzidenz unter 50. Wetter und Einzelhandel laden zum Bummeln ein. Ich finde es wirklich wunderbar. Ich schaue jetzt erst einmal, was alles auf hat und wie weit man rein darf. Man sieht ja, die Parkplätze sind voll, die Leute sind in den Geschäften drin. Es ist alles positiv. Gartencenter, Buch- und Blumenläden haben fast überall geöffnet. Da, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, wird wenigstens teilweise mit Terminbuchung geöffnet. Wo gar nichts geht, machen sich viele auf den Weg. Beispiel Berlin, feiertagsbedingt alles zu. In Potsdam hingegen haben die Läden geöffnet. Toll, deswegen sind wir auch hierher gekommen. Wir sind aus Berlin. Wir haben ja Feiertag heute gekommen aus Berlin. Und wir dachten, gehen wir mal hier hin und gucken, wie es sich anfühlt. Aber nicht nur shoppen macht Spaß. In München wird der erste Besucher des Deutschen Museums mit Blumen begrüßt. Denn auch das ist ab heute wieder möglich. Museen und auch Zoos lassen je nach Inzidenz mal mit, mal ohne Termin wieder Menschen ein. Endlich wieder ein Stück Normalität in diesen verrückten Zeiten. Ja, und seit heute können sich Bürger auch bundesweit einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen. Doch der Start ist in vielen Städten und Gemeinden nur schleppend angelaufen. So beklagen viele Apotheken, dass sie noch immer auf die Beauftragung durch die Kommunen warten. Kreise und Städte wiederum warten auf eine Verordnung des Landes, die die Rahmenbedingungen festlegt. In den bundesweiten Testzentren läuft es hingegen besser. Und hier die aktuellen Zahlen. Wie immer nach dem Wochenende nicht ganz vollständig, weil nicht alle Gesundheitsämter die aktuellen Daten sofort an das RKI weitergeleitet haben. Laut RKI wurden seit gestern 5011 Positiv-Tests registriert. Das sind 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden immerhin mehr als 7.654.000 Impfdosen bundesweit verabreicht. Anlässlich des Weltfrauentages haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu mehr weiblichem Pioniergeist in der Digitalisierung aufgerufen. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutierten sie dazu mit Expertinnen unter anderem aus der Wirtschaft, Kultur, den Medien und der Wissenschaft. Es ging um Chancen und Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier das Ziel, aber habe man noch lange nicht erreicht. Zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd hat heute in den USA der Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin begonnen. Der Angeklagte hatte dem festgenommenen 46-Jährigen neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt und das, obwohl dieser mehr als 20 Mal klagte, dass er keine Luft mehr bekomme. Die Festnahme war mit dem Handy gefilmt worden und hatte weltweit Proteste gegen die Polizeigewalt in Amerika ausgelöst. Schon im Vorfeld des Prozesses demonstrierten erneut tausende Menschen. Die Polizei rechnet mit weiteren Ausschreitungen. Das Fernsehinterview von Harry und Meghan mit US-Star-Moderatorin Oprah Winfrey sorgt weltweit für Aufregung. Beide setzen in ihre Trennung vom britischen Königshaus groß in Szene, wollen die Wahrheit über das, was wirklich ihren Bruch mit der Königsfamilie ausgelöst hat, ans Licht bringen. Doch ans Licht kommen auch Rassismusvorwürfe. Nadine Janz und Stefan Wittmann haben zugehört. Die Traumhochzeit, die eigentlich keine war. Schon drei Tage vorher hatten Meghan und Harry heimlich geheiratet, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Abgeschottet vor allem von der königlichen Familie fühlte sich Meghan. Monatelang durfte sie den Palast nicht verlassen. Unter Tränen erzählt sie von Suizidgedanken. Es war beschämend, das zuzugeben, gerade gegenüber Harry, weil ich weiß, wie viel Verlust er erleiden musste. Aber ich wusste, wenn ich es nicht sage, dann würde ich es machen. Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Hilfe, so sagt sie es im Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, wurde ihr vom Palast verwehrt. Stattdessen sollen hinter den Palastmauern rassistische Äußerungen gefallen sein, als sie mit Sohn Archie schwanger war. In den Monaten, als ich schwanger war, ging es immer darum, dass er keine Security bekommt und keinen Titel. Und auch um Bedenken, wie dunkel seine Hautfarbe sein würde. Wer diese Gespräche mit Meghan und Harry geführt haben soll, bleibt ein Geheimnis. Harry sieht in den Schikanen gegen seine Frau Parallelen zu seiner Mutter Diana und fühlt sich machtlos. Gefangen im System, so fühle ich mich wie der Rest meiner Familie. Mein Vater, mein Bruder, sie sind gefangen und sie können nicht einfach gehen. Ein Interview mit Sprengkraft. Das Tischtuch zwischen der Familie scheint zerschnitten. Das nehmen die im Übel, dass man ins eigene Nest scheißt so ungefähr, ja. Das macht ein Reuel vielleicht auch nicht. Ja, so ein bisschen wehleidig zu klagen, dass alles schrecklich war. So oder so ein Interview für die Geschichtsbücher. Und eine frohe Botschaft hatten Meghan und Harry dann doch noch. Die Freude war greifbar. Gleich geht's weiter mit der Börse am Abend. Der DAX hat heute eine regelrechte Rallye hingelegt. Er schließt so hoch wie nie zuvor. Für Optimismus sorgt unter anderem das billionenschwere US-Konjunkturpaket, das am Wochenende den US-Senat passiert hat. Einzelheiten und Einschätzungen zu all dem gleich bei Dietmar Deffner. Und weiter geht's bei Welt. Schönen guten Abend. Die Empörung in Berlin ist groß über zwei Abgeordnete der Union. Sie versuchten sich an der Pandemie zu bereichern. 250.000 Euro Provision für einen Maskendeal kassierte der CDU-Politiker Löbel. Bei seinem CSU-Kollegen Nüßlein waren es sogar mehr als 600.000. Nun wurde der Druck aber so groß, dass beide die Reißleine zogen. Löbel verzichtete auf sein Abgeordnetenmandat, Nüßlein gar auf sein CSU-Parteibuch. Mehr von Michael Wöhlenweber. Maskenraffke Nikolaus Löbel warf als Erster das Handtuch. Nicht freiwillig, sondern unter massiven innerparteilichem Druck. Für die Vermittlung von rund zwei Millionen Masken hatte Löbel 250.000 Euro Provision kassiert. Ein Geschäft mit der Not. Unappetitlich. Um weiteren Schaden von meiner Partei abzuwenden, lege ich mein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder, ließ der 34-Jährige nun schriftlich mitteilen. Eine politische Karriere voll gegen die Wand gefahren. Ich bin der festen Auffassung, dass ein klarer Schnitt besser ist als ein Verlängern. Deswegen wäre der Weg von dem Kollegen Löbel auch der für den Kollegen Nüßlein der eindeutig bessere. Doch Rafke Nummer zwei, Georg Nüßlein, versucht es weiter mit Rückzug auf Raten. Nüßlein kassierte 650.000 Euro mit Maskengeschäften, will sein Bundestagsmandat vorerst aber behalten, gab lediglich sein Parteibuch zurück. Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden. In der Union grassiert aber nun die Angst, dass noch mehr Fälle ans Tageslicht befördert werden. Schon fordert die FDP einen Maskensonderermittler. Es muss sichergestellt werden, dass innerhalb der Bundesregierung alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Um die Selbstreinigung unter Beweis zu stellen, will der Gesundheitsminister nun die Namen aller Vermittler von Maskendeals nennen. Der politische Flurschaden für die Union riesengroß. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird am Sonntag gewählt. Da droht der CDU nun der Rafke-Malus. Profitieren tut davon gar kein Politiker. Obwohl es nur Politiker aus der Union waren, beschädigt es die gesamte Politik. Unterdessen wird der Druck auf Nüßlein und Löbel weiter erhöht. Sie sollen ihre riesigen Provisionen spenden, heißt es in der Union. Das hieße Job weg, Geld weg, Reputation weg, schlimmer geht nimmer. Daniel Franz steht vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Daniel, ist die Maskenaffäre für die Union damit ausgestanden? Oder könnte das Ganze im Superwahljahr den Parteien dann doch noch auf die Füße fallen? Unbedingt. Das Ganze kann auch richtig Fahrt aufnehmen. Denn diese Ankündigung des Gesundheitsministeriums, jetzt hier voller Transparenz herstellen zu wollen, das zeigt ja schon, dass da ja offenbar noch mehr Namen verstrickt sind. Jetzt muss man auch dazu sagen, diese Namen, die genannt werden, da geht es erst mal nur darum, um diejenigen, die Maskendeals vermittelt haben. Das heißt ja noch nicht, dass sie dafür auch Provisionen genommen haben. Aber natürlich steht dann der Verdacht im Raum. Man muss sich erklären. Und Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der hat ja bereits erklärt, man führt derzeit auch Gespräche mit denjenigen, die möglicherweise eben in solche Maskendeals verstrickt sind. Man führt nicht nur Gespräche, sondern man fordert auch Antworten. Also das zeigt schon, dass da möglicherweise auch aus den Reihen der Union eben noch mehr Namen bekannt werden. Ja, und das wäre natürlich verheerend in diesem Superwahljahr, vor allem jetzt zum Auftakt eben die Landtagswahlen. Da ist ja bereits die CDU mit dem Rücken an der Wand, die Umfragewerte in den letzten Tagen ja weiter gebröckelt, wegen Unzufriedenheit wohl auch mit den Corona-Maßnahmen, wie sie derzeit laufen. Ja, und wenn jetzt natürlich noch diese Masken-Geschichte dazukommt, dann ist das natürlich ein schwerer Malus für die Union und ein sehr schwerer Start in dieses Wahljahr, auch für den CDU-Parteichef Armin Laschet, für den frischgebackenen, der sich daraus jetzt in irgendeiner Form befreien muss. Daniel, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Blumen, Bücher, Heimwerkerbedarf. Der Einzelhandel darf seit heute in den meisten Bundesländern wieder öffnen. Endlich rufen die einen viel zu früh, sagen die anderen. Alba Ahlers, die hat sich umgehört. Schlange stehen für den Shopping-Spaß. Das bisschen Warten halten die Kundinnen und Kunden im Holzen-Center in Neumünster jetzt auch noch aus. Hauptsache, der Handel hat wieder auf. Man kann endlich die Sachen anfassen, man kann sie richtig sehen, man braucht nicht immer ständig irgendwas zurückschicken. Ich habe mir eine schöne Jacke gekauft, die war im Angebot, und das ist ein Hammer. Neumünsters Inzidenz liegt unter 50. Damit dürfen alle Geschäfte öffnen. Nur die Anzahl der Kaufwilligen ist je nach Ladenfläche begrenzt. Die Polizei schaut hier und da nach dem Rechten. Auch im bayerischen Erding liegt die Inzidenz unter 50. Wetter- und Einzelhandel laden zum Bummeln ein. Ich finde es wirklich wunderbar. Ich schaue jetzt erst einmal, was alles aufhat und wie weit man rein darf. Man sieht ja, die Parkplätze sind voll, die Leute sind in den Geschäften drin. Das ist alles positiv. Gartencenter, Buch- und Blumenläden haben fast überall geöffnet. Da, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, wird wenigstens teilweise mit Terminbuchung geöffnet. Wo gar nichts geht, machen sich viele auf den Weg. Beispiel Berlin, feiertagsbedingt alles zu. In Potsdam hingegen haben die Läden geöffnet. Toll, deswegen sind wir auch hierher gekommen. Wir sind aus Berlin, wir haben ja Feiertag heute. Wir kommen aus Berlin und wir dachten, gehen wir mal hier hin und gucken, wie es sich anfühlt. Aber nicht nur shoppen macht Spaß. In München wird der erste Besucher des Deutschen Museums mit Blumen begrüßt. Denn auch das ist ab heute wieder möglich. Museen und auch Zoos lassen je nach Inzidenz mal mit, mal ohne Termin wieder Menschen ein. Endlich wieder ein Stück Normalität in diesen verrückten Zeiten. Ja, und seit heute können sich Bürger auch bundesweit einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen. Doch der Start ist in vielen Städten und Gemeinden nur schleppend angelaufen. So beklagen viele Apotheken, dass sie noch immer auf die Beauftragung durch die Kommunen warten. Kreise und Städte wiederum warten auf eine Verordnung des Landes, die die Rahmenbedingungen festlegt. In den bundesweiten Testzentren läuft es hingegen besser. Und hier die aktuellen Zahlen, wie immer nach dem Wochenende nicht ganz vollständig, weil nicht alle Gesundheitsämter die aktuellen Daten sofort an das RKI weitergeleitet haben. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 Positiv-Tests registriert. Das sind 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden immerhin mehr als 7.654.000 Impfdosen bundesweit verabreicht. Anlässlich des Weltfrauentages haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu mehr weiblichem Pioniergeist in der Digitalisierung aufgerufen. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutierten sie dazu mit Expertinnen unter anderem aus der Wirtschaft, Kultur, den Medien und der Wissenschaft. Es ging um Chancen und Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier das Ziel, aber habe man noch lange nicht erreicht. Zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd hat heute in den USA der Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin begonnen. Der Angeklagte hatte dem festgenommenen 46-Jährigen neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt und das, obwohl dieser mehr als 20 Mal klagte, dass er keine Luft mehr bekomme. Die Festnahme war mit dem Handy gefilmt worden und hatte weltweit Proteste gegen die Polizeigewalt in Amerika ausgelöst. Schon im Vorfeld des Prozesses demonstrierten erneut tausende Menschen. Die Polizei rechnet mit weiteren Ausschreitungen. Das Fernsehinterview von Harry und Meghan mit US-Star-Moderatorin Oprah Winfrey sorgt weltweit für Aufregung. Beide setzen in ihre Trennung vom britischen Königshaus groß in Szene, wollen die Wahrheit über das, was wirklich ihren Bruch mit der Königsfamilie ausgelöst hat, ans Licht bringen. Doch ans Licht kommen auch Rassismusvorwürfe. Nadine Janz und Stefan Wittmann haben zugehört. Die Traumhochzeit, die eigentlich keine war. Schon drei Tage vorher hatten Meghan und Harry heimlich geheiratet, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Abgeschottet vor allem von der königlichen Familie fühlte sich Meghan. Monatelang durfte sie den Palast nicht verlassen. Unter Tränen erzählt sie von Suizidgedanken. Es war beschämend, das zuzugeben, gerade gegenüber Harry, weil ich weiß, wie viel Verlust er erleiden musste. Aber ich wusste, wenn ich es nicht sage, dann würde ich es machen. Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Hilfe, so sagt sie es im Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, wurde ihr vom Palast verwehrt. Stattdessen sollen hinter den Palastmauern rassistische Äußerungen gefallen sein, als sie mit Sohn Archie schwanger war. In den Monaten, als ich schwanger war, ging es immer darum, dass er keine Security bekommt und keinen Titel. Und auch um Bedenken, wie dunkel seine Hautfarbe sein würde. Wer diese Gespräche mit Meghan und Harry geführt haben soll, bleibt ein Geheimnis. Harry sieht in den Schikanen gegen seine Frau Parallelen zu seiner Mutter Diana und fühlt sich machtlos. Gefangen im System, so fühle ich mich wie der Rest meiner Familie. Mein Vater, mein Bruder, sie sind gefangen und sie können nicht einfach gehen. Ein Interview mit Sprengkraft. Das Tischtuch zwischen der Familie scheint zerschnitten. Das nehmen die im Übel, dass man ins eigene Nest scheißt so ungefähr, ja. Das macht ein Reuel vielleicht auch nicht. Ja, so ein bisschen wehleidig zu klagen, dass alles schrecklich war. So oder so ein Interview für die Geschichtsbücher. Und eine frohe Botschaft hatten Meghan und Harry dann doch noch. Die Freude war greifbar. Gleich geht's weiter mit der Börse am Abend. Der DAX hat heute eine regelrechte Rallye hingelegt. Er schließt so hoch wie nie zuvor. Für Optimismus sorgt unter anderem das billionenschwere US-Konjunkturpaket, das am Wochenende den US-Senat passiert hat. Einzelheiten und Einschätzungen zu all dem gleich bei Dietmar Deffner. Und weiter geht's bei Welt. Schönen guten Abend. Die Empörung in Berlin ist groß über zwei Abgeordnete der Union. Sie versuchten sich an der Pandemie zu bereichern. 250.000 Euro Provision für einen Maskendeal kassierte der CDU-Politiker Löbel. Bei seinem CSU-Kollegen Nüßlein waren es sogar mehr als 600.000. Nun wurde der Druck aber so groß, dass beide die Reißleine zogen. Löbel verzichtete auf sein Abgeordnetenmandat, Nüßlein gar auf sein CSU-Parteibuch. Mehr von Michael Wüllenweber. Maskenraffke Nikolaus Löbel warf als erster das Handtuch. Nicht freiwillig, sondern unter massiven innerparteilichem Druck. Für die Vermittlung von rund zwei Millionen Masken hatte Löbel 250.000 Euro Provision kassiert. Ein Geschäft mit der Not. Unappetitlich. Um weiteren Schaden von meiner Partei abzuwenden, lege ich mein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder, ließ der 34-Jährige nun schriftlich mitteilen. Eine politische Karriere voll gegen die Wand gefahren. Ich bin der festen Auffassung, dass ein klarer Schnitt besser ist als ein Verlängern. Deswegen wäre der Weg von dem Kollegen Löbel auch der für den Kollegen Nüßlein der eindeutig bessere. Doch Rafke Nummer zwei, Georg Nüßlein, versucht es weiter mit Rückzug auf Raten. Nüßlein kassierte 650.000 Euro mit Maskengeschäften, will sein Bundestagsmandat vorerst aber behalten, gab lediglich sein Parteibuch zurück. Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden. In der Union grassiert aber nun die Angst, dass noch mehr Fälle ans Tageslicht befördert werden. Schon fordert die FDP einen Maskensonderermittler. Es muss sichergestellt werden, dass innerhalb der Bundesregierung alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Um die Selbstreinigung unter Beweis zu stellen, will der Gesundheitsminister nun die Namen aller Vermittler von Maskendeals nennen. Der politische Flurschaden für die Union riesengroß. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird am Sonntag gewählt. Da droht der CDU nun der Rafke-Malus. Profitieren zu davon gar kein Politiker. Obwohl es nur Politiker aus der Union waren, beschädigt es die gesamte Politik. Unterdessen wird der Druck auf Nüßlein und Löbel weiter erhöht. Sie sollen ihre riesigen Provisionen spenden, heißt es in der Union. Das hieße Job weg, Geld weg, Reputation weg, schlimmer geht nimmer. Daniel Franz steht vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Daniel, ist die Maskenaffäre für die Union damit ausgestanden? Oder könnte das Ganze im Superwahljahr den Parteien dann doch noch auf die Füße fallen? Unbedingt. Das Ganze kann auch richtig Fahrt aufnehmen. Denn diese Ankündigung des Gesundheitsministeriums, jetzt hier volle Transparenz herstellen zu wollen, das zeigt ja schon, dass da ja offenbar noch mehr Namen verstrickt sind. Jetzt muss man auch dazu sagen, diese Namen, die genannt werden, da geht es erst mal nur darum, um diejenigen, die Maskendeals vermittelt haben. Das heißt ja noch nicht, dass sie dafür auch Provisionen genommen haben. Aber natürlich steht dann der Verdacht im Raum, man muss sich erklären. Und Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der hat ja bereits erklärt, man führt derzeit auch Gespräche mit denjenigen, die möglicherweise eben in solche Maskendeals verstrickt sind. Man führt nicht nur Gespräche, sondern man fordert auch Antworten. Also das zeigt schon, dass da möglicherweise auch aus den Reihen der Union eben noch mehr Namen bekannt werden. Ja, und das wäre natürlich verheerend in diesem Superwahljahr, vor allem jetzt zum Auftakt eben die Landtagswahlen. Da ist ja bereits die CDU mit dem Rücken an der Wand, die Umfragewerte in den letzten Tagen ja weiter gebröckelt, wegen Unzufriedenheit wohl auch mit den Corona-Maßnahmen, wie sie derzeit laufen. Ja, und wenn jetzt natürlich noch diese Maskengeschichte dazukommt, dann ist das natürlich ein schwerer Malus für die Union und ein sehr schwerer Start in dieses Wahljahr, auch für den CDU-Parteichef Armin Laschet, für den frischgebackenen, der sich daraus jetzt in irgendeiner Form befreien muss. Daniel, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Blumen, Bücher, Heimwerkerbedarf. Der Einzelhandel darf seit heute in den meisten Bundesländern wieder öffnen. Endlich rufen die einen, viel zu früh, sagen die anderen. Alba Ahlers, die hat sich umgehört. Schlange stehen für den Shopping-Spaß. Das bisschen Warten halten die Kundinnen und Kunden im Holzen-Center in Neumünster jetzt auch noch aus. Hauptsache, der Handel hat wieder auf. Man kann endlich die Sachen anfassen, man kann sie richtig sehen, man braucht nicht immer ständig irgendwas zurückschicken. Ich habe mir eine schöne Jacke gekauft, die war im Angebot und die ist Hammer. Neumünsters Inzidenz liegt unter 50. Damit dürfen alle Geschäfte öffnen. Nur die Anzahl der Kaufwilligen ist je nach Ladenfläche begrenzt. Die Polizei schaut hier und da nach dem Rechten. Auch im bayerischen Erding liegt die Inzidenz unter 50. Wetter und Einzelhandel laden zum Bummeln ein. Ich finde es wirklich wunderbar. Ich schaue jetzt erst einmal, was alles aufhört und wie weit man rein darf. Man sieht ja, die Parkplätze sind voll, die Leute sind in den Geschäften drin. Es ist alles positiv. Gartencenter, Buch- und Blumenläden haben fast überall geöffnet. Da, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, wird wenigstens teilweise mit Terminbuchung geöffnet. Wo gar nichts geht, machen sich viele auf den Weg. Beispiel Berlin, feiertagsbedingt alles zu. In Potsdam hingegen haben die Läden geöffnet. Toll, deswegen sind wir auch hierher gekommen. Wir sind aus Berlin. Wir haben ja Feiertag heute. Wir kommen aus Berlin und wir dachten, gehen wir mal hier hin und gucken, wie es sich anfühlt. Aber nicht nur shoppen macht Spaß. In München wird der erste Besucher des Deutschen Museums mit Blumen begrüßt. Denn auch das ist ab heute wieder möglich. Museen und auch Zoos lassen je nach Inzidenz mal mit, mal ohne Termin wieder Menschen ein. Endlich wieder ein Stück Normalität in diesen verrückten Zeiten. Ja, und seit heute können sich Bürger auch bundesweit einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen. Doch der Start ist in vielen Städten und Gemeinden nur schleppend angelaufen. So beklagen viele Apotheken, dass sie noch immer auf die Beauftragung durch die Kommunen warten. Kreise und Städte wiederum warten auf eine Verordnung des Landes, die die Rahmenbedingungen festlegt. In den bundesweiten Testzentren läuft es hingegen besser. Und hier die aktuellen Zahlen, wie immer nach dem Wochenende nicht ganz vollständig, weil nicht alle Gesundheitsämter die aktuellen Daten sofort an das RKI weitergeleitet haben. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 Positiv-Tests registriert. Das sind 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden immerhin mehr als 7.654.000 Impfdosen bundesweit verabreicht. Anlässlich des Weltfrauentages haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu mehr weiblichem Pioniergeist in der Digitalisierung aufgerufen. Unter der Überschrift Digitalisierung ist weiblich diskutierten sie dazu mit Expertinnen unter anderem aus der Wirtschaft, Kultur, den Medien und der Wissenschaft. Es ging um Chancen und Potenziale für Frauen, aber auch um Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen. Man sei weit auf dem Weg der Gleichstellung gekommen, so Steinmeier das Ziel, aber habe man noch lange nicht erreicht. Zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd hat heute in den USA der Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin begonnen. Der Angeklagte hatte dem festgenommenen 46-Jährigen neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt und das, obwohl dieser mehr als 20 Mal klagte, dass er keine Luft mehr bekomme. Die Festnahme war mit dem Handy gefilmt worden und hatte weltweit Proteste gegen die Polizeigewalt in Amerika ausgelöst. Schon im Vorfeld des Prozesses demonstrierten erneut tausende Menschen. Die Polizei rechnet mit weiteren Ausschreitungen. Das Fernsehinterview von Harry und Meghan mit US-Star-Moderatorin Oprah Winfrey sorgt weltweit für Aufregung. Beide setzen in ihre Trennung vom britischen Königshaus groß in Szene, wollen die Wahrheit über das, was wirklich ihren Bruch mit der Königsfamilie ausgelöst hat, ans Licht bringen. Doch ans Licht kommen auch Rassismusvorwürfe. Nadine Janz und Stefan Wittmann haben zugehört. Die Traumhochzeit, die eigentlich keine war. Schon drei Tage vorher hatten Meghan und Harry heimlich geheiratet, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Abgeschottet vor allem von der königlichen Familie fühlte sich Meghan. Monatelang durfte sie den Palast nicht verlassen. Unter Tränen erzählt sie von Suizidgedanken. Es war beschämend, das zuzugeben, gerade gegenüber Harry, weil ich weiß, wie viel Verlust er erleiden musste. Aber ich wusste, wenn ich es nicht sage, dann würde ich es machen. Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Hilfe, so sagt sie es im Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, wurde ihr vom Palast verwehrt. Stattdessen sollen hinter den Palastmauern rassistische Äußerungen gefallen sein, als sie mit Sohn Archie schwanger war. In den Monaten, als ich schwanger war, ging es immer darum, dass er keine Security bekommt und keinen Titel. Und auch um Bedenken, wie dunkel seine Hautfarbe sein würde. Wer diese Gespräche mit Meghan und Harry geführt haben soll, bleibt ein Geheimnis. Harry sieht in den Schikanen gegen seine Frau Parallelen zu seiner Mutter Diana und fühlt sich machtlos. Gefangen im System, so fühle ich mich wie der Rest meiner Familie. Mein Vater, mein Bruder, sie sind gefangen und sie können nicht einfach gehen. Ein Interview mit Sprengkraft. Das Tischtuch zwischen der Familie scheint zerschnitten. Das nehmen die im Übel, dass man ins eigene Nest scheißt so ungefähr, ja. Das macht ein Reuel vielleicht auch nicht. Ja, so ein bisschen wehleidig zu klagen, dass alles schrecklich war. So oder so ein Interview für die Geschichtsbücher. Und eine frohe Botschaft hatten Meghan und Harry dann doch noch. It's a girl. It's a girl. You're gonna have a daughter. Wow. It's a girl. Die Freude war greifbar. Gleich geht's weiter mit der Börse am Abend. Der DAX hat heute eine regelrechte Rallye hingelegt. Er schließt so hoch wie nie zuvor. Für Optimismus sorgt unter anderem das billionenschwere US-Konjunkturpaket, das am Wochenende den US-Senat passiert hat. Einzelheiten und Einschätzungen zu all dem gleich bei Dietmar Deffner. Ein schönen guten Abend und herzlich willkommen. Es sollte wohl so etwas wie das ganz große Geschäft werden. Ein Maskendeal im Kampf gegen das Coronavirus politisch einfädeln und dabei auch noch kräftig mitverdienen. So der Versuch von zwei CDU-CSU-Bundestagsabgeordneten. Das vermeintlich gewinnbringende Geschäft endete für die Parlamentarier Georg Nüßlein und Nikolaus Löbel in einer politischen Vollbremsung. Statt 250.000 Euro mehr im Portemonnaie, unehrenhafte Rücktritte und das vorzeitige Karriereaus. Und zwar für beide. Auch auf Druck der eigenen Fraktionen und Parteien. Mehr dazu von Michael Wöhn-Weber. Maskenraffke Nikolaus Löbel warf als Erster das Handtuch. Nicht freiwillig, sondern unter massiven innerparteilichem Druck. Für die Vermittlung von rund 2 Millionen Masken hatte Löbel 250.000 Euro Provision kassiert. Ein Geschäft mit der Not. Unappetitlich. Um weiteren Schaden von meiner Partei abzuwenden, lege ich mein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder, ließ der 34-Jährige nun schriftlich mitteilen. Eine politische Karriere voll gegen die Wand gefahren. Ich bin der festen Auffassung, dass ein klarer Schnitt besser ist als ein Verlängern. Deswegen wäre der Weg von dem Kollegen Löbel auch der für den Kollegen Nüßlein der eindeutig bessere. Doch Rafke Nummer 2, Georg Nüßlein, versucht es weiter mit Rückzug auf Raten. Nüßlein kassierte 650.000 Euro mit Maskengeschäften, will sein Bundestagsmandat vorerst aber behalten, gab lediglich sein Parteibuch zurück. Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden. In der Union grassiert aber nun die Angst, dass noch mehr Fälle ans Tageslicht befördert werden. Schon fordert die FDP einen Maskensonderermittler. Es muss sichergestellt werden, dass innerhalb der Bundesregierung alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Um die Selbstreinigung unter Beweis zu stellen, will der Gesundheitsminister nun die Namen aller Vermittler von Maskendeals nennen. Der politische Flurschaden für die Union, riesengroß. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird am Sonntag gewählt. Da droht der CDU nun der Rafke-Malus. Profitieren zu davon gar kein Politiker. Obwohl es nur Politiker aus der Union waren, beschädigt ist die gesamte Politik. Unterdessen wird der Druck auf Nüßlein und Löbel weiter erhöht. Sie sollen ihre riesigen Provisionen spenden, heißt es in der Union. Das hieße Job weg, Geld weg, Reputation weg. Schlimmer geht nimmer. Daniel Franz, vor dem Kanzleramt die Maskenaffäre bewegt das politische Berlin. Wie groß ist denn jetzt der Druck, der auf der Unionsfraktion lastet? Und auch auf den beiden Parteien, auf der CDU und auf der CSU, auf den Schwesterparteien? Gerade jetzt zu Beginn des Superwahljahres alles nicht so ganz ohne, oder? Ja, definitiv. Das Ganze passiert natürlich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Denn wenn man sich die Gesamtsituation der Union anschaut, im Bundestrend, in den Umfragen, ja rückläufig in den vergangenen Wochen und Monaten, da ging es dann schon langsam los. Offenbar sind die Menschen jetzt zunehmend unzufrieden mit der Corona-Krisenpolitik, auch mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich ja einige Fehltritte erlaubt hat. Organisatorisch eben, vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit, war ja auch die Kanzlerin, die ja auch keine Fehler zugestehen will. Also das nehmen die Wähler offensichtlich der Union langsam übel. Und jetzt kommt das noch obendrauf. Das zerstört natürlich das Vertrauen in die Politik und vor allem eben in die Unionspolitiker, die jetzt ja davon betroffen sind. Und offenbar ist das jetzt auch der Anlass des Bundesgesundheitsministeriums, hier reinen Tisch machen zu wollen. Es wurde ja angekündigt, volle Transparenz. Man will alle Namen der Abgeordneten veröffentlichen, die in irgendeiner Form mit Corona-Maskengeschäften zu tun hatten. Das allerdings kann auch durchaus heikel sein. Denn die Tatsache, dass ein Abgeordneter beispielsweise Namen weiterleitet oder ein Maskendeal einfädelt für ein Unternehmen aus seinem Wahlkreis, heißt ja noch nicht unbedingt, dass er dafür auch Provision genommen hat. Das muss man auch mal sagen. Das heißt, wenn jetzt hier möglicherweise demnächst viele Namen veröffentlicht werden, ja dann fängt das politische Gerangel erst an. Stand jetzt natürlich bei einem besonderer Malus für die Union. Aber definitiv ist die gesamte Politik hier natürlich jetzt in eine Vertrauenskrise gerasselt. Das muss man sagen. Tja, und den Malus ausbaden, den wird allerdings erst einmal die Union müssen. Bei den kommenden Landtagswahlen, damit ist in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durchaus zu rechnen. Eine große Herausforderung. Vielen Dank, Daniel Franz vom Kanzleramt. Abständeeinheiten, Hygieneregeln beachten und natürlich die Maske unbedingt aufbehalten. So könnte es gelingen, dass erste vereinzelte Öffnungen und Lockerungen im Einzelhandel dauerhaft sind. Klar ist, steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen örtlich wieder an, wird wieder dicht gemacht. Alba Allers über das vorsichtige Heraustasten aus dem Lockdown. Schlange stehen für den Shopping-Spaß. Das bisschen Warten halten die Kundinnen und Kunden im Holzen-Center in Neumünster jetzt auch noch aus. Hauptsache, der Handel hat wieder auf. Man kann endlich die Sachen anfassen, man kann sie richtig sehen, man braucht nicht immer ständig irgendwas zurückschicken. Ich habe mir eine schöne Jacke gekauft, die war im Angebot und die ist Hammer. Neumünsters Inzidenz liegt unter 50. Damit dürfen alle Geschäfte öffnen. Nur die Anzahl der Kaufwilligen ist je nach Ladenfläche begrenzt. Die Polizei schaut hier und da nach dem Rechten. Auch im bayerischen Erding liegt die Inzidenz unter 50. Wetter und Einzelhandel laden zum Bummeln ein. Ich finde es wirklich wunderbar. Ich schaue jetzt erst einmal, was alles auf hat und wie weit man rein darf. Man sieht ja, die Parkplätze sind voll, die Leute sind in den Geschäften drin. Es ist alles positiv. Da, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, wird wenigstens teilweise mit Terminbuchung geöffnet. Gartencenter, Buch- und Blumenläden haben fast überall geöffnet. In allen anderen Läden ist Einkaufen tatsächlich meist nur mit Terminvergabe möglich. In einigen Teilen von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern ist dafür shoppen ohne Termin möglich. Aber nur bei niedrigen Inzidenzen. In Thüringen bleiben wegen der hohen Inzidenzwerte noch alle Geschäfte geschlossen. Aber nicht nur shoppen macht Spaß. In München wurde der erste Besucher des Deutschen Museums mit Blumen begrüßt. Denn auch das ist ab jetzt wieder möglich. Museen und auch Zoos lassen je nach Inzidenz mal mit oder ohne Termin wieder Menschen ein. Endlich wieder ein Stück Normalität in diesen verrückten Zeiten. Grundlage aller Öffnungs- und Lockerungsdiskussionen sind die aktuellen Zahlen des Coronavirus. Wir schauen sie uns an, wie immer mit dem Hinweis, dass die Angaben nach dem Wochenende nicht ganz vollständig sind, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten sofort an das Robert-Koch-Institut weiterleiten. Also, laut RKI wurden seit gestern 5.011 Positiv-Tests registriert. 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden 7.654.623 Impfdosen verabreicht. Bundesweit wöchentlich kostenlose Schnelltests für alle. Lange Zeit war das nur eine politische Ankündigung. Nun endlich soll es aktuelle Realität werden. Doch es hakt, wie beim Impfen, nach wie vor auch beim Testen. In Berlin stehen beispielsweise dafür 16 Testzentren bereit. Für übrigens mehr als 3,5 Millionen Einwohner. Auch in anderen Regionen sieht die Realität nicht wirklich rosig aus. In Bayern sind die Tests in etlichen Apotheken gar nicht verfügbar. Offenbar ist auch noch völlig unklar, wie der Bund die Apotheken bezahlen will. Erneut kein guter Tag für Gesundheitsminister Jens Spahn. Sie waren ja gerade eben bei uns beim Testzentrum und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie positiv getestet wurden. Heißt, ab in Quarantäne Termin für einen PCR-Test vereinbaren. Um 10 Uhr morgens ging es hier in Freiburg los. Im Rekordtempo hat die Stadt das Zentrum hochgezogen. Von Bund, Ländern und Kommunen wünscht sich die Leiterin vor allem bessere Kommunikation. Abrechnung auch der Test, das weiß ich noch gar nicht, wie das läuft, woher ich das Geld letztlich kriege. Ich mache jetzt einfach mal die Tests und hoffe, dass das dann im Laufe der Woche noch geregelt wird. Hoffen also statt Planungssicherheit. Und nicht überall sind Schnelltests bereits ausreichend vorhanden. Scharfe Kritik gibt es am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Die Testverordnung kam viel zu spät, bemängelt etwa die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die jetzt versucht, irgendwie hinterher zu hechten. Das war jetzt so unfassbar dynamisch, wenn man das positiv ausdrückt, dass es nicht für alle schon möglich wird, in dieser kurzen Zeit im Testzentrum zu werden und diese Tests durchzuführen. Bereits einen Schritt weiter, denkt ein Städtchen in Sachsen. Mit einem negativen Schnelltest soll jeder Bürger oder Tourist Augustusburgs eine digitale Eintrittskarte bekommen. Für Läden, Restaurants und Hotels. Gültig für drei Tage. Jede einzelne Destination verfügt über Scanner, die dann über das Abscannen dieser Barcodes A sozusagen registrieren, wer war wann wo. Und B natürlich die Prüfung machen, ist es jemand, der zugelassen ist oder nicht. Am kommenden Montag soll das Projekt an den Start gehen. Das Ziel, dem Rest Deutschlands zeigen, wie mit Schnelltests der Exit aus dem Lockdown gelingt. Und wie eine Rückkehr zu ein bisschen mehr Normalität aussehen kann. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, bald auch jüngere Menschen zu impfen. Söder will auch mehr Impfstoff in Corona-Hotspots anbieten, etwa an der Grenze zu Tschechien. So könnten auch Pendler für Impfungen in Frage kommen. Junge Menschen sollen dann bei entsprechender Verfügbarkeit von Impfdosen bald folgen, so Söder. Es ist ein Interview, das wohl in jedem Jahresrückblick seine Erwähnung finden wird. Und dabei sind die Auswirkungen noch gar nicht einzuschätzen aktuell. Harry und Meghan haben im Gespräch mit US-Star-Moderatorin Oprah Winfrey für mächtig Aufregung gesorgt. Ihre Aussagen und Begründungen für ihr Loslösen vom britischen Königshaus lassen wohl die Palastwände in London wackeln. Harry und Meghan mit ihrer Wahrheit über das, was zum Bruch mit dem britischen Königshaus führte. Besonders intensiv diskutiert werden auch Rassismusvorwürfe. Mit den Einzelheiten dazu Nadine Janz und Stefan Wittmann. Die Traumhochzeit, die eigentlich keine war. Schon drei Tage vorher hatten Meghan und Harry heimlich geheiratet, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Abgeschottet vor allem von der königlichen Familie fühlte sich Meghan. Monatelang durfte sie den Palast nicht verlassen. Unter Tränen erzählt sie von Suizidgedanken. Es war beschämend, das zuzugeben, gerade gegenüber Harry, weil ich weiß, wie viel Verlust er erleiden musste. Aber ich wusste, wenn ich es nicht sage, dann würde ich es machen. Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Hilfe, so sagt sie es im Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, wurde ihr vom Palast verwehrt. Stattdessen sollen hinter den Palastmauern rassistische Äußerungen gefallen sein, als sie mit Sohn Archie schwanger war. In den Monaten, als ich schwanger war, ging es immer darum, dass er keine Security bekommt und keinen Titel. Und auch um Bedenken, wie dunkel seine Hautfarbe sein würde. Wer diese Gespräche mit Meghan und Harry geführt haben soll, bleibt ein Geheimnis. Harry sieht in den Schikanen gegen seine Frau Parallelen zu seiner Mutter Diana und fühlt sich machtlos. Gefangen im System, so fühle ich mich wie der Rest meiner Familie. Mein Vater, mein Bruder, sie sind gefangen und sie können nicht einfach gehen. Ein Interview mit Sprengkraft. Das Tischtuch zwischen der Familie scheint zerschnitten. Das nehmen die im Übel, dass man ins eigene Nest scheißt, so ungefähr. Das macht ein Reuel vielleicht auch nicht. Ja, so ein bisschen wehleidig zu klagen, dass alles schrecklich war. So oder so ein Interview für die Geschichtsbücher. Und eine frohe Botschaft hatten Meghan und Harry dann doch noch. It's a girl. Oh yeah. You're gonna have a daughter. Wow. It's a girl. Weit entfernt vom britischen Königshaus sind Harry und Meghan nicht nur geografisch. Wir sprechen weiter drüber und zwar mit Arndt Striegler zugeschaltet aus London und mit Nancy Lanzendörfer zugeschaltet aus Washington in den USA. Zunächst zu dir, Arndt. Wie schädlich war denn dieses Interview überhaupt für das britische Königshaus? Wie schätzt man das ein in London? Nun, das Interview war mit Sicherheit starker Tobak, würde ich mal sagen. Niemand hatte eigentlich damit gerechnet, dass Harry und Meghan sich ganz leise aus dem Königshaus verabschieden würden. Das ist allerdings dann doch so ein, ich würde mal sagen, PR-Getose aus Amerika kommen würde. Damit hatte hier niemand gerechnet. Ich könnte mir vorstellen, dass im Buckingham-Palast hier hinter mir heute Abend dem einen oder anderen das Dinner nicht so gut schmecken wird, wie es normalerweise der Fall ist. Denn die Vorwürfe, die Meghan und Harry erhoben haben gegen das Königshaus, die wiegen doch sehr schwer. Da ist von Rassismus die Rede, da ist von Selbstmordgedanken die Rede, da ist die Rede, dass das Königshaus emotionslos und kaltherzig reagiert hat und, 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 und. Und interessanterweise, wenn man sich die Abendzeitung hier in London heute anguckt, dann fallen die Reaktionen auf dieses Interview erst mal relativ negativ aus, negativ in Sachen Harry und Meghan. Den beiden wird vorgeworfen, dass sie jetzt gerade zu dieser Zeit, in dieser schweren Zeit, in der zum Beispiel Prinz Philip noch immer in der Klinik liegt, nach einer überstandenen Herzoperation, hätten sie dieses Interview so nicht geben sollen. Wir müssen einfach mal abwarten, heute Abend wird in Großbritannien das Interview erst im Fernsehen gezeigt und da müssen wir einfach mal abwarten, ob der Palast morgen darauf offiziell reagieren wird oder nicht. Ich persönlich rechne nicht mit einer Reaktion aus dem Palast. Vielen Dank, Arndt Striegler nach London und damit schauen wir direkt rüber in die Vereinigten Staaten von Amerika zu Nancy Lanzendörfer. Nancy, inwiefern interessiert denn dieses Interview überhaupt die Amerikanerinnen und Amerikaner? Was bezwecken Meghan und Harry genau mit diesem Interview in den USA? Ja, das Interesse ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das Interesse der Amerikaner an den Royals ohnehin ist nochmal gestiegen seit Meghan. Sie ist ja schließlich Amerikanerin und jetzt haben wir auch die ersten vorläufigen Zahlen. Denach haben 17,1 Millionen Personen zugeschaut bei diesem Interview um eingeschaltet. Diese Zahlen, die könnten sich noch verändern. Man muss ja auch Streaming bedenken etc. Vielleicht um das Ganze mal einzuordnen. Ja, das sind weniger als die mehr als 24 Millionen Zuschauer, die 2008 beim CBS-Interview mit Michelle und Barack Obama eingeschaltet haben. Aber wenn man das 2020er, das 2021er TV-Jahr hernimmt, die Saison sozusagen, dann hat das Interview das beste oder zweitbeste Ergebnis erzielt nach den Sport-Events. Oder andere haben das so formuliert, wenn man die Einschaltquoten der Preisverleihungen vom Golden Globe in der letzten Woche und von den Emmys im letzten Jahr zusammennimmt, dann ist man hier auf diese Zahl eben bei den Einschaltquoten gekommen. Also durchaus die Amerikaner haben eingeschaltet. Nancy, was genau dieses Interview bewirken wird, das kann man aktuell noch nicht sagen. Wie ist es denn finanziell? Lohnt es sich auf dieser Ebene für Harry und Meghan? Das heißt, gab es ein Honorar für dieses Gespräch mit Oprah Winfrey? Ja, auch die Frage, an wen hat man sich speziell gerichtet? An das amerikanische Publikum? Die beiden leben ja jetzt hier in den USA. Oder war das alles für den Palast? Aber des Geldeswegens haben sie das Interview nicht gegeben. Denn Meghan hat gleich zu Beginn des Interviews Oprah bestätigt, dass sie kein Geld für dieses Interview bekommt. Oprah ist auch heute Morgen nochmal danach gefragt worden, warum glaubt sie denn, dass die beiden jetzt das Interview gegeben haben? Und sie meinte, sie wären jetzt bereit gewesen, sie wollten das Interview geben, eben nach jahrelangen Lügen, die verbreitet worden sein sollen oder sind gegen sie. Und da wollte man jetzt eben seinen Stand der Dinge, so wie die beiden die Dinge sehen, erklären, erzählen. Vielen Dank nach Washington, Nancy. Wir bleiben thematisch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Denn heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin. Das ist der Polizist, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Er mordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Und das scheinen auch die Videos zu beweisen. Doch reicht das alles aus für eine Verurteilung? Zunächst beginnt die Auswahl der Geschworenen aus Minneapolis, unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Aus Minneapolis zugeschaltet ist Steffen Schwarzkopf. Derek Chauvin wird Mord zweiten Grades vorgeworfen. Steffen, du hast es gerade schon angedeutet in deinem Beitrag in deiner Reporter-Matz. Was bedeutet das ganz konkret? Also zunächst einmal diese Demonstration, die hier jetzt auch hinter uns zu sehen ist, die begleitet den Prozess schon den ganzen Tag zu den Anklagepunkten. Es gibt in den USA Mord ersten Grades, zweiten Grades und auch Mord dritten Grades. Mord ersten Grades würde eine kaltmütige Planung des Mordes voraussetzen. Das ist hier nicht der Fall. Deswegen Mord zweiten Grades. Und anders als in Deutschland beispielsweise gibt es hier dann auch noch einen weiteren Anklagepunkt. Das ist Totschlag. Und das heißt, die Strafen für Mord und für Totschlag, die können addiert werden, sodass dann am Ende mehr als nur die maximale Strafe von 40 Jahren für Mord herauskommen könnte. Könnte ist allerdings ein wichtiger Punkt, den ich hier erwähne, denn möglich ist natürlich auch alles bis hin zu einer geringeren Freiheitsstrafe, einige Jahre. Also da ist eine ganze Bandbreite an Strafen möglich. Und das ist das, was die Demonstranten hier natürlich auch genau beobachten. Und natürlich hoffen, dass es eine große, eine hohe Strafe geben wird für Derek Chauvin. Du wirst es weiter für uns beobachten in den USA. Steffen Schwarzkopf, Dankeschön. Uns erreicht eine Einmeldung in dieser Sendung. Damit sind wir thematisch zurück in Deutschland. Die Bundesregierung will den Ländern die Bestellung von Millionen Corona-Selbsttests erleichtern. Bis Dienstagmittag könnten die Länder insgesamt 10,5 Millionen der Tests beim Mannheimer Pharmakonzern Roche bestellen, heißt es in einem Brief von Gesundheitsminister Jens Spahn und Infrastrukturminister Andreas Scheuer an die Ministerpräsidenten der Länder. Ab Mittwoch könne Roche bis zu 1,5 Millionen der Antigen-Selbsttests täglich ausliefern. Der Bund spreche dafür, bei Roche eine befristete Abnahmegarantie aus, heißt es. Wie steht es eigentlich in Deutschland um die Gleichberechtigung von Mann und Frau? Insbesondere in öffentlichen Ämtern werden viele Führungspositionen zumeist durch Frauen besetzt, sagen viele Männer. Insbesondere mit und in der Sprache grenzt man häufig aus, sagen viele Frauen. Vor allem am heutigen Weltfrauentag diskutiert das Land über den Stand der Gleichstellung in Alltag und in der Sprache. Der Freist berichtet. Ich gender mit dem Doppelpunkt, weil ich finde, das sieht am besten aus. Im Arbeitskontext nutzen wir das hier, weil das beschlossen wurde. Das heißt, da kann ich nicht aus der Reihe tanzen. Privat nutze ich das Gendersternchen. Für manche ist gendergerechte Sprache schon Alltag. Andere lehnen sie völlig ab. Unstrittig für die Ehefrau des Bundespräsidenten. Frauen müssen sichtbarer werden. Dort, wo es um Einfluss geht, findet sich zu allermeist ein Mann. Deshalb müssen Frauen weiter für die Gleichberechtigung kämpfen. Dass das Binnen-I, das Gendersternchen, der Doppelpunkt beim Kampf um Führungspositionen und gleiche Bezahlung wirklich eine Rolle spielen, ist jedoch sowohl für viele Männer als auch Frauen abwegig. Ich glaube nicht, dass die Frauenquote durch Innen erhöht wird. Da muss man andere Hebel in Bewegung setzen. Das Ziel ist löblich, aber dass es mitunter recht kranke Blüten treibt. Dass die eigene Sprache dann irgendwann sehr verkorkst und verkrümelt klingt. Doch Schlichtheit ist eben nicht alles. Für manche Sprachwissenschaftler ist sie genau das große Problem. Denn das gängige generische Maskulinum schließt zwar grammatikalisch alle Geschlechter ein, aber wie in diesem Beispiel, egal ob Ärztinnen in der deutlichen Überzahl sind, ist nur ein männlicher Mediziner dabei, spricht man im Plural schon von den Ärzten. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Sprache ändern und dann ändert sich wie durch Magie auch unsere Gesellschaft. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, solange wir weiterhin so sprechen, als ob die Welt nur aus Männern besteht, wird es uns schon sehr schwer fallen, uns vorzustellen, dass es auch anders sein könnte. Das heißt, wenn Frauen nur mit gemeint werden, werden sie häufig nicht mitgedacht. Eine Mehrheit haben Sternchen und Co. übrigens noch lange nicht. Gerade einmal 14 Prozent sind für eine völlige Gleichberechtigung in der Sprache. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie da. Bis dann. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Es sollte wohl so etwas wie das ganz große Geschäft werden. Ein Maskendeal im Kampf gegen das Coronavirus politisch einfädeln und dabei auch noch kräftig mitverdienen. So der Versuch von zwei CDU-CSU-Bundestagsabgeordneten. Das vermeintlich gewinnbringende Geschäft endete für die Parlamentarier Georg Nüßlein und Nikolaus Löbel in einer politischen Vollbremsung. Statt 250.000 Euro mehr im Portemonnaie, unehrenhafte Rücktritte und das vorzeitige Karriereaus. Und zwar für beide. Auch auf Druck der eigenen Fraktionen und Parteien. Mehr dazu von Michael Wöhn-Weber. Maskenraffke Nikolaus Löbel warf als erster das Handtuch. Nicht freiwillig, sondern unter massiven innerparteilichem Druck. Für die Vermittlung von rund zwei Millionen Masken hatte Löbel 250.000 Euro Provision kassiert. Ein Geschäft mit der Not. Unappetitlich. Um weiteren Schaden von meiner Partei abzuwenden, lege ich mein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder, ließ der 34-Jährige nun schriftlich mitteilen. Eine politische Karriere voll gegen die Wand gefahren. Ich bin der festen Auffassung, dass ein klarer Schnitt besser ist als ein Verlängern. Deswegen wäre der Weg von dem Kollegen Löbel auch der für den Kollegen Nüßlein der eindeutig bessere. Doch Rafke Nummer zwei, Georg Nüßlein, versucht es weiter mit Rückzug auf Raten. Nüßlein kassierte 650.000 Euro mit Maskengeschäften, will sein Bundestagsmandat vorerst aber behalten, gab lediglich sein Parteibuch zurück. Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden. In der Union grassiert aber nun die Angst, dass noch mehr Fälle ans Tageslicht befördert werden. Schon fordert die FDP einen Maskensonderermittler. Es muss sichergestellt werden, dass innerhalb der Bundesregierung alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Um die Selbstreinigung unter Beweis zu stellen, will der Gesundheitsminister nun die Namen aller Vermittler von Maskendeals nennen. Der politische Flurschaden für die Union riesengroß. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird am Sonntag gewählt. Da droht der CDU nun der Rafke-Malus. Profitieren zu davon gar kein Politiker. Obwohl es nur Politiker aus der Union waren, beschädigt es die gesamte Politik. Unterdessen wird der Druck auf Nüßlein und Löbel weiter erhöht. Sie sollen ihre riesigen Provisionen spenden, heißt es in der Union. Das hieße Job weg, Geld weg, Reputation weg. Schlimmer geht nimmer. Daniel Franz, vor dem Kanzleramt die Maskenaffäre bewegt das politische Berlin. Wie groß ist denn jetzt der Druck, der auf der Unionsfraktion lastet und auch auf den beiden Parteien, auf der CDU und auf der CSU, auf den Schwesterparteien? Gerade jetzt zu Beginn des Superwahljahres alles nicht so ganz ohne, oder? Ja, definitiv. Das Ganze passiert natürlich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Denn wenn man sich die Gesamtsituation der Union anschaut, im Bundestrend, in den Umfragen, ja rückläufig in den vergangenen Wochen und Monaten, da ging es dann schon langsam los. Offenbar sind die Menschen jetzt zunehmend unzufrieden mit der Corona-Krisenpolitik, auch mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich ja einige Fehltritte erlaubt hat. Selbstorganisatorisch eben, vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit, war ja auch die Kanzlerin, die ja auch keine Fehler zugestehen will. Also das nehmen die Wähler offensichtlich der Union langsam übel. Und jetzt kommt das noch obendrauf. Das zerstört natürlich das Vertrauen in die Politik und vor allem eben in die Unionspolitiker, die jetzt ja davon betroffen sind. Und offenbar ist das jetzt auch der Anlass des Bundesgesundheitsministeriums, hier reinen Tisch machen zu wollen. Es wurde ja angekündigt, volle Transparenz. Man will alle Namen der Abgeordneten veröffentlichen, die in irgendeiner Form mit Corona-Maskengeschäften zu tun hatten. Das allerdings kann auch durchaus heikel sein, denn die Tatsache, dass ein Abgeordneter beispielsweise Namen weiterleitet oder einen Maskendeal einfädelt für ein Unternehmen aus seinem Wahlkreis, heißt ja noch nicht unbedingt, dass er dafür auch Provision genommen hat. Das muss man auch mal sagen. Das heißt, wenn jetzt hier möglicherweise demnächst viele Namen veröffentlicht werden, ja dann fängt das politische Gerangel erst an. Stand jetzt natürlich bei einem besonderer Malus für die Union. Aber definitiv ist die gesamte Politik hier natürlich jetzt in eine Vertrauenskrise gerasselt. Das muss man sagen. Tja, und den Malus ausbaden, den wird allerdings erst einmal die Union müssen. Bei den kommenden Landtagswahlen, damit ist in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durchaus zu rechnen. Eine große Herausforderung. Vielen Dank, Daniel Franz, Voskanzleramt. Abstände-Einheiten, Hygieneregeln beachten und natürlich die Maske unbedingt aufbehalten. So könnte es gelingen, dass erste vereinzelte Öffnungen und Lockerungen im Einzelhandel dauerhaft sind. Klar ist, steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen örtlich wieder an, wird wieder dicht gemacht. Alba Allers über das vorsichtige Heraustasten aus dem Lockdown. Schlange stehen für den Shopping-Spaß. Das bisschen Warten halten die Kundinnen und Kunden im Holzen-Center in Neumünster jetzt auch noch aus. Hauptsache, der Handel hat wieder auf. Man kann endlich die Sachen anfassen, man kann sie richtig sehen, man braucht nicht immer ständig irgendwas zurückschicken. Ich habe mir eine schöne Jacke gekauft, die war im Angebot und die ist Hammer. Neumünsters Inzidenz liegt unter 50. Damit dürfen alle Geschäfte öffnen. Nur die Anzahl der Kaufwilligen ist je nach Ladenfläche begrenzt. Die Polizei schaut hier und da nach dem Rechten. Auch im Bayerischen Erding liegt die Inzidenz unter 50. Wetter und Einzelhandel laden zum Bummeln ein. Ich finde es wirklich wunderbar. Ich schaue jetzt erst einmal, was alles auf hat und wie weit man rein darf. Man sieht ja, die Parkplätze sind voll, die Leute sind in den Geschäften drin. Es ist alles positiv. Da, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, wird wenigstens teilweise mit Terminbuchung geöffnet. Gartencenter, Buch- und Blumenläden haben fast überall geöffnet. In allen anderen Läden ist Einkaufen tatsächlich meist nur mit Terminvergabe möglich. In einigen Teilen von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern ist dafür Shoppen ohne Termin möglich. Aber nur bei niedrigen Inzidenzen. In Thüringen bleiben wegen der hohen Inzidenzwerte noch alle Geschäfte geschlossen. Aber nicht nur Shoppen macht Spaß. In München wurde der erste Besucher des Deutschen Museums mit Blumen begrüßt. Denn auch das ist ab jetzt wieder möglich. Museen und auch Zoos lassen je nach Inzidenz mal mit oder ohne Termin wieder Menschen ein. Endlich wieder ein Stück Normalität in diesen verrückten Zeiten. Grundlage aller Öffnungs- und Lockerungsdiskussionen sind die aktuellen Zahlen des Coronavirus. Wir schauen sie uns an, wie immer mit dem Hinweis, dass die Angaben nach dem Wochenende nicht ganz vollständig sind, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten sofort an das Robert-Koch-Institut weiterleiten. Also, laut RKI wurden seit gestern 5.011 Positiv-Tests registriert. 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden 7.654.623 Impfdosen verabreicht. Bundesweit wöchentlich kostenlose Schnelltests für alle. Lange Zeit war das nur eine politische Ankündigung. Nun endlich soll es aktuelle Realität werden. Doch es hakt. Wie beim Impfen, nach wie vor auch beim Testen. In Berlin stehen beispielsweise dafür 16 Testzentren bereit. Für übrigens mehr als 3,5 Millionen Einwohner. Auch in anderen Regionen sieht die Realität nicht wirklich rosig aus. In Bayern sind die Tests in etlichen Apotheken gar nicht verfügbar. Offenbar ist auch noch völlig unklar, wie der Bund die Apotheken bezahlen will. Erneut kein guter Tag für Gesundheitsminister Jens Spahn. Sie waren ja gerade eben bei uns beim Testzentrum. Und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie positiv getestet wurden. Heißt, ab in Quarantäne Termin für einen PCR-Test vereinbaren. Um 10 Uhr morgens ging es hier in Freiburg los. Im Rekordtempo hat die Stadt das Zentrum hochgezogen. Von Bund, Ländern und Kommunen wünscht sich die Leiterin vor allem bessere Kommunikation. Abrechnung auch der Test. Das weiß ich noch gar nicht, wie das läuft, woher ich das Geld letztlich kriege. Ich mache jetzt einfach mal die Tests und hoffe, dass das dann im Laufe der Woche noch geregelt wird. Hoffen also statt Planungssicherheit. Und nicht überall sind Schnelltests bereits ausreichend vorhanden. Scharfe Kritik gibt es am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Die Testverordnung kam viel zu spät, bemängelt etwa die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die jetzt versucht, irgendwie hinterherzuhechten. Das war jetzt so unfassbar dynamisch, wenn man das positiv ausdrückt, dass es nicht für alle schon möglich wird, in dieser kurzen Zeit im Testzentrum zu werden und diese Tests durchzuführen. Bereits einen Schritt weiter, denkt ein Städtchen in Sachsen. Mit einem negativen Schnelltest soll jeder Bürger oder Tourist Augustusburgs eine digitale Eintrittskarte bekommen. Für Läden, Restaurants und Hotels. Gültig für drei Tage. Jede einzelne Destination verfügt über Scanner, die dann über das Abscannen dieser Barcodes A sozusagen registrieren, wer war wann wo. Und B natürlich die Prüfung machen, ist es jemand, der zugelassen ist oder nicht. Am kommenden Montag soll das Projekt an den Start gehen. Das Ziel, dem Rest Deutschlands zeigen, wie mit Schnelltests der Exit aus dem Lockdown gelingt. Und wie eine Rückkehr zu ein bisschen mehr Normalität aussehen kann. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, bald auch jüngere Menschen zu impfen. Söder will auch mehr Impfstoff in Corona-Hotspots anbieten, etwa an der Grenze zu Tschechien. So könnten auch Pendler für Impfungen in Frage kommen. Junge Menschen sollen dann bei entsprechender Verfügbarkeit von Impfdosen bald folgen, so Söder. Es ist ein Interview, das wohl in jedem Jahresrückblick seine Erwähnung finden wird. Und dabei sind die Auswirkungen noch gar nicht einzuschätzen aktuell. Harry und Meghan haben im Gespräch mit US-Star-Moderatorin Oprah Winfrey für mächtig Aufregung gesorgt. Ihre Aussagen und Begründungen für ihr Loslösen vom britischen Königshaus lassen wohl die Palastwände in London wackeln. Harry und Meghan mit ihrer Wahrheit über das, was zum Bruch mit dem britischen Königshaus führte. Besonders intensiv diskutiert werden auch Rassismusvorwürfe. Mit den Einzelheiten dazu Nadine Janz und Stefan Wittmann. Die Traumhochzeit, die eigentlich keine war. Schon drei Tage vorher hatten Meghan und Harry heimlich geheiratet, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Abgeschottet vor allem von der königlichen Familie fühlte sich Meghan. Monatelang durfte sie den Palast nicht verlassen. Unter Tränen erzählt sie von Suizidgedanken. Es war beschämend, das zuzugeben gerade gegenüber Harry, weil ich weiß, wie viel Verlust er erleiden musste. Aber ich wusste, wenn ich es nicht sage, dann würde ich es machen. Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Hilfe, so sagt sie es im Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, wurde ihr vom Palast verwehrt. Stattdessen sollen hinter den Palastmauern rassistische Äußerungen gefallen sein, als sie mit Sohn Archie schwanger war. In den Monaten, als ich schwanger war, ging es immer darum, dass er keine Security bekommt und keinen Titel. Und auch um Bedenken, wie dunkel seine Hautfarbe sein würde. Wer diese Gespräche mit Meghan und Harry geführt haben soll, bleibt ein Geheimnis. Harry sieht in den Schikanen gegen seine Frau Parallelen zu seiner Mutter Diana und fühlt sich machtlos. Gefangen im System, so fühle ich mich wie der Rest meiner Familie. Mein Vater, mein Bruder, sie sind gefangen und sie können nicht einfach gehen. Ein Interview mit Sprengkraft. Das Tischtuch zwischen der Familie scheint zerschnitten. Das nehmen die im Übel, dass man ins eigene Nest scheißt so ungefähr, ja. Aber das macht ein Reuel vielleicht auch nicht. Ja, so ein bisschen wehleidig zu klagen, dass alles schrecklich war. So oder so ein Interview für die Geschichtsbücher. Und eine frohe Botschaft hatten Meghan und Harry dann doch noch. It's a girl. Weit entfernt vom britischen Königshaus sind Harry und Meghan nicht nur geografisch, wir sprechen weiter drüber. Und zwar mit Arndt Striegler zugeschaltet aus London und mit Nancy Lanzendörfer zugeschaltet aus Washington in den USA. Zunächst zu dir, Arndt. Wie schädlich war denn dieses Interview überhaupt für das britische Königshaus? Wie schätzt man das ein in London? Nun, das Interview war mit Sicherheit starker Tobak, würde ich mal sagen. Niemand hatte eigentlich damit gerechnet, dass Harry und Meghan sich ganz leise aus dem Königshaus verabschieden würden. Das ist allerdings dann doch so ein, ich würde mal sagen, PR-Getose aus Amerika kommen würde. Damit hatte hier niemand gerechnet. Ich könnte mir vorstellen, dass im Buckingham-Palast hier hinter mir heute Abend dem einen oder anderen das Dinner nicht so gut schmecken wird, wie es normalerweise der Fall ist. Denn die Vorwürfe, die Meghan und Harry erhoben haben gegen das Königshaus, die wiegen doch sehr schwer. Da ist von Rassismus die Rede, da ist von Selbstmordgedanken die Rede, da ist die Rede, dass das Königshaus emotionslos und kaltherzig reagiert hat und, 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 und. Und interessanterweise, wenn man sich die Abendzeitung hier in London heute anguckt, dann fallen die Reaktionen auf dieses Interview erst mal relativ negativ aus, negativ in Sachen Harry und Meghan. Den beiden wird vorgeworfen, dass sie jetzt gerade zu dieser Zeit, in dieser schweren Zeit, in der zum Beispiel Prinz Philip noch immer in der Klinik liegt, nach einer überstandenen Herzoperation, hätten sie dieses Interview so nicht geben sollen. Wir müssen einfach mal abwarten. Heute Abend wird in Großbritannien das Interview erst im Fernsehen gezeigt. Und da müssen wir einfach mal abwarten, ob der Palast morgen darauf offiziell reagieren wird oder nicht. Ich persönlich rechne nicht mit einer Reaktion aus dem Palast. Vielen Dank, Arndt Striegler nach London. Und damit schauen wir direkt rüber in die Vereinigten Staaten von Amerika zu Nancy Lanzendörfer. Nancy, inwiefern interessiert denn dieses Interview überhaupt die Amerikanerinnen und Amerikaner? Was bezwecken Meghan und Harry genau mit dem Interview in den USA? Ja, das Interesse ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das Interesse der Amerikaner an den Royals ohnehin ist noch mal gestiegen seit Meghan. Sie ist ja schließlich Amerikanerin. Und jetzt haben wir auch die ersten vorläufigen Zahlen. Denach haben 17,1 Millionen Personen zugeschaut bei diesem Interview. Um eingeschaltet diese Zahlen, die könnten sich noch verändern. Man muss ja auch Streaming bedenken etc. Vielleicht um das Ganze mal einzuordnen. Ja, das sind weniger als die mehr als 24 Millionen Zuschauer, die 2008 beim CBS-Interview mit Michelle und Barack Obama eingeschaltet haben. Aber wenn man das 2020er, das 2021er TV-Jahr hernimmt, die Saison sozusagen, dann hat das Interview das beste oder zweitbeste Ergebnis erzielt nach den Sport-Events. Oder andere haben das so formuliert, wenn man die Einschaltquoten der Preisverleihungen vom Golden Globe in der letzten Woche und von den Emmys im letzten Jahr zusammennimmt, dann ist man hier auf diese Zahl eben bei den Einschaltquoten gekommen. Also durchaus die Amerikaner haben eingeschaltet. Nancy, was genau dieses Interview bewirken wird, das kann man aktuell noch nicht sagen. Wie ist es denn finanziell? Lohnt es sich auf dieser Ebene für Harry und Meghan? Das heißt, gab es ein Honorar für dieses Gespräch mit Oprah Winfrey? Ja, auch die Frage, an wen hat man sich speziell gerichtet? An das amerikanische Publikum? Die beiden leben ja jetzt hier in den USA. Oder war das alles für den Palast? Aber des Geldeswegens haben sie das Interview nicht gegeben. Denn Meghan hat gleich zu Beginn des Interviews Oprah bestätigt, dass sie kein Geld für dieses Interview bekommt. Oprah ist auch heute Morgen nochmal danach gefragt worden, warum glaubt sie denn, dass die beiden jetzt das Interview gegeben haben? Und sie meinte, sie wären jetzt bereit gewesen, sie wollten das Interview geben, eben nach jahrelangen Lügen, die verbreitet worden sein sollen oder sind gegen sie. Und da wollte man jetzt eben seinen Stand der Dinge, so wie die beiden die Dinge sehen, erklären, erzählen. Vielen Dank nach Washington, Nancy. Wir bleiben thematisch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Denn heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin. Das ist der Polizist, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Er mordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Und das scheinen auch die Videos zu beweisen. Doch reicht das alles aus für eine Verurteilung? Zunächst beginnt die Auswahl der Geschworenen aus Minneapolis, unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes zweiten Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Aus Minneapolis zugeschaltet ist Steffen Schwarzkopf. Derek Chauvin wird Mord zweiten Grades vorgeworfen. Steffen, du hast es gerade schon angedeutet in deinem Beitrag in deiner Reporter-Matz. Was bedeutet das ganz konkret? Also zunächst einmal diese Demonstration, die hier jetzt auch hinter uns zu sehen ist, die begleitet den Prozess schon den ganzen Tag zu den Anklagepunkten. Es gibt in den USA Mord ersten Grades, zweiten Grades und auch Mord dritten Grades. Mord ersten Grades wird eine kaltblutige Planung des Mordes voraussetzen. Das ist hier nicht der Fall. Deswegen Mord zweiten Grades. Und anders als in Deutschland beispielsweise gibt es hier dann auch noch einen weiteren Anklagepunkt. Das ist Totschlag. Und das heißt, die Strafen für Mord und für Totschlag, die können addiert werden, sodass dann am Ende mehr als nur die maximale Strafe von 40 Jahren für Mord herauskommen könnte. Könnte ist allerdings ein wichtiger Punkt, den ich hier erwähne, denn möglich ist natürlich auch alles bis hin zu einer geringeren Freiheitsstrafe. Einige Jahre. Also da ist eine ganze Bandbreite an Strafen möglich. Und das ist das, was die Demonstranten hier natürlich auch genau beobachten. Und natürlich hoffen, dass es eine große, eine hohe Strafe geben wird für Derek Chauvin. Du wirst es weiter für uns beobachten in den USA. Steffen Schwarzkopf, Dankeschön. Uns erreicht eine Einmeldung in dieser Sendung. Damit sind wir thematisch zurück in Deutschland. Die Bundesregierung will den Ländern die Bestellung von Millionen Corona-Selbsttests erleichtern. Bis Dienstagmittag könnten die Länder insgesamt 10,5 Millionen der Tests beim Mannheimer Pharmakonzern Roche bestellen, heißt es in einem Brief von Gesundheitsminister Jens Spahn und Infrastrukturminister Andrea Scheuer an die Ministerpräsidenten der Länder. Ab Mittwoch könne Roche bis zu 1,5 Millionen der Antigen-Selbsttests täglich ausliefern. Der Bund spreche dafür, bei Roche eine befristete Abnahmegarantie aus, heißt es. Wie steht es eigentlich in Deutschland um die Gleichberechtigung von Mann und Frau? Insbesondere in öffentlichen Ämtern werden viele Führungspositionen zumeist durch Frauen besetzt, sagen viele Männer. Insbesondere mit und in der Sprache grenzt man häufig aus, sagen viele Frauen. Vor allem am heutigen Weltfrauentag diskutiert das Land über den Stand der Gleichstellung im Alltag und in der Sprache. Lea Freist berichtet. Ich gender mit dem Doppelpunkt, weil ich finde, das sieht am besten aus. Im Arbeitskontext nutzen wir das hier, weil das beschlossen wurde. Das heißt, da kann ich nicht aus der Reihe tanzen. Privat nutze ich das Gendersternchen. Für manche ist gendergerechte Sprache schon Alltag. Andere lehnen sie völlig ab. Unstrittig für die Ehefrau des Bundespräsidenten, Frauen müssen sichtbarer werden. Dort, wo es um Einfluss geht, findet sich zu allermeist ein Mann. Deshalb müssen Frauen weiter für die Gleichberechtigung kämpfen. Dass das BIN-I, das Gendersternchen, der Doppelpunkt beim Kampf um Führungspositionen und gleiche Bezahlung wirklich eine Rolle spielen, ist jedoch sowohl für viele Männer als auch Frauen abwegig. Ich glaube nicht, dass die Frauenquote durch Innen erhöht wird. Da muss man andere Hebel in Bewegung setzen. Das Ziel ist löblich, aber dass es halt mitunter recht kranke Blüten treibt. Dass die eigene Sprache dann irgendwann sehr verkorkst und verkrümelt klingt. Doch Schlichtheit ist eben nicht alles. Für manche Sprachwissenschaftler ist sie genau das große Problem. Denn das gängige generische Maskulinum schließt zwar grammatikalisch alle Geschlechter ein, aber wie in diesem Beispiel, egal ob Ärztinnen in der deutlichen Überzahl sind, ist nur ein männlicher Mediziner dabei, spricht man im Plural schon von den Ärzten. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Sprache ändern und dann ändert sich wie durch Magie auch unsere Gesellschaft. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, solange wir weiterhin so sprechen, als ob die Welt nur aus Männern besteht, wird es uns schon sehr schwerfallen, uns vorzustellen, dass es auch anders sein könnte. Das heißt, wenn Frauen nur mit gemeint werden, werden sie häufig nicht mitgedacht. Eine Mehrheit haben Sternchen und Co. übrigens noch lange nicht. Gerade einmal 14 Prozent sind für eine völlige Gleichberechtigung in der Sprache. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie da. Bis dann. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Es sollte wohl so etwas wie das ganz große Geschäft werden. Ein Maskendeal im Kampf gegen das Coronavirus politisch einfädeln und dabei auch noch kräftig mitverdienen. So der Versuch von zwei CDU-CSU-Bundestagsabgeordneten. Das vermeintlich gewinnbringende Geschäft endete für die Parlamentarier Georg Nüßlein und Nikolaus Löbel in einer politischen Vollbremsung. Statt 250.000 Euro mehr im Portemonnaie, unehrenhafte Rücktritte und das vorzeitige Karriereaus. Und zwar für beide. Auch auf Druck der eigenen Fraktionen und Parteien. Mehr dazu von Michael Wöhn-Weber. Maskenraffke Nikolaus Löbel warf als erster das Handtuch. Nicht freiwillig, sondern unter massiven innerparteilichem Druck. Für die Vermittlung von rund zwei Millionen Masken hatte Löbel 250.000 Euro Provision kassiert. Ein Geschäft mit der Not. Unappetitlich. Um weiteren Schaden von meiner Partei abzuwenden, lege ich mein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder, ließ der 34-Jährige nun schriftlich mitteilen. Eine politische Karriere voll gegen die Wand gefahren. Ich bin der festen Auffassung, dass ein klarer Schnitt besser ist als ein Verlängern. Deswegen wäre der Weg von dem Kollegen Löbel auch der für den Kollegen Nüßlein der eindeutig bessere. Doch Rafke Nummer zwei, Georg Nüßlein, versucht es weiter mit Rückzug auf Raten. Nüßlein kassierte 650.000 Euro mit Maskengeschäften, will sein Bundestagsmandat vorerst aber behalten, gab lediglich sein Parteibuch zurück. Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden. In der Union grassiert aber nun die Angst, dass noch mehr Fälle ans Tageslicht befördert werden. Schon fordert die FDP einen Maskensonderermittler. Es muss sichergestellt werden, dass innerhalb der Bundesregierung alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Um die Selbstreinigung unter Beweis zu stellen, will der Gesundheitsminister nun die Namen aller Vermittler von Maskendeals nennen. Der politische Flurschaden für die Union riesengroß. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird am Sonntag gewählt. Da droht der CDU nun der Rafke-Malus. Profitieren zu davon gar kein Politiker. Obwohl es nur Politiker aus der Union waren, beschädigt es die gesamte Politik. Unterdessen wird der Druck auf Nüßlein und Löbel weiter erhöht. Sie sollen ihre riesigen Provisionen spenden, heißt es in der Union. Das hieße Job weg, Geld weg, Reputation weg, schlimmer geht nimmer. Daniel Franz, vor dem Kanzleramt die Maskenaffäre bewegt das politische Berlin. Wie groß ist denn jetzt der Druck, der auf der Unionsfraktion lastet? Und auch auf den beiden Parteien, auf der CDU und auf der CSU, auf den Schwesterparteien. Gerade jetzt zu Beginn des Superwahljahres alles nicht so ganz ohne, oder? Ja, definitiv. Das Ganze passiert natürlich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Denn wenn man sich die Gesamtsituation der Union anschaut, im Bundestrend, in den Umfragen, ja rückläufig in den vergangenen Wochen und Monaten, da ging es dann schon langsam los. Offenbar sind die Menschen jetzt zunehmend unzufrieden mit der Corona-Krisenpolitik, auch mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich ja einige Fehltritte erlaubt hat. Organisatorisch eben, vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit, war ja auch die Kanzlerin, die ja auch keine Fehler zugestehen will. Also das nehmen die Wähler offensichtlich der Union langsam übel. Und jetzt kommt das noch obendrauf. Das zerstört natürlich das Vertrauen in die Politik und vor allem eben in die Unionspolitiker, die jetzt ja davon betroffen sind. Und offenbar ist das jetzt auch der Anlass des Bundesgesundheitsministeriums, hier reinen Tisch machen zu wollen. Es wurde ja angekündigt, volle Transparenz. Man will alle Namen der Abgeordneten veröffentlichen, die in irgendeiner Form mit Corona-Maskengeschäften zu tun hatten. Das allerdings kann auch durchaus heikel sein. Denn die Tatsache, dass ein Abgeordneter beispielsweise Namen weiterleitet oder einen Maskendeal einfädelt für ein Unternehmen aus seinem Wahlkreis, heißt ja noch nicht unbedingt, dass er dafür auch Provision genommen hat. Das muss man auch mal sagen. Das heißt, wenn jetzt hier möglicherweise demnächst viele Namen veröffentlicht werden, ja, dann fängt das politische Gerangel erst an. Stand jetzt natürlich bei einem besonderer Malus für die Union. Aber definitiv ist die gesamte Politik hier natürlich jetzt in eine Vertrauenskrise gerasselt. Das muss man sagen. Tja, und den Malus ausbaden, den wird allerdings erst einmal die Union müssen. Bei den kommenden Landtagswahlen, damit ist in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durchaus zu rechnen. Eine große Herausforderung. Vielen Dank, Daniel Franz vom Kanzleramt. Abständeeinheiten, Hygieneregeln beachten und natürlich die Maske unbedingt aufbehalten. So könnte es gelingen, dass erste vereinzelte Öffnungen und Lockerungen im Einzelhandel dauerhaft sind. Klar ist, steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen örtlich wieder an, wird wieder dicht gemacht. Alba Allers über das vorsichtige Heraustasten aus dem Lockdown. Schlange stehen für den Shopping-Spaß. Das bisschen Warten halten die Kundinnen und Kunden im Holzen-Center in Neumünster jetzt auch noch aus. Hauptsache, der Handel hat wieder auf. Man kann endlich die Sachen anfassen, man kann sie richtig sehen, man braucht nicht immer ständig irgendwas zurückschicken. Ich habe mir eine schöne Jacke gekauft, die war im Angebot und die ist Hammer. Neumünsters Inzidenz liegt unter 50. Damit dürfen alle Geschäfte öffnen. Nur die Anzahl der Kaufwilligen ist je nach Ladenfläche begrenzt. Die Polizei schaut hier und da nach dem Rechten. Auch im bayerischen Erding liegt die Inzidenz unter 50. Wetter und Einzelhandel laden zum Bummeln ein. Ich finde es wirklich wunderbar. Ich schaue jetzt erst einmal, was alles aufhört und wie weit man rein darf. Man sieht ja, die Parkplätze sind voll, die Leute sind in den Geschäften drin. Es ist alles positiv. Da, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, wird wenigstens teilweise mit Terminbuchung geöffnet. Gartencenter, Buch- und Blumenläden haben fast überall geöffnet. In allen anderen Läden ist Einkaufen tatsächlich meist nur mit Terminvergabe möglich. In einigen Teilen von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern ist dafür shoppen ohne Termin möglich. Aber nur bei niedrigen Inzidenzen. In Thüringen bleiben wegen der hohen Inzidenzwerte noch alle Geschäfte geschlossen. Aber nicht nur shoppen macht Spaß. In München wurde der erste Besucher des Deutschen Museums mit Blumen begrüßt. Denn auch das ist ab jetzt wieder möglich. Museen und auch Zoos lassen je nach Inzidenz mal mit oder ohne Termin wieder Menschen ein. Endlich wieder ein Stück Normalität in diesen verrückten Zeiten. Grundlage aller Öffnungs- und Lockerungsdiskussionen sind die aktuellen Zahlen des Coronavirus. Wir schauen sie uns an, wie immer mit dem Hinweis, dass die Angaben nach dem Wochenende nicht ganz vollständig sind, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten sofort an das Robert-Koch-Institut weiterleiten. Also, laut RKI wurden seit gestern 5.011 Positiv-Tests registriert. 297 mehr als vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden 7.654.623 Impfdosen verabreicht. Bundesweit wöchentlich kostenlose Schnelltests für alle. Lange Zeit war das nur eine politische Ankündigung. Nun endlich soll es aktuelle Realität werden. Doch es hakt, wie beim Impfen, nach wie vor auch beim Testen. In Berlin stehen beispielsweise dafür 16 Testzentren bereit. Für übrigens mehr als 3,5 Millionen Einwohner. Auch in anderen Regionen sieht die Realität nicht wirklich rosig aus. In Bayern sind die Tests in etlichen Apotheken gar nicht verfügbar. Offenbar ist auch noch völlig unklar, wie der Bund die Apotheken bezahlen will. Erneut kein guter Tag für Gesundheitsminister Jens Spahn. Sie waren ja gerade eben bei uns beim Testzentrum. Und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie positiv getestet wurden. Heißt, ab in Quarantäne Termin für einen PCR-Test vereinbaren. Um 10 Uhr morgens ging es hier in Freiburg los. Im Rekordtempo hat die Stadt das Zentrum hochgezogen. Von Bund, Ländern und Kommunen wünscht sich die Leiterin vor allem bessere Kommunikation. Die Abrechnung auch der Test, das weiß ich noch gar nicht, wie das läuft, woher ich das Geld letztlich kriege. Ich mache jetzt einfach mal die Tests und hoffe, dass das dann im Laufe der Woche noch geregelt wird. Hoffen also statt Planungssicherheit. Und nicht überall sind Schnelltests bereits ausreichend vorhanden. Scharfe Kritik gibt es am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Die Testverordnung kam viel zu spät, bemängelt etwa die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände, die jetzt versucht, irgendwie hinterherzuhechten. Das war jetzt so unfassbar dynamisch, wenn man das positiv ausdrückt, dass es nicht für alle schon möglich wird, in dieser kurzen Zeit ein Testzentrum zu werden und diese Tests durchzuführen. Bereits einen Schritt weiter, denkt ein Städtchen in Sachsen. Mit einem negativen Schnelltest soll jeder Bürger oder Tourist Augustusburgs eine digitale Eintrittskarte bekommen. Für Läden, Restaurants und Hotels gültig für drei Tage. Jede einzelne Destination verfügt über Scanner, die dann über das Abscannen dieser Barcodes A, sozusagen registrieren, wer war wann wo und B, natürlich die Prüfung machen, ist es jemand, der zugelassen ist oder nicht. Am kommenden Montag soll das Projekt an den Start gehen. Das Ziel, dem Rest Deutschlands zeigen, wie mit Schnelltests der Exit aus dem Lockdown gelingt und wie eine Rückkehr zu ein bisschen mehr Normalität aussehen kann. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, bald auch jüngere Menschen zu impfen. Söder will auch mehr Impfstoff in Corona-Hotspots anbieten, etwa an der Grenze zu Tschechien. So könnten auch Pendler für Impfungen in Frage kommen. Junge Menschen sollen dann bei entsprechender Verfügbarkeit von Impfdosen bald folgen, so Söder. Es ist ein Interview, das wohl in jedem Jahresrückblick seine Erwähnung finden wird. Und dabei sind die Auswirkungen noch gar nicht einzuschätzen aktuell. Harry und Meghan haben im Gespräch mit US-Star-Moderatorin Oprah Winfrey für mächtig Aufregung gesorgt. Ihre Aussagen und Begründungen für ihr Loslösen vom britischen Königshaus lassen wohl die Palastwände in London wackeln. Harry und Meghan mit ihrer Wahrheit über das, was zum Bruch mit dem britischen Königshaus führte. Besonders intensiv diskutiert werden auch Rassismusvorwürfe. Mit den Einzelheiten dazu Nadine Janz und Stefan Wittmann. Die Traumhochzeit, die eigentlich keine war. Schon drei Tage vorher hatten Meghan und Harry heimlich geheiratet, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Abgeschottet vor allem von der königlichen Familie fühlte sich Meghan. Monatelang durfte sie den Palast nicht verlassen. Unter Tränen erzählt sie von Suizidgedanken. Es war beschämend, das zuzugeben, gerade gegenüber Harry, weil ich weiß, wie viel Verlust er erleiden musste. Aber ich wusste, wenn ich es nicht sage, dann würde ich es machen. Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Hilfe, so sagt sie es im Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey, wurde ihr vom Palast verwehrt. Stattdessen sollen hinter den Palastmauern rassistische Äußerungen gefallen sein, als sie mit Sohn Archie schwanger war. In den Monaten, als ich schwanger war, ging es immer darum, dass er keine Security bekommt und keinen Titel. Und auch um Bedenken, wie dunkel seine Hautfarbe sein würde. Wer diese Gespräche mit Meghan und Harry geführt haben soll, bleibt ein Geheimnis. Harry sieht in den Schikanen gegen seine Frau Parallelen zu seiner Mutter Diana und fühlt sich machtlos. Gefangen im System, so fühle ich mich wie der Rest meiner Familie. Mein Vater, mein Bruder, sie sind gefangen und sie können nicht einfach gehen. Ein Interview mit Sprengkraft. Das Tischtuch zwischen der Familie scheint zerschnitten. Das nehmen die im Übel, dass man ins eigene Nest scheißt so ungefähr, ja. Das macht ein Reuel vielleicht auch nicht. Ja, so ein bisschen wehleidig zu klagen, dass alles schrecklich war. So oder so ein Interview für die Geschichtsbücher. Und eine frohe Botschaft hatten Meghan und Harry dann doch noch. Weit entfernt vom britischen Königshaus sind Harry und Meghan nicht nur geografisch. Wir sprechen weiter drüber und zwar mit Arndt Striegler zugeschaltet aus London und mit Nancy Lanzendörfer zugeschaltet aus Washington in den USA. Zunächst zu dir, Arndt. Wie schädlich war denn dieses Interview überhaupt für das britische Königshaus? Wie schätzt man das ein in London? Nun, das Interview war mit Sicherheit starker Tobak, würde ich mal sagen. Niemand hatte eigentlich damit gerechnet, dass Harry und Meghan sich ganz leise aus dem Königshaus verabschieden würden. Das ist allerdings dann doch so ein, ich würde mal sagen, PR-Getose aus Amerika kommen würde. Damit hatte hier niemand gerechnet. Ich könnte mir vorstellen, dass im Buckingham-Palast hier hinter mir heute Abend dem einen oder anderen das Dinner nicht so gut schmecken wird, wie es normalerweise der Fall ist. Denn die Vorwürfe, die Meghan und Harry erhoben haben gegen das Königshaus, die wiegen doch sehr schwer. Da ist von Rassismus die Rede, da ist von Selbstmordgedanken die Rede, da ist die Rede, dass das Königshaus emotionslos und kaltherzig reagiert hat und, 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 und. Und interessanterweise, wenn man sich die Abendzeitung hier in London heute anguckt, dann fallen die Reaktionen auf dieses Interview erst mal relativ negativ aus, negativ in Sachen Harry und Meghan. Den beiden wird vorgeworfen, dass sie jetzt gerade zu dieser Zeit, in dieser schweren Zeit, in der zum Beispiel Prinz Philip noch immer in der Klinik liegt, nach einer überstandenen Herzoperation, hätten sie dieses Interview so nicht geben sollen. Wir müssen einfach mal abwarten. Heute Abend wird in Großbritannien das Interview erst im Fernsehen gezeigt. Und da müssen wir einfach mal abwarten, ob der Palast morgen darauf offiziell reagieren wird oder nicht. Ich persönlich rechne nicht mit einer Reaktion aus dem Palast. Vielen Dank, Arndt Stregler nach London. Und damit schauen wir direkt rüber in die Vereinigten Staaten von Amerika zu Nancy Lanzendörfer. Nancy, inwiefern interessiert denn dieses Interview überhaupt die Amerikanerinnen und Amerikaner? Was bezwecken Meghan und Harry genau mit diesem Interview in den USA? Ja, das Interesse ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das Interesse der Amerikaner an den Royals ohnehin ist nochmal gestiegen seit Meghan. Sie ist ja schließlich Amerikanerin. Und jetzt haben wir auch die ersten vorläufigen Zahlen. Denach haben 17,1 Millionen Personen zugeschaut bei diesem Interview, um eingeschaltet. Diese Zahlen, die könnten sich noch verändern. Man muss ja auch Streaming bedenken etc. Vielleicht um das Ganze mal einzuordnen. Ja, das sind weniger als die mehr als 24 Millionen Zuschauer, die 2008 beim CBS-Interview mit Michelle und Barack Obama eingeschaltet haben. Aber wenn man das 2020er, das 2021er TV-Jahr hernimmt, die Saison sozusagen, dann hat das Interview das beste oder zweitbeste Ergebnis erzielt nach den Sport-Events. Oder andere haben das so formuliert, wenn man die Einschaltquoten der Preisverleihungen vom Golden Globe in der letzten Woche und von den Emmys im letzten Jahr zusammennimmt, dann ist man hier auf diese Zahl eben bei den Einschaltquoten gekommen. Also durchaus die Amerikaner haben eingeschaltet. Wenn Sie, was genau dieses Interview bewirken wird, das kann man aktuell noch nicht sagen. Wie ist es denn finanziell? Lohnt es sich auf dieser Ebene für Harry und Meghan? Das heißt, gab es ein Honorar für dieses Gespräch mit Oprah Winfrey? Ja, auch die Frage, an wen hat man sich speziell gerichtet? An das amerikanische Publikum? Die beiden leben ja jetzt hier in den USA. Oder war das alles für den Palast? Aber des Geldes wegen haben sie das Interview nicht gegeben. Denn Meghan hat gleich zu Beginn des Interviews Oprah bestätigt, dass sie kein Geld für dieses Interview bekommt. Oprah ist auch heute Morgen nochmal danach gefragt worden. Warum glaubt sie denn, dass die beiden jetzt das Interview gegeben haben? Und sie meinte, sie wären jetzt bereit gewesen, sie wollten das Interview geben, eben nach jahrelangen Lügen, die verbreitet worden sein sollen oder sind gegen sie. Und da wollte man jetzt eben seinen Stand der Dinge, also wie die beiden die Dinge sehen, erklären, erzählen. Vielen Dank nach Washington, Nancy. Wir bleiben thematisch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Denn heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen Derek Chauvin. Das ist der Polizist, der den Afroamerikaner George Floyd ermordet haben soll. Ermordet, so sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Und das scheinen auch die Videos zu beweisen. Doch reicht das alles aus für eine Verurteilung? Zunächst beginnt die Auswahl der Geschworenen. Aus Minneapolis, unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf. Es geht ihnen um mehr als nur den Tod von George Floyd. Der Sarg stellvertretend für die Gerechtigkeit, die längst zu Grabe getragen wurde. So sehen es die Demonstranten. 20 Meter lang ist dieses Banner. Die Namen von allen Opfern sind hier drauf, sagt sie, die von Polizisten in Minnesota seit dem Jahr 2000 getötet wurden. Insgesamt 470 und von 8 kennen wir nicht mal die Identität. Die Demonstranten selbst haben schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal angeheuert. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt hat ihrerseits das Zentrum verbarrikadieren lassen. Diese Sicherheitszäune umgeben nicht nur das Gericht, sondern sämtliche Regierungsgebäude im gesamten Zentrum der Stadt. Eine Million Dollar hat man insgesamt dafür ausgegeben. Die Angst, die Vergangenheit könnte zurückkehren. Tagelang brannten damals nach dem Tod von George Floyd die Straßen. Proteste, Plünderungen, Krawalle. Der Schaden rund eine Milliarde Dollar. Alles ausgelöst durch diese Bilder. Der Polizist Derek Chauvin, der fast neun Minuten auf Floyds Hals kniet, bis er tot ist. Der 44-Jährige ist wegen Mordes, 2. Grades und Totschlags angeklagt. Von Freispruch bis zu mehr als 40 Jahren Haft ist alles möglich. Wir treffen den früheren stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis. Er ist überzeugt, der Prozess findet kein friedliches Ende. Selbst wenn es einen Schuldspruch und eine Gefängnisstrafe gibt, vielen wird das nicht reichen und man wird das nutzen, um Protest in Gewalt umschlagen zu lassen. Demonstrationen werden wohl den gesamten Prozess begleiten. Ende März steht der Polizist Derek Chauvin dann selbst vor Gericht. Ein Urteil wird vier Wochen später erwartet. Aus Minneapolis zugeschaltet ist Steffen Schwarzkopf. Derek Chauvin wird Mord 2. Grades vorgeworfen. Steffen, du hast es gerade schon angedeutet in deinem Beitrag in deiner Reporter-Matz. Was bedeutet das ganz konkret? Also zunächst einmal diese Demonstration, die hier jetzt auch hinter uns zu sehen ist, die begleitet den Prozess schon den ganzen Tag zu den Anklagepunkten. Es gibt in den USA Mord ersten Grades, zweiten Grades und auch Mord dritten Grades. Mord ersten Grades wird eine kaltblutige Planung des Mordes voraussetzen. Das ist hier nicht der Fall, deswegen Mord zweiten Grades. Und anders als in Deutschland beispielsweise gibt es hier dann auch noch einen weiteren Anklagepunkt. Das ist Totschlag. Und das heißt, die Strafen für Mord und für Totschlag, die können addiert werden, sodass dann am Ende mehr als nur die maximale Strafe von 40 Jahren für Mord herauskommen könnte. Könnte ist allerdings ein wichtiger Punkt, den ich hier erwähne, denn möglich ist natürlich auch alles bis hin zu einer geringeren Freiheitsstrafe, einige Jahre. Also da ist eine ganze Bandbreite an Strafen möglich. Und das ist das, was die Demonstranten hier natürlich auch genau beobachten. Und natürlich hoffen, dass es eine große, eine hohe Strafe geben wird für Derek Chauvin. Du wirst es weiter für uns beobachten in den USA. Steffen Schwarzkopf, Dankeschön. Uns erreicht eine Eilmeldung in dieser Sendung. Damit sind wir thematisch zurück in Deutschland. Die Bundesregierung will den Ländern die Bestellung von Millionen Corona-Selbsttests erleichtern. Bis Dienstagmittag könnten die Länder insgesamt 10,5 Millionen der Tests beim Mannheimer Pharmakonzern Roche bestellen, heißt es in einem Brief von Gesundheitsminister Jens Spahn und Infrastrukturminister Andreas Scheuer an die Ministerpräsidenten der Länder. Ab Mittwoch könne Roche bis zu 1,5 Millionen der Antigen-Selbsttests täglich ausliefern. Der Bund spreche dafür, bei Roche eine befristete Abnahmegarantie aus, heißt es. Wie steht es eigentlich in Deutschland um die Gleichberechtigung von Mann und Frau? Insbesondere in öffentlichen Ämtern werden viele Führungspositionen zumeist durch Frauen besetzt, sagen viele Männer. Insbesondere mit und in der Sprache grenzt man häufig aus, sagen viele Frauen. Vor allem am heutigen Weltfrauentag diskutiert das Land über den Stand der Gleichstellung im Alltag und in der Sprache. Lea Freist berichtet. Ich gender mit dem Doppelpunkt, weil ich finde, das sieht am besten aus. Im Arbeitskontext nutzen wir das hier, weil das beschlossen wurde. Das heißt, da kann ich nicht aus der Reihe tanzen. Privat nutze ich das Gendersternchen. Für manche ist gendergerechte Sprache schon Alltag. Andere lehnen sie völlig ab. Unstrittig für die Ehefrau des Bundespräsidenten. Frauen müssen sichtbarer werden. Dort, wo es um Einfluss geht, findet sich zu allermeist ein Mann. Deshalb müssen Frauen weiter für die Gleichberechtigung kämpfen. Dass das Binnen-I, das Gendersternchen, der Doppelpunkt beim Kampf um Führungspositionen und gleiche Bezahlung wirklich eine Rolle spielen, ist jedoch sowohl für viele Männer als auch Frauen abwegig. Ich glaube nicht, dass die Frauenquote durch Innen erhöht wird. Da muss man andere Hebel in Bewegung setzen. Das Ziel ist löblich, aber dass es mitunter recht kranke Blüten treibt. Dass die eigene Sprache dann irgendwann sehr verkorkst und verkrümelt klingt. Doch Schlichtheit ist eben nicht alles. Für manche Sprachwissenschaftler ist sie genau das große Problem. Denn das gängige generische Maskulinum schließt zwar grammatikalisch alle Geschlechter ein, aber wie in diesem Beispiel, egal ob Ärztinnen in der deutlichen Überzahl sind, ist nur ein männlicher Mediziner dabei, spricht man im Plural schon von den Ärzten. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Sprache ändern und dann ändert sich wie durch Magie auch unsere Gesellschaft. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, solange wir weiterhin so sprechen, als ob die Welt nur aus Männern besteht, wird es uns schon sehr schwer fallen, uns vorzustellen, dass es auch anders sein könnte. Das heißt, wenn Frauen nur mit gemeint werden, werden sie häufig nicht mitgedacht. Eine Mehrheit haben Sternchen und Co. übrigens noch lange nicht. Gerade einmal 14 Prozent sind für eine völlige Gleichberechtigung in der Sprache. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie da. Bis dann. Hallo, guten Abend und willkommen zurück. Statt Lob, Anerkennung und reichlich Provisionen, Kritik, Ablehnung und das vorläufige Ende zweier politischer Karrieren. Zwei Bundestagsabgeordnete aus der Union spüren nach einem umstrittenen Deal um Corona-Masken jetzt harte Konsequenzen. Sowohl Nikolaus Löbel aus der CDU als auch Georg Nüßlein von der CSU müssen jetzt zurücktreten. Der Druck von Fraktionen und Schwesterparteien wurde zu groß. Mit den Einzelheiten dazu Michael Wöhnweber. Maskenraffke Nikolaus Löbel warf als erster das Handtuch. Nicht freiwillig, sondern unter massiven innerparteilichem Druck. Für die Vermittlung von rund zwei Millionen Masken hatte Löbel 250.000 Euro Provision kassiert. Ein Geschäft mit der Not. Unappetitlich. Um weiteren Schaden von meiner Partei abzuwenden, lege ich mein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder, ließ der 34-Jährige nun schriftlich mitteilen. Eine politische Karriere voll gegen die Wand gefahren. Ich bin der festen Auffassung, dass ein klarer Schnitt besser ist als ein Verlängern. Deswegen wäre der Weg von dem Kollegen Löbel auch der für den Kollegen Nüßlein der eindeutig bessere. Doch Rafke Nummer zwei, Georg Nüßlein, versucht es weiter mit Rückzug auf Raten. Nüßlein kassierte 650.000 Euro mit Maskengeschäften, will sein Bundestagsmandat vorerst aber behalten, gab lediglich sein Parteibuch zurück. Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden. In der Union grassiert aber nun die Angst, dass noch mehr Fälle ans Tageslicht befördert werden. Schon fordert die FDP einen Maskensonderermittler. Es muss sichergestellt werden, dass innerhalb der Bundesregierung alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Um die Selbstreinigung unter Beweis zu stellen, will der Gesundheitsminister nun die Namen aller Vermittler von Maskendeals nennen. Der politische Flurschaden für die Union und Rheinland-Pfalz wird am Sonntag gewählt. Da droht der CDU nun der Rafke-Malus. Profitieren tut davon gar kein Politiker. Obwohl es nur Politiker aus der Union waren, beschädigt ist die gesamte Politik. Unterdessen wird der Druck auf Nüßlein und Löbel weiter erhöht. Sie sollen ihre riesigen Provisionen spenden, heißt es in der Union. Das hieße Job weg, Geld weg, Reputation weg, schlimmer geht nimmer. Wir vertiefen das Thema und zwar mit Daniel Franz. Er ist für uns heute Abend vor dem Kanzleramt in Berlin. Daniel, die Maskenaffäre, die ist wohl noch immer nicht durch. Die Rücktritte sind erst einmal Fakt, aber da werden wohl noch einige Kapitel folgen, oder? Wie groß ist denn der Druck, der jetzt weiterhin auf der Union lastet, sowohl in der Fraktion als auch in der gesamten Partei? Das ist wirklich enorm. Es wurde hier doch sehr viel politischer Staub aufgewirbelt. Ja, und vor allem auch CDU-Chef Armin Laschet steht unter Druck. Denn wenn jetzt die CDU wirklich schlecht abschneiden sollte bei den kommenden Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, dann wird am Ende des Tages möglicherweise das auch ihm angelastet. Es ist ja noch eine Frage offen, die der Kanzlerkandidatur, also da geht es jetzt für ihn natürlich schon darum zu beweisen, dass er dieses politische Spiel auch beherrscht. Und ja, die einzige Möglichkeit, die die Fraktion, aber auch die Partei jetzt hat, ist halt so schnell wie möglich einen Schlussstrich zu ziehen. Allerdings, die Opposition versucht natürlich alles dagegen zu setzen und schlägt sozusagen in diese Kerbe, macht deutlich, das seien eben keine Einzelfälle. Man könnte hier keinen Schlussstrich ziehen. Die Grünen sprechen hier von einem schwarzen Filz und sehen da auch einen systematischen Verstoß seitens der Union, eben bei schwarzen Kassen angefangen, bis hin jetzt zu diesen Corona-Provisionsfällen sozusagen. Die Linkspartei, die sieht das ähnlich. Also der Wahlkampf, der ist bei diesem Thema jetzt voll entbrannt, das muss man ganz klar sagen. Und eine Sache, die lässt noch aufhorchen, Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, er hat in einem Interview ja deutlich gemacht, dass man wohl weitere Gespräche führt mit anderen Abgeordneten, um auch Zweifelsfälle zu klären. Das heißt, da gibt es wohl noch offene Fälle, offene Fragen. Und da wurde eben auch deutlich gemacht, da wurden nicht nur Gespräche geführt, da wurden auch Antworten eingefordert. Also offenbar gibt es hier durchaus noch Zweifel seitens der Unionsfraktion auch, dass da noch mehr kommen könnte. Und das soll jetzt eben auch transparent gemacht werden. Das zumindest hat ja das Bundesgesundheitsministerium versprochen. Man will hier alle Abgeordneten nennen, die sich engagiert haben im Falle von Maskenbeschaffung und will diese Namen auch demnächst veröffentlichen. Ob das gelingt, werden wir sehen. Danke vor das Kanzleramt Daniel Franz. Mit Abstandsregeln, Maskenpflicht und Hygieneauflagen wagt Deutschland eine vorsichtige Lockdown-Lockerung. Je nach Inzidenz, je nach Branche, je nach lokaler Verantwortlichkeit. Klar ist, steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen örtlich wieder an, wird wieder dicht gemacht. Alba Allers über das vorsichtige Heraustasten aus dem geltenden Lockdown. Schlange stehen für den Shopping-Spaß. Das bisschen Warten halten die Kundinnen und Kunden im Holzen-Center in Neumünster jetzt auch noch aus. Hauptsache, der Handel hat wieder auf. Man kann endlich die Sachen anfassen, man kann sie richtig sehen, man braucht nicht immer ständig irgendwas zurückschicken. Ich habe mir eine schöne Jacke gekauft, die war im Angebot und die ist Hammer. Neumünsters Inzidenz liegt unter 50. Damit dürfen alle Geschäfte öffnen. Nur die Anzahl der Kaufwilligen ist je nach Ladenfläche begrenzt. Die Polizei schaut hier und da nach dem Rechten. Auch im bayerischen Erding liegt die Inzidenz unter 50. Wetter und Einzelhandel laden zum Bummeln ein. Ich finde es wirklich wunderbar. Ich schaue jetzt erst einmal, was alles auf hat und wie weit man rein darf. Man sieht ja, die Parkplätze sind voll. Die Leute sind in den Geschäften drin. Das ist alles positiv. Da, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, wird wenigstens teilweise mit Terminbuchung geöffnet. Gartencenter, Buch- und Blumenläden haben jetzt fast überall geöffnet. In allen anderen Läden ist Einkaufen tatsächlich meist nur mit Terminvergabe möglich. In einigen Teilen von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern ist dafür Shoppen ohne Termin möglich, aber nur bei niedrigen Inzidenzen. In Thüringen bleiben wegen der hohen Inzidenzwerte noch alle Geschäfte geschlossen. Aber nicht nur Shoppen macht Spaß. In München wurde der erste Besucher des Deutschen Museums mit Blumen begrüßt. Denn auch das ist ab jetzt wieder möglich. Museen und auch Zoos lassen je nach Inzidenz mal mit, mal ohne Termin wieder Menschen ein. Endlich wieder ein Stück Normalität in diesen verrückten Zeiten. Und nun die aktuellen Zahlen zum Coronavirus in Deutschland. Für immer nach dem Wochenende nicht ganz vollständig, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre aktuellen Daten auch direkt an das Robert-Koch-Institut in Berlin weiterleiten. Laut RKI wurden seit gestern 5.011 Positiv-Tests registriert. Seit 297 mehr als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf nun 68. Die Behörde meldet außerdem 34 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis zum Wochenende wurden 7.654.623 Impfdosen hierzulande verabreicht. Lange Zeit hat man die Ankündigung der Bundesregierung hinterfragt und angezweifelt. Nun können sich die Länder wohl auf Umsetzung freuen. Die Bundesregierung will den Ländern die Bestellung von Millionen Corona-Selbsttests erleichtern. Bis morgen Mittag könnten die Länder insgesamt 10,5 Millionen der Tests beim Pharmakonzern Roche bestellen, heißt es. Derweil hakt es vielerorts auch mit den angekündigten Schnelltests, die den Bürgern eigentlich seit heute einmal wöchentlich angeboten werden sollten. Testkits fehlen, Teststrukturen oft auch. Sie waren ja gerade eben bei uns beim Testzentrum und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie positiv getestet wurden. Heißt, ab in Quarantäne Termin für einen PCR-Test vereinbaren. Um 10 Uhr morgens ging es hier in Freiburg los. Im Rekordtempo hat die Stadt das Zentrum hochgezogen. Von Bund, Ländern und Kommunen wünscht sich die Leiterin vor allem bessere Kommunikation. Abrechnung auch der Test, das weiß ich noch gar nicht, wie das läuft, woher ich das Geld letztlich kriege. Ich mache jetzt einfach mal die Tests und hoffe, dass das dann im Laufe der Woche noch geregelt wird. Hoffen also statt Planungssicherheit. Und nicht überall sind Schnelltests bereits ausreichend vorhanden. Scharfe Kritik gibt es am Krisenmanagement des Gesundheitsministers. Die Testverordnung kam viel zu spät, bemängelt etwa die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die jetzt versucht, irgendwie hinterher zu hechten. Das war jetzt so unfassbar dynamisch, wenn man das positiv ausdrückt, dass es nicht für alle schon möglich wird, in dieser kurzen Zeit ein Testzentrum zu werden und diese Tests durchzuführen. Bereits einen Schritt weiter, denkt ein Städtchen in Sachsen. Mit einem negativen Schnelltest soll jeder Bürger oder Tourist Augustusburgs eine digitale Eintrittskarte bekommen. Für Läden, Restaurants und Hotels. Gültig für drei Tage. Jede einzelne Destination verfügt über Scanner, die dann über das Abscannen dieser Barcodes A sozusagen registrieren, wer war wann wo. Und B natürlich die Prüfung machen, ist es jemand, der zugelassen ist oder nicht. Am kommenden Montag soll das Projekt an den Start gehen. Das Ziel, dem Rest Deutschlands zeigen, wie mit Schnelltest der Exit aus dem Lok.